Der Patient von John Katzenbach Aus dem Amerikanischen von Anke Kreuzer Gelesen von Simon Jäger Teil 1 Der unwillkommene Brief In dem Jahr, in dem er gänzlich mit dem Leben abgeschlossen hatte, brachte er wie die meisten seiner Tage auch seinen 53. Geburtstag damit zu, sich anderer Leute klagen über ihre Mütter anzuhören. Gedankenlose Mütter, grausame Mütter, sexuell aufreizende Mütter, tote Mütter, die in den Köpfen ihrer Kinder weiterspukten, lebende Mütter, die ihre Kinder lieber tot gesehen hätten. Besonders Mr. Bishop, aber auch Miss Levy und der wahrhaft vom Schicksal geschlagene Roger Zimmerman, der seine Wohnung an der Upper West Side und so schien es seine ganze Existenz, im Wachen wie in seinen lebhaften Träumen mit einer hypochondrischen, manipulativen und senkischen Dame teilte, die nicht ruhen und rasten würde, bis jedes noch so zaghafte Unabhängigkeitsstreben ihres Sohnes im Keim erstickt war. Zimmerman also und all die anderen Patienten ließen an diesem Tage keine Sekunde ihrer Sitzung aus, um über jene Frauengift und Galle zu speien, durch die sie das Licht der Welt erblickt hatten. Schweigend nahm er die Wogen mörderischen Hasses zur Kenntnis und warf nur gelegentlich eine verhaltene, gütige Bemerkung ein, ohne ein einziges Mal den von der Couch gespiehenen Furor zu unterbrechen, auch wenn er sich die ganze Zeit wünschte, daß wenigstens einer seiner Patienten Atem holte, in seiner Rage innehielt und sie als das erkannte, was sie war. Wut auf sich selbst. Aus langer Berufserfahrung wußte er, daß sie alle, selbst der geplagte Roger Zimmerman, wenn sie in der eigentümlich losgelösten Welt der Psychoanalytikerpraxis über die Jahre ihr Pulver verschossen hatten, von allein zu dieser Erkenntnis gelangen würden. Dennoch warf sein Geburtstag, der ihn unabweislich an seine eigene Sterblichkeit erinnerte, die trübselige Frage auf, ob ihm wohl genügend Zeit beschieden war, einen von ihnen bis zu diesem Moment der Akzeptanz, dem Heureka des Analytikers, begleiten zu dürfen. Sein eigener Vater war, nachdem er sein Herz jahrelang im Stress und Kettenrauchen ausgesetzt hatte, mit Anfang 53 gestorben. Eine Tatsache, die Heimtücke sticht unter der Oberfläche seines Bewusstseins lauerte. Und so kam es, daß er dem Jammern und Klagen des unangenehmen Herrn Roger Zimmerman in diesen letzten paar Minuten der abschließenden Sitzung an eben diesem Tage nicht ganz die gebührende Aufmerksamkeit schenkte, als nebenan im Wartezimmer dreimal verhalten die eigens dort angebrachte Klingel schellte. Die Klingel war das Zeichen für das Eintreffen eines Patienten. Jeder Neuzugang wurde vor dem ersten Termin angewiesen, beim Betreten der Praxis zweimal kurz und einmal lang zu läuten. Dies diente zur Unterscheidung von eventuellen Handwerker, Zähler, Ableser, Nachbars oder Lieferantenbesuchen. Ohne seine Sitzhaltung zu verändern, schielte er auf seinen Terminkalender, der neben der Uhr auf dem Tischchen hinter dem Kopfende der Couch lag und somit für den Patienten nicht zu sehen war. Für 18 Uhr gab es keinen Eintrag. Auf dem Ziffernblatt war es zwölf vor sechs und Roger Zimmerman schien sich auf der Couch zu verspannen. »Ich dachte, ich wäre der Letzte.« Er antwortete nicht. »Bis jetzt ist noch nie jemand nach mir gekommen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Nicht einmal.« »Haben Sie Ihren Terminplan geändert, ohne es mir zu sagen?« Wieder antwortete er nicht. »Ich mag es nicht, wenn jemand nach mir kommt«, sagte Zimmerman entschieden. »Ich will der Letzte sein.« »Und können Sie sich dieses Gefühl erklären?«, fragte er endlich zurück. »Der Letzte zu sein ist praktisch, so als wäre man der Erste«, erwiderte Zimmerman so schroff, als wollte er damit sagen, »das sehe doch wohl jeder Idiot.« Er nickte. Zimmerman hatte eine faszinierende und durchaus richtige Feststellung getroffen, wenn auch, wie bei dem armen Karl nicht anders zu erwarten, wieder einmal im letzten Moment der Sitzung statt zu beginnen, was Ihnen die verbleibenden fünfzig Minuten für eine sinnvolle Diskussion darüber gelassen hätte. »Versuchen Sie, diesen Gedanken morgen einzubringen«, sagte er. »Das wäre ein guter Anfang. Für heute ist unsere Zeit leider um.« Zimmerman zögerte, bevor er sich erhob. »Morgen?« »Wenn ich mich nicht irre, ist morgen der letzte Tag, bevor Sie, wie jedes verdammte Jahr, in Ihren blöden Urlaub fahren. Was habe ich also davon?« Wieder schwieg er nur und ließ die Frage über dem Kopf des Patienten im Raum stehen. Zimmerman schnaubte laut vernehmlich. »Der Typ, der gerade gekommen ist, interessiert Sie sowieso viel mehr als ich. Habe ich recht?«, sagte er bitter. Dann schwang er seine Füße von der Couch und sah zu seinem Therapeuten auf. »Ich mag es nicht, wenn etwas anders ist«, sagte er in schneidendem Ton. »Gans und gar nicht!« Im Aufstehen schleuderte er dem Arzt einen vielsagenden Blick entgegen, lockerte die Schultern und verzog bösartig das Gesicht. »Es sollte immer gleich sein. Ich komm rein, leg mich hin, fang zu reden an. Grundsätzlich als letzter Patient. So sollte es sein. Keiner mag Veränderungen.« Er seufzte, allerdings nicht resigniert, sondern ziemlich wütend. »Na schön, also bis morgen. Letzte Sitzung, bevor Sie nach Paris, Cape Cod oder zum Mars abhauen und mich im verdammten Regen stehen lassen.« Zimmermann machte abrupt auf dem Absatzkehrtschritt zielstrebig durch die kleine Praxis und zur Tür hinaus, ohne sich noch einmal umzusehen. Ein Moment lang blieb er in seinem Sessel sitzen und lauschte auf die Schritte des verbosten Mannes draußen im Flur. Dann stand er auf, nach dem stundenlangen Sitzen hinter der Couch spürte er ein wenig die Last seines fortgeschrittenen Alters in den verspannten Muskeln und steifen Gliedern, und ging zu der zweiten Tür, die in sein bescheidenes Wartezimmer führte. In mancherlei Hinsicht war der ungewöhnliche Zuschnitt dieses Raumes, in dem er vor Jahrzehnten seine Praxis eingerichtet hatte, einmalig, und auch der einzige Grund, weshalb er kurz nach seiner Zeit als Assistenzarzt diese Wohnung gemietet hatte und seit über einem Vierteljahrhundert geblieben war. Das Sprechzimmer verfügte über drei Türen, eine zur Eingangsdiele, in der er sein winziges Wartezimmer eingerichtet hatte, eine zweite, die direkt auf den Hausflur führte, und eine dritte in den Wohnbereich mit kleiner Küche und anschließendem Schlafzimmer, dem restlichen Teil der Wohnung. Sein Sprechzimmer war somit wie eine private Insel, mit Zugängen zu den übrigen Welten. Oft betrachtete er sie als eine Art Anderwelt, eine Brücke zwischen verschiedenen Realitäten. So gefiel es ihm, denn er war der Überzeugung, dass die Abschottung der Praxis von der Welt da draußen ihm seine Arbeit irgendwie erleichterte. Er hatte keine Ahnung, welcher seiner Patienten ohne Termin zurückgekommen sein könnte. Auf Anhieb fiel ihm kein einziger derartiger Fall in seiner ganzen Laufbahn ein. Genauso wenig konnte er sich vorstellen, welcher Patient womöglich in einer Krise steckte, die ihn zu einem solch drastischen Schritt in der Beziehung zu seinem Therapeuten hätte treiben können. Er vertraute auf Routine, Routine und Langlebigkeit, auf das Gewicht der Worte, die im allerheiligsten der Praxis am Ende einen Weg zur Erkenntnis bahnten. Da hatte Zimmermann recht. Veränderung ging nicht nur ihm gegen den Strich. Und so durchquerte er in gespannter Erwartung zügig den Raum, auch wenn ihm der Gedanke etwas Dringliches könnte die allzu eingefahrenen Gleise seines Lebens erschüttern, zugleich ein wenig irritierte. Er öffnete die Tür zum Wartezimmer und starrte hinein. Der Raum war leer. Einen Augenblick lang war er verwirrt und dachte, er hätte sich das Klingeln vielleicht nur eingebildet. Doch dann wurde ihm bewusst, dass Mr. Zimmermann es ebenfalls gehört und aus dem dreimaligen Schellen geschlossen hatte, dass jemand Bekanntes im Wartezimmer war. »Hallo?« sagte er, obwohl ganz offensichtlich niemand da war, der ihn hätte hören können. Er spürte, wie sich seine Stirn in Falten legte, und drückte sich die Nickelbrille auf der Nase zurecht. »Seltsam«, sagte er laut. In dem Moment bemerkte er den Briefumschlag auf dem Sitz des einzigen Stuhls, den er für Patienten bereithielt, die warteten, bis sie an der Reihe waren. Er atmete langsam aus, schüttelte ein paar Mal den Kopf und fand, dass dies jedoch allzu melodramatisch war, selbst für seinen derzeitigen Patientenstamm. Er zögerte, bevor er den Umschlag öffnete, und hielt ihn sich dann, so wie Johnny Carson, bei seiner Nummer als Karnack der Großartige an die Stirn, während er zu raten versuchte, welcher seiner Patienten ihn hinterlassen hatte. Doch zu keinem der ungefähr ein Dutzend Menschen schienen ein solcher Schritt zu passen. Sie alle genossen es, ihm ihre Beschwerden über seine vielen Fehler und Unzulänglichkeiten häufig und direkt ins Gesicht zu sagen, was zwar manchmal irritieren konnte, aber dennoch ein fester Therapiebestandteil war. Er riß den Umschlag auf und zog zwei dicht beschriebene Blätter heraus. Er laß nur die erste Zeile. »Herzlichen Glückwunsch zum 53. Geburtstag, Herr Doktor. Willkommen am ersten Tag Ihres Todes.« Er schnappte nach Luft. Von der abgestandenen Atmosphäre in der Wohnung wurde ihm plötzlich flau, und ergriff nach der Wand, um Halt zu finden. Dr. Frederick Starks, der sich von Berufswegen der Nabelschau anderer Menschen widmete, lebte allein. Er ging zu seinem kleinen antiken Ahornschreibtisch hinüber, einem Geschenk, das ihm seine Frau vor 15 Jahren gemacht hatte. Drei Jahre waren seit ihrem Tod vergangen, und wenn er sich an diesen Schreibtisch setzte, dann hatte er das Gefühl, als könne er immer noch ihre Stimme hören. Er breitete die beiden Seiten des gedruckten Briefes vor sich auf der Schreibtischunterlage aus. Ihm fiel plötzlich ein, dass es ungefähr zehn Jahre her war, seit ihm das letzte Mal etwas richtig Angst eingejagt hatte, nämlich die Diagnose, die der Onkologe seiner Frau eröffnet hatte. Jetzt war ihm dieser von damals vertraute trockene, saure Geschmack auf der Zunge ebenso unangenehm wie seine erhöhte Herzfrequenz. Er wartete geduldig, bis sich das Hämmern in seiner Brust nachhaltig beruhigt hatte. In diesem Moment war er sich seiner Einsamkeit nur allzu bewusst und hasste die Verletzlichkeit, die sie mit sich brachte. Ricky Starks, nur selten gab er zu, wie viel lieber er den Spitznamen aus Kinder- und Studententagen als das volltönde Frederick hörte, war notgedrungen ein Mann der Ordnung und Routine. Das Korsett der Vernunft, in das er seinen Alltag zwängte, konnte, so hoffte er, dem Aufruhr und Chaos, mit dem ihn seine Patienten unentwegt bedrängten, einen Sinn abtrotzen. Er war um die 1,75 groß, von eher leichtem Körperbau und schmaler, asketischer Figur, die er, verbunden mit dem standhaften Verzicht auf Eis und andere Süßigkeiten, für die er eine Schwäche hegte, in seiner Mittagspause täglich mit Walking trainierte. Er trug Brille, was für einen Mann seines Alters nichts Ungewöhnliches war, auch wenn ihn seine niedrigen Dioptrienwerte mit einigem Stolz erfüllten. Stolz war er auch darauf, dass sein Haar, wenngleich ein wenig Schütter, immer noch wie der Weizen auf dem Feld senkrecht vom Kopf abstand. Er hatte das Rauchen aufgegeben und trank nur ganz selten abends ein Läschen Wein vor dem Schlafengehen. An seine Einsamkeit hatte er sich gewöhnt. Ein Dinner for One in einem Restaurant konnte ihn nicht mehr schrecken, und auch bei einer Broadway-Show oder einem neuen Kinofilm war er sich selbst Gesellschaft genug. Er fühlte sich geistig und körperlich in bester Verfassung, und an den meisten Tagen bedeutend jünger, als er war. Dennoch konnte er die Tatsache nicht verdrängen, dass sein Vater das Alter, in dem er jetzt war, nicht überschritten hatte. Und aller Logik zum Trotz hatte er nicht recht daran geglaubt, selbst älter als 53 zu werden, als sei schon die Hoffnung darauf ungehörig, ja, geradezu vermessen. Aber, widersprach er seiner düsteren Prognose, ich bin noch nicht bereit zu sterben. Dann las er langsam weiter und hielt bei jedem Satz inne, so daß die aufkeimenden Sorgen und Ängste Zeit fanden, sich in seinem Innern einzunisten. Ich existiere irgendwo in Ihrer Vergangenheit. Sie haben mein Leben zerstört. Auch wenn Sie vielleicht nicht wissen, wie und weshalb, oder auch nur wann, so ist es trotzdem der Fall. Über jede Sekunde meines Daseins haben Sie Desaster und Unglück gebracht. Sie haben mein Leben zerstört. Und jetzt bin ich fest entschlossen, Ihres zu zerstören. Ricky Starks schnappte noch einmal nach Luft. In seiner Welt waren leere Drohungen und falsche Versprechungen an der Tagesordnung, doch ihm wurde augenblicklich klar, daß die Worte, die er vor sich hatte, mit den endlosen Triaden, die er täglich zu hören bekam, nicht zu vergleichen waren. Zuerst dachte ich, daß ich Sie einfach umbringen sollte, um meine Rechnung mit Ihnen zu begleichen. Doch mir wurde sehr schnell klar, daß das zu einfach wäre. Sie geben eine geradezu lächerlich leichte Zielscheibe ab, Herr Doktor. Tagsüber schließen Sie Ihre Tür nicht ab. Von Montag bis Freitag laufen Sie dieselbe Route. Am Wochenende sind Sie nicht weniger berechenbar. Bis hin zu Ihrem kleinen Spaziergang Sonntagmorgens, um sich in dem angesagten Café zwei Straßen Richtung Süden die Times, ein Zwiebelbagel und einen Haselnusskaffee zu besorgen, mit zwei Würfeln Zucker, ohne Milch. Viel zu leicht. Ihnen zu folgen und Sie zu töten, wäre kein Kunststück gewesen. Und so leicht, wie dieser Mord zu bewerkstelligen wäre, war ich mir nicht sicher, ob er die nötige Befriedigung mit sich bringen würde. Ich bin daher zu dem Schluss gekommen, daß ich es vorziehe, wenn Sie Selbstmord begehen. Ricky Starks rutschte unbehaglich auf seinem Sitz hin und her. Er fühlte, wie von den Worten vor seinen Augen heiße Wogen aufstiegen, die ihm sacht um Stirn und Wangen strichen wie die Wärme eines Kaminfeuers. Seine Lippen waren trocken, und er leckte sie vergeblich mit der Zunge. Bringen Sie sich um, Herr Doktor. Springen Sie von einer Brücke. Pusten Sie sich das Hirn mit einer Pistole weg. Springen Sie auf einer Geschäftsstraße vor einen Bus, oder werfen Sie sich vor eine U-Bahn. Drehen Sie das Gas auf und blasen die Stichflamme aus. Suchen Sie sich einen passenden Balken und hängen Sie sich daran auf. Die Methode bleibt ganz Ihnen überlassen. Doch das ist Ihre beste Chance. Ihr Selbstmord ist in genauen Umständen unserer Beziehungen außerdem am angemessensten. Und für Sie zweifellos eine weitaus angenehmere Methode, Ihre Schuld bei mir zu begleichen. Hier also die Regeln unseres kleinen Spiels. Ab morgen früh um sechs Uhr gebe ich Ihnen genau fünfzehn Tage, um herauszufinden, wer ich bin. Wenn Sie es schaffen, müssen Sie eine dieser kleinen Anzeigen unten auf der Titelseite der New York Times schalten und darin meinen Namen drucken lassen. Weiter nichts. Lassen Sie nur meinen Namen drucken. Falls Sie das nicht tun, dann... Nun ja, hier liegt der eigentliche Reiz. Sie werden feststellen, dass auf dem zweiten Blatt dieses Briefes 52 Namen aus Ihrer Verwandtschaft aufgelistet sind. Sie umfassen alle Altersstufen, von einem Neugeborenen, gerade mal sechs Monate alt, dem Kind Ihrer Urgroßnichte, bis zu Ihrem Cousin, diesem Wall-Street-Investoren und ausgemachten Kapitalisten, der genauso langweilig und vertrocknet ist wie Sie. Falls Sie es nicht schaffen, die Anzeige wie oben beschrieben aufzugeben, dann bleibt Ihnen nur eine Wahl. Bringen Sie sich augenblicklich um, oder ich vernichte einen dieser unschuldigen Menschen. Vernichten. Welch ein faszinierendes Wort. Es könnte den finanziellen Ruin bedeuten, oder einen gesellschaftlichen Scherbenhaufen. Oder auch psychische Vergewaltigung. Es könnte aber auch Mord bedeuten. Darüber mögen Sie sich den Kopf zerbrechen. Es könnte jemand Junges oder jemand Altes treffen, männlich oder weiblich, reich oder arm. Ich verspreche nur so viel, daß es ein Schlag sein wird, von dem er, oder seine nächsten Angehörigen, sich nie mehr erholt, egal wie viele Jahre er in der Psychoanalyse zubringt. Und egal, was es ist, Sie werden jede Sekunde von jeder Minute, die Ihnen noch auf Erden bleibt, mit der Gewissheit leben, daß allein Sie das verschuldet haben. Es sei denn, Sie entschließen sich zu dem ehrenvolleren Schritt und nehmen sich das Leben, bevor es dazu kommt, und bewahren meine Zielperson vor Ihrem Geschick. Sie haben also die Wahl. Meinen Namen oder Ihre Todesanzeige. Natürlich in derselben Zeitung. Als Beweis dafür, wie weit mein Arm reicht und wie gründlich alles vorbereitet ist, habe ich heute mit einem der Namen auf der Liste in Form einer höchst bescheidenen kleinen Nachricht Kontakt aufgenommen. Ich kann Ihnen nur dringend raten, herauszufinden, mit wem und auf welche Weise, dann können Sie sich morgen früh unverzüglich an Ihre eigentliche Aufgabe machen. Natürlich rechne ich nicht wirklich damit, daß Sie herausbekommen, wer ich bin. Um Ihnen daher meinen Sportsgeist zu zeigen, habe ich beschlossen, Ihnen im Laufe der kommenden fünfzehn Tage den einen oder anderen Tipp zu geben. Nur um die Sache spannender zu machen, auch wenn ein ausgefuchster, intuitiver Typ wie Sie davon ausgehen dürfte, daß dieser ganze Brief voller Hinweise steckt. Wie dem auch sei, hier schon mal ein Vorgeschmack, gratis und franko. Mit Vater, Mutter, kleinem Kind, die Stunden einstmals glücklich sind. Dann aber segelt der Vater fort. Vorbei ist's mit dem trauten Hort. Poesie ist nicht gerade meine Stärke. Hass dagegen schon. Ich gewähre Ihnen drei Fragen. Ja oder Nein fragen. Bitte schön. Gehen Sie dabei vor wie beschrieben, mit Hilfe von Kleinanzeigen auf der Titelseite der New York Times. Ich werde Sie binnen 24 Stunden auf meine Weise beantworten. Viel Glück. Sie sollten sich auch schon mal die Zeit nehmen, Vorkehrungen für Ihre Beisetzung zu treffen. Eine Erschirung ist vermutlich, einem aufwendigen Trauergottesdienst vorzuziehen. Ich weiß, wie sehr Ihnen Kirchen zuwider sind. Ich halte es für keine so gute Idee, sich an die Polizei zu wenden. Die würden Sie nur auslachen, womit Sie von sich eingenommen, wie Sie nun mal sind, Ihre Schwierigkeiten haben dürften. Wahrscheinlich würde es mich außerdem noch wütender machen, und im Moment können Sie sich wohl noch kein rechtes Urteil darüber bilden, wie labil ich eigentlich bin. Ich könnte auf unberechenbare und ziemlich böswillige Art und Weise darauf reagieren. Auf eines allerdings dürfen Sie sich hundertprozentig verlassen. Meine Wut kennt keine Grenzen. Der Brief war in Großbuchstaben unterschrieben. Rumpelstilzchen Ricky Starks fuhr mit dem Oberkörper zurück, als hätten ihn die Worte auf dem Blatt wie ein Fausthieb getroffen. Er rappelte sich auf, ging ans Fenster, öffnete es einen Spalt und ließ den Großstadtlahm mit einer für Ende Juli ungewöhnlichen Brise, vielleicht dem ersten Vorboten eines abendlichen Gewitters, in das stille kleine Zimmer dringen. In der Hoffnung, diese Hitze, die ihn plötzlich erfasst hatte, zu kühlen, atmete er tief ein. Er hörte das schrille Aufheulen einer Polizeisirene ein paar Straßenzüge entfernt und die stetige Kakophonie von Autohupen, das endlose, weiße Rauschen in Manhattan. Noch zwei, drei tiefe Atemzüge, dann machte er das Fenster zu und verbande alle Geräusche normalen städtischen Lebens. Er richtete sein Augenmerk erneut auf den Brief. »Ich bin in Schwierigkeiten«, dachte er. Wie tief, konnte er in diesem Moment noch nicht sagen. Ihm war bewusst, dass er ernstlich bedroht wurde, doch die Bestimmungsfaktoren dieser Bedrohung lagen noch im Dunkeln. Ein Teil von ihm bestand darauf, das Dokument auf dem Schreibtisch zu ignorieren, sich diesem ganz und gar nicht spaßigen Spiel schlicht zu entziehen. Er schnaubte einmal verächtlich, während dieser Gedanke Gestalt annahm. Seine gesamte Ausbildung und Berufserfahrung legte nahe, dass dies die vernünftigste Vorgehensweise war. Schließlich stellte der Analytiker immer wieder fest, dass es am klügsten ist, sich gegenüber den provozierendsten und haarsträubendsten Verhaltensweisen eines Patienten in Schweigen zu hüllen und gar nicht zu reagieren, um so zu deren tieferen psychologischen Wurzeln vorzudringen. Er stand auf und lief wie ein Hund, der einem ungewöhnlichen Geruch nachschnüffelt zweimal um den Tisch. Am Ende der zweiten Runde blieb er stehen und starrte erneut auf das beschriebene Blatt. Er schüttelte den Kopf. »Das wird nicht funktionieren«, wurde ihm klar. Für einen Moment überkam ihn so etwas wie Bewunderung für die Raffinesse des Schreibers. Ricky begriff, dass er ein schlichtes »Ich werde sie töten« vermutlich mit an Langeweile grenzender Distanz zur Kenntnis genommen hätte. Immerhin blickte er auf ein recht langes, recht gutes Leben zurück. Einem Mann in den mittleren Jahren mit dem Tod zu drohen, dachte er, hieß somit nicht allzu viel. Doch nicht damit war er konfrontiert. Die Bedrohung war indirekt. Jemand anders sollte büßen, wenn er nichts unternahm. Jemand Unschuldiges. Und höchstwahrscheinlich jemand Junges, da die Jungen viel gefährdeter als die Alten sind. Ricky schluckte schwer. Ich würde mir die Schuld dafür geben und mich den Rest meines Lebens damit quälen. Da lag der Schreiber absolut richtig. Oder stattdessen Selbstmordbeginn. Er hatte plötzlich einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Selbstmord stand in schärfstem Gegensatz zu seiner ganzen Lebensphilosophie. Er vermutete, dass die Person, die sich Rumpelstielzchen nannte, das wußte. Mit einem Schlag fühlte er sich wie vor Gericht. Wieder fing er an, in seinem Sprechzimmer auf- und abzumarschieren. Eine mächtige Stimme in seinem Innern wollte die ganze Sache herunterspielen, diese Botschaft mit einem Achselzucken beiseite schieben, sie feierlich zu einer maßlosen Ausgeburt der Fantasie ohne jede Grundlage in der Realität erklären. Mußte aber erkennen, dass er dazu nicht in der Lage war. Ricky ging mit sich selbst ins Gericht. Nur weil dir etwas Unbehagen bereitet, darfst du es noch lange nicht ignorieren. Andererseits kam ihm keine vernünftige Idee, wie er reagieren sollte. Er blieb stehen und kehrte dann zu seinem Stuhl zurück. Wahnsinn, dachte er. Wahnsinn allerdings der Methode hat, der er mich zwingt, darauf einzugehen. Ich sollte die Polizei einschalten, sagte er laut. Dann überlegte er. Und was soll ich sagen? 9-1-1 wählen und irgendeinem begriffsstutzigen, einfallslosen Bürohengst erklären, dass ich soeben einen Drohbrief erhalten habe? Und mir anhören, wie der Mann sagt. Na und? Seines Wissens lag bislang keine Gesetzesübertretung vor. Es sei denn, es verstieße schon gegen das Gesetz, jemandem Selbstmord nahezulegen. Nötigung? Um was für eine Art Mord könnte es sich handeln? Überlegte er. Ihm kamen den Sinn, einen Anwalt anzurufen. Dann wiederum wurde ihm klar, dass die Situation, in die Rumpelstilzchen ihn stürzte, kein juristisches Problem darstellte. Er war auf dem Gebiet herausgefordert, dass er kannte. Es ging, so war dem Brief zu entnehmen, um ein Spiel der Intuition und der Psychologie. Es ging um Emotionen und Ängste. Er schüttelte den Kopf und sagte sich, in der Arena kann ich mich behaupten. »Was weißt du bereits?« fragte er laut in das leere Zimmer hinein. »Jemand kennt meine Gewohnheiten. Weiß, wie ich die Patienten in die Praxis lasse. Weiß, wann ich Mittagspause mache. Was ich am Wochenende unternehme. War auch clever genug, um eine Liste mit Verwandten aufzustellen. Dazu gehört schon einiges an Findigkeit. Weiß, wann ich Geburtstag habe.« Erneut zog er heftig den Atem ein. Jemand hat mich beschattet, ohne dass ich es bemerkt habe. Mich taxiert. Jemand hat eine Menge Zeit und Mühe darauf verwandt, dieses Spiel in Szene zu setzen und mir nicht viel Zeit für meine Gegenzüge eingeräumt. Seine Zunge blieb trocken und seine Lippen ausgedörrt. Er hatte auf einmal großen Durst, aber keine Lust, das Refugium seiner Praxis zu verlassen, um sich in der Küche ein Glas Wasser zu holen. »Was habe ich getan, daß mich jemand so sehr hasst?« fragte er. Diese Frage saß wie ein Tiefschlag in der Magengrube. Ricky räumte ein, daß er die arrogante Auffassung vieler Menschen in betreuerischen Berufen teilte, er habe in seinem bescheidenen Rahmen, in dem er die Menschen verstand und so akzeptierte, wie sie waren, Gutes getan. Die Vorstellung, daß er bei irgendjemandem irgendwo einen monströsen Hass entfacht haben könnte, war äußerst irritierend. »Wer bist du?« forderte er Aufschluss von dem Brief. Augenblicklich begann er den Katalog der Patienten durchzuhecheln, die er über die Jahrzehnte behandelt hatte, hielt aber ebenso schnell inne. Er verstand zwar, daß dies früher oder später nötig sein würde, dann allerdings systematisch, diszipliniert und beharrlich. Und dazu war er noch nicht bereit. Zuerst einmal hielt sich Ricky nicht für besonders geeignet, seinen eigenen Polizeischutz zu übernehmen. Dann aber schüttelte er den Kopf, denn er erkannte, daß das in gewisser Hinsicht vielleicht nicht stimmte. Seit Jahren war er eine Art Detektiv gewesen. Der Unterschied lag genau genommen nur in der Art der Verbrechen, die er untersuchte, und in den Methoden, die er zum Einsatz brachte. Von diesem Gedanken ein wenig gestärkt, setzte sich Ricky Starks wieder an seinen Tisch, griff in die rechte obere Schublade und zog ein altes, ledergebundenes Adressbuch heraus, das an den Ecken völlig zerfleddert war und nur noch von einem Gummiband zusammengehalten wurde. Fangen wir am besten damit an, den Verwandten zu ermitteln, mit dem diese Person schon Kontakt aufgenommen hat. Es muß sich um einen ehemaligen Patienten handeln, folgerte er weiterhin, einen, der seine Analyse vorzeitig abgebrochen hat und in die Depression verfallen ist. Jemand, der schon seit Jahren eine nahezu psychotische Fixierung mit sich herumschleppt. Er hoffte, daß er mit ein bisschen Glück und vielleicht dem einen oder anderen Hinweis von demjenigen Verwandten, dem der Kontakt galt, den erbosten ehemaligen Patienten ausfindig machen konnte. Er versuchte, sich mit allem Nachdruck einzuschärfen, daß der Briefschreiber »Rumpelstilzchen« in Wahrheit einen Hilfeschrei an ihn gerichtet hatte. Doch genauso schnell, wie dieser Wischiwaschi-Gedanke aufkam, ließ er ihn wieder fallen. Das Adressbuch in der Hand dachte Ricky über die Märchenfigur nach, mit deren Namen der Schreiber unterzeichnet hatte. »Grausam«, sagte er sich. »Ein zauberer Zwerg mit einer schwarzen Seele, die sich nicht so leicht austricksen läßt, doch schlichtweg Pech hat und den Wettkampf verliert.« Bei dieser Überlegung fühlte er sich nicht unbedingt besser. Der Brief auf seiner Schreibtischplatte schien zu glühen. Er nickte langsam. »Er sagte ja eine Menge«, schloß er trotzig. »Bringe die Worte mit dem in Verbindung, was der Schreiber vermutlich bereits getan hat, und du bist ihm aller Wahrscheinlichkeit nach schon halb auf die Schliche gekommen.« Also schob er den Brief zur Seite und schlug das Adressbuch auf, um nach der Nummer der ersten von 52 Personen auf der Liste zu suchen. Er verzog ein wenig das Gesicht, während er die Nummern in die Tastatur eintippte. Im Lauf der letzten zehn Jahre hatte er mit seinen Verwandten kaum Kontakt gehalten, und es war anzunehmen, dass keiner von ihnen erpicht darauf war, von ihm zu hören, besonders wenn man bedachte, worum es bei diesem Anruf ging. Ricky Starks hielt sich für denkbar ungeeignet, aus Verwandten, die erstaunt waren, seine Stimme zu hören, irgendwelche Informationen herauszuquetschen. Er war es gewohnt, alles zu verinnerlichen, was er von Patienten in seiner Praxis hörte, und über jede Bemerkung und Erkenntnis sorgsam zu wachen. Doch als er nun eine Nummer nach der anderen wählte, fand er sich auf wenig vertrautem, schwergängigem Gelände wieder. Er sah sich außerstande, einen Leitfaden für seine Gespräche zu ersinnen, mit einer Grußformel am Anfang, gefolgt von einer kurzen Erklärung, was der Grund für seinen Anruf war. Stattdessen hörte er in seiner eigenen Stimme nur Zögern und Unentschlossenheit, während er sich durch Grußfloskeln kämpfte, um eine Antwort auf die dämlichste aller Fragen zu bekommen. Ist dir etwas Ungewöhnliches passiert? Folglich verbrachte er den Abend mit einer Reihe wirklich irritierender Telefonate. Entweder waren seine Angehörigen überrascht und unangenehm berührt, von ihm zu hören, und wenn es ihnen gerade ungelegen kam, was ihnen der eine oder andere auch spüren ließ, wollten sie wissen, weshalb er sich nach so langer Zeit aus heiterem Himmel bei ihnen meldete. Oder sie reagierten schlichtweg unhöflich. Jedes dieser Gespräche hatte etwas Brüskes, und mehr als einmal wurde er ziemlich deutlich abserviert. Mehrfach bekam er kurz angebunden zu hören, »Was zum Teufel soll das eigentlich?« Woraufhin er log, ein ehemaliger Patient habe eine Liste mit den Namen seiner Verwandten in die Finger bekommen, und er sei nun besorgt, dieser könne sich bei ihnen melden. Dabei verschwieg er, dass einem von ihnen Gefahr drohen könnte. Die, so nahm er an, größte Lüge von allen. Es ging bereits auf zehn Uhr abends zu, bald Zeit zum Schlafen gehen, und er hatte immer noch mehr als zwei Dutzend Namen auf seiner Liste. Bis jetzt hatte er dem, was ihm seine Gesprächspartner zu berichten hatten, noch nichts entnehmen können, was genauere Nachforschung gerechtfertigt hätte. Zugleich aber war er sich seiner eigenen investigativen Gabe nicht sicher. Die charakteristisch nebulösen Andeutungen in Rumpelstilzchens Brief ließen ihn befürchten, daß ihm irgendein Zusammenhang einfach entgangen war. Außerdem konnte es sein, daß unter den Verwandten, mit denen er bislang kurz gesprochen hatte, derjenige, mit dem der Briefschreiber tatsächlich in Kontakt getreten war, Ricky nicht die Wahrheit sagte. Und unter den Anrufen hatte es frustrierenderweise einige gegeben, bei denen sich niemand meldete. Dreimal hatte er gestellte, kryptische Nachrichten auf Anrufbeantwortern hinterlassen. Er erlaubte sich nicht, diesen Brief als eine bloße Farst zu betrachten, so verlockend der Gedanke war. Sein Rücken war völlig steif. Er hatte nichts gegessen, und ihm knurrte der Magen. Ihm dröhnte der Kopf. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar und rieb sich die Augen, bevor er die nächste Nummer wählte. Er fühlte sich erschöpft, spürte, wie ihm die Anspannung in den Schläfen pochte. Die Kopfschmerzen betrachtete er als eine bescheidene Buße für die Wahrheit, die ihm entgegenschlug. Daß er sich vom größten Teil seiner Familie isoliert und entfremdet hatte. Der Preis für die Vernachlässigung, dachte er, als er sich anschickte, den einundzwanzigsten Namen auf Rumpelstilzchens Liste anzuwählen. Vermutlich ist es unrealistisch, von seinen Verwandten zu erwarten, daß sie einen Kontakt nach so vielen Jahren freudig begrüßen, besonders ferne Verwandte, mit denen er wenig Berührungspunkte hatte. Mehr als einer von ihnen schwieg erst einmal, als er seinen Namen hörte, als wüßte er nicht recht, wo er den Anrufer unterbringen sollte. Angesichts dieser Momente des Schweigens fühlte er sich wie ein greiser Eremit, der von seiner Bergspitze heruntersteigt, oder ein Bär in den ersten Minuten nach einem langen Winterschlaf. Der einundzwanzigste Name klang nur entfernt vertraut. Er strengte sich an, mit den Buchstaben auf dem Blatt ein Gesicht zu verbinden und dann den Verwandtschaftsgrad zu ermitteln. Langsam nahm ein Bild in seinem Kopfgestalt an. Seine ältere Schwester, die vor zehn Jahren verstorben war, hatte zwei Söhne hinterlassen, und der hier war der ältere von den beiden. Dies machte Ricky zu einem ziemlich unbedeutenden Onkel. Seit der Beerdigung seiner Schwester hatte er mit keiner Nichte und keinem Neffen mehr Kontakt gehabt. Er zermarterte sich das Hirn, um mit dem Namen mehr als nur das Aussehen zu verbinden. Hatte dieser Name auf der Liste eine Frau? Familie? Eine berufliche Karriere? Wer war der Mann? Ricky schüttelte den Kopf. Er hatte eine Niete gezogen. Am Gerippe dieses Namens war nicht mehr Fleisch als an irgendeinem wahllos aus dem Telefonbuch gegriffenen. Er war wütend auf sich selbst. Das ist nicht in Ordnung, wies er sich zurecht. Irgendwas musst du von dem doch wissen. Er stellte sich seine Schwester vor, die fünfzehn Jahre älter gewesen war. Eine Alterskluft, mit der sie zwar in derselben Familie aufgewachsen, doch auf vollkommen verschiedenen Umlaufbahnen gekreist waren. Sie war die Älteste. Er selbst ein Betriebsunfall. Der ewige Nachzügler der Familie. Sie war Dichterin gewesen, hatte in den Fünfzigern an einem wohl situierten Frauencollege ihren Abschluss gemacht, um anschließend ins Verlagswesen zu gehen und dann eine gute Partie zu machen. Einen Anwalt für Unternehmensrecht aus Boston. Ihre beiden Söhne lebten in Neuengland. Ricky starrte auf den Namen auf dem Blatt. Da stand eine Adresse in Dealfield, Massachusetts, im Vorwahlbezirk 413. Plötzlich brach eine Flut von Erinnerungen über ihn herein. Der Sohn unterrichtete an der Privatschule in jener Stadt. »Welche Fächer?« hakte Ricky nach. Die Antwort kam ihm binnen Sekunden. »Geschichte. Die Geschichte der Vereinigten Staaten.« Er kniff einen Moment die Augen zu und hatte ein Bild vor seinem geistigen Auge. Ein kleiner, drahtiger Mann, Tweetjacke und Hornbrille, dunkelblond mit fortschreitendem Haarausfall. Ein Mann mit einer Frau, die gut fünf Zentimeter größer war als er. Er seufzte und griff zumindest mit einem bescheidenen Bündel Informationen gerüstet zum Telefon. Er wählte die Nummer und horchte auf die etwa sechs Klingelzeichen, bevor sich eine unverkennbar jugendliche Stimme meldete. Tief, doch erwartungsvoll. »Hallo?« »Hallo«, sagte Ricky. »Ich versuche, Timothy Graham zu erreichen. Sein Onkel Frederick am Apparat. Dr. Frederick Starks. Hier spricht Tim Junior.« Ricky überlegte einen Moment, bevor er sagte, »Hallo, Tim Junior. Ich glaube, wir sind uns noch gar nicht mit...« »Doch, sind wir. Einmal. Ich kann mich noch erinnern zu Großmutters Beerdigung. Du hast in der Kirche direkt hinter meinen Eltern in der zweiten Reihe gesessen und du hast meinem Dad erzählt, es sei ein Segen, dass Oma ein längeres Siechtum erspart geblieben sei. Ich weiß noch, was du gesagt hast, weil ich es damals nicht verstanden habe. Du musst... Sieben. Ich war sieben. Und jetzt bist du... Ich werde siebzehn. Du hast offenbar ein gutes Gedächtnis, wenn du dich an eine einzige Begegnung erinnern kannst. Der junge Mann überlegte einen Moment, bevor er erwiderte, »Großmutters Beerdigung hat mich damals sehr beeindruckt.« Er führte das nicht weiter aus, sondern wechselte das Thema. »Du willst Dad sprechen?« »Ja, wenn es geht.« »Wieso?« Ricky fand die Frage ungewöhnlich für einen Siebzehnjährigen. Nicht, weil Tim Junior das wissen wollte, denn Neugier war in diesem Alter ganz natürlich. Doch in diesem Zusammenhang klang es ein wenig, als wolle er seinen Vater beschützen. Die meisten Teenager, dachte Ricky, hätten einfach nur nach ihrem Vater gebrüllt, um ihm das Telefon in die Hand zu drücken und sich wieder an das zu begeben, womit sie gerade beschäftigt waren, ob Fernsehen oder Hausaufgaben oder Videospielen. Denn ein Anruf aus heiterem Himmel von einem entfernten Verwandten war nicht unbedingt etwas, das auf ihrer Prioritätsliste ganz oben stand. »Naja, mein Anliegen ist etwas seltsam«, sagte er. »War ein seltsamer Tag hier«, erwiderte der Teenager. Bei dieser Bemerkung war Ricky hellwach. »Wie das?« fragte er. Doch der Teenager beantwortete die Frage nicht. »Ich bin mir nicht sicher, ob mein Dad im Moment reden möchte, es sei denn, er weiß, worum es geht.« »Nun ja«, sagte Ricky vorsichtig. »Ich denke, was ich ihm zu sagen habe, wird ihn interessieren.« Timothy Junior ließ diese Auskunft sacken, bevor er antwortete. »Mein Dad ist im Moment beschäftigt. Die Cops sind noch da.« Ricky schnappte nach Luft. »Die Polizei? Ist was passiert?« Der Teenager ignorierte die Frage, um selbst eine zu stellen. »Wieso rufst du an? Ich meine, wir haben ewig nichts von dir gehört, seit...« »Vielen Jahren. Mindestens zehn. Seit der Beerdigung deiner Großmutter.« »Ja, eben«, hatte ich mir schon gedacht. »Und wieso auf einmal jetzt?« Ricky mußte einräumen, dass der Junge zu Recht misstrauisch war. Er wechselte zu seiner Standardrede. »Ein ehemaliger Patient von mir, du erinnerst dich, dass ich Arzt bin, Tim, nicht? Könnte versuchen, mit einigen meiner Verwandten in Verbindung zu treten. Und auch wenn wir in all den Jahren keinen Kontakt hatten, möchte ich die Leute warnen. Deshalb ruf ich an.« »Was ist das für ein Patient? Du bist Seelenklempner, oder? Psychoanalytiker. Und dieser Patient? Ist der gefährlich oder verrückt oder beides?« »Ich denke, darüber sollte ich mich mit deinem Dad unterhalten.« »Wie gesagt, er redet im Moment mit der Polizei. Ich glaube, sie gehen gerade...« »Wieso spricht er mit der Polizei?« »Das hat mit meiner Schwester zu tun.« »Was hat mit deiner Schwester zu tun?« Ricky versuchte, sich an den Namen des Mädchens zu erinnern und sie sich vorzustellen, doch ihm dämmerte nur das Bild eines kleinen, blonden Mädchens, das ein paar Jahre jünger als ihr Bruder war. Er entsann sich, wie die beiden nach der Beisetzung seiner Schwester unbehaglich steif, dunkel, gekleidet, schweigsam, doch nur mühsam beherrscht beiseite gesessen und sehnlichst darauf gewartet hatten, daß der feierliche Ton der Versammlung verflog und Normalität eintrat. »Jemand ist hier gefolgt,« fing der Teenager an, unterbrach sich aber an dieser Stelle. »Ich glaube, ich will mal meinen Vater,« sagte er ihn hagisch. Ricky hörte das Telefon auf einer Tischplatte klappern und verhaltene Stimmen im Hintergrund. Wenig später nahm jemand das Telefon und Ricky hörte eine Stimme, die der des Teenagers zum Verwechseln ähnelte, bis auf den matten, erschöpften Ton. Zugleich klang die Stimme gehetzt, wie unter Druck und hilflos unentschlossen. Ricky hielt sich zugute, ein Stimmexperte zu sein, aus Modulation und Tonlage, aus Wortwahl und Sprechtempo Schlüsse ziehen zu können auf das, was sich dahinter verbarg. Der Vater des Teenagers kam gleich zur Sache. »Onkel Frederick, das kommt höchst überraschend, und ich stecke hier mitten in einer familiären Krise. Ich kann also nur hoffen, daß es wirklich wichtig ist. Was kann ich für dich tun?« »Hallo, Tim. Tut mir leid, daß ich so mit der Tür ins Haus falle.« »Schon in Ordnung. Tim Junior sagte, es gehe um eine Warnung.« »Gewissermaßen, ja.« »Ich habe heute einen etwas kryptischen Brief von jemandem bekommen, der ein ehemaliger Patient sein könnte. Man könnte sagen, daß darin eine Drohung anklingt, die galt in erster Linie mir, aber aus dem Brief geht auch hervor, daß der Schreiber mit einem meiner Verwandten Kontakt aufnehmen will. Ich habe in der Familie rumtelefoniert, damit alle Bescheid wissen, und um festzustellen, ob er sich schon bei einem von ihnen gemeldet hat.« »Es herrschte tödliches, eisiges Schweigen.« »Was für ein Patient?« nahm Tim Senior in scharfem Ton die Frage seines Sohnes auf. »Ist er gefährlich?« »Ich weiß nicht, wer genau. Der Brief war nicht unterschrieben. Ich vermute nur, daß es ein ehemaliger Patient ist, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Um die Wahrheit zu sagen, weiß ich bis jetzt im Grunde noch gar nichts über ihn.« »Das klingt vage. Höchst vage.« »Das stimmt. Tut mir leid.« »Nimmst du die Drohung ernst?« Ricky hörte einen schroffen Unterton heraus. »Ich weiß es nicht. Wie du siehst, hat es mich so beunruhigt, daß ich ein paar Telefonate mache.« »Warst du bei der Polizei?« »Nein. Mir einen Brief zu schicken, verstößt nicht gegen das Gesetz, oder?« »Genau das haben mir die Scheißkarle auch gerade gesagt.« »Pardon?« »Diese Bullen! Ich habe die Polizei gerufen, und dann kommen die doch wahrhaftig bis hier raus, um mir mitzuteilen, daß sie nichts machen können.« »Weshalb hast du die Polizei gerufen?« Timothy Graham antwortete nicht sofort. Er schien erst einmal tief Luft zu holen, doch dies hatte offenbar keine beruhigende, sondern die gegenteilige Wirkung, so daß sich der aufgestaute Zorn entlud. »Es war widerwärtig. Irgend so ein krankes Arschloch, so ein schleimiger, kranker Hurensohn. Wenn ich den je in die Finger kriege, bringe ich ihn eigenhändig um. Ist ein ehemaliger Patient ein krankes Arschloch, Onkel Frederick?« Der plötzliche Schwall Obszönitäten erschreckte Ricky. Für einen stillen, höflichen, unscheinbaren Geschichtsprofessor an einer exklusiven, konservativen Privatschule war dieser Ausbruch gänzlich uncharakteristisch. Ricky schwieg, weil er zunächst nicht recht wußte, wie er reagieren sollte. »Ich weiß nicht«, sagte er. »Erzähl, was passiert ist, daß du so aufgebracht bist.« Wieder zögerte Tim Senior und holte Tiefluft, ein Geräusch, das in der Leitung wie das Zischen einer Schlange klang. »An Ihrem Geburtstag! Ist das zu fassen? Ausgerechnet an Ihrem vierzehnten Geburtstag! Das ist einfach widerwärtig!« Ricky saß plötzlich senkrecht auf seinem Stuhl. Hinter seinen Augen blitzte die Erinnerung auf wie eine Explosion. Ihm wurde bewusst, daß er die Verbindung sofort hätte sehen müssen. Unter all seinen Verwandten gab es nur einen Menschen, der aufgrund eines kuriosen Zufalls den gleichen Geburtstag hatte wie er. Das kleine Mädchen, dessen Gesicht er sich nur mühsam ins Gedächtnis rufen konnte, und dem er nur ein einziges Mal auf der Beerdigung begegnet war. Er machte sich Vorwürfe. Das hier hätte der erste Anruf sein müssen. Doch er riß sich zusammen, so daß ihm die Überlegung nicht anzumerken war. »Was ist denn passiert?« fragte er gerade heraus. »Jemand hat dir in der Schule eine Geburtstagskarte in den Spind gelegt. Weißt du, eine von diesen niedlichen, überdimensionierten, kitschig-sentimentalen Karten, die man in den Mords bekommt. Ich kann mir immer noch keinen Reim darauf machen, wie das Arschloch den Spind aufgekriegt hat, ohne daß ihn jemand sieht. Ich meine, wo zum Teufel war der Sicherheitsdienst?« Jedenfalls hat Mindy, als sie in die Schule kam, die Karte gefunden und gedacht, sie wäre von einer ihrer Freundin. Also machte sie sie auf. Und weißt du was? Die Karte war vollgestopft mit widerwärtiger Pornografie. Richtig harter Porno in Multikolor. Bilder von Frauen, die mit Stricken, Ketten und Lederzeug gefesselt sind und in jeder erdenklichen Art und Weise mit allen möglichen Hilfsmitteln penetriert werden. Richtig hartes Zeug, im höchsten Maße jugendgefährdend. Und auf der Karte stand, »Das werde ich mit dir machen, sobald ich dich allein erwische.« Ricky rutschte auf dem Sitz hin und her. »Rumpelstilzchen«, dachte er. Ins Telefon fragte er nur. »Und die Polizei? Was haben die dazu gesagt?« Timothy Graham schnaubte verächtlich, und Ricky stellte sich vor, wie seine weniger einsatzfreudigen Schüler über die Jahre dieses Schnaubenzuhören bekamen und vor Angst erstarrten, auch wenn es im gegenwärtigen Zusammenhang eher Frust und Ohnmacht zum Ausdruck brachte. »Die Polizisten hier«, sagte er mit Nachdruck, »sind Idioten, ausgemachte Vollidioten, wollen mir glatt weismachen, dass sie nichts tun können, solange Mindy nicht nachweislich und aktiv von jemandem verfolgt wird. Sie brauchen einen eindeutigen Tatbestand. Mit anderen Worten, das Schwein muss erst tätlich werden. Trottel! Die halten den Brief und das, was drin war, für einen Streich. Vermutlich ein älterer Schüler aus gutem Hause. Vielleicht jemand, dem ich im letzten Semester eine miese Note verpasst habe. »Natürlich kann man die Möglichkeit an diesem Institut nicht ganz ausschließen, aber...« Der Geschichtsprofessor hielt inne. »Willst du mir nicht was über deinen ehemaligen Patienten erzählen?« »Ist er ein Sexualstraftäter?« Jetzt schwieg Ricky, bevor er sagte. »Nein, keineswegs. Das klingt überhaupt nicht nach ihm. Im Grunde ist er harmlos, nur ein bisschen irritierend.« Er fragte sich, ob sein Neffe den falschen Ton heraushören würde. Er bezweifelte es. Der Mann war in Rage, erregt und empört und würde es vermutlich eine Zeit lang nicht merken, wenn Ricky die Wahrheit strapazierte. Timothy Graham reagierte nicht sofort. »Ich bring ihn um«, sagte er dann. »Mini ist schon den ganzen Tag in Tränen aufgelöst. Sie ist davon überzeugt, dass da draußen jemand rumläuft, der sie vergewaltigen will. Sie ist gerade mal vierzehn geworden und hat in ihrem ganzen Leben noch keiner Fliege was zu Leide getan. Sie ist äußerst leicht zu beeinflussen. Und sie ist noch nie mit solchem Schund konfrontiert worden. Bis gestern hat sie noch mit Teddybären und Barbie-Puppen gespielt. »Ich bezweifle, dass sie heute Nacht und in den nächsten Tagen viel Schlaf bekommt. Ich kann nur hoffen, dass die Angst sie nicht verändert hat.« Ricky sagte nichts, und der Geschichtsprofessor fuhr nach einer Atempause fort. »Ist das möglich, Onkel Frederick? Du bist doch verdammt noch mal der Spezialist auf dem Gebiet. Kann sich das Leben für einen so schnell ändern?« Wieder antwortete er nicht, doch die Frage halte in seinem Innern nach. »Es ist schrecklich, weißt du, einfach schrecklich!« brach es aus Timothy Graham heraus. »Da setzt du alles daran, deine Kinder davor zu schützen, wie krank und böse diese Welt im Grunde ist, und dann bist du einen Moment nicht auf der Hut und Patsch hat's dich erwischt. Das mag nicht der schlimmste Fall sein, wie jemand seine Unschuld verliert. Du hast bestimmt schon Schlimmeres gehört, Onkel Frederick. »Aber schließlich nicht von deiner geliebten kleinen Tochter, die keiner Menschenseele was getan hat und sich an ihrem vierzehnten Geburtstag die Augen aushalt, weil ihr irgendjemand irgendwo Leid zufügen will!« Und mit diesen Worten legte der Geschichtsprofessor auf. Ricky Starks lehnte sich an seinem Schreibtisch zurück. Mit einem langen Pfeifton ließ er die Luft durch die Zähne entweichen. Irgendwie war er von dem, was Rumpelstilzchen getan hatte, zugleich aufgebracht und fasziniert. Er sondierte seine Informationen. Die Botschaft, die Rumpelstilzchen dem jungen Mädchen geschickt hatte, war alles andere als spontan, sondern in ihrer Wirkung eiskalt kalkuliert. Offenbar hatte er auch einige Zeit investiert, um dieses Kind auszukundschaften. Darüber hinaus sprach seine Vorgehensweise für ein paar Fähigkeiten, die Ricky, wie er vermutete, im Auge behalten sollte. Rumpelstilzchen war es gelungen, am Sicherheitsdienst der Schule vorbeizukommen, und er besaß die Fertigkeit eines Einbrechers, ein Schloss aufzusperren, ohne es zu beschädigen. Er hatte es geschafft, die Schule ebenso unentdeckt zu verlassen und sich in West Massachusetts sofort auf den Highway nach New York begeben, um seine zweite Botschaft in Rickys Wartezimmer zu hinterlegen. Das Timing war nicht weiter schwierig. Die Fahrt war nicht lang, vielleicht vier Stunden. Doch es sprach für eine sorgfältige Planung. Aber das war es gar nicht mal, was Ricky zu schaffen machte. Wieder rutschte er unruhig auf seinem Sitz herum. Die Worte seines Neffens schienen in der Praxis nachzuhallen, als würden sie wie ein Spielball zwischen den Wänden hin- und hergeworfen, als strahlten sie heiß in den Raum dazwischen aus, verlorene Unschuld. Ricky dachte über diese Worte nach. Manchmal sagte ein Patient im Verlauf einer Sitzung etwas, das eine elektrifizierende Wirkung hatte, weil es sich dabei um Momente des Verstehens, um Erkenntnisblitze handelte, um Einsichten, bei denen es nur so knisterte und die den Durchbruch versprachen. Das waren die Momente, um die es bei jedem Analytiker ging. Gewöhnlich hatten sie etwas Abenteuerliches, überaus Befriedigendes an sich, weil sie auf dem langen Behandlungsweg Erfolg signalisierten. Diesmal nicht. Zusammen mit der Angst kroch Ricky unabweislich die Verzweiflung den Rücken hoch. Rumpelstielzchen hatte seine Großnichte in einem Moment kindliche Verletzlichkeit attackiert. Er hatte sich dazu einen Zeitpunkt gewählt, der im Gefüge der Erinnerungen als freudiger Aufbruch hätte haften bleiben sollen, den Zeitpunkt ihres vierzehnten Geburtstags. Und dann hatte er ihn ins Häßliche und Furchterregende verkehrt. Die Bedrohung hätte kaum tiefgreifender und provozierender sein können. Ricky faßte sich an die Stirn, als fieberte er plötzlich. Es verwunderte ihn, daß er nicht schwitzte. Mit etwas Bedrohlichem, überlegte er, verbinden wir sofort etwas, das unsere Sicherheit gefährdet. Ein Mann mit einer Pistole oder einem Messer und einer sexuellen Obsession, ein Betrunkener am Steuer, der auf dem Highway fahrlässig auf die Tube drückt, oder irgendeine heimtückische, schleichende Krankheit, wie die, an der seine Frau gestorben war. Ricky stand auf und fing an, im Zimmer auf- und abzulaufen. Wir haben Angst davor, getötet zu werden. Dabei ist es viel schlimmer, vernichtet zu werden. Er warf einen Blick auf Rumpelstilzchens Brief. Vernichten. Er hatte das Wort in einem Atemzug mit Zerstören verwandt. Sein Gegner war jemand, der wußte, daß die eigentliche Bedrohung, der wir am wenigsten entgegenzusetzen haben, von innen kommt. Die Qual und die Nachwirkungen eines Albtraums können weitaus schlimmer sein, als die eines Faustschlags. Und selbst dann ist es zuweilen nicht so sehr die Faust als solche, die den entscheidenden Schmerz verursacht, sondern die Gefühle dahinter. Er blieb abrupt stehen und drehte sich zu dem kleinen Bücherregal um, das an einer der Seitenwände im Praxiszimmer stand. Darin waren Texte in Reihen angeordnet, größtenteils medizinische Texte und Fachzeitschriften. Diese Bücher enthielten buchstäblich hunderttausende Wörter, die mit klinischer Präzision eiskalt die Bandbreite menschlicher Gefühle sezierten. Von einem Moment zum anderen begriff er, daß ihm all dieses Wissen höchstwahrscheinlich nicht das geringste nützen würde. Am liebsten hätte er eins dieser Lehrbücher aus einem dieser Fächer geholt, im Index unter R wie Rumpelstilzchen nachgeschaut und dann die Seite aufgeschlagen, auf der eine nüchterne, schnörkellose Beschreibung des Mannes zu finden war, der ihm den Brief geschrieben hatte. Ihn überkam eine erneute Woge der Angst, als er sich klarmachte, daß es keinen solchen Eintrag gab, und er merkte, wie er sich von den Büchern abwandte, die bis zu diesem Moment seine berufliche Laufbahn geprägt hatten, und erinnerte sich stattdessen an jene Stelle in einem Roman, den er seit seinen College-Zeiten nicht mehr gelesen hatte. Ratten, dachte Ricky. Sie sperrten Winston Smith in einen Raum mit Ratten, da sie wußten, daß sonst nichts auf dieser Welt ihn wahrhaft in Angst und Schrecken versetzte. Der Tod nicht, ebenso wenig Folter. Ratten. Er sah sich in seiner Wohnung und seinem Sprechzimmer um, einem Ort, der viel über ihn verriet, an dem er viele Jahre glücklich und zufrieden gewesen war. In dieser Sekunde fragte er sich, ob sich das von jetzt an grundlegend ändern, und ob sich diese Räumlichkeiten in seinen eigenen fiktionalen Raum 101 verwandeln würden. Den Ort, an dem sie die schlimmste Sache der Welt bereithielten. Es war jetzt genau Mitternacht, und er fühlte sich töricht und vollkommen allein. Sein Sprechzimmer war mit Schnellheftern und Zetteln übersät, mit stapelweise Stenoblocks, großformatigen, losen Blättern und einem altmodischen Diktiergerät, das er zehn Jahren unter einem Stapel passender Kassetten geschlummert hatte. Diese Haufen stellten die magere Ausbeute an Dokumentationsmaterial dar, das er im Laufe der Jahre über seine Patienten angesammelt hatte. Sie wagen Notizen über Träume, hingekritzelte Einträge, die aufschlußreiche Assoziationen seiner Patienten festhielten, oder auch solche, die ihm selbst im Verlauf einer Behandlung gekommen waren. Schlüssel, Begriffe, Wendungen, Erinnerungen. Hätte man in einer Skulptur den Gedanken zum Ausdruck bringen wollen, dass die Psychoanalyse so sehr eine Kunst wie eine medizinische Wissenschaft war, dann hätte man kaum eine bessere Formgebung finden können, als das Durcheinander, das ihn umgab. Er verfügte über keine ordentlichen Formularer, auf denen Größe, Gewicht, Hautfarbe, Religion oder Staatsangehörigkeit verzeichnet waren, über keine alphabetisch geordneten Patientenakten mit Blutdruck, Körpertemperatur, Urinproben oder Puls. Ricky Starks konnte nicht einmal auf Krankenblätter mit Namen, Adressen, Nächsten, Angehörigen und Diagnosen zurückgreifen. Ricky Starks war kein Internist oder Kardiologe oder Pathologe, der bei jedem Patienten nach einer klaren Antwort auf ein Leiden suchte und der en Detail Behandlung und Heilungsverlauf notierte und dokumentierte. Seine Fachrichtung trotzte den wissenschaftlichen Methoden, die andere Disziplinen beherrschten. Diese Besonderheit stempelte den Psychoanalytiker zu einer Art medizinischem Außenseiter und war genau das, was die vielen Männer und Frauen, die sich zu dieser Sparte hingezogen fühlten, so faszinierte. In diesem Moment jedoch stand Ricky inmitten des wachsenden Durcheinanders und fühlte sich wie ein Mann, der nach einem Wirbelsturm zum ersten Mal aus dem unterirdischen Bunker tritt. Es kam ihm so vor, als hätte er bis jetzt ganz einfach ignoriert, was für ein Chaos sein Leben war, bis diese Urgewalt hindurchfegte und sein sorgsam ausbalanciertes Gefühl aus den Angeln hob. Wahrscheinlich mußte der Versuch, die Patienten aus mehreren Jahrzehnten sowie hunderte tägliche Therapien zu sichten, von vornherein scheitern, zumal ihm jetzt schon dämmerte, dass Rumpelstilz hier nicht darunter war, zumindest nicht in erkennbarer Form. Ricky war sich absolut sicher, dass er den Kerl, der diesen Brief geschrieben hatte, wiedererkennen würde, falls er jemals zu einer Therapie von nennenswerter Dauer auf seiner Couch gelegen hatte. Der Ton, der Stil, sämtliche Spielarten von Ärger, Wut und Zorn. Für ihn wären diese Elemente so charakteristisch und unverwechselbar wie ein Fingerabdruck für einen Kriminalisten, verräterische Eigenarten, die ihm nicht entgehen konnten. Er wußte, dass diese These nicht eben bescheiden war, und bevor er nicht einiges mehr über den Mann herausfand, hielt er es für keine gute Idee, Rumpelstilzchen zu unterschätzen. Mit Sicherheit konnte er allerdings sagen, dass kein Patient, den er je mit einer gewöhnlichen Analyse behandelt hatte, Jahre später so verärgert, so zornig und verbittert in seiner Praxis auftauchen konnte, dass er nicht merkte, wer es war. Sie mochten zurückkehren und immer noch die inneren Wunden tragen, derenwegen sie überhaupt gekommen waren. Sie mochten enttäuscht sein und Theater machen, da die Analyse nun einmal nicht wie eine Art Antibiotikum auf die Seele wirkt, da sie nicht verhindern kann, daß sich ein paar Patienten den Bacillus lähmender Verzweiflung wiederholt einfangen. Sie mochten wütend sein, weil sie glaubten, Jahre mit Reden vergeudet zu haben, ohne daß sich etwas tat. All das war möglich, auch wenn es in Rickys nahezu dreißigjähriger Praxis nur wenige solcher Fehlschläge gegeben hatte, jedenfalls soweit er wußte. Doch er bildete sich nicht ein, daß jede Behandlung, egal wie lang sie dauerte, ausnahmslos vollkommen erfolgreich war. Notgedrungen waren manche Therapien weniger triumphal als andere. Es war unvermeidlich, daß er einigen Menschen nicht hatte helfen können, oder nur bedingt, oder daß sie nach den Einsichten, die die Therapie ihnen vermittelt hatte, in ein früheres Stadium zurückfielen und sich bald wieder erdrückt und verzweifelt fühlten. Rumpelstilzchen dagegen bot ein völlig anderes Persönlichkeitsbild. Der Tenor des Briefes, wie auch die Botschaft an seine vierzehnjährige Großnichte, sprachen für ein aggressives, berechnendes Profil und pervers übersteigertes Selbstvertrauen. Ein Psychopath, dachte Ricky. Ein klinisches Etikett für einen Menschen, von dem er bislang nur eine verschwommene Vorstellung hatte. Das sollte nicht heißen, daß er über die Jahrzehnte seiner beruflichen Praxis nicht Menschen mit psychopathischen Neigungen behandelt hätte, jedoch keinen, der einen solch abgründigen Hass und eine solche Fixierung an den Tag gelegt hätte, wie Rumpelstilzchen, und dennoch mußte sich hinter dem Briefschreiber jemand verbergen, den er nicht gerade erfolgreich behandelt hatte. Die Kunst erkannte er bestand darin herauszufinden, welche früheren Patienten dafür in Frage kamen und ob diese dann zu Rumpelstilzchen führten, denn nach mehreren Stunden intensiver Überlegung stand für ihn fest, daß hier die Verbindung liegen mußte. Derjenige, der wollte, daß er sich das Leben nahm, war das Kind, der Ehepartner oder Liebhaber eines solchen Patienten. Somit, dachte Ricky angriffslustig, mußte er sich als erstes in Erinnerung rufen, welcher Patient seine Behandlung in der labilsten Verfassung abgebrochen hatte. Sobald er ihn gefunden hatte, konnte er die Spur weiter zurückverfolgen. Inmitten des heillosen Durcheinanders, das er angerichtet hatte, manövrierte er sich zu seinem Schreibtisch zurück und nahm Rumpelstilzchens Brief zur Hand. Ich existiere irgendwo in ihrer Vergangenheit. Ricky bohrte den Blick in das Blatt, bevor er sich wieder seinen quer übers Zimmer verstreuten Notizstapeln widmete. »Na schön«, sagte er sich. »Die erste Aufgabe wird darin bestehen, meinen beruflichen Werdegang systematisch aufzuarbeiten, die Abschnitte zu finden, die wir ausklammern können.« Er seufzte laut. Hatte er als Assistenzarzt vor über 25 Jahren einen Fehler gemacht, der ihn nunmehr einholte? Konnte er sich an jene ersten Patienten überhaupt erinnern? Während seiner Ausbildung als Psychoanalytiker war er an einer Studie mit paranoiden Schizophrenen beteiligt gewesen, die in die Psychiatrie des Bellevue Hospital eingewiesen worden waren. Bei der Studie war es darum gegangen, Faktoren zu bestimmen, die auf künftige Gewaltverbrechen schließen ließen, und sie war gescheitert. Doch er hatte einige Behandlungspläne für Männer kennengelernt und mit erarbeitet, die weiterhin schwere Verbrechen begingen. Nie wieder war er in solche Nähe zur forensischen Psychiatrie gelangt, und es hatte ihm nicht sonderlich behakt. Als seine Arbeit an der Studie abgeschlossen war, hatte er sich augenblicklich wieder in die weitaus sicherere und physisch weniger strapaziöse Welt von Freud und Co. zurückgezogen. Ricky hatte plötzlich so großen Durst, als ob ihm die Kehle ausgetrocknet wäre. Ihm wurde bewusst, daß er von Kriminalistik und von Kriminellen praktisch keine Ahnung hatte. Das Gebiet hatte ihn einfach nie interessiert. Er bezweifelte, daß es unter seinen Bekannten überhaupt irgendeinen forensischen Psychiater gab. Bei den sehr wenigen Freundschaften und Bekanntschaften in Kollegenkreisen, die er regelmäßig pflegte, fand sich jedenfalls nicht einer. Er schielte zu den Lehrbüchern in seinen Regalen hinüber. Da stand Kraft Ebbing mit seiner richtungsweisenden Arbeit über sexuelle Psychopathologie. Doch damit hörte es auch schon auf, und ungeachtet der pornografischen Botschaft, die er Rickys Großnichte untergejubelt hatte, hegte er eher Zweifel, daß Rumpelstilzchen ein sexueller Psychopath war. »Wer bist du?«, fragte er laut in den Raum hinein. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein«, sagte er gedehnt. »Zuerst einmal, was bist du?« Wenn ich das herausgefunden habe, sagte er sich, kann ich beantworten, wer du bist. »Ich kann das«, dachte Ricky, »um sich selbst Mut zu machen. Morgen setze ich mich hin, zermarter mir das Hirn und erstelle eine Liste mit ehemaligen Patienten. Ich werde sie in Kategorien einteilen, die sämtliche Stadien meines Berufslebens repräsentieren. Dann werde ich mit den Nachforschungen beginnen, den Behandlungsfehlschlag entdecken, der mich mit diesem Kerl, diesem Rumpelstilzchen, in Verbindung bringt.« Erschöpft und keineswegs sicher, daß er schon irgendwie weitergekommen war, stolperte Ricky aus seiner Praxis in sein kleines Schlafzimmer. Es war ein Raum von mönchischer Einfachheit, mit einem Nachttisch, einer Kommode, einem bescheidenen Kleiderschrank und einem Einzelbett. Früher einmal hatte hier ein Doppelbett mit einem reich verzierten Kopfende gestanden, hatten farbenprächtige Bilder die Wände geschmückt. Doch nach dem Tod seiner Frau hatte er ihr Bett verschenkt und gegen etwas Einfacheres, Schmaleres getauscht. Auch der fröhliche Nippis und die anderen kunsthandwerklichen Gegenstände, die seine Frau gesammelt hatte, waren größtenteils verschwunden. Ihre Kleider hatte er Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, ihren Schmuck und ihre persönlichen Habseligkeiten waren an die drei Nichten ihrer Schwester gegangen. Auf der Kommode hatte er ein Foto von ihnen beiden aufgestellt, das sie fünfzehn Jahre zuvor an einem klaren azurblauen Sommermorgen im Garten ihres Bauernhauses in Wellfleet aufgenommen hatten. Seit ihrem Tod hatte er allerdings die meisten anderen sichtbaren Dinge, die an sie erinnerten, getilgt. Ein langsamer, qualvoller Tod. Und dann drei Jahre lang das Verwischen sämtlicher Spuren. Ricky schlüpfte aus seinen Kleidern und nahm sich die Zeit, die Hose sorgsam zu falten und seinen blauen Blazer aufzuhängen. Das Anzughemd, das er trug, wanderte in den Wäschekorb. Die Krawatte ließ er auf die Kommode fallen. Dann plumpste er in Unterwäsche aufs Bett und wünschte sich mehr Energie. In der Nachttischschublade bewahrte er ein Gläschen mit selten gebrauchten Schlaftabletten auf. Auch wenn ihr Verfallsdatum reichlich überschritten war, würden sie ihren Zweck erfüllen. Er schluckte eine Pille und noch ein winziges Stück von einer zweiten und hoffte, daß sie ihn schnell in einen betäubenden Tiefschlaf versetzten. Ein Moment lang blieb er sitzen und strich mit der Hand über die raue Baumwolle des Bettbezugs. Und ihm wurde bewusst, wie scheinheilig es war, wenn sich ein Psychoanalytiker schlafen legte und verzweifelt wünschte, daß ihn keine Träume quälten. Träume waren wichtig. Sie waren unbewusste Rätsel, die den Gemütszustand spiegelten. Das wußte er sehr wohl und gewöhnlich ließ er sich gerne von ihnen leiten. In dieser Nacht jedoch fühlte er sich völlig überfordert. Und so legte er sich benommen auf den Rücken, fühlte seinen immer noch beschleunigten Puls und wartete sehnsüchtig, daß das eingenommene Mittel ihn über die Schwelle ins Dunkel beförderte. Ein einziger Drohbrief hatte ihn völlig ausgelaugt. Und er fühlte sich in diesem Moment viel älter, als die 53 Jahre, die er gerade vollendet hatte. Seine erste Patientin an diesem letzten Tag vor seinem geplanten vierwöchigen Sommerurlaub traf pünktlich um sieben Uhr morgens ein und meldete sich mit dreimaligem Klingeln im Wartezimmer. Die Sitzung verlief seiner Meinung nach gut. Nichts Aufregendes, nichts, was aus dem Rahmen fiel, immerhin aber ein kleiner Schritt zur Besserung. Die junge Frau auf der Couch war Sozialarbeiterin in ihren dritten Jahren der Psychiatrie, die ihren Abschluss als Psychoanalytikerin ohne Medizinstudium anstrebte. Auch wenn dies weder der effizienteste noch der leichteste Weg zum Berufsabschluss war und natürlich den Missmut seiner dogmatischeren Kollegen erregte, hatte er einen solchen Werdegang immer bewundert. Er setzte wahre Leidenschaft für diese Tätigkeit voraus, einen unbeirrbaren Glauben an die Segnung der Couch. Nicht selten gestand er sich ein, dass er aus dem Doktorgrad, der seinen Namen schmückte, so gut wie keinen Nutzen hatte ziehen können. Die Therapie der jungen Frau konzentrierte sich auf ein übermäßig aggressives Elternpaar, das während ihrer Kindheit eine leistungsorientierte, zuneigungsarme Atmosphäre verbreitet hatte. Infolgedessen war sie bei ihren Sitzungen mit Ricky oft ungeduldig auf Erkenntnisse aus, die sich mit ihrer Fachlektüre und Seminararbeit am Institut für Psychoanalyse im Zentrum Manhattans deckten. Ricky mußte sie daher ständig zügeln und ihr begreiflich machen, daß die Kenntnis von Fakten nicht dasselbe wie intuitive Einsicht war. Als er leise hüstelte, die Stellung wechselte und sagte, »Also, leider ist unsere Zeit für heute um,« seufzte die junge Frau, die gerade einen neuen Liebhaber von verzweifeltem Potenzial beschrieben hatte, »Na ja, sehen wir mal, ob es ihn in einem Monat noch gibt,« worüber Ricky schmunzeln mußte. Die Patientin schwang die Beine von der Couch und sagte, »Dann einen schönen Urlaub, Dr. Starks, wir sehen uns nach dem Labor Day.« Damit schnappte sie sich ihre Handtasche und verließ mit wenigen Schritten das Behandlungszimmer. Der ganze Tag schien sich in Routine und Normalität zu erschöpfen. Ein Patient nach dem anderen betrat die Praxis und brachte wenig Aufregendes mit. Zumindest handelte es sich um alte Hasen, die das alljährliche Ferienritual längst verinnerlicht hatten, und mehr als einmal kam ihm der Verdacht, daß sie es unbewusst darauf angelegt hatten, mit Gefühlen hinter dem Berg zu halten, die sie erst in einem Monat wieder aufgreifen würden. Natürlich war das, was unausgesprochen blieb, nicht weniger faszinierend als das, was sie von sich gaben, und bei keinem Patienten entgingen ihm diese Lücken in ihren Erzählungen. Er hatte größtes Vertrauen in seine Fähigkeit, sich genau an verwertbare Formulierungen seiner Patienten zu erinnern, die er möglicherweise nach Ablauf der vierwöchigen Pause aus der Versenkung holen würde. In den Minuten zwischen den Terminen machte er sich jedes Mal daran, seine eigene Laufbahn zurückzuverfolgen und eine Liste anzulegen, indem er Patienten nahm auf einem leeren Stenoblock notierte. Je länger der Tag, desto länger die Liste. Sein Gedächtnis, stellte er fest, funktionierte immer noch ausgezeichnet. Die einzige Entscheidung an diesem Tag stellte sich in der Mittagspause ein, in der er normalerweise, genau wie von Rumpelstielzchen beschrieben, seinen gewohnten strammen Spaziergang unternahm. Diesmal zögerte er, da ein Teil von ihm mit der Routine brechen wollte, die der Unbekannte so präzise beschrieben hatte, eine Art Trotzreaktion. Dabei hatte er aber begriffen, daß er sich ihm viel besser widersetzen konnte, wenn er, in der Hoffnung, daß der Kerl ihn sah und begriff, daß er ihn nicht eingeschüchtert hatte, an seinem Tagesablauf festhielt. Und so verließ er mittags das Haus, nahm dieselbe Route, setzte die Füße auf dieselben Bürgersteigplatten und atmete in regelmäßigen Zügen dieselbe dicke Stadtluft ein wie an jedem anderen Tag. Heute allerdings schien jeder seiner Schritte nachzuhallen, und mehr als einmal mußte er der Versuchung widerstehen, herumzuschnellen und zu sehen, ob ihm jemand folgte. Als er endlich wieder bei seiner Wohnung angekommen war, atmete er erleichtert durch. Die Nachmittagspatienten verhielten sich wie nicht anders zu erwarten nach dem gleichen Muster wie die am Morgen. Ein paar von ihnen legten eine gewisse Angst und Ungewissheit an den Tag. Die regelmäßigen fünfzigminütigen Sitzungen stellten für sie eine nachhaltige Routine dar, und einige von ihnen beunruhigte es, auch nur für kurze Zeit auf diesen Halt zu verzichten. Dennoch wußten sie so gut wie er, daß diese Wochen nicht ewig dauerten, und daß, wie alles in der Analyse, auch die Pausen von der Couch zu Einsichten über den Fortgang verhalfen. Alles, jeder Augenblick, jedes tagtägliche Einerlei des Lebens konnte zu einer Erkenntnis führen. Diese Tatsache machte die Arbeit für Patient und Therapeut so interessant. Eine Minute vor fünf sah er aus dem Fenster. Draußen, außerhalb der Praxis, war es immer noch ein heißer Tag, strahlende Sonne und Temperaturen über dreißig Grad. Die Hitze der Stadt war beharrlich, als erwarte sie Anerkennung. Er lauschte auf das Surren der Klimaanlage und erinnerte sich plötzlich, wie damals in den ersten Jahren ein offenes Fenster und ein klappriger, stotternder Ventilator das Einzige waren, was er der stickigen, lähmenden Hitze-Glocke über der hochsommerlichen Stadt entgegenzusetzen hatte. Manchmal hätte man meinen können, sämtliche Luft sei verbraucht. Als er die drei Klingelzeichen hörte, riss er sich vom Fenster los. Er rappelte sich auf und ging zur Tür, um den ungestümen Mr. Zimmerman hereinzulassen. Zimmerman hasste es, im Vorzimmer zu warten. Er erschien Sekunden vor Beginn der Sitzung und erwartete, dass man ihm sofort öffnete. Einmal hatte Ricky ausgespäht, wie der Mann an einem bitterkalten Wintertag vor dem Wohnblock ungeduldig auf- und abmarschiert war und dabei wütend alle paar Sekunden auf die Uhr gesehen hatte, als habe er die Zeit mit seinem Willen beschleunigen wollen, damit er bloß nicht drinnen warten mußte. Bei mehr als einer Gelegenheit hatte sich Ricky versucht, gefühlt den Mann ein paar Minuten stehen zu lassen, um bei ihm einen Denkprozess darüber in Gang zu bringen, weshalb ihm Präzision so wichtig war. Doch er hatte es nicht getan. Stattdessen hatte Ricky jeden Tag Punkt fünf Uhr nachmittags die Tür weit aufgerissen, damit der wütende Mann ins Sprechzimmer donnern, sich auf die Liege werfen und seinem Sarkasmus und Zorn über all das Unrecht Luft machen konnte, das er an diesem Tag erduldet hatte. Ricky atmete jedes Mal tief durch, bevor er öffnete, und setzte sein bestes Pokerface auf. Egal, ob Ricky sich gerade fühlte, als hätte er ein Full House auf der Hand oder aber ein mieses Blatt, er trat ihm tagtäglich mit derselben unverbindlichen Miene entgegen. »Guten Tag«, sagte er, sein Standardgruß. Doch im Wartezimmer war nicht Zimmerman. Stattdessen sah sich Ricky plötzlich einer imposanten jungen Frau gegenüber. Sie trug einen langen schwarzen Regenmantel mit Gürtel, der ihr bis auf die Schuhe reichte, an diesem heißen Sommertag höchst deplatziert, dazu eine dunkle Sonnenbrille, die sie jetzt abnahm, so daß durchdringende lebhafte grüne Augen zum Vorschein kamen. Er schätzte sie auf Anfang bis Mitte dreißig, eine attraktive Frau in der Blüte ihrer Jahre, die den Eindruck machte, als könnte sie nichts mehr auf der Welt überraschen. »Verzeihung«, sagte Ricky unsicher, »aber...« »Ach«, erwiderte die Frau abschätzig und schüttelte ihr schulterlanges blondes Haar, während sie graziös mit der Hand abwinkte. »Simmerman kommt heute nicht. Ich komme an seiner Stelle.« »Aber er...« »Er braucht sie nicht mehr«, fuhr sie fort. Er hat exakt um vierzehn siebenunddreißig beschlossen, seine Behandlung zu beenden. Kurioserweise befand er sich gerade in der U-Bahn-Station in der zweiundneunzigsten, als er nach einem äußerst kurzen Wortwechsel mit Mr. R. zu dieser Entscheidung gelangte. Mr. R. konnte ihn davon überzeugen, daß er ihre Dienste nicht länger in Anspruch nehmen wollte, oder sollte, und zu unserer beider Überraschung ist Zimmerman diese Entscheidung gar nicht schwer gefallen. Und damit drängte sie sich an dem verblüfften Dr. Starks vorbei ins Behandlungszimmer. »So also«, sagte die junge Frau, »nimmt unser Rätsel seinen Lauf.« Rikki war ihr wortlos in die Praxis gefolgt, wo er nur zusah, wie sie die Blicke schweifen ließ. Sie betrachtete die Couch, seinen Sessel, seinen Tisch. Sie ging zum Bücherregal und nickte ein paar Mal, während sie sich die dicken Schinken mit den sperrigen Titeln zu Gemüte führte. Sie strich über einen Rücken und schüttelte den Kopf, als sie den Staub auf ihrer Fingerspitze sah. »Nicht oft reingesehen«, murmelte sie. Einmal sah sie kurz zu ihm auf und sagte vorwurfsvoll, »Was, kein einziger Gedichtband oder Roman?« Dann schritt sie zu der cremefarbenen Wand, an der seine Diplome und ein paar kleine Kunstwerke hingen, nebst einem kleinen, eichengerahmten Porträt des großen Meisters selbst. Auf dem Bild hielt er, einen bedrohlichen Blick in den tiefliegenden Augen, das bereits vom Krebs gezeichnete Kinn, das ihm in seinen letzten Jahren solch unerträgliche Schmerzen bereiten sollte, von einem weißen Bart verhüllt, die unvermeidliche Zigarre in der Hand. Sie tippte mit dem leuchtend rot lackierten Nagel eines langen Fingers an das Glas über dem Porträt. Interessant, nicht wahr? Wie jeder Berufssinne passende Ikone an der Wand hängen hat. Ich meine, wenn ich zu einem Priester käme, hätte er irgendwo einen Jesus am Kreuz, ein Rabbi hätte einen Davidstern oder eine Minora im Zimmer. Jeder zweitklassige Politiker schmückt sein Büro mit einem Lincoln oder Washington, das sollte wirklich per Gesetz verboten werden. Mediziner umgeben sich gerne mit diesen kleinen Plastikmodellen von einem aufgeschnittenen Knie oder Herz oder sonst irgendeinem Organ. Würde mich nicht wundern, wenn sich ein Computerprogrammierer da draußen in Silicon Valley zur täglichen Andacht ein Porträt von Bill Gates an die Wand seiner Großraumbürokabine nageln würde. Ein Psychoanalytiker wie sie, Ricky, braucht das Bild vom heiligen Sigmund. Der macht jedem, der den Raum betritt, von vornherein klar, wer sich die Regeln ausgedacht hat, die hier gelten, und außerdem verschafft es ihnen ein klitzekleines bisschen Legitimität, die sonst womöglich bezweifelt würde. Ricky Starks griff schweigend nach einem Sessel und schob ihn von seinem Schreibtisch. Dann trat er dahinter und lud die Frau mit einer stummen Geste ein, sich zu setzen. »Was?« fragte sie energisch. »Sie lassen mich nicht auf die berühmte Couch?« »Dafür ist es zu früh,« erwiderte er kalt. Er wiederholte die Geste. Noch einmal inspizierten die grünen Augen den ganzen Raum, als ginge es darum, sich jeden Gegenstand darin zu merken. Dann ließ sie sich in den Sessel fallen. Sie regelte sich wohlig auf ihrem Sitz, während sie gleichzeitig in die Tasche ihres schwarzen Regenmantels griff, um eine Schachtel Zigaretten herauszuholen. Sie nahm sich eine Zigarette, steckte sie sich zwischen die Lippen, zündete ein durchsichtiges Butangasfeuerzeug, hielt die Flamme jedoch nicht ganz an die Zigarettenspitze. »Ach so«, sagte sie, während sich ein gedehntes Lächeln über ihre Züge legte. »Wie unaufmerksam von mir! Hätten Sie auch gern eine, Riggi?« Er schüttelte den Kopf. Sie lächelte immer noch. »Natürlich nicht. Wann hatten Sie es noch gleich aufgegeben? Vor fünfzehn Jahren? Zwanzig? Präzise gesagt, Riggi, war es wohl 1977, falls Mr. R. mich richtig informiert hat. Das hat schon was, Riggi, in einer Zeit das Rauchen aufzugeben, in der sich so viele Leute eine angesteckt haben, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken, denn auch wenn es die Zigarettenhersteller leugnen, wußte man damals sehr wohl, dass es schädlich ist, dass man schlichtweg daran stirbt. Also haben die meisten lieber nicht darüber nachgedacht. Vogelstraußpolitik, Kopf in den Sand und nur ja nicht hinsehen. Außerdem passierte damals auch so genug, Kriege und Demonstrationen und Skandale. Muss eine tolle Zeit gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Aber Ricky, der junge angehende Arzt, hat es geschafft, das Rauchen aufzugeben, als es normal war und keineswegs so verpönt wie heute. Das spricht Bände. Die junge Frau zündete sich die Zigarette an, nahm einen langen Zug und blies träge den Rauch ins Zimmer. Ein Aschenbecher vielleicht? fragte sie. Ricky griff in eine Schreibtischschublade und holte denjenigen heraus, den er dort versteckte. Er schob ihn ihr entgegen an die Tischkante. Die junge Frau drückte sofort die Zigarette aus. Da, sagte sie, nur gerade genug von dem beißenden Geruch, um uns an damals zu erinnern. Ricky wartete einen Moment, bevor er fragte, was ist so wichtig daran, sich an die Zeit zu erinnern? Die junge Frau verdrehte die Augen, warf den Kopf zurück und brach in ein langes, lautes Lachen aus. Es war unpassend wie schallendes Gelächter in einer Kirche oder in Schembalo in einer Flughafenhalle. Als sie allmählich verstummte, musterte die junge Frau Ricky mit einem einzigen durchdringenden Blick. Alles ist wichtig, an alles sollten sie sich erinnern. Jede Einzelheit dieses Besuchs Ricky. Gilt es nicht für jeden Patienten? Sie können nicht wissen, was genau sie sagen werden und wann, um ihnen plötzlich Einblick in ihre Welt zu gewähren. Ist es nicht so? Also müssen sie ständig wachsam sein, weil sie nie genau sagen können, wann die Tür vielleicht aufgeht, um die Geheimnisse zu lüften, die sich dahinter verbergen. Sie müssen folglich immer ihre Antennen ausstrecken, aufmerksam sein, grundsätzlich auf das Wort oder die Geschichte gefasst, die nur mal so herausrutscht und ihnen viel verrät. Habe ich recht? Ist das nicht eine faire Einschätzung des Ganzen? Er nickte zur Bestätigung. Gut, sagte sie brüsk, inwiefern finden Sie, dass dieser Besuch heute aus dem Rahmen fällt, auch wenn er es ganz offensichtlich tut? Er antwortete nicht. Wieder schwieg er ein, zwei Sekunden und sah die junge Frau in der Hoffnung, sie aus der Fassung zu bringen einfach nur an. Doch sie schien seltsam kaltblütig und unberührt und stille, für manchen, wie er sehr wohl wußte, das irritierendste Geräusch überhaupt, schien ihr nichts anzuhaben. Schließlich sagte er ruhig, ich bin im Nachteil. Sie scheinen viel über mich zu wissen und zumindest einiges über das, was hier in diesem Raum passiert, und ich kenne nicht einmal ihren Namen. Ich wüßte schon gerne, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Mr. Zimmerman hat seine Behandlung abgebrochen, da ich von Mr. Zimmerman bisher nichts gehört habe, was vollkommen uncharakteristisch ist, und ich wüßte auch gerne, in welcher Beziehung Sie zu der anderen Person stehen, die Sie Mr. R. nennen, und die, wie ich vermute, dieselbe Person ist, der ich den Drohbrief mit der Unterschrift Rumpelstilzchen verdanke. Ich erwarte die Antworten Antworten entgegnete er. Suchen wir die nicht alle immer zu, Ricky? Jeder, der durch die Tür da in dieses Zimmer tritt. Antworten? Er sagte nichts. Stattdessen griff er nach dem Telefon. Meinen Sie nicht, daß auch Mr. R. auf seine Weise genau das will? Antworten auf Fragen, die ihn seit Jahren quälen? Kommen Sie schon, Ricky. Finden Sie nicht auch, daß selbst die gnadenloseste Vergeltung mit einer simplen Frage beginnt. Das hat was, dachte Ricky. Das Entärger über das Benehmen der jungen Frau siegte über das aufkeimende Interesse. Seine Besucherin legte nichts weiter als ungenierte Arroganz an den Tag. Er hatte die Hand fast am Hörer, ihm fiel nichts anderes ein. Bitte beantworten Sie augenblicklich meine Fragen, sagte er, sonst melde ich die ganze Angelegenheit der Polizei und überlasse es denen die Sache zu klären. Kein Sportsgeist Ricky? Nicht interessiert an dem Spiel? Ich kann nicht erkennen, was für ein Spiel das sein soll, wenn man einem beeinflussbaren Mädchen ekelhafte bedrohliche Pornografie zuschickt. Ebenso wenig kann ich das Ansinnen an mich, mir das Leben zu nehmen, unterhaltsam finden. Aber Ricky, grinste die Frau, wäre das nicht das größte Spiel von allen? Dem Tod ein Schnippchen zu schlagen? Er hielt inne, die Hand immer noch über dem Telefon. Die junge Frau deutete auf seiner Hand. Sie können gewinnen, Ricky, aber nicht, wenn Sie dieses Telefon nehmen und 911 wählen. Dann wird jemand irgendwo verlieren. So lautet das Versprechen. Und verlassen Sie sich drauf, er hält sich dran. Wenn Mr. R irgendetwas ist, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Wir haben erst Tag eins, Ricky. Jetzt aufgeben wäre so, als würde man sich direkt nach dem Ampfiff geschlagen geben, ohne einen einzigen Pass oder Schuss versucht zu haben. Er zog die Hand zurück. Und sie heißen, fragte er, für heute und für dieses Spiel nennen sie mich Virgil. Jeder Dichter braucht einen Führer. Virgil ist ein Männername. Die Frau, die sich Virgil nannte, zuckte ihn nagisch die Achseln. Ich habe eine Freundin, die sich Ricky nennt. Wo liegt der Unterschied? Meinetwegen. Und ihre Verbindung zu Rumpelstilzchen? Er ist mein Auftraggeber. Er ist äußerst wohlhabend und in der Lage, jede beliebige Hilfe anzuheuern, egal welcher Art, zu welchem Zweck auch immer, in egal welchem Plan, den er schmiedet. Derzeit beschäftigt er sich mit ihnen. Als seine Beauftragte haben sie vermutlich seinen Namen und seine Anschrift, eine Identität, die sie mir einfach weitergeben könnten, um diesem ganzen Unfug ein für allemal ein Ende zu bereiten. Virgil schüttelte den Kopf. Leider nein, Ricky, Mr. R. ist nicht so naiv, daß er seine Identität nicht strikt vor einem bloßen Faktotum wie mir zu schützen wüßte. Und selbst wenn ich ihnen weiterhelfen könnte, würde ich es nicht tun. Bin doch kein Spielverderber. Stellen Sie sich mal vor, der Dichter und sein Seelenführer hätten zu dem Schild hochgesehen, auf dem steht, lasst alle Hoffnung fahren, die ihr eintretet. Und Vergil hätte die Achseln gezuckt und gesagt, mach mal halblang, du willst doch wohl nicht da rein. Also das hätte das ganze Gedicht ruiniert. Man kann kein Epos darüber schreiben, wie einer am Höllentor kneift, nicht wahr, Ricky? Nee, man muss durchs Tor. Wozu sind sie dann hier? Habe ich doch gesagt. Er dachte, zweifeln vielleicht an seiner Aufrichtigkeit, deren Teenager-Idylle so gründlich verhagelt ist, eigentlich eine klare Sprache spricht. Aber Zweifel machen unentschlossen. Und ihnen bleiben ganze zwei Wochen für dieses Spiel. Nicht eben viel Zeit. Deshalb hat er einen leibhaftigen Führer geschickt, um ihnen auf die Sprünge zu helfen. Na schön, sagte Ricky, sie reden immer von diesem Spiel. Also, für Mr. Zimmerman ist es kein Spiel. Er ist erst seit knapp einem Jahr in Analyse und seine Behandlung befindet sich gerade in einem interessanten Stadium. Sie und ihr Auftraggeber, der mysteriöse Mr. R. mögen vielleicht mit mir ihre Spielchen treiben. Das steht auf einem Blatt, auf einem ganz anderen dagegen, wenn sie meine Patienten mit reinziehen. Das überschreitet eine Grenze. Die junge Frau namens Virgil hob die Hand. Ricky, bitte nicht gar so selbstgefällig. Ricky riehte ihn und fügte mit einer abwinkenden Geste hinzu, Zimmerman ist ein sorgsam ausgewählter Teil des Spiels. Ricky war die Verblüffung wohl anzusehen, denn Virgil fuhr fort. Anfänglich war er nicht eben begeistert, habe ich mir sagen lassen, aber nach kurzer Zeit hat er erstaunlichen Enthusiasmus gezeigt. Ich war allerdings bei diesem Gespräch nicht dabei, folglich kann ich ihnen nicht mit Einzelheiten dienen. Ich hatte eine andere Aufgabe zu erledigen. Allerdings kann ich ihnen verraten, wer tatsächlich damit zu tun bekam. Eine etwas benachteiligte Frau im mittleren Alter, die sich Luanne nennt. Ein hübscher Name, obwohl zugegeben nicht besonders passend, wenn man ihre prekäre Lage auf diesem Planeten bedenkt. Jedenfalls, Ricky, täten sie wohl gut daran, mit Luanne zu reden, sobald ich gegangen bin. Wer weiß, was sie vielleicht von ihr erfahren. Und ich bin in einer Erklärung verlangen werden, aber ich bin mir noch sicherer, daß er verhindert ist. Wie gesagt, Mr. R. ist sehr wohlhabend und bekommt gewöhnlich, was er will. Ricky lag die Bitte um eine genauere Erklärung auf der Zunge, als Virgil sich erhob. Was dagegen, fragte sie mit rauer Stimme, wenn ich mir den Mantel ausziehe? Er machte eine ausladende Handbewegung, um Schöpfe, dann den Gürtel um ihre Taille. Dann zuckte sie einmal kurz mit den Schultern und ließ die Hülle zu Boden fallen. Sie hatte nichts darunter an. Virgil legte eine Hand auf die Hüfte und beugte sich aufreizend zu ihm vor. Sie drehte sich einmal schwungvoll um, so daß sie ihm kurz den Rücken kehrte und stellte sich wieder mit dem Gesicht zu ihm. Mit einem einzigen Blick hatte Ricky ihre ganze Figur erfasst. Wie der Kameralinse des Fotografen entging seinen Augen nichts von ihren Brüsten zu ihrem Geschlecht ihren langen Beinen und zuletzt wieder ihren Augen, die ihm erwartungsvoll entgegenfunkelten. Sehen Sie Ricky, sagte sie, Sie sind nicht so alt. Merken Sie nicht, wie das Blut in Ihren Adern strömt? Regt es sich nicht ein bisschen zwischen den Beinen? Ich habe keine schlechte Figur, nicht wahr? Sie kicherte ein wenig. Sie müssen nicht antworten. Mir ist Ihre Reaktion nicht schon bei anderen Männern gesehen. Sie sah ihm weiter unverwandt in die Augen, als bestünde sie darauf, seine Blickrichtung zu lenken. Es gibt jedes Mal diesen großartigen Moment Ricky, sagte Virgil mit einem breiten Grinsen. Der erste Blick auf den Körper einer Frau, besonders bei einer Frau, die ihr zum ersten Mal sieht. Ein abenteuerlicher Moment. Sein Blick strömt herunter wie Wasser über einen Cliff. Und dann kommt es, wie jetzt gerade bei ihnen, zu diesem schuldbewussten Blickkontakt, wenn sie mir eigentlich lieber zwischen die Beine starren wollen. Es ist, als ob der Mann mir ins Gesicht sieht, um mir zu sagen, daß er in mir die Person respektiert, während er in Wirklichkeit denkt, wie ein Tier, egal wie gebildet und kultiviert er sich gibt. Ist es nicht gerade eben so? Er antwortete nicht. Ihm wurde bewusst, daß er schon seit Jahren nicht mehr in der Gegenwart einer nackten Frau gewesen war, eine Erkenntnis, die tief in seinem Innern unüberhörbar widerhallte. Jedes Wort, Virgil sagte, klang ihm in den Ohren, und er merkte, daß ihm heiß geworden war, als sei die sommerliche Glut von draußen ungebeten in die Praxis gestürmt. Sie lächelte ihn weiter an. Sie drehte sich noch einmal im Kreis und stellte ihren Körper zur Schau. Sie verharrte in einer Stellung und nahm dann, wie das Model eines Künstlers auf der Suche nach der richtigen Pose einer Andere ein. Bei jeder Drehung ihres Körpers schien die Temperatur in der Praxis um ein paar Grad zu steigen. Dann bückte sie sich langsam und hob den in die Armel und machte sich daran, ihn vorne fest zu verschließen. So wie ihre nackte Gestalt verschwand, fühlte sich Ricky beinahe, als erwachte er aus einer Art hypnotischer Trance, zumindest fühlte er sich in etwa so wie ein Patient, der aus der Narkose erwacht. Er wollte etwas sagen, doch Virgil unterbrach ihn mit einer stummen Handbewegung. »Tut mir leid, Ricky«, sagte sie kurz angebunden. Für heute ist die Sitzung beendet. Ich habe ihnen eine Menge Informationen gegeben, und jetzt ist es an ihnen zu handeln. Darin sind sie nicht so gut, habe ich recht. Sie hören immer nur zu. Nun ja, die Zeiten sind vorbei, Ricky. Jetzt müssen sie in die Welt hinaus und etwas unternehmen. Sonst denken wir besser nicht an das, was sonst passiert. Wenn der Führer die Richtung weist, müssen sie ihm folgen. Lassen sie sich nicht dabei erwischen, einfach nur rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Wer rastet, der rostet. Morgenstund hat bla, bla, bla. Das kann ich ihnen nur dringendst ans Herz legen. Nehmen sie meinen Rat an. Sie schritt zügig zur Tür. Warten Sie, sagte er impulsiv. Kommen Sie wieder? Wer weiß, antwortete Virgil, während ihr ein zartes Lächeln um die Mundwinkel spielte. Vielleicht von Zeit zu Zeit. Wir wollen mal sehen, wie sie sich machen. Damit riss sie die Tür auf und ging. Ein Moment lang horchte er auf das Klick-Klack ihrer Absätze im Flur. Dann sprang er auf und hastete zur Tür. Er zog sie energisch auf, doch Virgil war bereits verschwunden. Er blieb unschlüssig stehen, bevor er in die Praxis zurückkehrte und ans Fenster lief. Er drückte das Gesicht an die Scheibe und sah genau in dem Moment die junge Frau aus dem Haupteingang des Gebäudes treten. Unter seinen Augen blitt eine schwarze Limousine langsam heran und Virgil stieg ein. Der Wagen fuhr los und huschte zu schnell vorbei, als dass Ricky das Nummernschild oder sonst irgendwelche besonderen Merkmale hätte erkennen können, selbst wenn er so umsichtig und geistes gegenwärtig gewesen wäre, sich darum zu kümmern. Zuweilen bilden sich vor den Stränden von Cape Cod oben in Wellfleet in der Nähe seines Ferienhauses starke Kabelungen, die recht gefährlich, gelegentlich sogar tödlich sein können. Diese Strömungen entstehen durch die fortwährende Wucht, mit der der Ozean an die Küste schlägt, wodurch sich in den ausgedehnten Sandbänken, die den Stränden schützend vorgelagert sind, irgendwann eine leichte Furche unter den Wellen bildet. Wenn die sich verbreitert, findet das hereinkommende Wasser plötzlich eine neue Bahn für seinen eiligen Rückzug ins offene Meer, indem es durch diesen Unterseekanal strömt. Auf diese Weise entsteht die Kabelung an der Oberfläche. Gerät man da hinein, gibt es einige kabellos ermüdend, im Wesentlichen aber nur unangenehm bleibt. Missachtet man die Tricks, wird man wahrscheinlich sterben. Da die Kabelung nur einen schmalen Streifen bildet, sollte man nie gegen die Strömung ankämpfen, sondern einfach nur parallel zur Küste schwimmen und binnen Sekunden wird der heftige Sog verebben, so dass man sich mit einem kräftigen Zug aufs Trockne retten kann. Gewöhnlich sind Kabelungen auch kurz, so dass man sich lange genug oben halten kann, um beim Nachlassen des Sogs die Richtung zu ändern und an den Strand zurück zu schwimmen. Das sind denkbar einfache Verhaltensregeln und auf einer Cocktailparty mit festem Boden unter den Füßen oder auch im heißen Sand in der Nähe des Wassers klingen sie so, als es nicht schwerer, sich aus einer Kabelung zu befreien, als sich einen Sandfloh von der Haut zu schnippen. Die Wirklichkeit ist natürlich um einiges ernster. Wenn man unerbittlich erfasst und vom rettenden Strand weggespült wird, gerät man augenblicklich in Panik. Mit einer Urgewalt davongerissen zu werden, der jede Körperkraft hoffnungslos unterlegen ist, hat etwas Erschreckendes. Angst und das Meer sind eine fatale Kombination. Die Folge Times von mindestens einem ertrunkenen pro Sommer, wobei der betroffene Schwimmer nur wenige Meter vor dem rettenden Strand starb. Ricky setzte alles daran, seine Angst zu beherrschen, denn er merkte, daß er in eine solche Strömung geraten war. Er holte Tiefluft und kämpfte das Gefühl nieder, er würde in etwas Dunkles, Bedrohliches hinabgezerrt. Kaum war die Limousine mit Virgil außer Sicht hatte er sich seinen Terminkalender geschnappt und Zimmermans Nummer auf der ersten Seite gefunden, wo er sie hingekritzelt und dann vergessen hatte, da er kein einziges Mal in die Verlegenheit gekommen war, den Patienten anzurufen. Er hatte hastig gewählt und horchte jetzt auf das monotone Klingeln. Kein Zimmerman. Auch nicht Zimmermans überschützende Mutter. Kein Anrufbeantworter oder sonstiges Dienstmerkmal. Nur ein gleichförmiges frustrierendes Tuten. Er hatte in seiner Verwirrung beschlossen, am besten direkt mit Zimmerman zu sprechen, und selbst wenn der Mann sich von Rumpelstilzchen irgendwie zum Abbruch seiner Behandlung hatte bestechen lassen, so konnte er doch vielleicht zumindest etwas Licht darauf werfen, wer Rickys Peiniger war. Zimmerman war ein verbitterter Mann, aber keiner, der ein Geheimnis für sich behalten konnte, egal, was ihm eingebläut worden war. Ricky knallte den Hörer mitten im furchtlosen Klingeln auf den Sockel und griff nach seinem Jackett. Sekunden später war er zur Tür hinaus. Zwischen den Häuserzeilen stand, obwohl es schon Abend war, immer noch die Sonne. Die letzten Ausläufer des Stoßverkehrs verstopften nach wie vor die Straßen, auch wenn die Pendlermassen, die sich auf den Bürgersteigen stauten, ein wenig ausgedünnt waren. Obwohl sich New York als die Stadt vielstrebig und geschäftig, abends vor allem hungrig. Er ignorierte die überfüllten Restaurants, obwohl ihm mehr als einmal im Vorübergehen ein einladender Geruch in die Nase stieg. An diesem Abend jedoch war Ricky Starks Hunger ganz anderer Natur. Er tat etwas, das er sonst fast niemals tat. Statt sich ein Taxi heranzuwinken, machte sich Ricky zu Fuß quer durch den Central Park auf den Weg. Er hatte sich überlegt, daß ihm die Zeit und die Bewegung helfen würden, seine Emotionen in den Griff zu bekommen und zu den Ereignissen Abstand zu gewinnen. Doch trotz seiner Ausbildung und viel gepriesenen Konzentration konnte er sich nur mit Mühe ins Gedächtnis rufen, was Virgil gesagt hatte. Wohingegen es ein leichtes war, sich an jeden den frühen Abend hinein. Schon nach ein paar hundert Metern fühlte er den Schweißfilm im Nacken und in den Achselhöhlen. Er lockerte die Krawatte, zog sich den Blazer aus und schlang ihn sich über den Rücken, was ihm etwas Keckes verlieh. Das Gegenteil dessen, wie er sich fühlte. Der Park war immer noch voller Sportler. Mehr als einmal trat er beiseite, um eine Phalanx Jogger vorbeizulassen. Er sah gesetzestreue Bürger, die ihre Hunde in den dafür gekennzeichneten Zonen Gassi führten, und kam an einem halben Dutzend laufender Baseballspiele vorbei. Die Spielfelder waren alle so angelegt, daß die Außenfelder sich überschnitten. Er entdeckte, daß oft der rechte Feldspieler der einen Mannschaft mehr oder weniger direkt neben dem linken der anderen im benachbarten Match stand. Dabei schien auf diesem gemeinsamen Boden eine seltsame Großstadt Etikette zu herrschen, der Gestalt, daß jeder versuchte, sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren und dem anderen nicht in die Quere zu kommen. Gelegentlich verirrte sich ein Ball des Teams, das am Schlag war, auf fremdes Territorium, und die Spieler des anderen traten für die Dauer der Unterbrechung geflissentlich beiseite. Ricky kam der Gedanke, daß das Leben selten so einfach und so choreografisch einstudiert war. Gewöhnlich, dachte er, kommen wir uns gegenseitig in die Quere. Er brauchte noch einmal eine Viertelstunde in zügigem Schritt, bis er den Häuserblock mit Zimmermans Apartment erreichte. Inzwischen war er schweißgebadet und wünschte sich, hätte irgendwelche alten Tennis- oder Laufschuhe angezogen, statt der guten Wingtips, die sich eng anfühlten. Bald würde er sich eine Blase holen. Er nahm zur Kenntnis, daß sein klammfeuchtes Unterhemd sein Anzughemd in Oxford-Blau verfleckte und fühlte, wie ihm sein Haar klatschnass an Stirn und Schläfen klebte. Vor einer Schaufensterfläche versuchte er, sein Spiegelbild zu überprüfen und sah statt des adretten, gefassten Arztes, der seine Patienten mit ungerührter Miene an der Sprechzimmertür begrüßt, seinen Unentschlossenheit verlief. Er sah gerupft und zerzaust aus und wohl auch ein wenig geängstigt, dachte er, und ließ sich ein bisschen Zeit, um Haltung anzunehmen. In den fast dreißig Jahren, die er praktizierte, war er kein einziges Mal aus der streng formalisierten Beziehung zwischen Patient und Analytiker ausgebrochen. Nicht ein einziges Mal war es ihm in den Sinn gekommen, zu einem Patienten nach Hause zu gehen und nach ihm zu sehen, egal wie verzweifelt ein Schutzbefohlener war. Er mußte seine Depression in die Praxis bringen. Er mußte sich an ihn wenden. Bei jemand außer sich und nicht mehr Herr der Lage rief er bei ihm an und machte einen Termin in der Praxis. Dies war fester Bestandteil des Heilungsprozesses. So schwer, daß manchen Leuten fallen, so sehr ihnen ihre Gefühle zusetzen mochten, war der physische Akt, zu ihm zu kommen, von zentraler Bedeutung. Die Grenzen der Praxisräume zu überschreiten, war eine absolute Seltenheit. Zuweilen schien es grausam, diese künstliche Barriere und Distanz zwischen Patient und Therapeut aufrecht zu erhalten, doch eben diese Distanz brachte die nötigen Einsichten hervor. An der Ecke, einen halben Häuserblock von Zimmermans Wohnung entfernt, blieb er, ein wenig erstaunt, sich an dieser Stelle wiederzufinden, erst einmal stehen. Daß sein Zögern nicht so gänzlich verschieden war von Zimmermans gelegentlichem Auf- und Abmarschieren draußen vor der Praxistür kam ihm nicht in den Sinn. Er machte zwei, drei Schritte weiter den Block entlang und hielt abrupt an. Er schüttelte den Kopf und sagte, wenn auch im Flüsterton, »Ich kann das nicht machen.« Ein junges Paar, das an ihm vorbeikam, hatte ihn wohl gehört, denn der Mann sagte, »Klar kannst du das, Junge, ist leichter, als du denkst.« Die junge Frau an seinem Arm prustete los und knuffte den Mann zur Strafe für seine ebenso rüde wie witzige Bemerkung in den Arm. Sie liefen weiter an ihm vorbei, den Dingen entgegen, die sie an diesem Abend erwarteten, während Ricky ruhelos dastand wie ein Boot, das an der Verteuung zerrt, von Wind und Strömung heftig hin- und hergezogen und dennoch nicht vom Fleck kommt. »Was hat sie gesagt?« flüsterte er vor sich hin. »Simmerman habe exakt um vierzehn Uhr siebenunddreißig in einer nahegelegenen U-Bahn-Station beschlossen, seine Behandlung abzubrechen. Das ergab keinen Sinn.« Er sah über die Schulter und entdeckte eine Reihe Telefonzellen an der Ecke. Er ging hin und warf eine Viertel-Dollar-Münze ins Münztelefon, bevor er hektisch Zimmermans Nummer eintippte. Wieder tutete es ein Dutzend Mal, ohne dass sich jemand meldete. Diesmal allerdings war Ricky erleichtert. Wenn bei Zimmerman zu Hause niemand ans Telefon ging, war es auch zwecklos, bei dem Mann an die Tür zu klopfen, obgleich er sich wunderte, dass Zimmermans Mutter nicht abnahm. Ihrem Sohn zufolge war sie die meiste Zeit bettlägerig, außer Gefecht gesetzt und kränkelnd, abgesehen davon, dass sie ungezügelt und beinahe unerschöpflich ärgerliche Forderungen und herabsetzende Bemerkungen vom Stapel ließ. Er hängte auf und trat zurück. Lange blickte er die Häuserfront entlang Richtung Zimmermans Wohnung und schüttelte schließlich den Kopf. Du mußt diese Situation in den Griff bekommen, sagte er sich. Der Drohbrief, das Kind, das die pornografischen Bilder bekam, das plötzliche Erscheinen einer nackten und ziemlich umwerfenden Frau in seiner Praxis hatten ihn gänzlich aus dem Tritt gebracht. Er mußte in dem Wust der Ereignisse wieder Ordnung schaffen und dann durch das verwirrende Wechselspiel in seinem Innern einen geraden Weg finden. Nur weil er Angst hatte und daher zu überstürzten Handlungen neigte, brauchte er noch lange nicht knapp ein ganzes Jahr Analyse mit Zimmerman aus dem Fenster zu werfen. Es beruhigte ihn sich, diese Dinge zu sagen. Entschlossen, wieder nach Hause zu gehen und für seinen Urlaub zu packen, machte er kehrt. Doch sein Blick fiel auf den Eingang zur U-Bahn-Station 29. Straße. Wie so viele andere Stationen war auch diese hier nicht mehr als ein paar Treppen, die in die Erde hinunterführten, mit einem unscheinbaren gelb beschrifteten Schild darüber. Er lief darauf zu, blieb am obersten Treppenabsatz einen Moment stehen und merkte, wie ihnen im Hinuntergehen das beklemmende Gefühl überkam, daß er einer Täuschung unterlag, daß gerade eben die Wahrheit langsam aus dem Nebeldunst tauchte und Gestalt annahm. Seine Schritte halten auf den Stufen. Künstliches Licht surrte über seinem Kopf und spiegelte sich in den Fliesen an den Wänden. In der Ferne donnerte er Entzug durch einen Tunnel. Ihm stieg ein muffiger, ältlicher Geruch in die Nase, aus einem nach Jahren wieder geöffneten Wandschrank, gefolgt von der abgestandenen Hitze, die sich tagsüber in dem unterirdischen Glutofen gesammelt hatte und erst jetzt langsam abzukühlen begann. Um diese Zeit waren nur wenige Menschen in der Station, und er entdeckte eine einzige schwarze Frau, die im Schalterhäuschen arbeitete. Er wartete einen Moment, bis sie die Leute los war, die Münzen brauchten und ging zu ihr hin. Er beugte sich zu dem runden Metallsprichfilter in ihrer Plexiglasscheibe vor. Entschuldigen Sie, sagte er. Brauchen Sie Münzen, U-Bahn-Plan, da drüben ist einer an der Wand. Nein, sagte er und schüttelte den Kopf. Ich hätte nur gern gewusst, also, ich weiß, das klingt seltsam. Was wollen Sie, Schätzchen? Also, ich wollte nur wissen, ob hier heute Nachmittag was passiert ist. Heute Nachmittag? Was müssen Sie die Polizei fragen, sagte sie kurz angebunden. Das war vor meiner Schicht. Aber was? Ich war nicht da, hab nichts gesehen. Aber was ist denn überhaupt passiert? Ein Typ hat sich von Zug geschmissen oder ist gefallen, kann ich nicht sagen. Die Kops waren da und auch schon wieder weg, als mein Dienst anfing. Haben die Schweinerei sauber gemacht und ein paar Zeugen aufgegabelt. Das ist es auch schon. Was für Kops? Von der Transit, öffentliche Verkehrsmittel, 96. Ecke Broadway. Reden Sie mit denen, ich weiß überhaupt nichts Genaues. Als Ricky zurücktrat, krampfte sich ihm der Magen zusammen, schwindelte ihm der Kopf und er musste sich fast übergeben. Er brauchte Luft und in der U-Bahn-Station gab es keine. Ein Zug kam herein und erfüllte die Gewölbe mit einem gleichmäßig kreischenden Geräusch, als wäre das Halten an einer Station die wahre Tortur. Das Geräusch schwappte über ihn herein und schlug ihm ans Trommelfell. »Alles okay, Mister?« übertönte die Frau im Schalter den Krach. »Sie sehen so aus, als wäre Ihnen nicht gut.« Er nickte und flüsterte eine Antwort, die sie zweifellos nicht hören konnte. »Mir fehlt nichts«, sagte er, doch das war offensichtlich gelogen. Wie ein Betrunkener, der versucht, sich durch gewundene Straßen zu manövrieren, schwankte Ricky zum Ausgang. »Ist«, alles an der Welt, die Ricky an diesem Abend betrat, war ihm fremd. Was er in der Station der Transit Police an der 96. Ecke Broadway zu sehen, hören und riechen bekam, erschien ihm wie ein Fenster zur Stadt, durch das er noch nie gesehen hatte und von dessen Existenz er nur eine vage Ahnung besaß. Schon an der Eingangstür zur Station schlug ihm ein schwacher Geruch nach Urin und Erbrochenem entgegen, der mit dem strengeren Odeur nach starken Desinfektionsmitteln um die Vormacht kämpfte. Als ob sich jemand heftig übergeben hätte, dachte er, und man hinterher nur notdürftig und hastig sauber gemacht hätte. Es war so penetrant, daß er stehen blieb und ein eigentümliches Getöse über ihn hereinbrach, eine Verschmelzung aus Surrealem und Routine. Irgendwo aus einem Zellentrakt brüllte ein Mann unverständliches Kauderwelsch, ein Wortgebräu, das losgelöst von allem anderen im Eingang widerhalte. Eine wütende Frau hielt ein weinendes Kind über den robusten, hölzernen Wachtisch des Sergeants, während sie ein Schnellfeuer an spanischen Flüchen über ihn niederpresseln ließ. Beamte liefen, die hellblauen Hemden von der anhaltenden Hitze des Tages verschwitzt an ihm vorbei, ihre ledernden Waffengürtel setzten einen Kontrapunkt zum Quietschen ihrer polierten schwarzen Schuhe. Irgendwo klingelte ein Telefon vergeblich vor sich hin. Es herrschte ein Kommen und Gehen, Lachen und Weinen, durchsetzt von den Ausbrüchen an Obszönitäten, die entweder von raubeinigen Polizisten kamen oder Gästen in Handschellen, zum Teil, die es gelegentlich unter das grelle Licht der Neonröhren im Eingangsbereich verschlug. Ricky schwankte herein, bestürmt von all diesen Eindrücken und wußte nicht, was er als nächstes tun sollte. Plötzlich fegte ein Kopf an ihm vorbei. »Platz da, Mann! Durchgang frei!« so daß er nach vorn stolperte, als hätte ihn jemand an einem Strick hereingezogen. Die Frau am Wachtisch hob die Faust und schüttelte sie gegen den Beamten, entlud ihren Zorn in einer deftigen Schimpfkanonade, drehte sich, nachdem sie das Kind einmal kräftig durchgerüttelt hatte, missmutig um und stürmte mit finsterem Blick an Ricky vorbei wie an einer lästigen Schabe. Ricky stolperte weiter auf den Beamten hinter dem Tisch zu. Jemand, der ungefähr da gestanden haben musste, wo Ricky jetzt stand, hatte heimlich Scheiße ins Holz geritzt und keiner hatte es der Mühe wert gefunden, diese Meinungsäußerung zu entfernen. »Tut mir leid«, sagte Ricky, um sofort unterbrochen zu werden. »Keinem tut irgendwas je leid, Mann! Das sagen sie nur, aber keiner meint es so. Aber was soll's, ich höre mir jeden an, also schießen Sie los. Was glauben Sie, tut Ihnen leid?« »Nein, Sie haben mich missverstanden. Ich wollte sagen, genauso wenig sagt irgendeiner, was er meint. Wichtige Lektion im Leben wäre ganz hilfreich, wenn das mehr Leute in Ihren Kopf bekämen.« Der Polizist war vermutlich Anfang vierzig und hatte ein unbekümmertes Grinsen im Gesicht, als wollte er sagen, nach allem, was er im Leben schon gesehen hatte, könne ihn nichts mehr erschüttern. Er war ein stämmiger Bursche mit Stirnacken und glattem schwarzen Haar, das er sich aus der Stirn Der Wachtisch war mit Formularen und Meldungen überseht, die kein Ordnungsprinzip erkennen ließen. Gelegentlich schnappte sich der Beamte ein paar davon und heftete sie mit einem altmodischen Gerät zusammen, so daß es jedes Mal laut knallte, bevor er ein Bündel in die Drahtablage warf. »Ich fange am besten noch mal von vorn an,« sagte Ricky in gereiztem Ton. Der Polizist grinste erneut und schüttelte den Kopf. »Keiner kann noch mal von vorn anfangen, nach meiner Erfahrung jedenfalls nicht. Wir sagen alle, daß wir irgendwie noch mal ganz von vorn anfangen, aber so läuft's eben nicht. Andererseits, wieso nicht? Versuchen Sie's einfach mal, vielleicht sind Sie ja der Erste. Also, wie kann ich Ihnen helfen, mein Freund?« Es gab heute einen Vorfall in der U-Bahn-Station 92. Ein Mann ist vor den Zug gefallen. »Gesprungen, soviel ich weiß. Sind Sie ein Zeuge? Nein, aber ich glaube, ich kenne den Mann. Ich war sein Arzt. Ich müßte genaueres erfahren. »Arzt,« sagen Sie. »Was denn für ein Arzt? Er war seit einem Jahr bei mir in psychoanalytischer Behandlung. Sie sind Seelenklemmner?« Ricky nickte. »Interessanter Job, sowas,« sagte der Beamte. »Benutzen Sie da auch so eine Couch?« »Ja.« »Kein Scheiß. Und den Leuten fällt doch immer was ein, ja? Also, wenn ich mich da drauflegen würde, wäre ich wahrscheinlich schon weg, sobald ich den Kopf hinlege. Ein Gähner und die Lichter gehen aus. Aber die Leute kommen da richtig in Fahrt, habe ich recht?« »Manchmal.« »Cool.« »Na ja, einem von denen fällt jetzt nichts mehr ein. Durch die Doppeltür, den flurenlangen Zimmer auf der linken Seite, Riggins hat sich den Fall unter den Nagel gerissen. Oder was davon übrig war, nachdem der Expresszug von der 8th Avenue durchgekommen war. Wenn Sie mehr wissen wollen, da sind Sie richtig. Reden Sie mit Detective Riggins.« Der Polizist wies auf eine Flügeltür zu den Eingeweiden der Station. Als er die Hand ausstreckte, ertönte aus einem Raum, der abwechselnd unter und über ihnen zu sein, schien ein an- und abschwellender Laut. Der Sergeant grinste. »Der Typ schafft mich noch, bevor die Nacht zu Ende ist,« sagte er, während er sich abwandte, einen Stapel Papieren nahm und ihn mit einem Knall wie aus einer Pistole zusammenheftete. »Wenn der nicht bald die Klappe hält, brauche ich nach der Schicht selber einen Seelenklempner. Sie sollten sich eine tragbare Couch zulegen, Doc.« Er lachte und scheuchte Ricky mit einer wedelnden Handbewegung, von der seine Papiere raschelten in die angegebene Richtung. Zu seiner Linken befand sich eine Tür mit der Aufschrift »Kommissariat«, durch die Ricky Starks ein kleines Büro mit einem Gewirr aus schmuddeligen, grauen Stahlschreibtischen und dann noch mehr von diesen grässlichen, grellen Deckenleuchten betrat. Er blinzelte einen Moment, als ob ihm Salzwasser in den Augen brannte. Ein Detective in weißem Hemd und roter Krawatte, der am vordersten Tisch saß, blickte zu ihm auf. »Sie wünschen?« »Detective Riggins?« Der Beamte schüttelte den Kopf. »Nö, ich doch nicht. Sie ist da hinten und redet gerade mit den Letzten von den Leuten, die den Springer heute zu Gesicht bekommen haben.« Ricky saß sich in den Räumlichkeiten um und entdeckte eine Frau kurz vor den mittleren Jahren, die ein hellblaues Button-Down-Hemd zu einer gestreiften Rips-Krawatte trug, wobei der Schlips ihr eher wie eine Schlinge lose vor der Kehle hing. Dazu eine graue Hose, die mit der Raumausstattung zu verschmelzen schien, und ein wenig passendes Paar weiße Laufschuhe mit einem orangefarbenen Neonstreifen an der Seite. Ihr aschblondes Haar war straff aus dem Gesicht gekämmt und zu einem Pferdeschwanz gebunden, wodurch sie ein wenig älter wirkte als Mitte dreißig, auf die Ricky sie schätzte. An den Augenwinkeln hatten sich Erschöpfungsfältchen eingegraben. Die Kommissarin sprach gerade mit zwei halbwüchsigen, schwarzen Jungen, beide in krass übertriebenen Baggy-Jeans, dazu Baseballkappen so schief auf den Kopf, als seien sie festgeklebt, damit sie nicht herunterrutschten. Wäre Ricky auch nur ein bisschen weltläufiger gewesen, dann hätte er gewusst, daß dies der neuesten Mode entsprach. Doch so fand er ihre Erscheinung nur höchst seltsam und etwas irritierend. Bei einer Begegnung auf dem Bürgersteig hätte ihn dieses Gespann wohl erschreckt. Der Beamte, der vor ihm saß, fragte ihn plötzlich, »Kommen Sie wegen dem Springer heute in der 92. Straße?« Ricky nickte. Der Mann nahm sein Telefon. Er deutete auf ein halbes Dutzend Holzstühle, die an einer Wand des Büros aufgereiht waren. Nur einer dieser Stühle war derzeit besetzt, von einer verwahrlosten, verdreckten Frau unbestimmten Alters, deren drahtiges, silbergraues Haar in alle Richtungen zu explodieren und die Selbstgespräche zu führen schien. Die Frau trug einen abgewitzten Mantel, den sie immer enger um den Körper zog, während sie sich, wie um den Strom zu entladen, unter dem sie stand, kaum merklich wiegte. Obdachlos und schizophren, lautete Rickys Atok-Diagnose. Seit seinem Studium war er beruflich mit diesem Krankheitsbild nicht mehr in Berührung gekommen, auch wenn er im Laufe der Jahre auf den New Yorker Bürgersteigen vielen solcher Leute begegnet und wie alle anderen auch mit beschleunigten Schritten vorbeigelaufen war. In den letzten Jahren war die Zahl der Obdachlosen wohl zurückgegangen, doch Ricky vermutete, dass sie einfach nur durch politische Manöver in andere Stadtviertel abgeschoben wurden, damit die enthusiastischen Touristen und die Betuchten auf ihrem Weg durchs Zentrum von Manhattan ihnen nicht gar so oft begegneten. »Nehmen Sie einfach da drüben neben Luann Platz«, sagte der Beamte. »Ich gebe Riggins Bescheid, dass sie noch einen brandheißen Zeugen zu vernehmen hat.« Als er den Namen der Frau hörte, erstarrte Ricky. Er holte tief Luft und ging zu der Stuhlreihe hinüber. »Darf ich mich setzen?« fragte er und zeigte auf einen Stuhl neben der Frau. Sie sah ein wenig erstaunt zu ihm auf. »Er will wissen, ob er hier sitzen darf. Wer bin ich denn, der heilige Stuhl? Was soll ich sagen? Ja, nein, er kann sitzen, wo er will.« Luann hatte dreckige, abgebrochene Fingernägel mit schwarzen Rändern. Ihre Hände waren vernarbt und voller Blasen, und an einer prangte ein Schnitt, der sich entzündet hatte, so daß rund um die rotbraune Kruste die geschwollene Haut blau-violett schimmerte. Ricky vermutete, daß die Wunde schmerzhaft war, sagte jedoch nichts. Luann rieb sich die Hände wie ein Koch, der Salz über das Essen streut. Ricky ließ sich auf den Sitz neben ihr fallen. Er rutschte hin und her, wie um es sich bequem zu machen, und fragte schließlich, »Dann waren Sie, Luann, also in der U-Bahn-Station, als der Mann auf die Gleise fiel?« Luann starrte in die gnadenlos grelle Beleuchtung an der Decke. Sie schüttelte sich ein wenig, bevor sie sagte, »Er will wissen, ob ich da war, als der Mann vor den Zug geriet. Ich soll ihm sagen, was ich gesehen habe, das viele Blut und all die schreienden Leute. Schrecklich war das. Dann kam die Polizei. »Leben Sie in der U-Bahn-Station?« »Er will wissen, ob ich da lebe.« »Also manchmal, sollte ich ihm sagen, manchmal lebe ich da.« Nach einiger Zeit wandte Luann den Blick von den Leuchten ab, blinzelte heftig und fuhr mit dem Kopf hin und her, als sehe sie überall Gespenster. Dann endlich drehte sie sich zu Ricky um. »Ich hab's gesehen,« sagte sie. »Waren Sie auch da?« »Nein,« erwiderte er. »Ich kannte den Mann, der gestorben ist.« »Wie traurig!« Sie schüttelte den Kopf. »Wie traurig für Sie!« »Ich hab auch Leute gekannt, die gestorben sind. Traurig für mich?« »Ja,« antwortete er. »Das ist es.« Er zwang sich zu einem schwachen Lächeln in Luannes Richtung. Sie gab es zurück. »Sagen Sie, Luann, was haben Sie gesehen? Sie hüstelte ein-zwei-mal wie um sich zu räuspern. Er will wissen, was ich gesehen habe,« sagte sie in Rickys Richtung, wenn auch nicht direkt zu ihm. »Er will was über den Mann wissen, der gestorben ist, und dann über die hübsche Frau.« »Was für eine hübsche Frau?« fragte Ricky und zwang sich, Ruhe zu bewahren. »Er weiß nichts von der sehr hübschen Frau.« »Nein, aber jetzt haben Sie mich neugierig gemacht,« sagte er, um sie sachte zum Reden zu bringen. Luannes Blick schien in die Ferne zu driften und sich auf etwas außerhalb ihrer Sichtweite wie auf eine Fata Morgana zu konzentrieren. »Er will wissen,« fuhr sie in beiläufig freundlichem Ton fort, »dass die hübsche Frau zu mir kam, direkt nachdem der Mann zack da runter ist, und sie redet ganz leise mit mir. Sie sagt, »Hast du das gesehen, Luann? Hast du gesehen, wie dieser Mann vor den Zug gesprungen ist? Hast du gesehen, wie er einfach über die Kante getreten ist, als der Zug durchkam? Es war nämlich der Expresszug. Siehst du, der hält hier nicht. Nein, grundsätzlich hält der hier nicht. Man mußt den Lokalen nehmen, wenn man einsteigen will, und wie er da einfach runterspringt. Schrecklich, einfach schrecklich. Luann, sagt sie zu mir, »Hast du gesehen, wie er sich das Leben genommen hat?« »Es hat ihn keiner geschubst, Luann,« sagt sie, »keiner. Das mußt du unbedingt in den Schädel bekommen, Luann. Keiner hat den Mann geschubst, und zack, er hat einfach einen Schritt nach vorn gemacht, sagt die Frau, so traurig, konnte wohl plötzlich nicht anders, wollte unbedingt sterben, und zack, und dann ist dann noch ein Mann direkt bei ihr, direkt bei der sehr hübschen Frau, und er sagt, »Luann, du mußt der Polizei sagen, was du gesehen hast. Sag denen, daß du gesehen hast, wie der Mann einfach an den anderen Männern und Damen vorbeigegangen und gesprungen ist. Zack, tot. Und dann sagt die schöne Frau zu mir, »Luann,« sagt sie zu mir, »das wirst du der Polizei sagen, Luann, als anständige Bürgerin bist du dazu verpflichtet, ihnen zu sagen, daß du gesehen hast, wie der Mann gesprungen ist. Und dann gibt sie mir zehn Dollar. Zehn Dollar, ganz für mich allein. Aber dafür muß ich es ihr versprechen. »Versprichst du, Luann,« sagt sie zu mir, »versprichst du, zur Polizei zu gehen und zu sagen, daß du gesehen hast, wie der Mann auf Nimmerwiedersehen gesprungen ist? »Ja,« sag ich. Großes Ehrenwort. Also bin ich zur Polizei, gesagt hat und wie ich es ihr versprochen habe. Hat sie ihnen auch zehn Dollar gegeben? »Nein,« sagte Ricky langsam, »mir hat sie keine zehn Dollar gegeben.« »Ach, wie dumm,« sagte Luann und schüttelte den Kopf. »Pech für sie.« »Ja, zu dumm,« stimmte Ricky zu. »Und mein Pech.« Er blickte auf und sah, wie die Kommissarin auf sie zukam. Die Ereignisse des Tages schienen ihr noch mehr zugesetzt zu haben, als Ricky aus der Ferne vermutet hatte. Aus ihrem bedächtigen Gang sprachen verspannte Muskeln, müde Glieder und mehr oder weniger ausgebrannte Lebensgeister. Was nach der Hitze des Tages und nach der mühsamen Aufgabe die sterblichen Überreste des unglückseligen Mr. Zimmerman einzusammeln und anschließend seine letzten Sekunden vor dem finalen Schritt über die Plattform stückweise zusammenzufügen, nicht weiter verwunderte. Es überraschte ihn, dass sie zur Begrüßung immerhin den Anflug eines Lächelns zustande brachte. »Hallo«, sagte sie, »ich nehme mal an, Sie kommen wegen Mr. Zimmerman.« Doch bevor er antworten konnte, wandte sich Detective Riggins an Luanne. »Luanne, ich lasse Sie für heute Nacht von einem Beamten zum Obdachlosenheim in der 102. fahren. Danke, dass Sie hergekommen sind. Sie haben uns sehr geholfen. Bleiben Sie im Heim, Luanne, okay? Für den Fall, dass ich Sie noch mal brauche.« »Sie sagt, wir sollen im Heim bleiben, aber sie hat keine Ahnung, wie wir das Heim hassen. Es ist voll von gemeinen Irren, die dich beklauen und dir ein Messer zwischen die Rippen stoßen, wenn sie wissen, dass du zehn Dollar von einer hübschen Frau bekommen hast. Ich werde dafür sorgen, dass es niemand erfährt und Sie in Sicherheit sind. Bitte.« Luanne schüttelte den Kopf, sagte aber dazu, »Ich will's versuchen, Detective.« Detective Riggins deutete auf die Tür, an der zwei Polizisten in Uniform warteten. »Die beiden, da bringen Sie hin, okay?« Luanne stand auf und schüttelte den Kopf. »Die Fahrt wird Ihnen Spaß machen, Luanne. Wenn Sie wollen, werde ich Sie bitten, Blaulicht und Sirene anzumachen.« Das brachte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie nickte mit kindlichem Enthusiasmus. Die Ermittlerin hob das Kinn in Richtung der beiden Cops. »Jungs, rollt für unsere Zeugen hier den roten Teppich aus, Blaulicht und das ganze Programm, okay?« Beide Beamten zuckten grinsend die Achseln. Das war ein angenehmer Auftrag, und sie beklagt sich, nicht so lange Luanne schnell genug wieder aus ihrem Wagen verschwand, so daß der beißende Geruch nach Schweiß und Schmutz und Infektion, den sie wie ein Parfum verbreitete, gleich wieder verflog. Ricky sah zu, wie die geistesgestörte Frau nunmehr wieder nickend und in Selbstgespräche vertieft zusammen mit den Polizisten zum Ausgang schlurfte. Er drehte sich um und sah, daß Detective Regans ihren Abgang ebenfalls verfolgte. Die Polizistin seufzte. »Sie ist nicht annähernd so übel dran wie manche von denen,« sagte sie, »und sie ist nicht viel unterwegs. Entweder sitzt sie hinter der Bodega in der 97. Straße an der Station, in der sie heute war, oder oben im Eingang zum Riverside Park auf der 96.« »Ich meine, sie ist irre und ziemlich hinüber, aber deswegen nicht gemein, so wie manche. Ich wüßte gern, wer sie eigentlich ist. Man fragt sich, Doktor, ob es da vielleicht irgendwo jemanden gibt, der sich wegen ihr Sorgen macht, draußen in Cincinnati oder Minneapolis. Angehörige, Freunde, Verwandte, die sich fragen, was wohl aus ihrer exzentrischen Tante oder Cousine geworden ist. Vielleicht hat sie ein Ölimperium geerbt oder ist Lottokönigin. Das wäre doch irgendwie toll, finden Sie nicht? Wüßte gar nicht, was passiert ist, daß sie so endet. All diese irren, kleinen, chemischen Botenstoffe im Gehirn, die außer Kontrolle blubbern. Aber das ist ja eher ihr Terrain, nicht meins. Medikamentöse Behandlung ist nicht mein Gebiet, sagte Ricky. Anders als bei einer Reihe von Kollegen. Eine Schizophrenie in diesem fortgeschrittenen Stadion muß medikamentös behandelt werden. Was ich mache, würde Luanne vermutlich wenig helfen. Detective Riggins wies mit der Hand auf ihren Tisch, an den seitlich ein Stuhl herangezogen war. Sie ging zusammen hinüber. Sie machen's mit Reden, wie? Was für die Wortgewandten, die Probleme haben, ha? Reden, 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 reden. Und früher oder später löst sich alles in Wohlgefallen auf. Das ist zwar sehr vereinfacht, Detective, aber nicht ganz daneben. Ich hatte eine Schwester, die nach ihrer Scheidung in Therapie gegangen ist. Hat ihr wirklich geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen? Dagegen meine Cousine Marcy, die zu denen gehört, die immer so eine schwarze Wolke mit sich herumtragen. Die ist drei Jahre lang zu jemandem gelaufen und war am Ende noch beschissener dran als vor der Therapie. Tut mir leid. Wie bei jedem anderen Beruf auch sind nicht alle Therapeuten gleichermaßen kompetent. Ricky und die Kommissarin setzten sich an den Schreibtisch. Aber Detective Riggins unterbrach ihn, bevor er mit seiner Frage weiterkam. Sie sagten, Sie waren Mr. Zimmermans Therapeut, nicht wahr? Sie zog Notizblock und Bleistift heraus. Ja, er war seit einem Jahr in Analyse. Aber und haben Sie bei ihm in den letzten Wochen irgendwelche erhöhten Selbstmordneigungen festgestellt? Nein, keineswegs, sagte Ricky entschieden. Die Kommissarin zog gelinder erstaunt die Augenbrauen hoch. Tatsächlich nicht? Auch nicht andeutungsweise? Nein, bestimmt, erwiderte Ricky. Ich würde sogar sagen, demnach hat er bei der Analyse Fortschritte gemacht. Ricky zögerte mit der Antwort. Ja, hakte die Ermittlerin nach. Ging es ihm allmählich besser? Hatte er seine Gefühle besser im Griff? Mehr Selbstvertrauen? Mehr Tatendrang? War er weniger depressiv? Weniger wütend? Wieder ließ sich Ricky mit der Antwort Zeit. Ich würde sagen, es wäre verfrüht, von so was wie einem Durchbruch zu sprechen. Er hat immer noch mit den Problemen gerungen, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Detective Regans hatte dafür ein süß-säuerliches Lächeln übrig. Ihre Worte hatten einen scharfen Unterton. Man könnte also sagen, daß er nach fast einem Jahr nahezu ununterbrochener Behandlung fünfzig Minuten täglich fünf Tage die Woche warten Sie achtundvierzig Wochen im Jahr immer noch deprimiert und frustriert von seinem Leben war? Ricky biss sich kurz auf die Lippe und nickte. Detective Regans schrieb ein paar Bemerkungen auf ihren Blog. Ricky konnte nicht erkennen, was. Wäre Verzweiflung ein zu starkes Wort für seine Befindlichkeit? Ja, sagte Ricky gereizt. Selbst wenn es das erste Wort ist, das seiner Mutter, mit der er zusammenlebte, in den Sinn kam? Und mehreren Arbeitskollegen? Ja, insistierte Ricky. Sie glauben also nicht, daß er selbst mordgefährdet war? Das sagte ich ja bereits, Detective. Er wies keines der klassischen Symptome auf, andernfalls hätte ich Maßnahmen ergriffen. Welche Art? Wir hätten versucht, die Sitzung auf bestimmte Problemfelder zu konzentrieren, vielleicht auch Medikamente, wenn ich an eine ernsthafte Bedrohung geglaubt hätte. Haben Sie nicht gerade gesagt, Sie verschreiben nicht gerne Pillen? Das stimmt, aber wollen Sie nicht in Urlaub, und zwar schon ziemlich bald? Ja, morgen zumindest ist es so geplant. Aber was hat das? Demnach sollte morgen seine therapeutische Rettungsleine in Urlaub gehen. Ja, aber ich kann nicht erkennen, die Kommissarin lächelte. Interessante Wortwahl für einen Seelenklempner. Was für eine Wortwahl, fragte Ricky, dessen Geduldsfaden zu reißen drohte. Kann nicht erkennen, sagte Detective Riggins. Würde Ihr Berufsstand so was nicht als freudschen Versprecher bezeichnen? Nein. Dann glauben Sie einfach nicht, dass er Selbstmord begangen hat? Nein, ich denke eher, haben Sie in der Vergangenheit schon einmal einen Patienten durch Selbstmord verloren? Ja, leider. Doch in dem Fall gab es glasklare Zeichen. Meine Bemühungen um diesen Patienten waren für seinen Grad an Depressionen leider unzureichend. Hat dieser Fehlschlag bei Ihnen eine Weile tief gesessen, Doktor? Ja, erwiderte Ricky unterkühlt. Es wäre schlecht fürs Geschäft und wirklich schlecht für Ihren Ruf, als erneut einer Ihrer Langzeitpatienten beschließen würde, sich mit dem 8th Avenue Express anzulegen, stimmt's? Ricky fuhr mit finsterer Miene auf seinem Stuhl zurück. Mir gefällt nicht, was Sie mit Ihrer Frage andeuten wollen, Detective. Riggins lächelte und schüttelte dabei kaum merklich den Kopf. Nun ja, kommen wir zu einer anderen Frage. Wenn Sie der Meinung sind, er hat sich nicht das Leben genommen, dann gibt es nur die Alternative, dass ihn jemand vor diesem Zug gestoßen hat. Hat Mr. Zimmerman jemals jemanden erwähnt, der ihn hasst oder der einen Groll gegen ihn hegt oder der sonst ein Mordmotiv hatte? Er hat jeden Tag mit Ihnen gesprochen, da wäre es doch nur natürlich, dass er es erwähnt hätte, falls er von einem unbekannten Killer verfolgt wurde. Hat er so was erwähnt? Nein, er hat nie jemanden erwähnt, der in diese Kategorie passen würde. Er hat also nie gesagt, der und der sehe mich am liebsten tot? Nein. Und Sie könnten sich erinnern, wenn er es getan hätte? Selbstverständlich. Okay, demnach gibt es keinen offensichtlichen Hinweis darauf, dass jemand ihn kalt machen wollte. Kein Geschäftspartner, ehemalige Geliebte, Ehemann, dem er Hörner aufgesetzt hat? Sie meinen, jemand hat ihn vor den Zug geschubst, weil... Tja, weswegen? Nur so zum Spaß? Oder aus sonst einem mysteriösen Grund? Ricky überlegte. Ihm wurde bewusst, dass dies hier seine Chance war, der Polizei von dem Brief zu erzählen, in dem er aufgefordert wurde, sich das Leben zu nehmen, von der nackten Frau, die sich Virgil nannte, dem Spiel, zu dem er herausgefordert wurde. Er brauchte nichts weiter zu sagen, als dass hier ein Verbrechen vorlag und dass Zimmerman das Opfer eines Anschlags war, der nichts weiter mit ihm zu tun hatte, außer dass er sterben musste. Ricky machte schon den Mund auf, um mit all diesen Einzelheiten herauszuplatzen und ihn ungefiltert freien Lauf zu lassen, doch dann sah er eine gelangweilte, wenig interessierte Ermittlerin vor sich, der es nur noch darum ging, einen ganz und gar unangenehmen Tag mit einem einzigen Schreibmaschinen ausgefüllten Formulat zum Abschluss zu bringen, das für die Informationen, mit denen er aufwarten würde, nicht einmal eine Spalte vorsah. In dieser Sekunde beschloss er, die Sache für sich zu behalten. Das entsprach seiner Psychoanalytiker-Natur. So schnell brachte man ihn nicht dazu, öffentlich Mutmaßungen und Spekulationen anzustellen. Vielleicht, sagte er, was wissen Sie über diese andere Frau, die Frau, die Luanne die zehn Dollar gegeben hat? Die Polizistin runzelte die Stirn, als verwirrte sie die Frage. Was soll mit der sein? Finden Sie Ihr Verhalten nicht ein klein wenig verdächtig. Sieht es nicht so aus, als hätte sie Luanne in den Mund gelegt, was sie sagen sollte? Die Ermittlerin zuckte die Achseln. Kann ich nicht sagen. Eine Frau und ein Mann in ihrer Begleitung sehen, dass einer der weniger begünstigten Bürger dieser großartigen Stadt möglicherweise zu einem wichtigen Zeugen bei einem Vorfall geworden ist. Also kümmern sie sich darum, dass diese arme Zeugin dafür entschädigt wird, dass sie sich meldet, um der Polizei zu helfen. Man kann darin durchaus ehrwürdigen Bürgernsinn statt einen Verdachtsmoment sehen. Denn tatsächlich bietet Luanne uns augenblicklich ihre Hilfe an und das haben wir wohl zumindest teilweise diesem Paar zu verdanken. Ricky überlegte, bevor er fragte. Sie haben nicht zufällig rausbekommen, wer diese Leute waren. Die Kommissarin schüttelte den Kopf. Tut mir leid, sie haben einen der ersten Beamten, der erschienen auf Luanne verwiesen und sind dann gegangen, nachdem sie dem Beamten klargemacht hatten, dass sie selbst von der Stelle aus, an der sie standen, nur schlecht hatten sehen können, was passiert war. Und nein, er hat von keinem der beiden die Personalien aufgenommen, weil sie keine Zeugen waren. Wieso? Ricky war sich nicht sicher, ob er die Frage beantworten wollte. Ein Teil von ihm schrie danach, seinem Herzen Luft zu machen und alles zu erzählen, doch er hatte keine Ahnung, welche Gefahr darin lag. Er versuchte zu ermessen, zu beurteilen oder abzuschätzen, die Fakten zu überprüfen und plötzlich kam es ihm so vor, als wäre all das, was mit ihm und um ihn geschehen war, in einen Nebel gehüllt und unmöglich zu durchdringen. Er schüttelte den Kopf, als könnte die Geste dieses Chaos der Gefühle für ihn entwirren und rational verständlich machen. Ich hege aufrichtige Zweifel daran, dass Mr. Zimmerman sich das Leben genommen haben könnte. Sein Zustand schien ganz entschieden nicht so ernst, sagte Ricky. Machen Sie einen entsprechenden Vermerk und nehmen Sie ihn in Ihr Protokoll auf, Detective. Detective Rickens zuckte die Achseln und verzog den Mund zu einem kaum verhohlenen, müden Lächeln. Mach ich, Doktor. Ihre Meinung kommt, wie immer man darüber denken mag, so zu Protokoll. Hat es noch andere Zeugen gegeben, jemanden, der vielleicht gesehen hat, wie Zimmerman aus der Menge auf die Plattform kam? Jemand, der gesehen hat, wie er nach vorne getreten ist, ohne dass jemand nachgeholfen hat? Nur Luen, Doktor. Alle anderen haben den Vorfall nur zum Teil gesehen. Niemand hat tatsächlich gesehen, dass er nicht gestoßen wurde. Ein paar Jugendliche haben immerhin beobachtet, dass er alleine stand und abseits von den anderen Leuten auf den Lokalzug wartete. Das Verhaltensmuster der Zeugen ist nebenbei gesagt, Doktor, ziemlich typisch für solche Vorfälle. Die Leute sehen nach vorne, auf den Tunnel, aus dem sie den Zug erwarten. Es ist ganz typisch, dass Springer sich ans hintere Ende der Menge zurückziehen, statt vorne zu stehen. Sie wollen sich aus ganz und gar persönlichen Gründen das Leben nehmen und nicht jedem anderen Fahrgast in der Station eine Sensation bereiten. Folglich entfernen sie sich in 99 von 100 Fällen von der Menge und gehen nach hinten oder ziemlich genau an die Stelle, an der Mr. Zimmerman Stellung bezogen hatte. Die Kommissarin lächelte. Wetten, dass ich in seinen persönlichen Sachen irgendwo etwas Handschriftliches von ihm finde? Oder bei Ihnen flattert diese Woche ein Brief in den Kasten? Falls ja, seien Sie so gut, Doktor, und melden Sie es mir für meinen Bericht, ja? Natürlich kann es sein, dass Sie ihn, wo Sie gerade in Urlaub wollen, nicht mehr vor Ihrer Abreise bekommen. Trotzdem wäre es hilfreich. Können Sie mir wohl Ihre Karte geben, Detective, für den Fall, dass ich mich später mal mit Ihnen in Verbindung setzen muss, fragte er so unterkühlt wie möglich. Selbstverständlich, jederzeit. Dabei war ihr Ton unüberhörbar verächtlich und legte das Gegenteil von dem nahe, was sie sagte. Dann griff sie in eine Schachtel auf ihrem Schreibtisch und zog eine Karte heraus, die sie ihm mit einer schwungvollen Geste reichte. Ohne das Papier eines Blickes zu würdigen, steckte Ricky es in die Tasche und stand auf. Zügig durchquerte er das Dienstzimmer der Kommissarin, sah sich nur noch einmal um, als er durch die Tür nach draußen ging, und erhaschte einen Blick auf Detective Riggins, die sich über eine altmodische Schreibmaschine beugte, um Wort für Wort den Bericht über den wenig spektakulären, schnell erklärten und scheinbar unbedeutenden Tod von Roger Zimmerman hineinzuhämmern. Ricky Starks knallte die Tür zu seiner Wohnung so laut hinter sich zu, daß das Geräusch in seinen Ohren und in dem schummrig beleuchteten leeren Hausflur wiederhalte. Hastig drehte er die Schlüssel in den Schlössern, die er so selten benutzte, und verriegelte die Eingangstür zweifach. Er zog am Türgriff, um sich zu vergewissern, daß sie alle einwandfrei funktionierten. Immer noch unsicher, ob die Verriegelungen ausreichten, packte er einen Stuhl und klemmte ihn als zweite altmodische Barriere unter den Knauf. Es kostete ihn einige Überwindungen, nicht auch noch Kommode, Kisten und Bücherregale, was immer griffbereit war, aufzutürmen, um sich dahinter zu verschanzen. Der Schweiß brannte ihm in den Augen, und obwohl hinten im Sprechzimmerfenster die Klimaanlage emsig sorte, durchzuckten, immer noch Hitzewellen wie Blitzstrahlen in seinen Körper. Ein Soldat, ein Polizist, ein Bergsteiger, ein Pilot, jeder, der mit verschiedenen Formen der Gefahr vertraut ist, hätte diese Symptome unschwer als das diagnostiziert, was sie waren. Panikattacken. Ricky dagegen hatte so viele Jahre lang jedes extrem gemieden, so daß er mit diesem so offensichtlichen Krankheitsbild keinerlei Erfahrung hatte. Er trat von der Tür zurück, drehte sich um und ließ den Blick durch die Wohnung schweifen. Eine einzige schwache Deckenleuchte über der Eingangstür, die der Nacht nur wenig entgegensetzte, warf seltsame, schwache Schatten in die Ecken des Wartezimmers. Er hörte die Klimaanlage und dahinter den gedämpften Straßenlärm, sonst nichts als zerdrückende Stille. Die Tür zu seinem Sprechzimmer stand offen, ein gähnendes schwarzes Loch. Urplötzlich überkam ihn das bestimmte Gefühl, daß er beim Verlassen seiner schützenden vier Wände nur wenige Minuten nach Virgils Besuch diese Tür wie gewohnt auch an diesem Abend hinter sich zugemacht hatte. Ihm wurde mulmig. Zweifel fraßen an seinem Magen. Er starrte auf die offene Tür und versuchte sich mit aller Macht zu erinnern, was genau er beim Hinausgehen getan hatte und in welcher Reihenfolge. Er sah vor sich, wie er den Schlips umband, das Jackett anzog, sich bückte, um an seinem rechten Schnürsenkel einen Doppelknoten zu machen, sich in die Hüfte griff, um nach der Brieftasche zu fühlen, die Wohnungsschlüssel in seine Hosentasche steckte und klirren ließ, um sicher zu gehen, daß sie nicht herausfallen konnten. Er sah, wie er die Wohnung durchquerte, sie durch die Eingangstür verließ, auf den Fahrstuhl wartete, der aus dem dritten Stock herunterkam, wie er sich schließlich auf der Straße wiederfand, wo die Luft über dem Bürgersteig immer noch heiß und abgestanden war. Das alles lag ihm klar vor Augen, derselbe Aufbruch wie an tausend anderen Tagen. Erst bei der Rückkehr stimmte etwas nicht, lag irgendetwas schief, war etwas eigenartig verzerrt, wie in einem Spiegelkabinett, in dem man seinen Deformationen nicht entrinnen kann, wie man sich auch dreht und wendet. Es schrie in ihm. »Hast du diese Tür zugemacht oder nicht?« Er biß sich frustriert auf die Lippe, versuchte sich das Gefühl ins Gedächtnis zu rufen, wie er den Knauf in der Hand hielt oder die Tür in seinem Rücken in den Rahmen fiel. Er konnte sich nicht entsinnen, und wie gelähmt blieb er stehen, als ihm bewusst wurde, daß nicht einmal ein simpler, alltäglicher Vorgang wie dieser hier bei ihm haften blieb. Folglich drängte sich ihm eine noch viel beklemmendere Frage auf, auch wenn er sich dessen nicht gleich bewusst war. »Wieso kannst du dich nicht daran erinnern?« Er holte tief Luft und beruhigte sich. »Du mußt sie aufgelassen haben. Aus Versehen.« Dennoch rührte er sich nicht. Er fühlte sich mit einem Mal völlig saft- und kraftlos, beinahe wie jemand, der gerade eine Schlägerei hinter sich hatte, beziehungsweise so, wie er sich vermutlich fühlen würde, denn, so wurde ihm schlagartig bewusst, er hatte sich noch nie mit jemandem geprügelt. Zumindest nicht als Erwachsener. Die gelegentlichen Rangeleien halbwüchsiger Jungen zählten nicht und lagen unendlich weit zurück. Die Dunkelheit schien ihn zu verspotten. Er horchte angestrengt ins Zimmer. »Da ist keiner«, sagte er sich. Doch wie um den Selbstbetrug zu unterstreichen, rief er deutlich, »Hallo?« Bei dem Laut dieses einzigen Wortes wurde ihm noch enger in der Brust. Ricky kam sich plötzlich vollkommen lächerlich vor. Ein Kind, machte er sich klar, hat Angst vor Schatten, ein Erwachsener nicht und schon gar nicht einer, der sich sein ganzes Leben als Erwachsener mit den geheimen, verborgenen Ängsten der menschlichen Seele beschäftigt hat. Er trat vor und versuchte, sich zusammenzureißen. Er war zu Hause, machte er sich klar, in Sicherheit. Dennoch griff er, bevor er über die Schwelle trat, hastig nach dem Lichtschalter links von der Tür, wobei er erst einmal an der Wand danach tasten mußte. Er knipste ihn an. Es passierte nichts. Der Raum blieb schwarz. Ricky holte tief Luft, so daß ihm das Dunkel in die Lungen drang. Er schnippte mehrmals gegen den Schalter, als könne er nicht fassen, daß kein Licht im Zimmer war. Er fluchte laut. »Verdammt doch mal! Was zum Teufel!« trat aber nicht ein. Stattdessen ließ er seinen Augen Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, während er weiter angestrengt auf Geräusche horchte, die ihm verrieten, daß er nicht alleine war. Er versuchte, sich zu beruhigen. Wenn man wie er an diesem Abend eine derart beängstigende Erfahrung hinter sich hatte, dann spielten einem die Nerven natürlich mit. Dennoch wartete er ein paar Sekunden, bis seine Augen in dem unbeleuchteten Raum ein paar Konturen ausmachen konnten und ließ den Blick ein paar Mal durch das Dunkel schweifen. Dann durchquerte er mit wenigen Schritten das Zimmer und tastete nach seinem Schreibtisch und der Lampe in der einen Ecke. Die Hände vor sich ausgestreckt, um sich durch einen Raum zu tasten, in dem es nichts zu tasten gab, fühlte er sich ein wenig wie ein Blinder. Da er die Entfernung leicht überschätzt hatte, stieß er einmal heftig mit dem Knie gegen den Tisch, woraufhin ihm ein Schwall Obszenitäten über die Lippen kam. Mehrere verdammte Scheiße und Leck mich am Arsch, die Ricky so gar nicht ähnlich sahen, denn bis zu den Geschehnissen seit dem gestrigen Tage hatte er so gut wie nie zu Kraftausdrücken gegriffen. Er ging seitwärts am Tisch entlang, er tastete die Lampe und fand den Schalter. Mit einem erleichterten Seufzer knipste er ihn an und rechnete mit Licht. Auch diese Lampe funktionierte nicht. Ricky schwankte und hielt sich an seinem Möbel fest. Er redete sich ein, sie hätten einen Stromausfall, vielleicht von der Hitze und dem Überbedarf an Strom, doch hinter seinem Schreibtisch konnte er durchs Fenster die strahlenden Straßenlampen sehen und auch die Klimaanlage surrte munter vor sich hin. Schließlich sagte er sich, es sei immerhin nicht gänzlich auszuschließen, dass zwei Glühbirnen gleichzeitig den Geist aufgaben. Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Eine Hand an der Schreibtischkante drehte er sich in Richtung der dritten Lampe um, die er in seinem Sprechzimmer hatte. Es war eine Stehlampe, ein schwarzes, schmiedeeisernes Gebilde, das seine Frau vor Jahren für ihr Ferienhaus in Wellfleet angeschafft, die er aber für die Ecke seiner Praxis hinter seinem Sessel am Kopfende der Couch vereinnahmt hatte. Er benutzte sie als Leselampe und an verhangenen regnerischen Novembertagen dazu, die trüben Lichtverhältnisse auszugleichen, so daß sich seine Patienten nicht gar so sehr vom Wetter beeinträchtigt fühlten. Die Lampe war von der Stelle, an der er sich jetzt befand, etwa drei Meter entfernt. Doch ihm kam es viel weiter vor. Er hatte sein Sprechzimmer genau vor Augen und wußte, daß ihn nur wenige Schritte von seinem Sessel trennten und daß nichts im Wege stand und daß er, war er erst einmal da, die Lampe mühelos finden würde. Er wünschte sich in dem Moment, daß mehr Helligkeit durch die Fenster käme, doch das bescheidene Licht, das es gab, schien an den Scheiben Halt zu machen und es nicht bis ins Zimmer zu schaffen. »Vier Schritte hinüber«, sagte er sich, »und stoß nicht mit dem Knie am Sessel an.« Er ging vorsichtig los und tastete mit ausgestreckten Händen nach der Leere. Er beugte sich leicht in der Taille vor, um nach dem vertrauten alten Ledersessel zu greifen. Es schien länger für das kurze Stück zu brauchen als angenommen, doch der Sessel stand da, wo er immer stand. Er fand Arm- und Rückenlehne und als er sich auf den Sitz plumpsen ließ, hörte er zu seiner Begrüßung das angenehme Quietschen des Leders. Seine Hände ertasteten den kleinen Tisch, auf dem er seinen Terminkalender sowie seine Uhr bereit hielt und griffen dahinter nach der Lampe. Der Knopf befand sich direkt unter der Birne und mit ein bisschen Fummelei hatte er ihn endlich gefunden. Er drehte ihn augenblicklich und es machte Klick. Es blieb unverändert dunkel. Wohl ein Dutzend Mal drehte er den Knopf und das Klicken erfüllte den Raum. Nichts. Ricky saß wie versteinert da und versuchte, sich irgendeinen harmlosen Reim darauf zu machen, daß in seinem Sprechzimmer kein Licht funktionierte. Ihm fiel nichts ein. Während er tief Luft holte, horchte er in die Nacht und versuchte, die Geräuschkulisse der Stadt zu durchdringen. Seine Nerven waren aufs Äußerste gespannt, sein Höhe sind geschärft und seine sämtlichen Sinne einzig darauf gerichtet festzustellen, ob er wirklich alleine war. Am liebsten wäre er zur Tür und anschließend in den Flur gerannt, um jemanden zu finden, der mit ihm zusammen in die Wohnung zurückging. Doch dann erkannte er den Wunsch als Ausdruck reiner Panik und unterdrückte ihn. Stattdessen versuchte er, sich zur Ruhe zu zwingen. Er hörte zwar nichts, doch das bewies noch lange nicht, daß wirklich niemand in der Wohnung war. Er überlegte, wo sich wohl jemand verstecken konnte, in welchem Schrank, in welcher Ecke, unter welchem Tisch. Dann versuchte er, sich auf diese Stellen zu konzentrieren, als könnte er von seiner Position hinter der Analyse-Couch aus diese Schluckwinkel überblicken. Doch auch dieser Versuch war erfolglos oder zumindest nicht zufriedenstellend. Er überlegte fieberhaft, wo er vielleicht eine Taschenlampe oder einen Kerzenleuchter hatte, und kam zu dem Schluss, daß so etwas, falls vorhanden, nur in einem der Küchenregale sein konnte, vermutlich direkt neben den Ersatzglühbirnen. Er blieb noch eine Minute sitzen, dann machte er sich klar, daß die Suche nach irgendeiner Lichtquelle die einzig angemessene Reaktion auf seine Lage war und verließ unwillig den Sessel. Behutsam trat er, auch diesmal mit ausgestreckten Händen, in die Mitte des Zimmers und mimte einen Blinden. Er hatte den Raum eben halb durchquert, als das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte. Der Laut fuhr ihm in sämtliche Glieder. Er wirbelte so heftig herum, daß er stolperte. Er stieß mit der Hand in einen Köcher mit Stiften, die er über Tisch und Boden verstreute. Kurz vor dem sechsten Klingelzeichen, bei dem sich der Anrufbeantworter einschaltete, packte er das Telefon. »Hallo? Hallo?« Es meldete sich niemand. »Hallo, ist da jemand?« Die Leitung war auf einmal tot. Ricky hielt den Hörer in der Hand und fluchte in die Dunkelheit. Zuerst leise, dann laut. »Gottverdammte Scheiße! Verdammt, verdammt, verdammt!« Er legte auf und stützte sich mit beiden Händen auf die Schreibtischplatte, als wäre er erschöpft und müßte erst wieder zu Atem kommen. Er fluchte noch einmal, wenn auch diesmal etwas leiser. Wieder klingelte das Telefon. Er zuckte erstaunt zurück, griff nach dem Hörer, schlug damit auf die Tischplatte auf und riß ihn sich ans Ohr. »Das ist nicht komisch!« sagte er. »Dr. Ricky«, gurte Virgil mit tiefer Stimme, aber in kokettem Ton. »Es behauptet ja auch keiner, dass das ein Witz sein soll. Im Grunde ist Mr. R. sogar ziemlich humorlos, habe ich mir zumindest sagen lassen.« Ricky verkniff sich das wütende Wort, das ihm auf der Zunge lag. Stattdessen ließ er sein Schweigen für sich sprechen. Nach ein paar Sekunden lachte Virgil. Es klang schrecklich in der Leitung. »Sie tappen immer noch im Dunkeln, Ricky, stimmt's?« »Ja«, sagte er. »Sie sind hier gewesen, nicht wahr? Sie oder jemand wie Sie ist hier eingebrochen, während ich draußen war, und »Ricky«, gurte Virgil plötzlich, beinahe in verführerischem Ton. »Sie sind der Psychoanalytiker. Wenn Sie bei einer Sache nicht den blassesten Schimmer haben, besonders wenn es um etwas ganz Einfaches geht, was machen Sie dann?« Er antwortete nicht. Sie lachte wieder. »Kommen Sie, Ricky!« »Und Sie halten sich für einen Meister der Symbolik und maßen sich an, alle möglichen Rätsel zu deuten? Wie können Sie Licht in etwas bringen, das völlig im Dunkeln liegt?« »Na ja, das ist Ihr Beruf, oder?« Sie gab ihm keine Gelegenheit, zu antworten. »Folgen Sie der einfachsten Spur, und Sie haben die Antwort.« »Was?« fragte er. »Ricky, ich sehe schon. Sie werden in den kommenden Tagen mächtig auf meine Hilfe angewiesen sein, wenn Sie ehrlich versuchen, Ihre Haut zu retten. Oder ziehen Sie es vor, einfach im Dunkeln sitzen zu bleiben, bis der Tag kommt, an dem Sie sich das Leben nehmen müssen?« Er war verwirrt. »Ich komme nicht ganz mit,« sagte er. »Keine Bange, Sie haben es gleich,« sagte sie in bestimmtem Ton. Dann legte sie auf und ließ ihn den Hörer in der Hand stehen. Er brauchte ein paar Sekunden, bis er ihn wieder auf dem Sockel hatte. Die Nacht im Zimmer schien ihn zu verschlucken, die Ausweglosigkeit stürzte über ihm zusammen. Vom Dunkel und von dem Bewusstsein frustriert, daß jemand so mir nichts, dir nichts in seine Privatsphäre eingedrungen war, hätte er am liebsten laut hinausgebrüllt, daß er keine Ahnung hatte, was sie meinte. Vor Wut knirschte Ricky mit den Zähnen und stöhnte, während er die Tischkante packte. Am liebsten hätte er sich irgendetwas geschnappt und zerbrochen. »Eine einfache Spur!« sagte er so laut, daß er beinahe schrie. »Es gibt keine einfachen Spuren im Leben!« Der Klang seiner eigenen Stimme, die im schwarzen Raum verhalte, ließ ihn augenblicklich verstummen. Er kochte vor Wut. »Einfach! Einfach!« flüsterte er. Und da kam ihm eine Idee. Er war selbst erstaunt, daß sie seinen wachsenden Ärger durchdrang. »Das kann doch wohl nicht sein,« sagte er und griff mit der linken nach seiner Schreibtischlampe. Er tastete nach dem Fuß und fand das Elektrokabel an der Seite. Er nahm es zwischen die Finger und verfolgte es bis zu der Stelle, wo es normalerweise in den Stecker einer Verlängerungsschnur mündete, die an der Wand entlang zur Steckdose führte. Er ließ sich auf die Knie nieder und fand den Stecker in wenigen Sekunden. Er war aus dem Verlängerungskabel gezogen. Noch ein paar Sekunden, bis er das Ende des Kabels hatte. Er verband es mit dem Stecker und das Zimmer erstrahlte im Licht. Er stand wieder auf, drehte sich zu der Lampe hinter der Couch um und bemerkte sofort, daß auch hier der Stecker herausgezogen war. Er sah zur Deckenlampe hoch und vermutete, daß hinter dem Glasschirm lediglich die Birne ein Stück herausgeschraubt war. Auf seinem Schreibtisch klingelte zum dritten Mal das Telefon. Er nahm ab und fragte Barsch, »Wie sind Sie hier reingekommen?« »Meinen Sie, Mr. R. kann sich keinen Fegenschlosser leisten?« fragte Virgil geziert zurück. »Oder einen Einbrecher-Profi? Jemanden, der sich mit den altertümlichen Schnappschlössern auskennt, die Sie an der Wohnungstür haben, Ricky? Noch nie daran gedacht, das mal modernisieren zu lassen? Elektrische Schließmechanismen mit Laser- und Infrarotbewegungsmelder oder Handabdrucktechnik oder gleich eins von diesen Netzhaut-Erkennungssystemen, die Sie in den Regierungseinrichtungen haben. Wissen Sie, diese Dinger kann auch der Privatmann kaufen, wenn auch nur über zwielichtige Kanäle. Haben Sie sich noch nie bemüßigt gefühlt, Ihre Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen auf Vordermann zu bringen?« »Ich habe solchen Schwachsinn nie nötig gehabt,« schnaubte Ricky. »Ist er nie bei Ihnen eingebrochen worden? In all den Jahren in Manhattan?« »Nein.« »Nun ja,« sagte Virgil blasiert. »Vermutlich ist nie jemand auf die Idee gekommen, dass es bei Ihnen was zu holen gibt. Aber das hat sich jetzt geändert, nicht wahr, Doktorchen? Mein Auftraggeber findet es überaus lohnend und er scheint dafür kein Risiko zu scheuen.« Ricky antwortete nicht. Er riß den Kopf hoch und starrte aus dem Sprechzimmerfenster. »Sie können mich sehen,« sagte er aufgebracht. »Sie schauen in diesem Moment zu mir rüber, stimmt's? Woher sollten Sie sonst wissen, dass ich die Lichter wieder angekriegt habe?« Virgil brach in Gelächter aus. »Das wurde aber auch langsam Zeit, Ricky. Sie machen gewisse Fortschritte, wenn Sie endlich in der Lage sind, das Offensichtliche festzustellen.« »Wo sind Sie?« fragte Ricky. Virgil schwieg, bevor sie antwortete. »Ganz in der Nähe. Ich blicke Ihnen sozusagen über die Schulter, Ricky. Ich stehe im Schatten, den Sie werfen. Was hätte man auch schon von einer Führerin, die nicht da ist, wenn man sie braucht?« Ihm fiel keine Antwort ein. »Wie dem auch sei,« sagte Virgil und verfiel wieder in diesen beschwingten Ton, den Ricky allmählich irritierend fand. »Meinetwegen gebe ich Ihnen einen kleinen Fingerzeig, Doktor. Mr. R. ist ein Sportsfreund. Bei all der Planung, die er in diesen kleinen Rachefeldzug gesteckt hat, können Sie sich eigentlich denken, daß er nicht übel Lust verspürt, dieses Spiel nach Regeln zu spielen, die Sie nicht begreifen. Was haben Sie heute Abend gelernt, Ricky?« »Ich habe gelernt, daß Sie und Ihr Auftraggeber kranke, widerwärtige Menschen sind,« platzte Ricky heraus, »und ich will nichts mit Ihnen zu schaffen haben.« Virgils Lachen in der Leitung klang kalt und verächtlich. »Ist das alles? Mehr haben Sie nicht gelernt? Und wie sind Sie zu diesem Schluss gekommen? Das heißt nicht, daß ich es leugne, aber es würde mich interessieren, welche psychoanalytische oder medizinische Theorie Ihre Diagnose zugrunde liegt, Herr Doktor, wo Sie uns, wenn mich mein unmaßgeblicher Laienverstand nicht trügt, überhaupt nicht kennen. Also, wir beide hatten erst eine Sitzung, und Sie haben immer noch keinen blassen Schimmer, wer Rumpelstielzchen ist, nicht wahr? Und trotzdem ziehen Sie jede Menge voreilige Schlüsse. Also, Ricky, ich muß schon sagen, das kann gefährlich für Sie werden in der heiklen Lage, in der Sie sind. Ich denke, Sie sollten sich für alles offen halten.« »Zimmerman«, fing nun er in einem Ton an, in dem sich auf eigenwillige Weise Wut und Kälte mischte. »Was war mit Zimmerman?« »Sie waren da. Haben Sie ihn von der Plattform gestoßen? Oder haben Sie ihn nur ein bisschen geschubst oder angerempelt, so daß er das Gleichgewicht verlor? Glauben Sie im Ernst, Sie können ungestraft einen Mord begehen?« Virgil schwieg einen Moment, bevor sie gerade herausantwortete. »Ja, Ricky, das glaube ich allerdings. Ich glaube, daß man heutzutage mit allen möglichen Verbrechen davonkommt, bis hin zu Mord. Passiert alle Tage. Im Falle Ihres unglückseligen Patienten allerdings, oder sollte ich Ex-Patient sagen, spricht die Beweislage vielmehr dafür, daß er gesprungen ist. Können Sie mit absoluter Sicherheit sagen, daß er nicht gesprungen ist? Ist kein Geheimnis, daß er tief verstört war. Wieso glauben Sie, daß er sich nicht selber das Leben genommen hat, indem er auf eine fantastisch kostengünstige und wirkungsvolle Methode zurückgegriffen hat, die in New York ja nicht gar so ungewöhnlich ist. Eine Methode, die Sie demnächst vielleicht gezwungenermaßen auch in Erwägung ziehen. Gar kein so schlechter Abgang bei genauerer Betrachtung. Ein Moment der Angst und des Zweifels, eine Entscheidung, ein einziger mutiger Schritt von der Plattform, ein kreischendes Geräusch, ein Blitzstrahl und seliges Vergessen. Zimmerman hätte sich nicht umgebracht. Er wies keines der klassischen Symptome auf. Sie oder jemand von Ihrem Schlag hat ihn vor diesen Zug geschubst. Ich bewundere Ihre Gewissheit, Ricky. Wer sich seiner Sache immer so sicher ist, kann sich nur glücklich schätzen. Ich gehe noch mal zur Polizei. Steht Ihnen natürlich frei, einen zweiten Versuch zu starten, falls Sie meinen, das bringt etwas? Fanden Sie sie besonders hilfreich? Haben die besonderes Interesse daran gezeigt, sich Ihre psychoanalytische Erklärung zu einem Vorfall anzuhören, bei dem Sie gar kein Zeuge waren? Die Frage brachte Ricky zum Verstummen. Er wartete eine Weile, bevor er sagte, meinetwegen. Wie soll's demnach weitergehen? Da wartet ein Geschenk auf Sie, drüben auf der Couch. Sehen Sie es? Ricky fuhr hoch und er entdeckte an der Stelle, wo seine Patienten gewöhnlich den Kopf hinlegten, einen mittelgroßen braunen Umschlag. Ich sehe es, antwortete er. Gut, sagte Virgil. Ich warte, bis Sie es aufgemacht haben. Bevor er den Hörer vor sich auf den Schreibtisch legen konnte, hörte er, wie sie eine Melodie summte, die ihm vage bekannt vorkam, auch wenn er nicht gleich wußte, woher. Hätte Ricky regelmäßiger ferngesehen, wäre ihm nicht entgangen, daß Virgil die bekannte Melodie aus der Quizshow Jeopardy anstimmte. Stattdessen stand er auf, ging zur Couch und nahm den Umschlag zur Hand, der sich dünn anfühlte. Er riß ihn ungeduldig auf, um das einzige Blatt Papier herauszuziehen, das er enthielt. Es war ein abgerissenes Kalenderblatt. Ein großes, rotes X prangte auf dem Datum des zu Ende gehenden Tages, dem 1. August. Danach folgten dreizehn unmarkierte Daten. Der 15. war rot eingekreist, die übrigen Tage des Monats geschwärzt. Ricky bekam einen trockenen Mund. Er spähte in den Umschlag, doch der war leer. Er kehrte langsam zum Schreibtisch zurück und nahm den Hörer hoch. »Na schön«, sagte er, »das ist nicht schwer zu verstehen.« Virgil antwortete in ungerührtem, fast freundlichem Ton. »Eine Erinnerung, Ricky. Weiter nichts. Eine Starthilfe, wenn Sie so wollen, Ricky. Ricky, mal im Ernst. Was haben Sie gelernt?« Die Frage loderte in ihm, und er war kurz vor einem Wutausbruch. Doch er schluckte seinen Zorn herunter und antwortete beherrscht, »Ich habe gelernt, dass es offenbar keine Grenzen gibt.« »Gut, Ricky, gut. Das ist ein Fortschritt. Was noch?« »Ich habe gelernt, das, was hier im Gange ist, nicht zu unterschätzen.« »Ausgezeichnet, Ricky. Noch was?« »Nein. Das wär's im Moment.« Virgil zischte wie die Parodie einer Grundschullehrerin ein missbilligendes »Tch, tch, tch.« »Stimmt nicht, Ricky. Sie haben außerdem gelernt, dass alles in diesem Spiel einschließlich des wahrscheinlichen Ausgangs auf einem Feld ausgetragen wird, es in einmaliger Weise auf Sie abgestimmt ist. Ich glaube, daß mein Auftraggeber überaus großzügig gewesen ist, wenn man bedenkt, welche Alternativen es für ihn gegeben hätte. Sie haben eine zugegebenermaßen geringe Chance bekommen, ein anderes wie auch Ihr eigenes Leben zu retten, indem Sie eine einfache Frage beantworten. Wer ist er?« Und da er nicht unfair sein will, hat er Ihnen eine alternative Lösung offengelassen. Natürlich weniger attraktiv für Sie, aber eine, die Ihrem traurigen Dasein in Ihren letzten Tagen eine gewisse Größe verleiht. So eine Chance bekommt wahrhaftig nicht jeder, Ricky, daß die Leute an ihr Grab treten und wissen, daß ihr Opfer jemand anderen vor einem Unbekannten, deshalb aber nicht minder entsetzlichen Schicksal bewahrt hat. Also ehrlich, das grenzt schon an Heiligsprechung, Ricky, und zwar ohne die drei großartigen Wunder, die die katholische Kirche gewöhnlich verlangt, auch wenn ich nebenbei bemerkt schätze, daß sie es bei würdigen Kandidaten schon mal mit einem oder zwei gut sein lassen. Was das wohl soll, wo doch drei nun mal das Kriterium sind, um in den Club aufgenommen zu werden. Naja, faszinierende Frage jedenfalls, über die wir bei anderer Gelegenheit ausgiebig diskutieren können. Im Moment, Ricky, sollten Sie sich wieder mit den Tipps beschäftigen, die ich Ihnen gegeben habe und sich an die Arbeit machen. Die Zeit läuft Ihnen davon. Haben Sie je eine Analyse unter Termindruck durchgeführt, Ricky? Denn genau darum geht es hier. Sie hören von mir. Sie wissen ja, Virgil ist nie weit. Sie holte Tiefluft und fügte hinzu, »Alles verstanden, Ricky.« Er schwieg, und sie sagte noch einmal in strengerem Ton, »Alles verstanden, Ricky.« »Ja«, sagte er. Aber natürlich wußte er, als er das Telefon auflegte, dass das gelogen war. Zimmermans Geist schien ihn auszulachen. Nach einer höchst unruhigen Nacht war es endlich Morgen. Er hatte nicht viel geschlafen und dann auch nur mit lebhaften, bizarren Träumen, in denen seine tote Frau neben ihm in einem knallroten, zweisitzigen Sportwagen saß, den er zwar nicht wiedererkannte, der aber, wie er im Traum sehr wohl wußte, ihm gehörte. Sie parkten direkt am Meer an einem vertrauten Strand, im tiefen Sand, nicht weit von ihrem Ferienhaus auf Cape Cod. Im Traum war es Ricky so vorgekommen, als ob das graugrüne Atlantikwasser, die typische Farbe kurz vor einem Gewitter, immer näher kam, so daß ihr Auto jeden Moment von einer Flutwelle erfasst zu werden drohte und er wollte mit aller Macht die Wagentür öffnen. Doch als er versuchte, den Griff zu bewegen, sah er einen blutverschmierten, grinsenden Zimmerman vor dem Fenster stehen, der die Tür zuhielt, so daß er in der Falle saß. Das Auto rührte sich nicht vom Fleck, und irgendwie wußte er, daß sich die Räder ohnehin in den Sand gegraben hatten. Im Traum hat er seine tote Frau ganz ruhig gewirkt und ihn zu sich gewunken, fast willkommen geheißen, und es war wirklich kein Kunststück gewesen, dies alles zu deuten, während er nackt unter der Dusche stand und sich in einer etwas unangenehmen, seiner trostlosen Stimmung entsprechenden Kaskade lauwarmes Wasser über den Kopf laufen ließ. Ricky zog sich eine verblichene, schmuddelige, am Saum zerfranzte Kaki-Hose an, die den perfekten Used-Look abgab für den Teenager im Laden draufgezahlt hätten, der in seinem Fall allerdings auf jahrelange Abnutzung in den Sommerferien beruhte, der einzigen Zeit, in der er sie trug. An den Füßen hatte er ein nicht weniger verschlissenes Paar Schnürschuhe und am Oberkörper ein altes blaues Anzughemd, das er nur noch am Wochenende anziehen konnte. Er fuhr sich mit einem Kamm durchs Haar, er betrachtete sein Spiegelbild und hatte einen gut situierten Mann vor Augen, der zum Urlaubsbeginn in saloppe Kleidung schlüpft. Jahrelang, überlegte er, war er am ersten Augusttag aufgewacht und hatte sich mit Vergnügen in seine alten, bequemen Klamotten gestürzt. Symbolischer Auftakt zu einem langen Sommermonat, in dem er dem ausgefeilten Regelwerk des Psychoanalytikers von der Upper East Zeit den Rücken kehren und in eine andere Haut schlüpfen konnte. Urlaub war für Ricky die Zeit, in der er sich im Garten in Wellfleet die Hände schmutzig machen konnte, bei ausgedehnten Wanderungen am Strand ein bisschen Sand zwischen die Zähnen bekam, populäre Krimis oder Liebesromane lesen und gelegentlich dieses grässliche Gemisch aus Preiselbeersaft und Wodka trinken konnte, das sie Cape Codder nannten. Dieser Urlaub versprach nicht diesen gewohnten Ablauf, auch wenn er sich aus Wunschdenken vielleicht in einem Anfall von Trotz für den Urlaubsanfang angezogen hatte. Er schüttelte den Kopf und schleppte sich in die kleine Küche. Zum Frühstück machte er sich eine einsame Scheibe trockenen Weizentoast und schwarzen Kaffee, der bitter schmeckte, egal wie viele Löffel Zucker er hineingab. Er kaute den Toast mit einer Indifferenz, die ihn selbst überraschte. Er hatte nicht den geringsten Appetit. Den rasch auskühlenden Kaffee trug er in sein Sprechzimmer, wo er Rumpelstilzjens Brief vor sich auf den Schreibtisch legte. Gelegentlich schielte er aus dem Fenster, als hoffte er, einen Blick auf die nackte Virgil zu erhaschen, die irgendwo auf dem Bürgersteig lauerte oder im Fenster einer Wohnung auf der anderen Seite der schmalen Straße. Er wußte, dass sie in der Nähe war. Zumindest glaubte er es, nach dem, was sie gesagt hatte, zu wissen. Ricky schauderte einmal unwillkürlich. Er starrte auf die Worte, die ihm erste Hinweise liefern sollten. Einen Augenblick lang überkam ihn Schwindelgefühle und Hitzewallungen. »Was soll das?« stellte er sich selbst laut zur Rede. Im selben Moment schien Roger Zimmerman den Raum zu betreten, im Tod so fordernd und irritierend wie im Leben. Wie immer verlangte er Antworten auf die falschen Fragen. Erneut wählte Ricky die Wohnungsnummer des Toten, in der Hoffnung, diesmal jemanden zu erreichen. Ricky wußte, dass er die Pflicht hatte, mit jemandem über Zimmermans Tod zu sprechen, auch wenn er nicht wußte, mit wem genau. Die Mutter war seltsamerweise nach wie vor unauffindbar, und Ricky wünschte sich, er wäre so gescheit gewesen, Detective Riggins nach dem Verbleib der Frau zu fragen. Bei einem Nachbarn vielleicht oder im Krankenhaus. Zimmerman hatte einen jüngeren Bruder, der in Kalifornien lebte und mit dem er lose in Verbindung stand. Der Bruder arbeitete in der Filmbranche in Los Angeles und hatte mit der Pflege der kränkelnden Mutter ausdrücklich nichts zu tun haben wollen, worüber sich Zimmerman immer wieder wortreich ausgelassen hatte. Zimmerman war ein Mann gewesen, der in den Widernissen seines Lebens geradezu schwelgte und es vorzog, zu jammern und zu klagen, statt etwas zu ändern. Aus genau diesem Grund war er nach Rickys Meinung ein denkbar schlechter Selbstmordkandidat. Was in den Augen der Polizei und Zimmermans Kollegen wie Verzweiflung aussah, war, so hatte Ricky erkannt, Zimmermans wahre und einzige Passion. Er lebte für seinen Hass. Ricky mußte ihm als Psychoanalytiker nun dabei helfen, die nötigen Änderungen selbst herbeizuführen. Er hatte damit gerechnet, daß irgendwann der Zeitpunkt kommen würde, da Zimmermann begriff, wie krank es eigentlich war, sich immer wieder ohnmächtig von den Wogen seiner Wut mitreißen zu lassen. Der Moment, in dem ein Wandel möglich wurde, wäre in der Tat gefährlich gewesen, denn die Erkenntnis, daß er zu dem Leben, das er führte, nicht schicksalhaft gezwungen war, hätte Zimmermann in eine signifikante Depression stürzen können. Wenn ihm dämmerte, wie viele Tage seiner kostbaren Zeit er vergeudet hatte, konnte ihn diese Einsicht verständlicherweise in eine echte und vielleicht sogar tödliche Verzweiflung stürzen. Bis zu dem Zeitpunkt aber waren es noch Monate, vielleicht sogar Jahre gewesen. Vorerst war Zimmermann immer noch zu seinen täglichen Sitzungen erschienen, hatte die Analyse immer noch als eine Gelegenheit verstanden, fünfzig Minuten lang seinen Frust zu ventilieren, wie die Dampfpfeife an der Lok, die nur darauf wartet, daß der Lokführer an der Leine zieht, die wenigen bislang gewonnenen Einblicke hatte er im Wesentlichen dazu benutzt, seine Wut in neue Bahnen zu lenken. Es machte ihm Spaß, sich zu beklagen. Er war nicht in seiner Verzweiflung eingekapselt. Ricky schüttelte den Kopf. In fünfundzwanzig Jahren hatte er drei Patienten gehabt, die sich das Leben nahmen. Zwei von ihnen hatten bereits, als sie zu ihm überwiesen wurden, die klassischen Symptome an den Tag gelegt und waren erst kurz in Behandlung gewesen, bevor sie Selbstmord begingen. Er hatte sich bei diesen Gelegenheiten zwar hilflos gefühlt, aber nichts vorzuwerfen gehabt. An den dritten Todesfall dachte er allerdings nur sehr ungern zurück, da es sich dabei um einen langjährigen Patienten handelte, dessen Abwärtsspirale Ricky nicht hatte aufhalten können. Nicht einmal mit Stimmungsauffällern, die er nur ungern verschrieb. Seit Jahren hatte er nicht mehr an diesen Patienten gedacht und nur widerwillig hatte er ihn gegenüber Detective Riggins erwähnt, auch wenn er vor der unhöflichen und nur mäßig neugierigen Ermittlerin wenigstens keine Einzelheiten ausgebreitet hatte. Mit einem kurzen Schauder, als ob es plötzlich kalt im Raum geworden wäre, dachte Ricky, das wäre der klassische Selbstmordkandidat, Zimmerman nicht. Doch der Gedanke, dass Zimmerman vor den Zug gestoßen worden war, um Ricky eine Botschaft zu schicken, war noch entsetzlicher. Er traf ihn ins Mark. Es war einer dieser Gedanken, die wie der Funke in einer Benzinlache zünden. Abgesehen davon war es ein unmöglicher Gedanke. Er stellte sich vor, wie er in Detective Riggins grell erleuchtetes und ein wenig schmuddeliges Büro hineinspazierte und behauptete, ein paar Fremde hätten absichtlich einen Menschen ermordet, den sie nicht kannten und der sie nicht im Mindesten interessierte, nur um Ricky zu einer Art Todesspiel zu zwingen. Er kam zu dem Schluss, es ist wahr, aber nicht glaubhaft, schon gar nicht für eine schlecht bezahlte überarbeitete Kommissarin bei der Transit Authority und im selben Moment wurde ihm klar, daß sie das wußten. Der Mann, der sich Rumpelstilzchen nannte und die Frau namens Verge begriffen, daß es keinerlei stichhaltige Beweise gab, die sie mit diesem willkürlichen Verbrechen in Verbindung brachten, außer Riggis jammervollen Protesten. Selbst wenn Detective Riggins Riggi nicht unter spätischem Gelächter aus ihrem Büro warf, und genau das würde sie vermutlich tun, was könnte sie wohl dazu bringen, einem Arzt eine aberwitzige Geschichte abzukaufen? Einem Mann, der ihrer korrekten Einschätzung nach irgendeine weit hergeholte Revolvergeschichte dem offensichtlichen Selbstmord vorziehen würde, der ihnen in ein so unvorteilhaftes Licht rücken mußte. Er konnte sich die Frage selbst beantworten. Nichts. Zimmermanns Tod diente dem Zweck, Riggi umzubringen, und niemand außer Riggi selbst würde es wissen. Bei dem Gedanken wurde ihm schwindelig. Während er mit einem Ruck Kerzen gerade saß, erkannte Riggi, daß er an einem kritischen Punkt angekommen war. In den Stunden, seit ihm der Brief ins Wartezimmer geflattert war, hatte er sich ohne jeden Durchblick in eine Abfolge von Aktionen verwickeln lassen. Die Psychoanalyse erfordert Geduld, und er hatte keine gehabt. Sie erfordert Zeit, und er hatte keine gehabt. Sein Blick fiel auf den Kalender, den Virgil ihm dagelassen hatte. Die verbleibenden vierzehn Tage schienen eine viel zu kurze Zeit. Eine Sekunde lang dachte er an einen Häftling im Todestrakt, der erfährt, daß der Governor sein Todesurteil unterschrieben hat, mit Datum, Uhrzeit und Hinrichtungsort. Das war ein niederschmetternder Vergleich, und er gab ihn rasch wieder auf, indem er sich sagte, daß selbst Gefängnis Insassen mit aller Entschiedenheit um ihr Leben kämpften. Ricky schnappte nach Luft. Daß wir die uns zugewiesene Spanne nicht kennen, dachte Ricky, ist wohl, wie unglücklich wir auch sind, der größte Luxus des Lebens. Der Kalender auf dem Tisch schien ihn zu verhöhnen. Das ist kein Spiel, sagte er ins Leere, ist es von Anfang an nicht gewesen. Er griff nach Rumpelstilzchens Brief und sah sich den kleinen Reim genauer ein Hinweis von einem Psychopathen. Sieh dir das genauer an. Mit Vater, Mutter, kleinem Kind, die Stunden einstmals glücklich sind. Dann aber segelt der Vater fort. Vorbei ist's mit dem trauten Hort. Mit Vater, Mutter, kleinem Kind. Also zunächst mal ist es interessant, sagte er sich, daß der Briefschreiber von einem Kind spricht und somit das Geschlecht offen lässt. Dann aber segelt der Vater fort. Der Vater ging weg. Segeln konnte entweder wörtlich oder symbolisch zu verstehen sein, aber in beiden Fällen hat der Vater die Familie verlassen. Weshalb auch immer er die Familie im Stich gelassen hatte, Rumpelstilzchen mußte seine Verbitterung jahrelang mit sich herumgetragen haben. Die verlassene Mutter hatte wohl zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Er selbst mußte bei der Entstehung einer eine Rolle gespielt haben. Aber was für eine Rolle? Das mußte er herausbekommen. Rumpelstilzchen, so glaubte er in diesem Moment, war das Kind eines Patienten. Die Frage war nur, welches Patienten? Offensichtlich eines unglücklichen, erfolglosen Patienten. Jemand, der seine Behandlung vorzeitig abgebrochen hatte vielleicht. Doch welche Seite vertrat der Patient? Die der Kinder und der in ihrer Verbitterung zurückgelassenen Mutter oder die des Vaters, der die Familie im Stich gelassen hat? Hat er seine Behandlung bei der vereinsamten Mutter oder des Mannes, der das Weitersucht versagt? Er fand, dass dies ein bisschen an den japanischen Film Rashomon erinnerte, in dem ein und dasselbe Geschehen aus diametral entgegengesetzten Blickwinkeln beleuchtet wird, mit vollkommen verschiedenen Interpretationen. Er hatte eine Rolle dabei gespielt, dass ein Konflikt konnte er nicht sagen. Wie dem auch sei, ging Ricky davon aus, dass es sich zwangsläufig auf eine Zeit vor ungefähr zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren eingrenzen ließ, da Rumpel Stielzchen erst einmal zu einem Erwachsenen heranreifen mußte, der über die zur Durchführung dieses ausgetüftelten Spiels notwendigen Mittel verfügte. Wie viel Zeit kostet es, bis aus einem Menschen ein Mörder wird? Zehn Jahre? Zwanzig? Einen einzigen Augenblick? Er wußte es nicht, vermutete aber, daß er es in Erfahrung bringen konnte. Dies gab ihm zum ersten Mal, seit er in seinem Wartezimmer den Brief geöffnet hatte, ein zufriedenes Gefühl. Er kam in eine Stimmung, die vielleicht nicht unbedingt als Selbstvertrauen zu bezeichnen war, immerhin aber als Vertrauen in seine Fähigkeiten. Dabei übersah er, daß er in der realen, schäbigen Welt von Detective Riggans ziellos umhergetrieben und Fehl am Platze gewesen war, wohingegen er sich nun, da er wieder auf vertrautem Terrain agierte, wo Emotionen und Handlungsweisen psychologisch gedeutet wurden, aufgehoben fühlte. Zimmerman, ein unglücklicher Mensch, der viel Hilfe brauchte, sie aber zu spät erfuhr, verblasste in seiner Vorstellung und Ricky kam nicht auf einen naheliegenden Gedanken, der ihn schwer getroffen hätte, daß er sich nämlich auf ein Spielfeld begeben hatte, das speziell für ihn entworfen worden war, genau wie Rumpelstielzchen vorhergesagt hatte. Ein Psychoanalytiker ist nicht wie der Chirurg, der nur auf den Herzmonitor zu sehen braucht, an den er seinen Patienten angeschlossen hat, um anhand der Echoimpulse auf dem Bildschirm Erfolg oder Misserfolg abzulesen. Seine Beurteilungen sind bei weitem subjektiver. Geheilt ist ein Begriff, hinter dem sich ein gehöriges Maß an Absolutheitsanspruch verbirgt, weshalb man ihn bei allem, was die Sparte mit anderen Richtungen der Medizin verbindet, in der Analyse vergeblich suchen wird. Ricky machte sich erneut an die Aufstellung einer Liste. Er nahm sich eine Spanne von zehn Jahren vor, angefangen mit seiner Zeit als Assistenzarzt 1975 bis 1985. Er schrieb sämtliche Namen von Patienten auf, die in diesem Zeitraum bei ihm in Behandlung gewesen waren. Dabei stellte er fest, daß ihm die der langjährigen Patienten, derjenigen, die sich einer traditionellen Analyse unterzogen hatten, sofort einfielen. Sie sprangen ihm geradezu ins Gesicht, und es freute ihn, daß er sich auch noch an Gesichter, Stimmen und eine Menge Einzelheiten über ihre Lebenssituation erinnern konnte. In einigen Fällen fielen ihm sogar die Namen von Verlobten, Eltern, Kindern ein, dann, wo sie arbeiteten, wo sie aufgewachsen waren, von seinen Schweigen. Das alles war sehr hilfreich, fand er, doch er bezweifelte, daß irgendjemand, der sich einer Langzeitbehandlung unterzogen hatte, für das Individuum verantwortlich war, das ihn jetzt bedrohte. Rumpelstilzchen mußte das Kind von jemandem sein, der in eher lockerer Verbindung zu ihm gestanden hatte, jemand, der die Behandlung abrupt abgebrochen hatte, jemand, der nach wenigen Sitzungen nicht mehr gekommen war. Sich an diese Patienten zu erinnern, war ein weitaus Schwierigeres unterfangen. Er saß, einen Schreibblock vor sich, an seinem Tisch, ging in freier Assoziation Monat für Monat seiner Vergangenheit durch und versuchte, Bilder von Menschen heraufzubeschwören, denen er vor einem Vierteljahrhundert begegnet war. Er kam sich wie ein psychoanalytischer Gewichtheber vor. Nur mühsam stellten sich Namen, Gesichter und Probleme ein. Er wünschte sich, er hätte systematischere Akten geführt, doch das Wenige, das er hatte finden können, die spärlichen Notizen und Unterlagen, die er aus jenen Tagen noch besaß, bezogen sich auf Leute, die bei der Behandlung geblieben waren, die jahrelang auf seiner Couch geplumpst waren und geredet hatten und sich in sein Gedächtnis eingegraben hatten. Er mußte die Person finden, die eine tiefe Narbe hinterlassen hatte. Ricky stellte sich dem Dilemma in der einzigen Art und Weise, die er kannte. Er hielt sie nicht für besonders effizient, doch ihm fiel auch keine andere Vorgehensweise ein. Er kam schleppend voran, in der Stille des Vormittags verflüchtigten sich die Minuten. Die Liste, die er aufstellte, fühlte sich aufs Gratewohl. Hätte ihm jemand über die Schulter gesehen, dann hätte er einen Menschen vor sich gehabt, der, den Stift in der Hand leicht vorgebeugt, an seinem Schreibtisch saß, wie ein blockierter Dichter auf der aussichtslosen Suche nach einem Reim für ein Wort wie Granit. Ricky quälte sich lange und einsam. Es ging auf Mittag zu, als es an der Wohnungstür summte. Das Geräusch durchzuckte ihn, als hätte es ihn beim Tagträumen ertappt. Er nahm eine straffe Haltung an und merkte, wie sich seine Rückenmuskeln verspannten und die Kehle trocken wurde. Es summte ein zweites Mal. Zweifellos jemand, der das mit seinen Patienten verabredete Klingelzeichen nicht kannte. Er stand auf, durchquerte das Sprechzimmer, das Wartezimmer und ging vorsichtig zu der Tür, die er so selten verschloss. In der Mitte des Eichenpanels befand sich ein Spion, von dem er eine Ewigkeit keinen Gebrauch gemacht hatte, und er legte das Auge an die kleine Scheibe, um hindurch zu starren, während es ein drittes Mal schellte. Auf der anderen Seite stand mit einem Brief und einem Handscanner bewaffnet ein junger Mann in einem schweißverfleckten blauen Eilbotenhemd. Er wirkte ein wenig irritiert und drauf und dran wieder zu gehen, als Ricky die Tür aufschloss. Er löste nur die Regel, nicht die Kette. »Ja?« sagte Ricky. »Ich habe hier einen Brief für einen gewissen Dr. Starks. Sind Sie das, Sir?« »Ja.« »Ich brauche eine Unterschrift.« Ricky zögerte. »Können Sie sich ausweisen?« »Wie?« fragte der junge Mann mit einem Grinsen. »Die Uniform reicht Ihnen nicht?« Mit einem Seufzer verdrehte er den Oberkörper, um Ricky einen Plastikausweis mit Foto zu zeigen, der an seinem Hemd festgesteckt war. »Können Sie das lesen?« fragte er. »Ich brauche nichts weiter als eine Unterschrift und schon bin ich weg.« Ricky öffnete widerstreben die Tür. »Wo soll ich unterschreiben?« Der Bote hielt ihm den Handscanner hin und zeigte auf die 22. Zeile von oben. Der Bote überprüfte die Unterschrift und ging mit einem elektronischen Tabulator über den Strichcode. Der Apparat piepste zweimal. Ricky hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Dann reichte ihm der Mann den kleinen, mit Eilporto frankierten, kartonierten Umschlag. »Schönen Tag noch!« sagte er in einem Ton, der deutlich machte, daß es ihm herzlich egal war, wie Rickys Tag verlief, daß er es aber nun mal so gelernt hatte und beschlossen hatte, sich an die Vorschriften zu halten. Ricky blieb in der Tür stehen und starrte auf das Adressetikett. Der Absender war die New York Psychoanalytic Society, der Verband der Psychoanalytiker von New York, eine Organisation, in der er seit langem Mitglied war, mit der er aber über die Jahre herzlich wenig zu tun gehabt hatte. Der Verband war so etwas wie ein Führungsgremium für die Psychoanalytiker der Metropole. Doch Ricky war dem Politisieren und Gemauschel, daß sich mit solchen Organisationenverband stets aus dem Weg gegangen. Er besuchte gelegentlich einen Vortrag und blätterte die halbjährliche Fachzeitschrift durch, um sich über seine Kollegen und ihre Meinungen auf dem Laufenden zu halten. Doch er miet die von der Organisation veranstalteten Podiumsdiskussionen ebenso wie ihre Cocktailpartys in den Ferien. Er trat in sein Wartezimmer zurück, schloß die Türen hinter sich ab und fragte sich, wieso er ausgerechnet jetzt von der Vereinigung hörte, zumal nach seiner Schätzung sowieso sämtliche Mitglieder in den Sommerurlaub abgereist waren. Wie so vieles bei dieser Zunft war der Sommerurlaub ein geheiligtes Gut. Ricky fand die Lasche und riß den Pappumschlag auf. Er enthielt einen weiteren Umschlag im normalen Briefformat mit der eingeprägten Verbandsadresse in der linken Ecke. Sein Name war auf den Umschlag gedruckt und die untere Kante entlang eine einzige Zeile. Per Eilzustellung. Dringend. Er öffnete den Brief und zog zwei Seiten heraus. Die erste trug den Briefkopf. Er sah sofort, dass das Schreiben vom Präsidenten kam, einem etwa zehn Jahre älteren Kollegen, den er nur flüchtig kannte. Er konnte sich nicht entsinnen, von einem Handschlag und ein paar Artigkeiten abgesehen, je mit dem Mann geplaudert zu haben. Er las schnell. Sehr geehrter Herr Dr. Starks, es ist meine bedauerliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass bei der Psychoanalytic Society eine schwerwiegende Anschuldigung ihre Beziehung zu einer früheren Patientin betreffend eingegangen ist. Eine Kopie des Beschwerdebriefs ist beigefügt. In Übereinstimmung mit den Verbandsstatuen und nach eingehender Beratung mit der Leitung der Organisation, habe ich die ganze Angelegenheit an den Untersuchungsausschuss der Ärztekammer für medizinische Ethik weitergeleitet. Das dortige Büro wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich würde Ihnen dringend raten, sich sobald wie möglich einen Rechtsbeistand zu nehmen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Beschwerde aus den Medien heraushalten können, da Anschuldigungen dieser Art unseren gesamten Berufsstand in Verruf bringen. Ricky warf nur einen flüchtigen Blick auf die Unterschrift, bevor er sich dem zweiten Blatt zuwandte. Auch hierbei handelte es sich um einen Brief, in diesem Fall an den Präsidenten gerichtet, mit Kopien an den Vizepräsidenten, den Vorsitzenden des Ethikausschusses, den Sekretär und den Schatzmeister der Vereinigung. Genauer gesagt hatte, wie Ricky schnell erkannte, jeder Arzt, dessen Name irgendwie mit der Führung der Organisation in Verbindung stand, eine Kopie erhalten. Der Brief lautete wie folgt. Sehr geehrte Damen und Herren, vor über sechs Jahren habe ich mich bei Dr. Frederick Starks, einem Mitglied ihres Verbands, in psychoanalytische Behandlung begeben. Nach einer etwa dreimonatigen Behandlungsdauer, mit vier Sitzungen pro Woche, fing er an, mir Fragen zu stellen, die man als unpassend bezeichnen könnte. Sie bezogen sich ausnahmslos auf meine sexuellen Beziehungen zu verschiedenen Partnern, die ich bis dahin gehabt hatte, einschließlich einer gescheiterten Ehe. Ich nahm an, diese Fragen seien Teil der Analyse, doch im weiteren Verlauf der Sitzung stellte er immer mehr intime Fragen zu meinem Sexualleben. Dabei wurde der Ton zunehmend pornografisch. Jedes Mal, wenn ich das Thema wechseln wollte, kam er unweigerlich darauf zurück und vertiefte es qualitativ wie quantitativ. Ich beschwerte mich darüber, doch er entgegnete, die Wurzel meiner Depression lege in meiner Unfähigkeit, mich in sexuellen Beziehungen ganz hinzugeben. Kurz nach dieser Erklärung vergewaltigte er mich das erste Mal. Er sagte, ich könne auf keine Besserung hoffen, wenn ich mich nicht gänzlich fügte. Die weitere Behandlung war jetzt unabdingbar an Sex während der Therapiesitzungen geknüpft. Er war unersättlich. Nach sechs Monaten erklärte er mir, meine Behandlung sei zu Ende und er könne nichts mehr für mich tun. Er sagte, ich sei so gehemmt, dass wahrscheinlich eine medikamentöse Therapie sowie ein Klinikaufenthalt erforderlich seien. Er drängte mich in eine psychiatrische Privatklinik in Vermont zu gehen, war jedoch nicht einmal bereit, auch nur den Direktor anzurufen. Am Tag unserer letzten Sitzung zwang er mich zum Analverkehr. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um mich von meiner Beziehung zu Dr. Starks zu erholen. An dieser Zeit wurde ich dreimal in die Klinik eingewiesen, jedes Mal für mehr als ein halbes Jahr. Ich trug die Narben von zwei Selbstmordversuchen davon. Nur mithilfe eines einfühlsamen Therapeuten bin ich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Dieser Brief an ihre Institutionen ist Teil meines Heilungsprozesses. Fürs Erste habe ich das Gefühl, daß ich anonym bleiben muss, auch wenn Dr. Starks natürlich wissen wird, wer ich bin. Falls Sie zu dem Ergebnis kommen, daß Sie die Angelegenheit verfolgen wollen, wenden Sie sich bitte mit Ihren Nachforschungen an meinen Anwalt und oder meinen Therapeuten. Der Brief trug keine Unterschrift, enthielt jedoch den Namen eines Anwalts mit einer zentralen Manhattaner Adresse und eines Psychiaters mit einer Zulassung in einem Vorort von Boston. Ricky zitterten die Hände. Er war wie benommen und ließ sich an eine Wand sacken, um Halt zu finden. Er fühlte sich wie ein Preisboxer, der einige Prügel bezogen hat. Desorientiert, voller Schmerzen, als die Runde ausgeläutet wird, zwar immer noch auf den Beinen, doch kurz davor zu Boden zu gehen. Der Brief enthielt kein einziges wahres Wort, jedenfalls soweit er sehen konnte. Er fragte sich, ob das den geringsten Unterschied machte. Er starrte auf die Lügen vor seinen Augen und empfand einen gewaltigen Zwiespalt der Gefühle. Sein Mut sank auf den Nullpunkt. Sein Inneres fühlte sich vor Verzweiflung kalt, wie ausgelaugt an, während ihn statt Willenskraft eine übermächtige Wut packte, die seiner normalen Wesen völlig fremd war und in der er sich kaum wiedererkannte. Sein Gesicht lief heiß an und auf seiner Stirn bildete sich eine dünne Schicht Schweiß. Er spürte, wie ihm dieselbe Hitze den Nacken hochstieg, in die Achselhöhlen und in die Kehle hinunter. Er wandte sich von den Briefen ab, hob auf der Suche nach etwas, das er packen und an die Wand schleudern konnte, den Kopf, fand aber auf Anhieb nichts, was ihn noch mehr in Rage versetzte. Eine Weile marschierte Ricky in seinem Sprechzimmer auf und ab. Es war, als hätte er im gesamten Körper ein nervöses Zucken. Schließlich warf er sich in seinen alten Ledersessel hinter dem Kopf Ende der Couch und ließ sich vom vertrauten Quietschen des Polsters und dem Gefühl der polierten Textur unter seinen Händen beruhigen, wenn auch nur oberflächlich. Er hegte nicht den geringsten Zweifel daran, wer sich diese Beschwerde gegen ihn ausgedacht hatte. Die scheinheilige Anonymität des Pseudoopfers sorgte dafür. Viel wichtiger war allerdings die Frage, wozu? Es gab einen genauen Plan, so viel hatte er begriffen, und er mußte analysieren, welchen Platz dieser Schritt im Gesamtkonzept hatte. Ricky hatte immer ein Telefon neben dem Sessel auf dem Boden, und er bückte sich danach. Binnen Sekunden hatte er von der Auskunft die Nummer des Präsidenten der Psychoanalytic Society. Statt sich weiter verbinden zu lassen, tippte er wütend die Nummern ein, lehnte sich zurück und wartete, daß sich jemand meldete. Am anderen Ende ertönte die vage vertraute Stimme seines Kollegen, allerdings in diesem blechernden, unbeteiligten Ton einer automatischen Ansage. Hallo, Sie sind mit der Praxis von Dr. Martin Roth verbunden. Meine Praxis ist zwischen dem ersten und neunundzwanzigsten August nicht besetzt. In dringenden Fällen wählen Sie bitte die Nummer 555-1716, einen Dienst, der mich während der Urlaubszeit erreichen kann, oder wählen Sie 555-2436 und sprechen Sie mit Dr. Albert Michaels am Columbia Presbyterian Hospital, der mich diesen Monat vertritt. Falls es um eine echte Krise geht, rufen Sie bitte beide Nummern an und Dr. Michaels, wie auch ich, werden Sie beide zurückrufen. Ricky trennte die Verbindung und wählte die erste der beiden Notdienstnummern. Er wußte, daß es sich bei der zweiten Anlaufstelle um einen psychiatrischen Assistenzarzt im zweiten oder dritten Klinikjahr handeln mußte. Üblicherweise vertraten die psychiatrischen Assistenzärzte, die niedergelassenen Kollegen während der Urlaubszeit und boten eine Art Ventil, wobei allerdings Medikamente die klassische Gesprächstherapie, die eigentliche Säude der psychoanalytischen Behandlung ersetzten. »Hallo«, meldete sich eine müde Stimme. »Telefondienst, Dr. Roth. Ich habe eine dringende Nachricht für Dr. Roth«, sagte Ricky ihn nagisch. »Der Doktor ist im Urlaub. Bei einem Notfall rufen Sie bitte Dr. Albert Michaels im »Ich hab die Nummer«, unterbrach sie Ricky. »Aber es geht nicht um einen Notfall und genauso wenig um so eine Nachricht«, die Frau schwieg, mehr überrascht als »Was ich ihm zu sagen habe hören wollen«, antwortete Ricky. Es fiel ihm schwer, den unterkühlten Ton in seiner Stimme zu verbergen. »Ich weiß nicht«, sagte die Frau. »Es gibt klare Regeln. Jeder hat seine klaren Regeln«, sagte Ricky schroff. »Sie dienen dazu, den Kontakt zu verhindern, nicht ihn herzustellen. Kleingeister und einfallslose Gemüter lassen sich starre Verfahrensweisen und Die Frau schwieg zunächst. »Wie lautet die Nachricht?« fragte sie dann abrupt. »Sagen Sie Dr. Roth das Dr. Starks. Sie schreiben das am besten mit, damit Sie es wörtlich weitergeben. Ich notiere, sagte die Frau Patzig. Sagen Sie, Dr. Starks hat seinen Brief bekommen, die darin enthaltene Beschwerde zur Kenntnis genommen und möchte ihn davon unterrichten, dass an der ganzen Sache kein Funken Wahrheit ist. Es ist von vorn bis hinten erlogen. Kein Funken Wahrheit. Okay, erlogen, habe ich notiert. Soll ich Ihnen mit dieser Nachricht anrufen? Er ist im Urlaub. Wir sind alle im Urlaub, erwiderte Ricky ebenso unverblümt. Nur, dass er bei einigen von uns interessanter ausfällt als bei den anderen. Sorgen Sie dafür, dass ihr die Nachricht bekommt, und zwar genau so, wie ich es gesagt habe, sonst werde ich verdammt noch mal dafür sorgen, dass Sie sich am Labor Day nach einem neuen Job umsehen können. Verstanden? Ja, ich denke schon, antwortete die junge Frau unbeeindruckt. Aber wie gesagt, wir haben unsere klaren Vorgaben, und ich glaube nicht, dass diese Nachricht einer davon ent... Versuchen Sie mal nicht ganz so berechenbar zu sein, sagte Ricky, dann behalten Sie sich entsinnen konnte, nicht so unhöflich und auftrumpfend gewesen, von seinen Drohungen ganz zu schweigen. Auch das ging ihm völlig gegen den Strich. Andererseits würden ihn die kommenden Tage wohl noch zu manchem zwingen, was ihm gegen den Strich gehen könnte. Er sah sich erneut Dr. Roth Begleitschreiben an und las noch einmal die anonyme Beschwerde. Während er noch mit der Empörung und Entrüstung des fälschlich Beschuldigten kämpfte, versuchte er, die Wirkung der Briefe abzuschätzen und die Frage nach dem Warum zu beantworten. Er ging davon aus, daß Rumpelstilzchen auf eine ganz bestimmte Wirkung zielte. Aber welche? Bei dieser Überlegung wurde ihm einiges nach und nach klar. Die Beschwerde selbst war weitaus raffinierter, als man zunächst denken mochte. Die anonyme Briefschreiberin schrie daß es die Verjährungsfrist überschritt. Somit mußten keine polizeilichen Ermittler eingeschaltet werden. Stattdessen wurde eine schwerfällige, plumpe Untersuchung durch die bundesstaatliche medizinische Ethikkommission in Gang gesetzt. Sie wurde langsam und ineffizient arbeiten, so daß sie dem Spiel auf Zeit kaum im Weg stehen konnte. Eine Beschwerde, die polizeiliches Eingreifen erforderlich gemacht hätte, wäre zügig behandelt worden, und Rumpelstilzchen wünschte eindeutig keine Polizeipräsenz, es sei denn ganz am Rande. Und indem er die Beschuldigung provokativ, dabei aber anonym vorbrachte, hielt sich der Briefschreiber auf Distanz. Niemand von der Psychoanalytic Society würde dafür plädieren, die Sache zu verfolgen, sie würden sie vielmehr, oder hatten es offenbar schon getan, an eine dritte Instanz weiterleiten und ihre Hände in Unschuld waschen, um unnötigen Wirbel zu vermeiden. Ricky las beide Briefe ein drittes Mal durch und hatte die Antwort vor Augen. Er will mich allein, platzte er heraus. Ein Moment lang lehnte Ricky sich zurück und starrte zur Decke, als ob das Weiß über ihm eine Projektionsfläche wäre. Er sprach ins Leere, seine Stimme schien ein wenig von den Wänden des kleinen Sprechzimmers wiederzuhallen und klang fast hohl. Er will nicht, dass ich Hilfe bekomme. Er will, dass ich ohne jede noch so bescheidene Unterstützung gegen ihn antrete. Also hat er dafür gesorgt, dass ich mit keinem Kollegen reden kann. Fast mußte er über das nahezu Diabolische in Rumpelstielzchens Vorgehensweise lächeln. Er wußte, dass Ricky sich mit Fragen zu Zimmermans Tod quälen würde. Er wußte, dass Ricky entsetzt sein würde, wenn er erfuhr, dass in seine Praxis eingebrochen worden war, während er selbst außer Haus war, auf der Suche nach den wahren Umständen von Zimmermans Tod. Er wußte, dass Ricky nach den schweren Schlägen, die auf ihn niedergeprasselt waren, verwirrt und verunsichert war, wohl auch etwas in Panik und unter Schock. Rumpelstielzchen hatte das alles vorausgesehen und dann darüber spekuliert, was Ricky als erstes unternehmen würde. Unterstützung suchen. Und an wen würde er sich wohl aller Wahrscheinlichkeit nachwenden? Er würde reden, nicht handeln wollen, da dies in der Natur seiner Tätigkeit lag, und er würde sich an einen anderen Psychoanalytiker wenden, einen Freund, der ihm gleichsam als Resonanzboden diente, jemanden, der so so, ach, verstehe, sagen, der sich jede Einzelheit anhören und Ricky durch den Wust der sich überschlagenden Ereignisse helfen konnte. Doch dazu sollte es nun nicht kommen, wurde Ricky klar. Die Beschwerde mit der Anschuldigung der Vergewaltigung bis hin zu der überzogenen abstoßenden Schilderung der letzten Sitzung landete bei jedem einzelnen Amtsträger der Psychoanalytic Society, und zwar mitten im Aufbruch in den Sommerurlaub. Ihm blieb keine Zeit, die Beschuldigung wirksam zurückzuweisen. Es gab kein verfügbares Forum, vor dem er sich hätte verteidigen können. Das niederträchtige Verhalten, das ihm angehängt wurde, musste sich in der New Yorker Zunft wie ein Lauffeuer verbreiten. Gleich dem Klatsch und Tratsch bei einer Hollywood-Premiere. Ricky hatte viele Kollegen und wenige echte Freunde, und das wußte er. Diese Kollegen würden nicht nicht erpicht darauf sein, dass etwas von ihm auf sie abfärbte. Sie würden sich nicht mit einem Kollegen in Verbindung bringen lassen, der gegen das vielleicht größte Tabu verstoßen hatte, das der Berufsstand kannte, die Position als Therapeut und Analytiker für die niederträchtigste, primitivste sexuelle Gunst auszunutzen, und dann dem psychologischen Desaster, das er zu verantworten hatte, den Rücken zu kehren. Ein solches Verhalten galt der Welt der Psychoanalyse als wahre Pest, so daß er augenblicklich zu einer Art Aussätzigen gestempelt wurde. Solange dieser Verdacht über ihm schwebte, wäre wohl kaum jemand bereit, Ricky zu helfen, wie flehentlich er auch darum bitten und wie vehement er seine Unschuld beteuern mochte. Er hatte keine Chance bis zur Klärung der Sache, und das konnte Monate dauern. Es gab noch einen Zweiten einen Nebeneffekt. Eine Situation, in der Menschen, die glaubten, Ricky zu kennen, sich fragen würden, was sie tatsächlich wußten und auf welcher Grundlage sie es zu wissen glaubten. Die Lüge war eine Geniale, räumte er ein, denn je mehr er es leugnete, desto mehr würde sich der Verdacht erhärten, dass er etwas zu vertuschen suchte. Ich bin vollkommen allein, dachte Ricky, isoliert, meinem Schicksal überlassen. Er atmete schwer ein, als wäre die Luft in der Praxis plötzlich ausgekühlt. Ihm wurde klar, dass sein Widersacher genau das bezweckte. Er wollte ihn allein. Wieder betrachtete er die beiden Briefe. In der fingierten Beschwerde hatte der anonyme Schreiber zwei Namen aufgeführt, einen Anwalt in Manhattan und einen Therapeuten in Boston. Ricky lief es eiskalt den Rücken herunter. Das sind bewusste Wegweiser für mich, meine nächsten Anlaufstellen. Er dachte an die beängstigende Dunkelheit seiner Praxis die Nacht zuvor. Er hatte nichts weiter zu tun brauchen, als der sehr naheliegenden Spur zu folgen und wieder einzustecken, was herausgezogen war, um Licht ins Dunkel des Zimmers zu bringen. Er hegte den Verdacht, dass es hier um dasselbe Prinzip ging. Er wußte nur noch nicht, wohin ihn dieser Weg am Ende führte. Er verplemperte den Riss des Tages damit Rumbelstilzchens ersten Brief auf jedes Detail hin zu untersuchen, den Schlüsselreim weiter zu sezieren und sich dann zu allem, was ihm bis dahin zugestoßen war, Notizen zu machen. Wobei er auf jedes Wort achtete, das gefallen war, jedes Gespräch wie ein Reporter rekonstruierte, der einen Artikel redigiert, in der Hoffnung, einen Aspekt zu entdecken, der ihm bis dahin entgangen war. Er merkte, wie schwer es ihm fiel, sich genau an die Aussagen dieser Virgil zu erinnern, was irritierend war. Er hatte kein Problem damit, sich ihre Figur ins Gedächtnis zu rufen oder ihren verschlagenen Ton, stellte aber fest, dass ihre Schönheit wie eine Art Schutzschild ihre Worte verhüllte. Das machte ihm zu schaffen, denn es widersprach seiner Ausbildung und seiner Gewohnheit, und wie jeder gute Psychoanalytiker überlegte er, wieso er sich so schlecht hatte konzentrieren können, wo die Wahrheit so offensichtlich war, dass jeder Teenager unter den üblichen Spannungen der Pubertät es ihm auf den Kopf hätte zusagen können. So sammelte er Notizen und Überlegungen, um nach gewohnter Manier sein Heil in Worten zu suchen. Doch nachdem er sich am nächsten Morgen in Anzug und Krawatte geworfen und sich dann die Zeit genommen hatte, einen weiteren Tag im Kalender durchzustreichen, traf ihn der Zeitdruck, der auf ihm lastete, mit erneuter Wucht. Er machte sich klar, daß es wichtig für ihn war, wenigstens mit seiner ersten Frage herauszurücken und bei der Times anzurufen, um eine entsprechende Anzeige zu schalten. Die morgendliche Hitze schien ihn zu verhöhnen und kaum war er draußen, dampfte er förmlich in seinem Anzug. Er nahm an, daß er verfolgt wurde, weigerte sich aber auch diesmal sich umzudrehen. Außerdem fiel ihm ein, daß er gar nicht gewußt hätte, woran man einen heimlichen Verfolger erkannte. Im Film, dachte und ihm verschlagenen Blick. Im wirklichen Leben wußte er jetzt, war es ein bisschen anders. Jeder war verdächtig, jeder mit irgendetwas beschäftigt, der Mann, der an den Feinkostladen an der Ecke Waren liefert, der Geschäftsmann, der zügig den Bürgersteig entlang läuft, der Obdachlose im Hauseingang, die Gesichter hinter der Scheibe des Restaurants oder ein vorbeifahrendes Auto. Jeder konnte ihn beschatten oder auch nicht. Es war unmöglich, das zu unterscheiden. Er war so an die hochspannungsgeladene Welt der Psychoanalysepraxis gewöhnt, in der die Rollenverteilung sehr viel klarer war. Draußen auf der Straße konnte er unmöglich sagen, wer sich an dem Spiel beteiligte und ihn beobachtete und wer einfach nur zu den übrigen acht Millionen Menschen zählte, die unversehnt seine Kreise störten. Ricky zuckte die Achseln und winkte ein Taxi heran. Der Fahrer hatte einen unaussprechlichen ausländischen Namen und einen seltsamen, arabisch klingenden Musiksender eingeschaltet. Eine Künstlerin sang mit hoher Stimme ein Klagelied mit melodiösen Arabesken bei jedem Tempowechsel. Beim nächsten Lied schien sich nur der Takt zu ändern, aber nicht der trillernde Gesang. Er konnte keine einzelnen Worte unterscheiden, doch der Fahrer klopfte hingebungsvoll mit den Fingern den Takt auf dem Lenkrad mit. Der Mann brummte etwas, als Ricky ihm die Adresse gab, und fädelte sich rasant in den Stadtverkehr ein. Für einen Moment konnte nicht wissen, ob er seine Fahrgäste zu einem denkwürdigen Ereignis in ihrem Leben chauffierte oder zu einem Anlass, bei dem nur die Minuten verstrichen. Ein-, zweimal drückte der Fahrer an einer Kreuzung auf die Hupe, ansonsten beförderte er ihn schweigsam durch die verstopften Adern der Metropole. Ein großer weißer Möbelwagen blockierte fast die Nebenstraße, in der die Anwaltskanzlei lag, so daß sich die Autos nur mühsam vorbeiquetschen konnten. Drei oder vier stämmige Männer kamen und gingen durch die Eingangstür des bescheidenen unauffälligen Bürogebäudes und trugen braune Pappkartons und gelegentlich ein Möbelstück, schreibt es Stühle, Sofas und ähnliches mehr, behutsam die Stahlrampe ihres Lkw hinauf, um sie zu verstauen. Ein Mann im blauen Blazer mit einer Sicherheitsdienstmarke stand etwas abseits und wachte über den zügigen Umzug, während er gleichzeitig die Passanten derart aufmerksam beäugte, daß kein Zweifel bestand, wozu er eigentlich dort postiert und wie entschlossen er war, seine Aufgabe auch zu erfüllen. Ricky stieg aus dem Taxi, das davonraste, sobald er die Tür zuschlug und ging auf den Mann im Blazer zu. Ich suche die Kanzlei eines gewissen Mr. Merlin, er ist Anwalt. Sechster Stock, ganz bis nach oben, sagte der Mann, ohne den Blick von der Parade der Möbelpacker zu wenden. Haben Sie einen Termin? Ziemlich was los da oben, mitten im Umzug und so. Er zieht um. Der Mann im Blazer machte eine Handbewegung. Wie Sie sehen, sagte er, auf dem Weg nach ganz oben, zum großen Geld, nach allem, was man hört. Sie können ruhig rauf, aber stehen Sie nicht im Weg. Der Fahrstuhl summte zwar, doch dankenswerterweise spielte keine Hintergrundmusik. Eine Tür stand sperrangelweit offen und zwei Männer kämpften mit einem Schreibtisch, den sie durch die Öffnung wandten, während eine Frau im mittleren Alter, die in Jeans, Halbschuhen und Designer-T-Shirt daneben stand, streng über die Aktion wachte. Das ist mein Schreibtisch, verflucht noch mal, und ich kenne jeden Fleck und jeden Kratzer da dran. Wenn auch nur ein einziger Neuer dran kommt, kaufen Sie mir einen neuen. Die beiden Möbelpacker hielten inne und sahen sie grimmig an. Der Schreibtisch Bücherregale sowie Tische und all die anderen Dinge, die man gewöhnlich mit einem gutgehenden Büro verbindet, für den Abtransport bereit. Aus dem Innern des Büros kam ein dumpfes Geräusch und dann leises Fluchen. Die Frau in Jeans warf den Kopf herum und schüttelte, offensichtlich irritiert, eine wilde Mähne kastanienbraunes Haar. Sie schien ein Mensch zu sein, der Ordnung zu schätzen wußte und der unter dem vorübergehenden Umzugschaos beinahe Füße schlitt. Ich möchte zu Mr. Merlin, sagte Ricky. Ist er zufällig da? Die Frau drehte sich schnell um. Sind Sie ein Mandant? Wir haben für heute keine Termine gemacht, Umzugstag, könnte man so sagen. Also, sagte die Frau steif, könnte man wie genau sagen? Mein Name ist Dr. Frederick Starks und ich denke, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir etwas zu besprechen haben. Ist er da? Die Frau wirkte einen Moment erstaunt, lächelte dann wenig freundlich und nickte. An den Namen kann ich mich allerdings erinnern. Ich glaube kaum, dass Mr. Merlin gar so schnell mit ihrem Besuch gerechnet hat. Tatsächlich, sagte Ricky. Ich hätte gedacht, das Gegenteil wäre der Fall. Die Frau schwieg, als ein weiterer Möbelpacker erschien, eine Lampe Gegenstand. Wenn Sie zu viel auf einmal nehmen, geht was kaputt. Stellen Sie eins davon ab und holen Sie es das nächste Mal. Der Mann sah sie erstaunt an, zuckte die Achseln und stellte die Lampe nicht allzu sachte ab. Sie wandte sich wieder an Ricky. Wie Sie sehen, Doktor, kommen Sie Seiner Sporthemd und hochglanz polierten Halbschuhen mit Quasten aus den hinteren Räumen des Büros erschien. Er bot ein höchst seltsames Erscheinungsbild, um mit Anzupacken zu fein angezogen, für seine berufliche Tätigkeit zu leger. Seine Kleidung war auffällig und teuer und kündete davon, daß das äußere Auftreten selbst unter ausgesprochen informellen Umständen von steifen Regeln bestimmt war. Ricky sah mit einem Blick, daß an den Freizeitsachen, die der Mann trug, nichts freizügiges war. »Ich bin Merlin«, sagte der Mann, während er ein gefaltetes Leinentaschentuch herauszog, um sich damit die Hände abzuwischen, bevor er Ricky eine entgegenstreckte. »Wenn Sie bitte die chaotische Umgebung entschuldigen, könnten wir uns vielleicht zu einem kurzen Gespräch in den Konferenzraum begeben. Da stehen noch die meisten Möbel, auch wenn fraglich ist, wie lange. Der Anwalt deutete auf die Tür. »Möchten Sie, daß ich Notizen mache, Mr. Merlin?« fragte die Frau. Merlin schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, daß wir allzu lange brauchen.« Ricky wurde in einen Raum geführt, den ein langer Kirschholztisch mit Stühlen beherrschte. Am anderen Ende des Zimmers befand sich eine kleine Anrichte mit einer Kaffeemaschine und einem Krug mit Gläsern. Der Anwalt wies Ricky einen Platz und ging weiter, um die Maschine zu inspizieren. Mit einem Achselzucken kam er zu Ricky zurück. »Tut mir leid, Doktor,« sagte Merlin. »Kein Kaffee mehr da, auch der Wasserkrug scheint leer zu sein. Ich kann Ihnen nichts anbieten. Das macht nichts,« antwortete Ricky. »Ich komme nicht, weil ich durstig kann. Merlin ist ein ungewöhnlicher Name,« unterbrach ihn Ricky. »Man fragt sich, ob Sie eine Art Zauberer sind.« Wieder grinste der Anwalt. »In meinem Beruf, Dr. Starks, ist ein solcher Name von Vorteil. Unsere Mandanten erwarten oft von uns, dass wir das sprichwörtliche Kaninchen aus dem Zylinder ziehen. »Und sind Sie dazu in der Lage?« fragte Ricky. »Leider nein,« antwortete Merlin, »ich verfüge über keinen Zauberstab. Andererseits bin ich ausgesprochen erfolgreich darin, widerspenstige gegnerische Kaninchen aus allen möglichen Verstecken, allen möglichen Hüten zu ziehen, wobei ich mich natürlich weniger auf magische Fähigkeiten stütze, als vielmehr auf eine Flut von juristischen Papieren und einem Hadel gerichtlicher Forderungen. In der Welt, in der wir leben, kommt es vielleicht aufs Gleiche raus. Gewisse Gerichtsverfahren scheinen nicht viel anders zu funktionieren als Fluch oder Bann bei meinem Namensvetter von einst. Und sie wechseln das Büro? Der Anwalt griff in eine Tasche und zog aus einem kleinen kunstvoll gearbeiteten Leder Etui eine Visitenkarte, die er Ricky über den Tisch hinweg reichte. Die neue Bude, sagte er nicht unfreundlich. Der Erfolg macht eine größere Kanzlei erforderlich. Neue Junganwälte mehr Platz. Ricky warf einen Blick auf die Karte mit einer Downtown Adresse. Und soll ich vielleicht als eine ihrer Trophäen ihre neuen Wände schmücken? Merlin nickte und grinste, auch diesmal nicht unfreundlich. Wahrscheinlich, sagte er. Sogar sehr wahrscheinlich. Eigentlich durfte ich gar nicht mit Ihnen sprechen, Doktor, besonders in Abwesenheit Ihres Anwalts. Wie wär's, wenn Sie Ihren Anwalt bitten Kunstfehlern an. Sie sind doch versichert, Doktor, und finden schnell eine für alle Beteiligten sinnvolle Regelung. Ich bin versichert, aber ich möchte bezweifeln, dass das eine Beschwerde abdeckt, wie sie sich ihre Mandantin ausgedacht hat. Ich glaube, ich habe seit Jahrzehnten keinen Grund gehabt, mir die Police durchzulesen. Kein Versicherungsschutz? Das ist schlecht. Und ausgedacht ist ein Wort, an dem ich Anstoß nehmen könnte. Wer ist ihre Mandantin? fragte Ricky schroff. Der Anwalt schüttelte den Kopf. Ich bin nach wie vor nicht befugt, ihren Namen preiszugeben. Sie ist auf dem Wege der Besserung und nichts der Gleichen ist je geschehen, schnitt Ricky dem Anwalt das Wort ab. Das ist alles reine Fantasie, frei erfunden, kein Wort davon ist wahr. Ihr eigentlicher Klient ist jemand anders, stimmt's? Der Anwalt schwieg einen Moment. Ich kann Ihnen versichern, dass meine Mandantin real ist, sagte er, und dasselbe gilt für ihre Beschwerde. Miss X ist eine sehr verstörte junge Frau. Wieso nennen Sie sie nicht Miss R? fragte Ricky. R wie Rumpelstielzchen. Wäre das vielleicht passender? Merlin wirkte ein wenig konsterniert. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen ganz folgen kann, Doktor. X, R, was auch immer, darum geht es eigentlich nicht, oder sehe ich das falsch? Das sehen Sie richtig. Ich will Ihnen sagen, worum es hier geht, Dr. Starks. Sie sind in ernsten Schwierigkeiten und verlassen Sie sich drauf, Sie werden das größte Interesse daran haben, das Problem so schnell wie irgend möglich aus der Oradoktor. All das Böse flattert ans Tageslicht und ans Licht der Öffentlichkeit. Anklagen und Dementis, auch wenn nach meiner Erfahrung die Dementis nie die gleiche Wirkung haben wie die Anklagen. Meinen Sie nicht auch? Nicht die Dementis bleiben im Gedächtnis haften, stimmt's? Der Anwalt schüttelte den Kopf. Zu keinem Zeitpunkt habe ich je auf die hier unterstellte Weise das Vertrauen einer Patientin missbraucht. Ich glaube nicht einmal, dass diese Person existiert. Eine solche Person geht nicht aus meinen Unterlagen hervor. Na großartig, Doc. Ich hoffe, da liegen Sie hundertprozentig richtig, denn während der Anwalt sprach, sackte seine Stimme um eine Oktave ab, und die Intonation jedes einzelnen Wortes bekam einen Rasiermesser scharfen Unterton. Wenn ich Seite, mit dem Sie irgendwann mal Meinungsverschiedenheiten hatten, und jeden Aspekt Ihres, wie ich nur hoffen kann, absolut untadeligen Lebenswandels ausleuchte, wie auch jede Sekunde, die Sie da hinter der Couch gesessen haben, dann wird die Frage, ob meine Mandantin existiert oder nicht, na ja, nicht mehr von allzu großer Bedeutung sein, weil sie dann kein bisschen Reputation und kein Leben mehr haben werden, nicht das Geringste. Ricky wollte etwas entgegnen, sagte aber nichts. Merlin starrte ihn unverfroren an, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Haben Sie irgendwelche Feinde, Doktor? Wie steht's mit eifersüchtigen Kollegen? Glauben Sie, daß es unter Ihren Patienten den einen oder anderen gibt, der mit seiner Behandlung nicht hundertprozentig zufrieden ist? Haben Sie je einen Hund getreten? Vielleicht nicht gebremst, als Ihnen da draußen auf dem Cape Cod, wo Sie Ihr Ferienhaus haben, ein Eichhörnchen vor den Wagen gelaufen ist? Merlin lächelte erneut, doch jetzt war es ein niederträchtiges Grinsen. Ich weiß bereits was über das Häuschen da, sagte er, ein hübsches Bauernhaus in einem schönen Feld am Waldrand mit einem Garten und ein wenig Meeresblick. Zwölf Morgen, 1984, einer Frau im mittleren Alter abgekauft, deren Mann gerade gestorben war. Haben wir bei der Transaktion die Hinterbliebene vielleicht ein bisschen über den Tisch gezogen, Doktor? Haben Sie auch nur die geringste Vorstellung, wie der Wert dieser Immobilie gestiegen ist? Bestimmt. Ich will Ihnen was sagen, Doktor Starks, nur dies eine. Egal, ob in den Anschuldigungen dieser Mandanten auch nur ein Hauch von Wahrheit steckt, ich werde Eigentümer dieser Immobilie sein, bevor wir mit dieser Sache fertig sind. Und mir werden Ihre Wohnung und Ihr Bankkonto bei der Chase und die Ruhegeldrücklagen bei der Dean Witter, die Sie noch nicht angerührt haben, gehören und das bescheidene Aktienpaket, das Sie bei demselben Börsenmakler hinterlegt haben. Aber mit dem Sommerhaus fange ich an. Zwölf morgen. Ich denke, ich kann das parzellieren und einen Mordsreibach machen. Was meinen Sie, Doc? Ricky hörte dem Anwalt zu, innerlich von dem Schock wie gelähmt. Woher wissen Sie? fing er halbherzig sichern. Ich habe es mir zum Beruf gemacht, Dinge zu wissen, unterbrach ihn Merlin schroff. Wenn Sie nicht etwas besäßen, was ich haben will, wäre mir der Fall egal. Aber das tun Sie nun mal, und glauben Sie mir, Doc, denn Ihr Anwalt wird Ihnen dasselbe sagen. Es lohnt sich nicht, darum zu kämpfen. Um meine Berufsehre allemal, erwiderte Ricky. Merlin zuckte wieder die Achseln. Ich glaube, Sie sehen nicht ganz klar, Doktor. Ich versuche Ihnen gerade begreiflich zu machen, wie Sie Ihre Integrität mehr oder weniger retten können. Sie scheinen dummerweise zu glauben, dass hier hätte etwas damit zu tun, wer Recht hat und wer nicht, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Ich finde das faszinierend von einem alten Hasen auf dem Gebiet der Psychoanalyse. Bekommen Sie etwa oft die Wahrheit zu hören, auf diese wundersam authentische, klar definierte Art und Weise? Oder werden Wahrheiten vertuscht, unter dem Deckel gehalten und mit allem möglichen kuriosen psychologischen Ballast überfrachtet, eher vage und schwer fassbar, kaum dass man sie aufgedeckt hat? Und niemals wirklich schwarz oder weiß, viel eher wie Schattierungen von Grau, Braun und sogar Rot? Predigt das Ihr Berufsstand nicht immer? Ricky kam sich wie ein Trottel vor. Die Worte des Anwalts schlugen wie Fausthiebe in einem ungleichen Boxkampf auf ihn ein. Er holte tief Luft, kam zu dem Schluss, dass es dumm von ihm gewesen war, in diese Kanzlei zu kommen. Das Klügste, was er tun konnte, war wohl eher, so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Er wollte sich gerade erheben, als Merlin hinzufügte, »Die Hölle kann vielerlei Gestalt annehmen, Dr. Starks. Sehen Sie in mir nur eine davon.« »Wie bitte?« sagte Ricky. Doch er erinnerte sich an Virgils Worte bei ihrem Besuch, als sie ihm sagte, sie sei eine Führerin zur Hölle. Daher der Name. Der Anwalt lächelte. »Zu König Arthus Zeiten?« sagte er nicht unfreundlich und mit dem Selbstvertrauen eines Mannes, der seinen Gegner taxiert hatte und deutlich unterlegen fand, war die Hölle für alle möglichen Leute eine sehr reale Vorstellung, selbst für die Gebildeten und Arrivierten. Sie haben ganz handgreiflich an Dämonen, Teufel, Besessenheit durch Geister und was nicht alles geglaubt. Sie rochen förmlich Feuer und Schwefel, die die weniger Frommen erwarteten, und sahen in Höllenfeuer und ewigen Folterqualen für eine schlechte Lebensführung keine unangemessene Strafe. Heute, liegen die Dinge ein wenig komplizierter, Doktor, nicht wahr? Wir glauben nicht wirklich, daß wir in irgendeinem Höllenschlund mit Feuerzangen traktiert und in ewiger Verdammnis schmoren werden. Was haben wir also stattdessen? Anwälte. Und glauben Sie mir eins, Doktor, ich kann Ihr Leben mühelos in etwas verwandeln, das einer dieser mittelalterlichen Radierungen von einem dieser Albtraumkünstler recht nahe kommt. Sie suchen nach dem leichten Ausweg, Doc, dem leichten. Sie sollten sich lieber mal diese Versicherungspolize anschauen. In dem Moment flog die Tür zum Konferenzzimmer auf und zwei der Möbelpacker blieben zögerlich stehen, bevor sie den Raum betraten. »Wir würden jetzt gar diese Sachen rausholen«, sagte einer der Männer, »ist so ziemlich alles, was noch übrig ist. Merlin erhob sich. »Kein Problem, ich glaube, Dr. Starks wollte auch gerade gehen. Ricky stand ebenfalls auf, er nickte. Ja, allerdings, er sah auf die Karte des Anwalts. Unter der Adresse sollte mein Anwalt sich mit Ihnen in Verbindung setzen? Ja, in Ordnung, sagte er. Und Sie sind wann erreichbar? Für Sie jederzeit, Doktor. Ich denke, Sie täten gut daran, die Angelegenheit unverzüglich zu regeln. Wäre doch ein Jammer, wenn Sie sich Ihre kostbare Urlaubszeit damit verderben würden, sich über mich Gedanken zu machen, nicht wahr? Ricky sagte nichts, auch wenn ihm auffiel, dass er gegenüber dem Anwalt seine Ferienpläne nicht erwähnt zurückzusehen. Ricky schlüpfte in ein Taxi und bat den Fahrer, ihn zum Plaza Hotel zu fahren. Es lag kaum ein Dutzend Häuserblocks entfernt, und für das, was Ricky vorschwebte, schien es die beste Wahl. Der Wagen schoß nach vorne und raste durch Midtown Manhattan, wie es für New Yorker Taxis charakteristisch ist. Rasche Beschleunigung, scharfes Bremsen, häufiger Spurwechsel, Slalom durch den Verkehr. Eine Fahrweise, die sie nicht langsamer und nicht schneller ans Ziel bringt, als ein gerader, stetiger Kurs. Ricky sah auf das Namensschild des Fahrers und hatte es, wie zu erwarten, auch diesmal mit einem unaussprechlichen ausländischen Namen zu tun. Er lehnte sich zurück und dachte, wie schwer es manchmal war, in Manhattan ein Taxi zu erwischen, und wie auffällig, dass gerade in dem Moment eins auf der Bildfläche erschien, als er vollkommen fertig aus der Anwaltskanzlei trat. Als hätte es nur auf ihn gewartet. Vor dem Hoteleingang riss der Mann das Steuer herum und fuhr schwungvoll an den Bürgersteig heran. Ricky stopfte ein paar Geldscheine durch den Schlitz neben der Plexiglas- Trennwand und stieg aus. Er stürmte am Portier vorbei die Eingangsstufen hoch und ging durch die Drehtür hinein. In der Lobby drängten sich die Gäste, und er schlängelte sich an mehreren Menschen, Trauben und Reisegruppen und an Bergen von Gepäck und herumflitzenden Hotelpagen vorbei zum Palmcourt. Am anderen Ende des Restaurants blieb er stehen, starrte einen Moment auf die Speisekarte. Dann lief er, leicht vorgebeugt und so schnell wie er konnte, ohne unnötig aufzufallen, wie ein Mann, der Angst hat, den Zug zu verpassen Richtung Flur. Er verließ das Hotel durch den Ausgang am südlichen Ende des Central Park und war wieder auf der Straße. Ein Türsteher winkte Taxis heran, sobald ein Gast erschien. Ricky drängte an einer Familie am Bordstein vorbei. Gestatten Sie, sagte er zu dem Vater um die vierzig im Hawaii bedruckten Freizeithemmde über drei wilde Belgier im Alter von sechs bis zehn Jahren wachte. Eine mausgraue Ehefrau stand ein Stück beiseite und gluckte über der ganzen Brut. Ich habe eine Art Notfall. Ich will nicht unhöflich sein, aber Der Vater sah Ricky schief an, Ricky sprang hinein, knallte die Tür hinter sich zu und hörte nur noch, wie die Frau zu ihrem Gatten sagte, Was tust du da, Ralf? Das war für uns! Dieser Fahrer dachte, Ricky war wenigstens nicht von Rumpelstilzchen angeheuert. Er gab dem Mann die Adresse von Merlins Kanzlei. Wie vermutet, stand der Umzugswagen nicht mehr vor der Tür. Auch der Mann vom Sicherheitsdienst in seinem blauen Blazer war verschwunden. Ricky beugte sich vor und klopfte an die Scheibe. Fahren Sie mich bitte zu dieser Adresse, sagte er. Ich hab's mir anders überlegt. Er las die Neue auf der Karte des Anwalts vor. Aber halten Sie, wenn Sie in die Nähe kommen, etwa eine Straßenecke früher, ja? Ich möchte nicht direkt vorfahren. Der Fahrer nickte und zuckte stumm die Achseln. Eine Viertelstunde lang wühlten sie sich durch den Verkehr. Die Adresse von Merlins Karte war nicht weit von der Wall Street und roch nach Prestige. Der Fahrer folgte Rickys Anweisung und hielt einen Block vorher an. Da vorne, sagte der Mann, soll ich rüberfahren? Nein, erwiderte Ricky, das genügt. Er bezahlte und befreite sich aus der Er blickte links und rechts die Straße entlang, doch von dem Anwalt oder seiner Firma oder dem Büromobiliar keine Spur. Er überprüfte nochmals die Adresse auf der Karte, um jeden Irrtum auszuschließen, warf dann einen Blick in das Gebäude und sah, dass sich direkt hinter der Eingangstür der Wachtisch eines Sicherheitsdienstes befand. Ein einsamer Mann in Uniform saß hinter einer Reihe trat das Gebäude und ging erst einmal zu dem Büro Verzeichnis an der Wand. Er überflog die Liste und fand nirgends den Namen Merlin. Ricky trat zu dem Mann vom Sicherheitsdienst, der von seiner Lektüre aufsah. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte er. »Ja,« sagte Ricky, »anscheinend bin ich hier falsch. Ich habe diese Visitenkarte eines Anwalts, aber ich finde ihn nicht dem Verzeichnis. Er soll heute hier einziehen. Der Mann sah sich die Karte an, runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Das ist die richtige Anschrift,« sagte er, »aber mit dem Namen haben wir hier niemanden. Vielleicht ein leeres Büro? Wie gesagt, zieht er erst heute ein. Davon weiß der Sicherheitsdienst nichts. Außerdem ist kein Büro frei geworden, schon seit Jahren nicht. »Tja, wirklich merkwürdig,« sagte Ricky, »muss dann wohl ein Druckfehler sein.« Der Mann gab ihm die Karte zurück. »Möglich,« sagte er. Ricky steckte sie wieder ein und stellte fest, dass er soeben sein erstes Scharmützel mit dem Mann gewonnen hatte, der ihn verfolgte. Was es ihm brachte, musste sich erst noch zeigen. Als Ricky an seinem eigenen Haus vorfuhr, war er immer noch mit sich zufrieden. Er konnte nicht sagen, wer der Kerl in dem Anwaltsbüro gewesen war, ob nicht gar der Mann, der sich Merlin nannte Rumpelstielzchen höchstpersönlich war. Die Möglichkeit bestand durchaus, denn er war sich sicher, dass die Person, die hinter all dem steckte, Ricky direkt ins Auge sehen wollte. Er hätte nicht genau sagen können, was ihn zu der Annahme brachte. Vielleicht war es nur schwer vorstellbar, dass jemand sich an Rickys Qualen weidete, ohne sich persönlich davon zu überzeugen, was er angerichtet hatte. Dabei reichte diese Feststellung für sich genommen noch lange nicht aus, um dem Individuum, dessen Namen erraten mußte, auch nur erste Konturen zu verleihen. »Was weißt du über Psychopathen?« fragte er sich, während er die Treppe zu dem Sandsteinbau hochstieg, in dem sich seine Praxis sowie vier weitere Wohnungen befanden. »Nicht viel«, antwortete er stumm. Worin er sich auskannte, das waren die Nöte und Neurosen leicht bis schwer geschädigter Persönlichkeitsstrukturen. Er wußte, wie sich gut situierte Menschen etwas vormachten, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. Über jemanden, der ein ganzes komplexes Lügengebäude errichtete, um Räumen mußte, nur wenig. Ricky war sich bewusst, daß er hier Neuland betrat. Im selben Moment verflog das Hochgefühl darüber, Rumpelstilzchen ausgetrickst zu haben, und er rief sich kühl und sachlich ins Gedächtnis, wie hoch der Einsatz war. Er sah, daß die Post gekommen war und schloß seinen Briefkasten auf. Ein länglicher, dünner Umschlag trug in der linken oberen Ecke ein offizielles Siegel der Transit Authority von New York und Ricky riß ihn auf. An ein größeres Blatt mit Fotokopie war ein Zettel angeheftet, den er als erstes las. Sehr geehrter Herr Dr. Starks, unsere Ermittlungen haben unter dem persönlichen Ding des Mr. Zimmerman den in Anlage beigefügten Brief zu Tage gefördert. Da sie darin namentlich genannt werden und die Zeilen eine Bewertung ihrer Behandlung enthalten, leite ich ihn weiter. Unsere Akte zu diesem Todesfall ist übrigens nunmehr geschlossen. Mit freundlichen Grüßen Detective J. Riggins. Ricky blätterte das Begleitschreiben zurück und las die Fotokopie. Der Inhalt war kurz, getippt und erfüllte ihn mit einer diffusen Angst. Ich rede und rede, ohne dass ich irgendeine Besserung verspüre. Niemand hilft mir. Niemand hört auf den, der ich eigentlich bin. Ich habe für meine Mutter Vorkehrungen getroffen. Sie sind zusammen mit meinem Testament, den Versicherungspolizen und anderen Dokumenten in meinem Schreibtisch im Büro hinterlegt. Ich entschuldige mich bei allen Betroffenen mit Ausnahme von Dr. Starks. Den anderen lebe wohl. Roger Zimmerman. Selbst die Unterschrift war getippt. Ricky starrte auf den Abschiedsbrief und merkte, wie sämtliche Emotionen aus seinem Innern wichen. Zimmermans Zeilen, dachte Ricky, konnten nicht authentisch sein. Innerlich blieb er hartnäckig dabei. Zimmerman war kein wahrscheinlicherer Selbstmordkandidat als Ricky selbst. Er ließ keinerlei Selbstmordabsichten erkennen, keinerlei selbstzerstörerische Tendenzen, keine Neigung zu Gewalt gegen die eigene Person. Zimmerman war neurotisch und stur und erst am Anfang analytische Erkenntnisse. Er war ein Mann, der laufend Anstöße brauchte, um etwas zu tun, genauso wie er Riggys Meinung nach vor diesen U-Bahn-Zug gestoßen werden mußte. Doch Ricky merkte, daß er allmählich nicht mehr klar zwischen echt und falsch unterscheiden konnte. Trotz des Briefs von Detective Regans und nach seinem Besuch in der U-Bahn-Station sowie der Polizeidienst Stelle fiel es ihm immer noch schwer, Zimmermans tot zu akzeptieren. Er schien irgendwo im Surrealen angesiedelt. Er starrte auf den Abschiedsbrief und stellte fest, daß er allein mit Namen genannt war. Auch das Fehlen einer Unterschrift fiel ihm auf. Stattdessen hatte derjenige, der die Zeilen geschrieben hatte, Zimmermans Unterschrift getippt, oder aber Zimmerman selbst hatte ihn getippt, falls der Brief doch von ihm stammte. In seinem Kopf drehte sich alles. Der kurze Sieger stolz darüber, daß er den Anwalt ausgetrickst hatte, wich einem Flauengefühl, das schon an Übelkeit grenzte und ihm schwer im Magen lag, auch wenn es, wie Ricky vermutete, psychosomatischer Herkunft war. Im Fahrstuhl auf dem Weg zu seinem Zuhause hatte er das Gefühl, als lasteten ihm Bleigewichte auf den Schultern und zerrten ihm an den Füßen. Die erste Spur von Selbstmitleid schlich sich in seine Gedanken. Die Frage, wieso gerade ich, heftete sich an jeden seiner bleiernden Schritte. Praxisstand war er erschöpft. Er warf sich auf seinen Schreibtischstuhl und nahm den Brief von der Psychoanalytic Society zur Hand. Im Geist strich er den Namen des Anwalts aus, auch wenn er nicht so naiv war, zu glauben, er würde nicht wieder von Mr. Merlin hören, wer immer er auch war. Auch der Name des Bostoner Therapeuten, zu dem das angebliche Opfer ging, stand in dem Brief, und Ricky begriff, dass dies seine nächste Anlaufstelle war. Für einen Moment wollte er den Namen ignorieren, einfach nicht tun, was von ihm erwartet wurde. Doch dann machte er sich klar, dass es einem Schuld eingeständnis glich, wenn er nicht energisch das Gegenteil beteuerte. Er kam um den Anruf nicht herum, wie fingiert und nutzlos er auch sein mochte. Immer noch mit dieser Übelkeit im Magen griff Ricky nach dem Telefon und wählte die Nummer des Therapeuten. Es klingelte einmal, dann schaltete sich, wie er schon halb erwartet hatte, der Anruf Beantworter ein. Hier spricht Dr. Martin Soloman. Ich kann Ihren Anruf im Moment nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und eine kurze Nachricht und ich rufe Sie umgehend zurück. Wenigstens ist er noch nicht in den Urlaub abgereist, dachte Ricky. Dr. Soloman, sagte Ricky in energischem Ton, wie ein Schauspieler, der versucht, eine gewisse Wut und Empörung in seine Stimme zu legen. Dr. Starks, Manhattan am Apparat. Ich werde von einer Ihrer Patientinnen schwerwiegenden Fehlverhaltens beschuldigt. Ich möchte Sie hiermit davon in Kenntnis setzen, dass diese Behauptungen vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Sie sind frei erfunden und seiner Nachricht machte ihm wieder ein bisschen Mut. Er sah auf die Uhr. Fünf Minuten, dachte er, allenfalls zehn, bis er sich meldet. Und damit lag er richtig. Nach sieben Minuten klingelte das Telefon. Er meldete sich mit fester tiefer Stimme. Dr. Starks am Apparat. Der Mann am anderen Ende der Leitung schien erst einmal Luft zu holen, bevor er sagte, Herr Kollege, hier spricht Martin Soloman. Ich habe ihre Nachricht bekommen und hielt es für das Klügste sofort zurückzurufen. Ricky warte eine Weile berätes Schweigen, bevor er fragte, wer ist diese Patientin, die mich einer so verwerflichen Handlungsweise bezichtigt? Ihm schlug ebenso bedeutsame Stille entgegen, bevor Soloman erwiderte, vorerst bin ich nicht befugt, ihnen ihren Namen preiszugeben. Sie hat mich wissen lassen, sie würde sich zur Verfügung halten, sobald sich der Untersuchungsausschuss der autorisierten Ärztekammer mit mir in Verbindung setzt. Die Beschwerde, überhaupt erst einmal bei der New York Psychoanalytic Society vorzubringen, war ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg zur Genesung. Sie muss behutsam vorgehen. Aber, Herr Kollege, das klingt mir doch recht unwahrscheinlich. Sie wissen zweifellos, wen Sie vor so kurzer Zeit behandelt haben. Und angesichts der Einzelheiten, die sie mir im Lauf des letzten halben Jahres preisgegeben hat, erscheinen mir ihre Aussagen ganz und gar authentisch. Einzelheiten? fragte Ricky. Was für Einzelheiten? Der Kollege zögerte. Nun ja, ich weiß nicht, wie viel ich machen Sie sich nicht lächerlich. Ich glaube kein Moment, dass diese Person existiert, unterbrach Ricky in Barsch. Ich kann Ihnen versichern, dass sie sehr wohl existiert. Und Ihre Leiden sind beträchtlich, sagte der Therapeut in enger Anlehnung an das, was kurz zuvor Anwalt Marlen behauptet hatte. Offen gesagt, Herr Kollege, finde ich Ihr Leugnen alles andere als überzeugend. Welche Einzelheiten also? Solomon zögerte eine Weile, bevor er sagte, sie hat sie beschrieben, körperlich, in allen Einzelheiten. Sie hat ihre Praxis beschrieben, sie wie ich jetzt sagen kann, geradezu unheimlich getreu. Unmöglich, platzte Ricky heraus. Dr. Solomon legte erneut eine Pause ein und fragte dann, sagen Sie, Herr Kollege, an der Wand in Ihrer Praxis, neben dem Porträt von Freud, hängte ein kleiner, in blau-gelb gehaltener Holzschnitt von einem Sonnenuntergang auf Cape Cod? Ricky blieb die Luft weg. Zu den wenigen Kunstwerken, die in seiner mönchischen Welt verblieben waren, gehörte eben dieses Bild. Es war ein Geschenk seiner Frau zu ihrem fünfzehnten Hochzeitstag gewesen und einer der wenigen Gegenstände, die seine Säuberungsaktion, nachdem sie ihrem Krebsleiden erlegen war, überstanden hatte. Es hängt da, nicht wahr? Meine Patientin hat erklärt, sie habe immer dieses Kunstwerk fixiert und versucht, sich mit einer Willensanstrengung in dieses Bild zu versetzen, während sie von ihnen sexuell missbraucht wurde. Eine außerkörperliche Erfahrung gewissermaßen. Mir sind andere Fälle von Sexualdelikten bekannt, bei denen die Opfer so etwas tun und sich vorstellen, an einem anderen Ort zu sein. Das ist kein ungewöhnlicher Selbstschutzmechanismus. Ricky schluckte schwer. Nichts dergleichen hat jemals stattgefunden. Nun ja, sagte Solomon unvermittelt, davon müssen sie nicht mich überzeugen, oder? Ricky überlegte einen Moment, bevor er fragte, wie lange ist diese Patientin schon bei Ihnen in Behandlung? Seit einem halben Jahr, und wir haben noch einen verdammt langen Weg vor uns. Wer hat sie an sie überwiesen? Wie bitte? Wer sie an sie überwiesen hat? Ich weiß nicht, ob ich mich recht entsinne. Wollen Sie mir erzählen, dass eine Frau, die ein derartiges Trauma erlitten »Das sollten Sie aus dem Kopf wissen, würde ich meinen. Trotzdem müsste ich nachsehen.« Ricky schnaubte verächtlich. »Sie werden feststellen, dass sie niemand überwiesen hat. Sie hat sie sich aus einem ganz offensichtlichen Grund ausgesucht. Deshalb noch einmal die Frage, wieso Sie, Herr Kollege?« Solomon ließ sich mit der Antwort ein wenig Zeit. »Ich habe in dieser Stadt einen gewissen Ruf, Opfer von Sexualdelikten erfolgreich zu behandeln. Was verstehen Sie unter Ruf? Es hat ein paar Artikel über meine Arbeit in der hiesigen Presse gegeben. Rickys Gedanken überschlugen sich. Sagen Sie oft vor Gericht aus? Nicht allzu häufig, aber ich bin mit den Verfahrensweisen vertraut. Wie oft ist nicht oft? Drei, vier Mal und ich weiß sehr wohl, worauf sie hinaus wollen. Ja, es ging dabei um Fälle, die ein großes Sachverständiger aufgetreten? Ja, schon, bei mehreren Zivilverfahren, einschließlich einem gegen einen Psychiater, der mehr oder weniger desselben Vergehens wie sie beschuldigt wurde. Außerdem habe ich an der medizinischen Fakultät der Universität von Massachusetts eine Dozentur inne und halte Vorlesungen zum Thema Rehabilitationsprofile bei Verbrechensopfern. Stand ihr Name in der Zeitung kurz bevor sich diese Patientin an sie wandte? Ich meine an markanter Stelle? Ja, ein Feature im Boston Globe, aber ich kann nicht erkennen, wieso, und sie wollen immer noch behaupten, ihre Patientin sei glaubwürdig. Allerdings, ich habe sie jetzt seit einem halben Jahr in Behandlung. Zwei Sitzungen die Woche. Alles, was sie sagt, ist vollkommen stimmig. Nichts, was sie bisher gesagt hat, veranlasst mich auch nur im mindesten an ihrem Wort zu zweifeln. Herr Kollege, Sie wissen doch so gut wie ich, dass es nahezu unmöglich ist, einen Therapeuten erfolgreich anzulügen, besonders über einen so langen Zeitraum. Noch wenige Tage zuvor hätte Ricky dieser Einschätzung zugestimmt. Jetzt war er sich da nicht mehr so sicher. Und wo ist sie jetzt? Sie ist bis einschließlich der dritten Augustwoche in Urlaub. Hat sie ihnen zufällig eine Telefonnummer hinterlassen, wo sie im August für sie erreichbar ist? Nein, soviel ich weiß nicht, wir haben lediglich einen Termin für Ende des Monats vereinbart und es dabei bewenden lassen. Ricky dachte angestrengt nach, bevor er eine weitere Frage stellte. Und hat ihre Patientin vielleicht auffällige durchdringende grüne Augen? Solomon schwieg. Als er sich wieder meldete, lag eine eisige Reserviertheit in seinem Ton. Demnach kennen Sie sie also doch? Nein, sagte Ricky, ich habe nur geraten. Dann legte er auf. Virgil, sagte er in Gedanken. Ricky ertappte sich dabei, wie er auf das Gemälde an der Bürowand starrte, das in den angeblichen Erinnerungen der Pseudopatientin oben in Boston eine so markante Rolle spielte. Er hegte nicht den geringsten Zweifel, daß Dr. Solomon echt und mit Bedacht ausgewählt worden war. Ebenso wenig Zweifel hegte er daran, daß diese so schöne und so verstörte junge Frau, die sich in die Obhut des bekannten Dr. Solomon begeben hatte, nie wieder bei ihm auftauchen würde. Zumindest nicht in dem von Solomon erwarteten Zusammenhang. Ricky schüttelte den Kopf. Es gab weiß Gott nicht wenige Therapeuten, denen ihre Stellung derart zu Kopf stieg, daß sie die Aufmerksamkeit der Presse ebenso liebten wie die Ergebenheit ihrer Patienten. Sie führten sich auf, als verfügten sie über irgendwelche einzigartigen und ganz und gar magischen Einblicke in den Gang der Welt und das Treiben der Menschen, weshalb sie mit schludriger Regelmäßigkeit Meinungen und Urteile vom Stapel ließen. Ricky hegte den Verdacht, daß Solomon eher zur Sorte dieser Talkshow Seelen Klempner gehörte, die sich den Anschein von Durchblick geben, ohne ihn sich durch harte Arbeit zu verschaffen. Es ist viel leichter, jemandem kurz zuzuhören und einen Kommentar aus dem Ärmel zu schütteln, als Tag für Tag dazusitzen und langsam durch die im Gerichtssaal oder für Zeitungsartikel hergaben, hatte er nichts als Verachtung übrig. Das Problem war allerdings, räumte Ricky ein, daß Solomans Reputation und öffentliche Präsenz den Anschuldigungen Glaubwürdigkeit verleihen würden. Sein Name unter dem Brief verschaffte dem Machwerk ein Gewicht, das lange genug vorhalten würde, damit der Anstifter des Ganzen seine Schlinge um Rickys Hals enger ziehen konnte. Was Ziel, kam prompt die Antwort, vor allem aber, daß die Netze, in denen er sich immer mehr verfing, bereits vor Monaten ausgelegt worden waren. Noch einmal sah er auf das Gemälde, das seine Praxiswand schmückte. Sie waren hier, dachte er, lange bevor Virgil hereinspaziert ist. Hier war nichts sicher. Eine Privatsphäre gab es nicht. Sie waren schon vor Monaten hier, und ich habe es nicht gewußt. Ihn überkam wie ein Schlag in die Magengrube traf, und sein erster Impuls war es, aufzustehen, das Zimmer zu durchqueren, den vom Kollegen in Boston erwähnten kleinen Holzschnitt zu packen und vom Haken zu reißen. Er nahm das Bild und schleuderte es in den Papierkorb neben dem Schreibtisch, so daß der Rahmen zerbrach und das Glas splitterte. Das Geräusch war wie ein Schuss, der Er drehte sich um und packte die Kanten seines Schreibtischs, als brauchte er Halt. So schnell wie er aufweilte, veräppte der Zorn und ließ eine weitere Woge der Übelkeit zurück, die ihn überschwemmte. Ihm war schwindelig. Alles drehte sich ihm vor Augen, wie es schon mal passieren kann, wenn man zu schnell aufsteht, besonders mit einer schlimmen Erkältung oder einer Grippe in den Knochen. Rickys Gefühle kamen ins Stocken, sein Atem wurde kurz und keuchend, als hätte ihm jemand ein Seil um die Brust geschnürt, so dass er kaum Luft bekam. Er brauchte einige Minuten, um sich zu fangen, und selbst dann fühlte er sich immer noch schwach, beinahe erschöpft. Er sah sich weiter in seinem Sprechzimmer um, das jetzt allerdings verändert schien. Es kam ihm so vor, als hätten all die Dinge, mit denen er sein Leben schmückte, eine unheilvolle Bedeutung gewonnen. Er glaubte, daß er ab jetzt den Dingen nicht mehr trauen konnte, die er direkt vor der Nase hatte. Er fragte sich, was Virgil dem Bostoner Arzt wohl sonst noch beschrieben hatte, welche anderen Einzelheiten aus seinem Leben im Rahmen einer Beschwerde Fall verstört zu ihm gekommen waren, um sich darüber zu beklagen, wie unsicher ihnen ihr Leben nach dem Übergriff erschien. Er hatte diese Klagen zwar mit Anteilnahme, doch auch klinischer Distanz quittiert und dabei nie wirklich verstanden, wie elementar dieses Gefühl war. Jetzt wußte er es besser, räumte er ein. Auch er fühlte sich beraubt. Erneut sah er sich im Zimmer um. Was er einmal Lüge, glaubhaft als die Wahrheit hinzustellen, ist ein kniffliges Stück Arbeit, überlegte er. Dazu gehört sorgfältige Planung. Rickley schaffte es irgendwie wieder hinter seinen Schreibtisch zurück und sah, daß das rote Lämpchen an seinem Anrufbeantworter fortwährend blinkte. Auch der Nachrichtenzähler leuchtete rot, mit der Zahl vier. Er drückte den Knopf, der die Vorrichtung einschaltete und hörte die erste Nachricht ab. Er erkannte sofort die Stimme eines Patienten, eines Journalisten bei der New York Times im schon etwas fortgeschrittenen Alter, der einer zwar gut bezahlten, doch im Wesentlichen eintönigen Tätigkeit nachging, bei der er für den Wissenschaftsteil die Artikel der jüngeren dynamischeren Reporter redigierte. Er war ein Mann, der sich danach sehnte, mehr aus seinem Leben zu machen, der seine Kreativität und Originalität ausloten wollte, jedoch davor zurückschreckte, das empfindliche Gleichgewicht seines geordneten Alltags zu stören. Gleichwohl machte dieser intelligente, kultivierte Patient beachtliche Fortschritte bei seiner Therapie und durchschaute allmählich die Verbindung zwischen seiner strengen Erziehung im Mittleren Westen und seiner Angst vor dem Abenteuer. Ricky mochte den Mann gern und rechnete ihm gute Chancen aus, seine Analyse abzuschließen und die Befreiung, die sie mit sich brachte als Chance zu nutzen, worin für den Therapeuten die größte Befriedigung liegt. »Dr. Starks«, sagte der Mann gedehnt, fast widerstrebend, nachdem er seinen Namen genannt hatte. »Ich bitte um Entschuldigung, daß ich während ihres Urlaubs eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter hinterlasse. Ich möchte Sie nicht in Ihren Ferien stören, aber heute Morgen ist ein höchst besorgniserregender Brief mit der Post gekommen. Ricky atmete hastig ein. Die Durchsage des Patienten spulte sich weiter langsam ab. Es handelt sich bei dem Brief um die Kopie einer Beschwerde bei der Bundesstaatlichen Kommission für Medizinische Ethik sowie der Psychoanalytic Society von New York. Mir ist bewusst, daß die Anonymität dieser Beschuldigung es außerordentlich erschwert, ihnen entgegenzutreten. Die Kopie des Briefs wurde mir übrigens nicht in mein Büro, sondern nach Hause zugestellt und enthielt keinen Absender oder andere Merkmale, die eine Zuordnung ermöglichen würden. Wieder zögerte der Patient. Ich sehe mich hier einem schweren Interessenkonflikt gegenüber. Ich hege wenig Zweifel, daß diese Beschwerde von hohem Nachrichtenwert ist und zur Überprüfung an einen unserer Lokalreporter weitergeleitet werden sollte. Andererseits würde ein solcher Schritt unser Verhältnis schwer beschädigen. Ich bin über diese Anschuldigungen, die Sie vermutlich leugnen werden, zutiefst beunruhigt. Der Patient fügte, alle leugnen ihre Vergehen. Ich habe das nicht getan, ich habe das nicht getan, bis die Ereignisse sie eingeholt haben und sie sich so in die Enge getrieben fühlen, daß sie nicht länger lügen können. Präsidenten, Regierungsvertreter, Geschäftsleute, Ärzte, Pfadfinderführer und Baseball-Jugendtrainer verflucht noch mal. Am Ende sehen sie sich gezwungen, die Wahrheit zu sagen und erwarten, dass alle ihre Auffassung teilen, ihnen wäre ja gar nichts anderes übrig geblieben, als zu lügen, als wäre es ganz okay zu lügen, bis man an den Punkt kommt, wo man die Lüge nicht länger aufrechterhalten kann. Der Patient legte wieder eine Pause ein. Dann war die Aufnahme zu Ende. Die Nachricht schien gekappt zu sein, bevor der Mann alles gesagt hatte, wozu er Rickys Stellungnahme hören wollte. Rickys Hand zitterte ein wenig, als er wieder auf die Playtaste drückte. Bei der nächsten Nachricht war nur das Schluchzen einer Frau zu hören. Unglücklicherweise erkannte er die Stimme und wußte, dass sie einer weiteren Langzeitpatientin gehörte. Auch sie hatte, vermutete er, eine Kopie des Briefs erhalten. Auch die letzten beiden Nachrichten kamen von Patienten. Einer von ihnen, ein prominenter Choreograf für Broadway-Inszenierung, zischte wenigstens so verwirrt wie außer sich. Ihn packte die Verzweiflung. Vielleicht zum ersten Mal in seiner beruflichen Laufbahn wußte er nicht, was er seinen eigenen Patienten sagen sollte. Die anderen, die noch nicht angerufen hatten, waren, so befürchtete er, nur noch nicht am Briefkasten gewesen. Zu den wesentlichen Elementen der Psychoanalyse gehört die einzigartige Beziehung zwischen Patient und Therapeut, bei der der Patient jede intime Einzelheit seines Lebens vor einer Person ausbreitet, die das nicht erwidert und sogar auf die provokantesten Mitteilungen nur selten reagiert. Bei dem Kinderspiel Wahrheit oder Pflicht wird das Vertrauen durch geteiltes Risiko hergestellt. Ich sag dir etwas und du sagst mir etwas. Du zeigst mir deins, ich zeig dir meins. Die Psychoanalyse stellt dieses Verhältnis durch ihre grandiose Einseitigkeit vollkommen auf den Kopf. Ricky wie er reagierte unverzichtbar zur Dynamik des großen Übertragungsprozesses gehörte, der sich in seiner Praxis abspielte und bei dem er, so wie er da hinter dem Kopf seiner auf der Couch ausgestreckten Patienten saß, für jeden von ihnen etwas anderes symbolisierte, etwas Beunruhigendes, so daß er sie, indem er jeweils eine bestimmte Rolle übernahm, durch ihre Probleme geleiten konnte. Sein Schweigen stand aus psychologischer Sicht für die Mutter eines Patienten, den Vater eines anderen, den Chef eines Dritten. Sein Schweigen stand für Liebe und Hass, für Wut und Trauer. Es konnte Verlust und Zurückweisung bedeuten. In gewissem Sinne war der Psychoanalytiker nach seinem Verständnis ein Chamäleon, das auf jeder Berührungsfläche die Farbe wechselt. Er reagierte auf keinen Anruf seiner Patienten, und bis es Abend war, hatten sie sich alle gemeldet. Der Redakteur von der Times hatte Recht, dachte er. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Begriff des Dementis vollkommen ausgehöhlt hat. Wer heutzutage eine Beschuldigung von sich wies, setzte sich automatisch dem Verdacht aus, nur zu einer Notlüge zu greifen, die man immer noch widerrufen und späteren Erfordernissen anpassen kann, wenn man eine akzeptable Wahrheit ausgehandelt hat. Mehrere Stunden täglich, zusammengenommen Wochen, Monate und Jahre, die er mit diesem Patienten verbracht hatte, waren durch eine einzige gut fingierte Lüge brutal zunichte gemacht. Er wußte nicht, was er seinen Patienten sagen, ob er überhaupt antworten sollte. Der Kliniker in ihm begriff, daß die Reaktionen eines jeden dieser Patienten auf die Anschuldigung therapeutischer Erkenntnisse enthielten, die jedoch zu nichts führen würden. Zum Abendessen machte er sich an diesem Tag Hühnersuppe aus der Dose. Während er die heiße Brühe in den Mund löffelte, fragte er sich, ob ein wenig von den Heilkräften, die man diesem Gebräu nachsagte, ihm direkt ins Herz strömen würde. Ihm wurde klar, daß er immer noch keinen Schlachtplan, keine systematische Vorgehensweise entwickelt hatte, eine Diagnose, der die Behandlung folgen konnte. Bis jetzt war Rumpelstilzchen wie eine Art heimtückisches Krebsgeschwür erschienen, das ihn an mehreren Stellen befallen hatte und seine Fassade zum Bröckeln brachte. Eine schlüssige Strategie stand noch aus. Das Problem war nur, daß dies seiner Ausbildung zuwider lief. Wäre er Onkologe gewesen, wie die Männer, die seine Frau ohne Erfolg behandelt hatten, oder auch nur ein Zahnarzt, der den maroden Zahn nicht nur sieht, sondern auch zieht, dann sähe die Sache anders aus. Doch Rickys Ausbildung war entschieden anderer Art. Ein Psychoanalytiker erkennt zwar gewisse, klar umrissene Charakteristika und Syndrome, überlässt die konkrete Gestaltung seiner Behandlung aber letztlich dem Patienten selbst, wenn auch unter den schlichten Rahmenbedingungen der Analyse. Und so stand Ricky gegenüber Rumpelstilzchen und seiner Bedrohung genau das Rüstzeug im Wege, das ihm über die Jahre so hervorragende Dienste Die Passivität, die seine Tätigkeit kennzeichnete, erwies sich plötzlich als Gefahr. Zum ersten Mal an diesem fortgeschrittenen Abend hatte er Angst, sie könnte sein Todesurteil sein. An diesem Morgen striche er einen weiteren Tag auf Rumpelstilzchens Kalender durch und verfasste die folgende Anfrage. Suche emsig seit Tagen schon aus zwanzig Jahren die eine Person. Von welchem Zeitpunkt reden wir, denn wenig Tage verbleiben mir. Und mach das auch die Sache schwer, bin ich wohl hinter Ersmutter her? Ricky war bewusst, daß er sich nicht allzu genau an Rumpelstilzchens Regeln hielt, indem er zwei statt nur eine Frage stellte und sie außerdem nicht im Sinne einer einfachen Ja-Nein-Antwort formulierte, wie er ihnen angewiesen hatte. Doch er spekulierte darauf, daß Rumpelstilzchen diese Übertretung hinnehmen und ein wenig detaillierter antworten könnte, wenn Ricky sich desselben Kinderreim-Schemas bediente wie sein Peiniger selbst. Ricky war klar, daß er Informationen brauchte, wenn er herausbekommen wollte, wem er da ins Garn gegangen war. Und zwar eine Menge. Dabei war er nicht so naiv anzunehmen, daß Rumpelstilzchen irgendwelche Details preisgeben würde, die Ricky verrieten, wo er nach ihm zu suchen hatte, oder ihn unmittelbar auf die Fährte seines Namens setzen würde, den er den Behörden nennen konnte, falls Ricky herausfand, an welche Behörden er sich am besten wandte. Der Mann hatte sein Rachefeldzug zu genau geplant, als daß ihm so etwas unterlaufen würde. Doch ein Psychoanalytiker gilt immerhin als ein Experte des Verborgenen und Verqueren. Schließlich sollte er sich mit dem Verschwiegenen auskennen, dachte Ricky. Und falls er Rumpelstilzchens wirklichen Namen herausfinden wollte, dann konnte es nur durch einen Lapsus passieren, den der Mann, wie akribisch er das Ganze auch in die Wege geleitet hatte, nicht voraussehen konnte. Die Dame bei der Times, die den Auftrag für die einspaltige Anzeige auf der Titelseite entgegennahm, schien angenehm überrascht von dem Reim. Das ist mal was anderes, sagte sie leicht hin, sonst haben wir da immer nur diese herzlichen Glückwunsch zum Fünfzigsten von Mama und Papa Anzeigen oder auch Köder für irgendein neues Produkt, das jemand verkaufen will, sagte sie. Das hier scheint was anderes zu sein. Was ist es denn für ein Anlass? Ricky versuchte höflich zu sein und antwortete daher mit einer wirkungsvollen Lüge. Es ist Teil einer raffinierten Schnitzeljagd, nur ein kleiner Ferienzeit vertreibt für ein paar von uns, die Puzzle und Kreuzwort Rätsel lieben. Oh, erwiderte die Frau, klingt lustig. Ricky ließ das unkommentiert. Die Frau bei der Zeitung las ihm den Reim ein letztes Mal vor, um sicherzustellen, dass sie alles richtig aufgeschrieben hatte, und notierte sich dann die nötigen Daten für die Rechnung. Sie fragte, ob er die Anzeige auf Rechnung oder Kreditkarte schalten wollte. Er entschied sich für die Kartenabbuchung. Er hörte, wie ihre Finger in die Computertastatur hämmerten, während er seine Visakartennummer vorlas. Also dann haben wir es, sagte die Frau. Die Anzeige erscheint morgen, und viel Glück mit ihrem Spiel, fügte sie hinzu. Ich hoffe, sie gewinnen. Das hoffe ich auch, sagte er. Er bedankte sich und legte auf, dann wandte er sich wieder seinen Stapeln an Notizen und anderen Unterlagen zu. Eingrenzen und Ausschließen, dachte er. Geh systematisch und gründlich vor. Schließe Männer oder Frauen aus. Schließe die Alten aus und konzentriere dich auf die Jungen. richtigen Zeitabschnitt ein, das richtige Verwandtschaftsverhältnis. So kommst du an Namen. Ein Name wird zum Nächsten führen. Ricky atmete schwer. Ein Leben lang hatte er sich bemüht, Menschen dabei zu helfen, die emotionalen Kräfte zu verstehen, die bestimmte Ereignisse in ihrem Leben nach sich zogen. Von einem Psychoanalytiker durfte erwartet werden, dass er jede Schuldzuweisung eliminiert und in dem Bedürfnis nach Rache eine Möglichkeiten dem Patienten über dieses Bedürfnis und die Wut hinweg zu helfen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich ein Patient gleich zu Beginn der Behandlung zu einem Zorn bekennt, der danach verlangt, ausagiert zu werden. Die Therapie war dann darauf abgestellt, diesen Drang zu überwinden, so dass derjenige von da an ohne den zwanghaften Wunsch leben konnte, es jemandem heimzuzahlen. Es Kopf davon schwirrte, seine bisherigen Erkenntnisse zusammenzufassen und auf die Situation anzuwenden, klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch. Er zuckte zusammen und zögerte, während er die Hand danach ausstreckte und sich fragte, ob es wohl Virgil war. War es nicht. Es war die Anzeigenfrau bei der Times. Dr. Starks? Ja. Tut mir leid, dass ich noch mal anrufe, aber wir hatten ein kleines Problem. Ein Problem? Wo liegt es ging? Dann fuhr sie fort. Die Visa-Karten-Nummer, die Sie mir gegeben haben, die ist als gesperrt zurückgekommen. Sind Sie sicher, dass Sie mir die richtige Zahlenfolge gegeben haben? Ricky wurde rot, obwohl er sich allein im Zimmer befand. Gesperrt? Das ist unmöglich, sagte er empört. Vielleicht habe ich ja die Nummer falsch verstanden. Er griff nach seiner Brieftasche und las die Ziffern noch einmal langsam vor. Die Frau schwieg, bevor sie sagte, nein, das ist die Nummer, die ich eingegeben habe. Die Rückmeldung besagt, dass die Karte gesperrt ist. Verstehe ich nicht, sagte Ricky mit wachsender Frustration. Ich habe gar nichts gesperrt und ich gleiche jeden Monat das ganze Soll aus. Die Kreditkarteninstitute machen mehr Fehler, als sie meinen würden, sagte die Frau zur Erklärung. Haben Sie vielleicht eine andere Karte oder soll ich Ihnen doch einfach eine als er abrupt innehielt? Er schluckte schwer. Tut mir leid, Ihnen die Umstände zu machen, sagte er langsam, weil er sich plötzlich mühsam beherrschen musste. Ich werde mich mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung setzen müssen. Inzwischen schicken Sie mir am besten einfach eine Rechnung zu. Die Frau murmelte etwas zur Bestätigung, überprüfte noch einmal seine Adresse und fügte hinzu, Passiert alle Nase lang, haben Sie geworfen werden, oder Sie kaufen etwas und der Verkäufer verhökert ihre Nummer an einen Betrüger. Es gibt unzählige Methoden, mit einer Kreditkarte Missbrauch zu treiben, aber Sie rufen wirklich besser das Institut an, das sie ausgestellt hat, und klären die Sache. Schließlich wollen Sie sich nicht mit Abbuchungen rumschlagen, die Sie gar nicht gemacht haben. Jedenfalls werden die Ihnen wahrscheinlich binnen 24 Stunden eine neue ausstellen. Bestimmt, sagte Ricky. Er legte auf. Langsam zog er eine Kreditkarte nach der anderen aus der Brieftasche. Die sind alle unbrauchbar, sagte er sich. Die sind alle gesperrt. Er wußte nicht wie, aber er wußte durch wen. Dennoch machte er sich daran mühselig, jedes Kreditinstitut einzeln anzurufen, um bestätigt zu finden, was er bereits wußte. Der telefonische Kundendienst war immer freundlich, wenn auch nicht sehr hilfreich. Als er zu erklären versuchte, dass er in Wahrheit seine Karten gar nicht hatte sperren lassen, wurde er jedes Mal eines Besseren belehrt. So war es in ihrem Computer gespeichert und der Computer konnte nicht irren. Er fragte jedes Mal nach, wie genau die Karte gesperrt worden sei und davor übereinstimmend der Auftrag auf der Tastatur erfolgen. Dies sei sagten sie ein Service, den die Bank anbiete, um ihren Kunden in finanziellen Dingen das Leben zu erleichtern, auch wenn Ricky dies unter den gegebenen Umständen vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnte. Alle boten ihm an, für ihn ein neues Konto zu eröffnen. Er erklärte jedem Institut, er würde darauf zurückkommen. Dann nahm er eine Schere aus der überzogen hatten und in die Schuldenfalle getappt waren. Ricky wußte nicht, wie weit Rumpelstielchen sich Zugang zu seinen Finanzen verschafft hatte. Ebenso wenig wußte er, wie überhaupt. Schulden passen gut in das Spiel, das der Mann ausgeheckt hat, gab Ricky zähne knirschend zu. Er glaubt, ich stehe in seiner Schuld, und zwar einer, die nicht per Scheck oder Kreditkarte Anruf bei dem Mann zu machen, der sein bescheidenes Anlageportfolio betreute, und hinterließ bei seiner Sekretärin die dringende Bitte um Rückruf des Börsenmaklers. Dann lehnte er sich einen Moment zurück und fragte sich, wie es Rumpelstielchen wohl gelungen war, in diesen Bereich seines Lebens einzudringen. Ricky war ein Computeridiot. Internet und AOL, Yahoo oder Ebay, Websites, Chatrooms und Cyberspace kannte er dem Namen nach, aber nicht aus eigener Anschauung. Seine Patienten erzählten des Öfteren von einem Leben mit der Tastatur und so hatte er eine gewisse Vorstellung davon, wozu ein Computer imstande war, aber noch mehr davon, was er mit den Patienten anstellen konnte. Er hatte nie die Notwendigkeit gesehen, sich selbst irgendwelche Kenntnisse dieser Art anzueignen. Was er festzuhalten hatte, schrieb er mit dem Stift in seine Notizbücher. Wenn er einen Brief schreiben wollte, tippte er ihn auf einer vorsinnflutlichen Schreibmaschine, die über zwanzig Jahre auf dem Buckel hatte und die er im Schrank aufbewahrte. Dabei besaß er eigentlich einen Computer. Im ersten Jahr ihrer Krankheit hatte seine Frau sich einen angeschafft und in dem Jahr, als sie starb, noch aufgerüstet. Er hatte mitbekommen, dass sie den Apparat dazu benutzt hatte, elektronisch mit Selbsthilfegruppen für Krebspatienten in Verbindung zu treten und sich in jener eigentümlich abgerückten Welt des Internet mit Leidensgefährten auszutauschen. Er hatte sich bei diesen Vorstößen nicht eingebracht, um ihre Privatsphäre zu respektieren, auch wenn man ihm dies als mangelndes Interesse hätte auslegen können. Der Computer hatte auf ihrem Schreibtisch in der Schlafzimmerecke gestanden, an dem sie saß, wenn sie sich stark genug fühlte, das Bett zu verlassen. Kurz nach ihrem Tod hatte er ihn in einen Karton gepackt und in einem der Kellerräume seines Gebäudes verstaut. Er hatte vorgehabt, ihn wegzuwerfen, vielleicht auch einer Schule oder Bücherei zu spenden, sich aber einfach nicht darum gekümmert. Ihm wurde bewusst, dass er ihn jetzt vielleicht brauchen könnte, weil, wie er vermutete, Rumpelstilzchen sehr wohl damit umzugehen verstand. Ricky erhob sich und beschloss in diesem Moment den Computer seiner toten Frau aus dem Keller zu holen. In der rechten oberen Schreibtischschublade bewahrte er den Schlüssel zu einem Vorhängeschloss auf, den er sich schnappte. Er schloss sorgsam seine Wohnungstür hinter sich ab und nahm den Fahrstuhl in den Keller. Seit Monaten war er nicht mehr da unten gewesen und bei der abgestandenen muffigen Luft, die ihm entgegenschlug, zog er die Nase kraus. Sie stank widerwärtig nach Alter und Dreck, ausgedörrt von der Heizung, kaum war er aus dem Fahrstuhl getreten, schnürte es ihm die Brust zu wie bei einem Asthmatiker. Er fragte sich, wieso die Hausverwaltung hier unten nie sauber machte. An der Wand war ein Schalter und als er ihn umlegte, tauchte eine nackte hundert Watt Glühbirne den Keller in schwaches Licht. In jede Richtung, die er lief, warf er Schatten, die sich in grotesken Streifen über die modrige Dunkelheit legten. Jede der sechs Wohnungen im Gebäude verfügte über einen eigenen Verschlag hinter Maschendraht, der an billige Balsaholzrahmen genagelt war. In jedem war außen die Wohnungsnummer eingestanzt. Es war ein Ort zerbrochener Stühle und alter Pappkartons, verrosteter Fahrräder, von Skiern und Schrank sowie anderen Koffern. Das Ganze verschwand unter einer Staub- und Spinnenwebenschicht und gehörte größtenteils in die Kategorie zum Wegschmeißen zu schade, zum täglichen Gebrauch zu alt. Dinge, die sich über die Jahre angesammelt hatten, nach dem Motto »Erst mal behalten, wer weiß, wozu es doch noch mal taugt«. Ricky ging leicht vorgebeugt, obwohl er reichlich Platz über sich hatte. Es lag eher an der beengten Atmosphäre. Den Schlüssel zum Vorhängeschloss und der Hand näherte er sich seinem eigenen Verschlag. Doch das Schloss war bereits geöffnet. Es hing am Türgriff wie vergessener Weihnachtsschmuck. Er sah genauer hin und erkannte, daß es mit einem Bolzenschneider aufgetrennt war. Schockiert machte Ricky einen Schritt zurück, als wäre ihm gerade eine Ratte vor die Füße gerannt. Sein erster Instinkt war, kehrzumachen und wegzulaufen, sein zweiter, den Verschlag zu betreten. Und das tat er auch. Langsam näherte er sich dem Gitter und zog es auf. Er sah auf der Stelle, daß genau das, weswegen er heruntergekommen war, der Karton mit dem Computer seiner Frau verschwunden war. Er arbeitete sich tiefer in den Stauraum vor. Teilweise stand er sich selbst im Licht vor der Deckenlampe, so daß nur schmale, helle Streifen durch das Dunkel schnitten. Er sah sich weiter um und merkte, daß noch eine Box fehlte, und zwar ein großer Karteikasten aus Plastik, mit Kopien seiner gesamten Steuererklärungen. Der Rest seines aussortierten Krams schien, was immer er davon hatte, unangetastet. Niedergeschmettert wankte Ricky zurück, drehte sich um und eilte in den Lift. Erst als er aus dem Keller wieder ans Licht des Tages und an saubere Luft zum Atmen aufstieg, als er den Schmutz und Staub der dort unten abgelagerten Erinnerungen hinter sich ließ, wagte er, darüber nachzudenken, welchen Schaden der verschwundene Computer und die fehlenden Steuererklärungen wohl mit sich brachten. »Was ist gestohlen worden?« fragte er sich und schauderte, als ihm die Antwort klar vor Augen stand. »Alles vielleicht.« Bei dem Gedanken an die fehlenden Steuererklärungen drehte sich ihm der Magen um, und er hatte einen bitteren Beigeschmack im Mund. Kein Wunder, dass der Anwalt Merlin so viel über seine Vermögenswerte wußte. Wahrscheinlich war ihm rein gar nichts hinsichtlich Rickys bescheidener Finanzen entgangen. Eine Steuererklärung ist wie eine Straßenkarte, auf der von der Sozialversicherungsnummer bis zu gemeinnützigen Spenden alles verzeichnet ist. Man kann darauf sämtliche Lebensrouten ablesen, mit Ausnahme ihre Entstehungsgeschichte. Wie bei einer Straßenkarte erfährt man, was im Leben eines anderen von A nach B führt, wo sich die Mautschranken befinden, und wo die Nebenstraßen einmünden. Was fehlt, sind lediglich Farbe und Beschreibung. Der fehlende Computer machte Ricky nicht weniger Angst. Er hatte keine Ahnung, was sich noch auf der Festplatte befand. Er wußte nur, dass es keine Tabula Rasa war. Er versuchte sich zu erinnern, wie viele Stunden seine Frau an dem Apparat zugebracht hatte, bevor die Krankheit sie so schwächte, dass sie nicht einmal tippen konnte. Wie viel von ihrem Schmerz, ihren Erinnerungen, Einsichten und virtuellen Reisen noch ablesbar waren, konnte er nicht sagen. Er wußte nur, dass erfahrene Computertechniker aus den Speicherchips alle möglichen Pfade abrufen konnten. Er ging davon aus, dass Rumpelstilzchen über die nötigen Fähigkeiten verfügte, um dem Apparat die Informationen zu entlocken, die er haben wollte. Ricky stürzte in seine Wohnung. Der Übergriff fühlte sich an, als würde er mit einer heißen Rasierklinge aufgeschlitzt. Er sah sich um und verstand das Rumpelstilzchen auf alles, was Ricky für seine unantastbare Privatsphäre gehalten hatte, uneingeschränkten Zugriff hatte. Nichts blieb verborgen. Wäre er noch ein Kind gewesen, gestand er sich ein, hätte Ricky in diesem Moment geweint. Durch seine Träume spukten in dieser Nacht düstere Bilder der Gewalt, in denen ihn Messer zerschnitten. In einem Traum versuchte er, sich durch einen schwach erleuchteten Raum zu manövrieren, während er die ganze Zeit wußte, dass er, falls er stolperte und fiel, durch das Dunkel in eine Art Vergessen hinabstürzen würde. Doch während er planlos durch seine Traumlandschaft tappte, bewegte er sich linkisch und unkoordiniert. Versuchte er, sich mit den Händen eines Betrunkenen an Wänden aus Dunstschwaden festzuklammern. Als er in seinem pechschwarzen Schlafzimmer erwachte, packte ihn an der Grenze zwischen Schlafen und Wachen die blanke Angst. Sein T-Shirt war schweißgetränkt, sein Atem flach, seine Kehle kratzig, als hätte er mehrere Stunden lang seine Verzweiflung herausgeschrien. Einen Moment lang war er sich nicht sicher, ob er den Albtraum tatsächlich hinter sich gelassen hatte, und erst als er die Nachttischlampe anknipste und sich in seinen vertrauten eigenen vier Wänden umsah, verlangsamte sich allmählich sein Puls. Ricky ließ den Kopf wieder aufs Kissen sinken, auch wenn er wußte, daß er, wie sehr er sich auch danach sehnte, kaum Ruhe finden würde. Es fiel ihm nicht schwer, seine Träume zu deuten. Sie spiegelten den schlimmen Zustand seines Lebens im Wachzustand. Die Anzeige erschien, wie von Rumpelstilzchen angewiesen, an diesem Morgen am unteren Rand der Titelseite in der Times. Er las sie sich mehrmals durch und kam zu dem Schluss, daß sie seinem Peiniger wenigstens zu denken geben würde. Ricky wußte nicht, wie viel Zeit der Mann sich mit seiner Antwort nehmen würde, rechnete aber mit einer baldigen Rückmeldung. Vielleicht schon in der nächsten Nummer. Bis dahin würde er weiter an der Lösung des Rätsels arbeiten. Der Gedanke an die geschaltete Anzeige vermittelte ihm, vorübergehend und illusorisch, ein Gefühl des Triumphs. Er hatte einen wichtigen Schritt unternommen, der seine Entschlusskraft stärkte. Die Verzweiflung, die ihn am Vortag bei der Entdeckung des doppelten Diebstahls ergriffen hatte, war, wenn auch nicht wirklich vergessen, so doch wirksam verdrängt. Die Anzeige gab Ricky das Gefühl, wenigstens für diesen Tag nicht das Opfer zu sein. Er merkte, daß er sich konzentrieren konnte und sein Gedächtnis geschärft, wenn auch nicht unbedingt verlässlich war. Während Ricky seine Erinnerungen sondierte und bedächtig durch seine eigene Binnenlandschaft dreiste, verflog der Tag so schnell wie irgendein gewöhnlicher Tag mit seinen Patienten. Bis etwa ein Uhr hatte er zwei getrennte Arbeitslisten zusammengetragen. Nach wie vor beschränkte er sich vorerst auf den Zeitraum von 1975 bis 1985 und trug in der ersten Liste ungefähr 73 Leute zusammen, die er behandelt hatte. Dabei reichte die Dauer der Therapie von maximal sieben Jahren im Fall eines schwer gestörten Mannes bis zu einem Schub von nur drei Monaten bei einer Frau mit Eheproblem. Die meisten seiner Patienten waren zwischen drei und fünf Jahren bei ihm, ein paar von ihnen kürzer. Die meisten behandelte er mit klassischer freudianischer Analyse vier, fünf Mal die Woche und griff dabei auf die verschiedenen Verfahrenstechniken zurück. Ein paar fielen aus diesem Rahmen. Es handelte sich dabei um Leute, bei denen einfachere Gesprächssitzungen von Angesicht zu Angesicht genügten, in denen er mehr als gewöhnlicher Therapeut denn als Psychoanalytiker fungierte und Meinungen oder Kommentare abgab oder auch Ratschläge erteilte, all die Dinge, die ein Analytiker peinlichst vermied. Er stellte fest, dass er bis Mitte der 80er Jahre die meisten dieser Patienten abgenabelt und sich von da an ausschließlich auf die tiefen Erfahrungen der Psychoanalyse beschränkt hatte. Da waren im Lauf dieser zehn Jahre, wie er wusste, auch noch vielleicht zwei Dutzend Fälle gewesen, die die Therapie abgebrochen hatten. Dafür konnte es vielfältige Gründe geben. Einige verfügten nicht über die Mittel oder die nötige Krankenversicherung, um seine Honorare zu bezahlen, andere hatten sich aus beruflichen oder schulischen Gründen zu einem Ortswechsel gezwungen gesehen. Einige wenige waren verärgert zu dem Schluss gekommen, dass ihnen nicht ausreichend oder schnell genug geholfen wurde, oder waren schlicht zu erbittert über das, was die Welt ihnen zu bieten hatte, um mit der Therapie fortzufahren. Diese Fälle waren selten, aber immerhin vorhanden und bildeten seine zweite Rubrik. Und auf den ersten Blick seine weitaus heiklere Klientel. Diesen Leuten war zuzutrauen, dass sich ihre Wut auf Ricky zu einer Obsession verfestigt hatte, die sich später vielleicht ein anderer zu eigen machte. Er legte beide Listen vor sich auf den Tisch und überlegte, wie er sich als nächstes daran machen konnte, die Namen weiter zu verfolgen. Hatte er erst einmal Rumpelstilzchens Antwort, dachte er, konnte er auf jedem Blatt eine Reihe Leute streichen und sich von da aus weiter vorarbeiten. Den ganzen Vormittag hatte er damit gerechnet, daß das Telefon klingeln und sein Finanzberater sich melden würde. Er war ein wenig erstaunt, nichts von dem Mann zu hören, der Rickys Anlagen bislang mit öder Sorgfalt und Zuverlässigkeit geregelt hatte. Er wählte noch einmal die Nummer und erreichte auch diesmal nur die Sekretärin. Sie schien nervös, als sie seine Stimme hörte. Ach, Dr. Starks, Mr. Williams wollte sie gerade zurückrufen. Es hat einige Verwirrung bei ihrem Depot gegeben, sagte sie. Ricky zog sich der Magen zusammen. Verwirrung? fragte er. Wie kann Geld verwirrt sein? Menschen können verwirrt sein, vielleicht auch Hunde, aber nicht Geld. Ich stelle sie zu Mr. Williams durch, erwiderte die Sekretärin. Es herrschte einen Moment Stille, dann meldete sich die vielleicht nicht gerade vertraute, aber doch wiedererkennbare Stimme des Depotbevollmächtigten in der Leitung. Rickys Wertpapiere waren allesamt konservativ, unspektakulär, sichere Rentenpapiere und Fonds. Kein Schnickschnack, keine trendigen Spekulationen, sondern einfach nur bescheidene, stetige Gewinne. Unter allen Sparten ärztlicher Tätigkeit waren Psychoanalytiker in der Höhe ihrer Honorarforderungen, wie auch der Zahl ihrer Patienten am stärksten eingeschränkt. Anders als ein Radiologe konnten sie nicht im gleichen Zeitraum drei Patienten in verschiedenen Untersuchungszimmern abfertigen oder wie der Anästhesist am Fließband von einem Fall zum nächsten eilen. Psychoanalytiker wurden selten reich und Ricky bildete keine Ausnahme von der Regel. Er besaß das Haus auf Cape Cod und die Wohnung und das war's dann auch schon. Kein Mercedes, keine zweimotorige Piper, keine vierzehn Meter lange Jolle namens Icutneys, die im Long Island Sound vor Anker lag. Nur ein paar umsichtig getätigte Aktienkäufe zur Alterssicherung, für den Fall, dass er irgendwann einmal beschließen sollte, seine Patientenzahl zu verringern. Ricky sprach vielleicht ein, zweimal im Jahr mit seinem Börsenmakler. Mehr nicht. Er hatte sich in den Gewässern dieses Mannes stets zu den kleinen Fischen gezählt. Dr. Starks, der Angestellte meldete sich in schroffem, hastigem Ton. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, aber wir versuchen gerade einem Problem auf den Grund zu gehen. Rickys Magen schien leer und angespannt. Was für ein Problem. Also, sagte der Makler, haben Sie ein eigenes Portfolio für Privatanleger bei einem dieser neuen Online-Makler eröffnet? Weil, nein, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das ist ja gerade das Verwirrende. Wie es aussieht, hat es beträchtliche Tagesspekulationen von Ihrem Konto ausgegeben. Was sind Tagesspekulationen? erkundigte sich Ricky. Es handelt sich dabei um den schnellen Handel mit Aktien, mit dem Ziel, den Marktbewegungen eine Nasenlänge voraus zu sein. Okay, das habe ich verstanden, aber so was mache ich nicht. Hat noch jemand Zugang zu Ihren Konten, vielleicht Ihre Frau? Meine Frau ist vor drei Jahren verstorben, sagte Ricky kalt. Natürlich, beeilte sich der Makler. Ich erinnere mich, ich bitte um Entschuldigung, aber vielleicht jemand anders, haben Sie Kinder? Nein, wir hatten keine Kinder. Wo ist mein Geld? Ricky sprach in scharfem, forderndem Tun. Nun ja, wir suchen danach. Das könnte ein Fall für die Polizei sein, Dr. Starks. Genauer gesagt, gehe ich, wenn ich darüber nachdenke, tatsächlich davon aus. Das heißt, falls es jemandem gelungen ist, sich widerrechtlich Zugang zu Ihrem Konto zu verschaffen. Wo ist das Geld? beharrte Ricky. Der Makler zögerte. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es beträchtliche Bewegungen auf Ihrem Konto gegeben hat. Was meinen Sie mit Bewegungen? Das Geld hat doch einfach nur da gelegen. Na ja, nicht so ganz. Es hat buchstäblich Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Geschäfte, Überweisungen, Verkäufe, Investitionen gegeben. Und wo ist es jetzt? Der Makler fuhr ungerührt fort. Eine wirklich außergewöhnliche Spur extrem komplizierter und aggressiver Transaktionen. Sie beantworten meine Frage nicht, sagte Ricky in kaum noch verhaltenem Ärger. Meine Ersparnisse, meine Alterssicherung, meine Bargeldreserven. Wir gehen der Sache auf den Grund. Ich habe meine besten Leute auf den Fall angesetzt. Ich werde unseren Leiter der Wertpapierabteilung bitten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, sobald sie ein bisschen vorangekommen sind. Bei all den Aktivitäten kann ich mir nicht erklären, wieso hier niemand gemerkt hat, dass da was faul ist. Aber mein ganzes Geld, im Moment, sagte der Angestellte gedehnt, ist keins da. Jedenfalls soweit wir es überblicken. Das ist unmöglich. Ich wünschte, es wäre so, fuhr der Mann fort. Aber keine Sorge, Dr. Starks, unsere Ermittler werden den Transaktionen auf den Grund gehen. Wir werden hinter die Sache kommen und ihre Konten sind versichert, teilweise jedenfalls. Früher oder später klären wir die ganze Angelegenheit. Es wird nur eine Weile brauchen und wie gesagt müssen wir wohl die Polizei oder die SEC, die nationale Aufsichtsbehörde für den Finanz- und Wirtschaftssektor einschalten, da es sich hier nach allem, was sie sagen, um eine Form von Diebstahl handelt. Wie lange? Es ist Ferienzeit. Ein Teil unserer Mitarbeiter ist im Urlaub. Ich glaube nicht mehr als ein paar Wochen. Höchstens. Ricky legte den Hörer auf. Ihm blieben keine paar Wochen. Unter dem Strich, so ermittelte er, hatte er noch ein einziges Konto, das nicht von einem Unbefugten geplündert und leer geräumt war. Das kleine Girokonto, das er bei der First Cape Bank draußen in Wellfleet unterhielt. Dieses Konto hatte er nur für die Sommerferien eingerichtet. Es waren kaum Zehntausend Dollar darauf, Geld, mit dem er auf dem örtlichen Fischmarkt oder im Lebensmittelladen, in der Spirituosenhandlung oder im Haushaltswarenladen bezahlte. Davon bestritt er seine Gartengeräte, Pflanzen und Samen. Es vereinfachte ihm die Ferienaufenthalte, eine Art Haushaltskasse für den Urlaubsmonat in seinem Feriendomizil. Er war schon fast erstaunt, dass sich Rumpelstilzchen nicht auch diesen Posten unter den Nagel gerissen hatte. Er fühlte sich wie die Maus in den Krallen der Katze, als ließe der Mann ihm diesen Batzen nur, um mit ihm zu spielen. Nichtsdestoweniger überlegte Ricky, wie er die Summe in die Hände bekommen konnte, bevor auch sie in irgendeinem bizarren finanziellen Dickicht verschwand. Er rief den Manager der First Cape an und erklärte ihm, er müsse das Konto schließen und brauche den Saldo in bar. Der Filialleiter ließ ihn wissen, dass er für die Transaktion persönlich vorbeikommen müsse, wogegen Ricky nichts einzuwenden es habe Ärger mit anderen Konten gegeben und es sei daher wichtig, dass niemand außer ihm persönlich Zugang zu dem Guthaben bekäme. Der Mann erbot sich ihm in der Höhe des Betrags einen Bankcheck auszustellen, den er persönlich bis zu Rickys Ankunft für ihn bereithalten würde. Das Problem war nur, wie er das Geld holen sollte. In seinem Schreibtisch lag immer noch ein Flugticket von LaGuardia nach Haynes. Er fragte sich, ob die Reservierung noch galt. Er öffnete seine Brieftasche und zählte etwa 300 Dollar in bar. In der obersten Schublade, in der Schlafzimmerkommode, hatte er noch einmal 1500 in Travellerchecks. Welch ein Anachronismus! In einer Zeit, in der es an jeder Straßenecke Geldautomaten gab, war der Gedanke, sich einen Notgroschen in Form von Travellerchecks zurückzulegen, ziemlich verschroben. Es bereitete Ricky eine gewisse Genugtuung, daß seine altmodischen Gewohnheiten sich als hilfreich erwiesen. Für einen Moment überlegte er, ob er das Prinzip nicht viel konsequenter verfolgen sollte. Doch er hatte nicht die Zeit, mehr Gedanken daran zu verschwenden. Er konnte zum Cape und auch wieder zurück. Es würde ihn mindestens 24 Stunden kosten, doch im selben Moment überfiel ihn urplötzlich ein lähmendes die allem Gewebe in seinem Körper Befehle erteilten schlagartig in Streik getreten. Eine düstere Erschöpfung, die seinem Alter spottete, legte ihn lahm. Er fühlte sich nur noch dumpf und benommen. Ricky sackte gegen die Lehne und starrte an die Decke. Er erkannte die Warnzeichen einer klinischen Depression so schnell, wie eine Mutter die aufkommende Erkältung beim ersten Niesen ihres Kindes registriert. Er hielt die Hände vor sich ausgestreckt und prüfte, ob sie zitterten oder sich taub anfühlten. Ohne Befund fragte sich nur, wie lange noch. Am folgenden Morgen bekam Ricky eine Antwort in der Times, wenn auch nicht so, wie er erwartet hatte. Seine Zeitung wurde ihm jeden Tag vor die Tür gelegt, bis auch Sonntags, wo er, wie Rumpelstilzchen in seinem Drohbrief so treffend angemerkt hatte, lieber ins nahegelegene Feinkostgeschäft lief und sich dort die Zeitung besorgte, bevor er das nicht weit entfernte Café ansteuerte. In der zurückliegenden Nacht hatte er noch schlechter geschlafen, und so war er hellwach, als er den leisen, dumpfen Aufschlag der Zeitung vor seiner Wohnungstür hörte. Binnen Sekunden hielt er das Blatt in der Hand und knallte es in voller Länge auf den Küchentisch. Automatisch wanderte sein Blick zu den Kleinanzeigen dritte einspaltige Anzeige mit dem Wortlaut »Besondere Gelegenheiten, siehe Seite B16 entdecken konnte.« Frustriert schleuderte Ricky die Zeitung quer durch die Küche. Mit einem Geräusch wie ein Vogel, der mit einem gebrochenen Flügel zu fliegen versucht, klatschte sie an die Wand. Er war in Rage, schäumte geradezu vor Wut. Er hatte mit einem Vers gerechnet, einer weiteren kryptischen Antwort, die Spielchen mit ihm trieb, und zwar am unteren Rand der ersten Seite, genau wie seine Frage. »Kein Gedicht, keine Antwort«, fauchte er innerlich. »Wie soll ich deinen verfluchten Termin einhalten, wenn du mir nicht pünktlich Antwort gibst?« herrschte er denjenigen an, der, wenn auch nicht in physischer Gestalt den Raum beherrschte. Er merkte, daß ihm ein wenig Er versuchte es mit ein paar entspannenden Atemübungen, die zumindest seinen rasenden Herzschlag momentan verlangsamten. Er fühlte, wie der Zorn seinen ganzen Körper durchflutete, bis er unter der Haut jedes Organ erreichte und verkrampfte. Ihm pochten bereits die Schläfen, und in der Wohnung, die schon so lange sein Zuhause gewesen war, fühlte er sich wie in der Falle. Ihm tropfte der Schweiß aus den Achseln, seine Stirn fühlte sich fiebrig an, sein Hals so trocken wie Schmirgelpapier. So mußte er, äußerlich reglos, während er innerlich kochte, wie in Trance stundenlang dagesessen haben, ohne zu wissen, was er als nächstes tun sollte. Er wußte, daß er Pläne machen, Entscheidungen fällen, in bestimmte Richtungen aktiv werden mußte, doch das Ausbleiben der erwarteten Antwort paralysierte ihn. Er glaubte, sich nicht anderen sämtliche Gelenke in Armen und Beinen wie abgestorben, so daß sie auf keinen Befehl reagierten. Ricky hatte keine Ahnung, wie lange er so verharrt hatte, bevor er den Blick kaum merklich hob, so daß er auf den Zeitungshaufen fiel, der immer noch auf dem Boden lag. Auch hätte er nicht sagen können, wie lange er auf die zerzausten Seiten gestarrt hatte, bevor ihm der kleine rote Streifen ins Auge sprang, der ihm von unten aus dem Papier Chaos entgegen leuchtete, oder wie viel Zeit es kostete, bis er diese Abweichung von der Normalität auf sich selbst bezog. Er fixierte diesen kleinen farbigen Streifen und sagte sich endlich, es gibt keinen knallroten Druck in der Times. Durchweg sattes schwarz-weiß in sieben Kolumnen, zwei-Sektionen-Format, so verlässlich wie ein Uhrwerk. Selbst die Farbfotos vom Präsidenten oder von Models, die die neuste Pariser Mode vorführen, schienen automatisch die triste Tönung der ehrwürdigen Tradition anzunehmen. Ricky zog sich aus dem Sessel hoch und durchquerte das Zimmer, um sich über das Durcheinander zu beugen. Er griff nach dem Farbtupfer und zog die Seite heraus. Es war B-16, die Seite mit den Todesanzeigen. Doch in grälroter Tinte stand quer über die Bilder, Nachrufe und Todesanzeigen geschrieben, folgender Wortlaut. Du bist auf dem richtigen Gleis, zwanzig Jahre sind schon mal heiß. Meine Mutter ist der besagte Fall. Mit ihrem Namen hast du die Qual der Wahl. Wenn ich dich zappeln lasse, deshalb auch wenn ich dich hasse. Fürs erste einmal nur dies. Sie war Fräulein, als Rache walten. Als ihr Sohn mache ich das schon. Vater weg, Mutter tot, deshalb sehe ich rot. Dir bleibt nur wenig Zeit, sei allzeit bereit. Unter dem Gedicht stand ein großes rotes R, und darunter wiederum hatte der Mann in schwarzer Tinte eine Todesanzeige mit einem Kästchen markiert und das Gesicht des Toten sowie seinen Nachruf mit einem Pfeil. Daneben standen die Worte »Das passt perfekt auf dich«. Er starrte auf das Gedicht und die Botschaft, die es enthielt. Aus einem Augenblick wurden Minuten und schließlich fast eine Stunde, in der er sich jedes Wort einzeln zu Gemüte führte, so wie sich ein Feinschmecker ein gutes Essen in Paris auf der Zunge zergehen lässt. Nur dass Ricky die so begründlich versalzen war. Der Vormittag war schon recht weit fortgeschritten, ein weiterer Tag durchgestrichen, als ihm das offensichtliche zu Bewusstsein kam. Rumpelstilzchen hatte sich zwischen dem Eintreffen der Zeitung im Haus und ihrer Auslieferung an seiner Wohnungstür Zugang zu dem Blatt verschafft. Seine Hand schoss ans Telefon und in kürzester Zeit hatte er die Nummer des Zustelldienstes herausbekommen. Es tutete zweimal, bevor sich eine automatische Wähleinrichtung meldete. Neue Abonnenten bitte die Drei. Keine dieser Optionen traf auf sein Anliegen zu, doch er ging davon aus, dass eine Beschwerde einen Menschen aus Fleisch und Blut ans Telefon brachte, und so versuchte er es mit der Zwei. Es klingelte, dann meldete sich eine Frau. Welche Anschrift bitte? fragte sie, ohne sich vorzustellen. Ricky zögerte und nannte dann seine Adresse. Bei uns sind alle Zustellungen an dieser Adresse ausgewiesen, sagte sie. Ja, sagte Ricky, ich habe die Zeitung auch bekommen, aber ich wüsste gern, wer sie ausgeliefert hat. Wo liegt das Problem, Sir? Sie wünschen keine zweite Auslieferung? Nein, diese Nummer ist für Leute, die ihre Zeitung nicht bekommen haben. Das ist mir klar, sagte er und wurde ein wenig gereizt, aber hier gab es trotzdem ein Problem mit der Auslieferung. Sie wurden nicht pünktlich beliefert? Nein, das heißt doch schon, hat der Zustelldienst zu viel Lärm gemacht? Nein, diese Leitung ist für Leute, die sich über ihre Zustellung beschweren wollen. Ja, das sagten sie bereits, das heißt, so in etwa, und ich verstehe, nennen Sie mir ihr Problem, Sir. Ricky hielt inne und versuchte eine gemeinsame Sprache zu finden, mit der er und die junge Frau am Telefon sich verständigen konnten. Meine Zeitung wurde verunstaltet, platzte er heraus. Meinen Sie, sie war zerfetzt oder nass oder unleserlich? Ich meine, dass sich jemand in Zeitung mit falschen Seitenzahlen oder falsch gefaltet aus der Presse. Geht es um so was? Nein, sagte Ricky und legte allmählich seinen apologetischen Ton ab. Was ich sagen will, ist, dass jemand etwas darauf geschrieben hat, und zwar in einer anstoßerregenden Ausdrucksweise. Die Frau schwieg. Das hatten wir noch nicht, sagte sie langsam. Diese Reaktion verlieh der körperlosen Stimme etwas Menschliches. Ricky entschied sich für einen indirekten Vorstoß. Er sprach schnell und aggressiv. Sind Sie zufällig Jüdin, Miss? Wie würden Sie es dann finden, eine Zeitung zu bekommen, auf die jemand ein Hakenkreuz gekritzelt hat? Oder sind Sie Puerto Ricanerin? Wie würde es Ihnen dann gefallen, wenn jemand geh doch zurück nach San Juan drauf schmiert? Oder sind Sie Afroamerikanerin? In dem Fall kennen Sie zweifellos das Wort, das rückwärts Regen erzeugt, nicht wahr? Die Angestellte sagte nichts, als hätte sie Mühe mit zu kommen. Jemand hat ein Hakenkreuz auf Ihre Zeitung gemalt? fragte sie. Etwas in der Art, sagte Ricky, deshalb muss ich mit den Leuten reden, die sie ausgeliefert haben. Ich denke, da sprechen sie am besten mit meinem Vorgesetzten. Gerne, erwiderte Ricky, aber zuerst brauche ich den Namen und die Telefonnummer der Person, die für die Auslieferung in meinem Gebäude zuständig ist. Die Frau sagte wieder eine Weile nichts, und Ricky hörte, wie sie in irgendwelchen Papieren wühlte. Danach ertönte das Klicken einer Tastatur im Hintergrund. Als sie sich wieder meldete, las sie den Namen eines Zustellbezirks Leiters sowie eines Fahrers vor, beide Telefonnummern und Adressen. Ich möchte Sie bitten, mit meinem Vorgesetzten zu reden, sagte sie, nachdem sie ihm die Informationen durchgegeben hatte. Er soll mich anrufen, erwiderte Ricky, bevor er auflegte. Binnen Sekunden rief er die Nummer an, die sie ihm mitgeteilt hatte. Eine andere Frau meldete sich. Verbinden Sie mich bitte mit Mr. Ortis, sagte er in höflichem Ton. Ortis ist draußen am Ladeplatz. Worum geht es bitte? Ein Zustellproblem. Haben Sie schon bei der Lieferabteilung angerufen? Ja, so bin ich an diese Nummer gekommen und seinen Namen. Um was für ein Problem geht es denn? Wie wäre es, wenn ich das mit Mr. Ortis besprechen könnte? Die Frau zögerte. Vielleicht hat er schon Feierabend gemacht, sagte sie. Wie wäre es, wenn Sie einfach mal nachsehen würden, antwortete Ricky unterkühlt. Auf die Weise können wir uns alle ein paar Unannehmlichkeiten ersparen. Was für Unannehmlichkeiten? fragte die Frau, die ihre Hinhaltetaktik immer noch nicht aufgeben wollte. Ricky blöffte. Die Alternative hieße, dass ich mit ein, zwei Polizisten und vielleicht meinem Anwalt im Schlepptau persönlich bei ihnen auf der Bildfläche erscheine. Dabei bemühte sich Ricky redlich um einen blasierten Ton nach dem Motto »Ich bin ein reicher Weißer, hier bin ich, was kostet die Welt?« Die Frau sagte erst einmal gar nichts, dann »Warten Sie, ich hole Mr. Ortis an den Apparat.« Wenig später meldete sich ein Mann mit Hispano Akzent. »Ortis am Apparat, was ist los?« Ricky zögerte eine Sekunde. Um etwa fünf Uhr dreißig heute früh haben sie eine Ausgabe der Times vor meiner Tür abgeliefert, so wie sie es fast an jedem Wochentag und Sonntag morgens machen. Der einzige Unterschied ist, dass heute jemand eine Nachricht in diese Zeitung geschrieben hat. Deshalb rufe ich an. Nein, davon weiß ich nichts. Mr. Ortis, Sie haben kein Gesetz übertreten und ich bin nicht an Ihnen persönlich interessiert. Wenn Sie in der Sache allerdings nicht kooperativ sind, werde ich Der Zusteller schrieg einen Moment, um Rickys Drohung sacken zu lassen. Ich wußte nicht, dass das Probleme machen wird, sagte er schließlich. Der Karl hat behauptet, es macht keine. Da hat er sie wohl belogen. Also raus damit, sagte Ricky ruhig. Ich halte in der Straße. Wir haben in dem Block sechs Häuser zu beliefern. Ich und der Carlos, mein Neffe. Das ist unsere Route. Da steht so eine riesige alte schwarze Luxuskarosse mitten auf der Straße mit laufendem Motor, hat nur auf uns gewartet. Steigt direkt dieser Mann aus, und kaum dass er den Lieferwagen sieht, fragt er, wer geht in ihre Gebäude? Ich so, warum? Und er so, das geht mich nichts an. Dann grinst er ein bisschen, sagt, ist keine große Sache, geht nur auf der Motorhaube, aber was er schreibt, kann ich nicht sehen. War noch jemand dabei? Ottos überlegt einen Moment. Na ja, muss wohl ein Fahrer hinter dem Lenkrad gewesen sein, so viel ist schon mal klar. Die Fenster von dieser Karosse sind getönt, aber vielleicht ist auch noch einer drin. Der Kerl hat nämlich noch mal reingesehen, als ob er bei jemand noch mal nachhören will, ob er vielleicht auch ein Hunderter. Und dann? Hab gemacht, was der Mann mir gesagt hat, werft die Zeitung direkt vor die Türe, wie abgemacht. Hat er draußen auf sie gewartet, als sie fertig waren? Nein, der Mann, der schlitt den alle weg. Können Sie den Mann beschreiben? Weißer, dunkler Anzug, vielleicht blau, schlips, richtig feine Klamotten, und hat eine Menge Bares dabei. Den Hunderter hat er aus dem Bündel gezogen, als wäre es eine Münze, die einen Penner in die Sammelbüchse schmeißt. Und wie sah er aus? Hat es so getönte Brillenlaser, war nicht besonders groß, irgendwie komische Haare, als ob die im Schief auf der Birne sitzen. Wie eine Perücke? Ja, keine Perücke gewesen sein, und außerdem einen kleinen Bart. Vielleicht ist er auch falsch, war nicht sonderlich groß, hat auf jeden Fall ein bisschen zu gern gegessen, war vielleicht so um die dreißig. Autos schwieg einen Moment. Was ist? Kann mich erinnern, wie sich die Straßenlaterne in dem seine Schuhe gespiegelt haben. Die waren echt blitzblank und teuer, so Halbschuhe mit Dingens vorne dran. Ah, wie nennt man so was? Weiß nicht. Meinen Sie, dass Sie ihn wiedererkennen würden? Keine Ahnung, vielleicht, wohl eher nicht. War echt dunkel auf der Straße, nur Straßenlampen, sonst nix. Vielleicht habe ich mir auch den Hunderter genauer angeguckt als ihn. Das leuchtete Ricky ein. Er versuchte es anders. Haben Sie zufällig das Nommandschild der Limousine erkannt? Der Zustellfahrer ließ sich mit der Antwort ein wenig Zeit. Nee, Mann, hab ich nicht dran gedacht. So ein Mist. Wäre nicht üble gewesen, fahrs? Ja, sagte Ricky. Dabei wußte er, daß das gar nicht nötig war, da er der Mann, der an diesem Morgen auf der Straße gewesen war und auf den Lieferwagen gewartet hatte, bereits kannte. Zwischen zehn und elf Uhr vormittags bekam er einen Anruf vom stellvertretenden Direktor der First Cape Bank, eben dem Mann, der den Bank Scheck mit dem Rest von Rickys Geld aufbewahrte. Der leitende Angestellte klang nervös und aufgeregt. Ricky versuchte, sich das Gesicht des Mannes ins Gedächtnis zu rufen, während er ihm zuhörte, aber es gelang ihm nicht, obwohl er sich sicher war, ihn schon einmal persönlich gesehen zu haben. Dr. Starks, Michael Thompson von der Bank, wir haben kürzlich telefoniert. Ja, sagte Ricky, sie bewahren eine gewisse Summe für mich auf. Das stimmt, der Scheck ist in meiner Schreibtisch schublade weggeschlossen, deshalb ruf ich aber nicht an. Wir hatten ungewöhnliche Bewegungen auf ihrem Konto, ein Vorfall, könnte man sagen. Was für ungewöhnliche Bewegungen, fragte Ricky. Der Mann schien ein wenig mit sich zu kämpfen, bevor er antwortete. Nun ja, ich setze nicht gerne wilde Spekulationen in die Welt, aber jemand hat offenbar unbefugt versucht, sich Zugang zu ihrem Konto zu verschaffen. In welcher Weise? Wieder schien der Mann zu zögern. Nun ja, wie Sie wissen, haben wir wie alle anderen auch vor ein paar Jahren auf Online-Banking umgestellt, aber da wir eine eher kleine Ortsbank sind, na ja, also wir halten uns etwas darauf zugute, daß wir uns in mancherlei Hinsicht eine altmodische Note bewahrt haben. Ricky erkannte in dieser Bemerkung den Werbeslogan der Bank wieder. Auch war ihm bekannt, daß die Treuhänder eine Übernahme durch eine Großbank ganz und gar willkommen heißen würden, falls eines Tages ein lukratives Angebot zur Tür hereinspazierte. Ja, sagte er, es war von jeher eine ihrer besten Verkaufsstrategien. Schon, danke, wir halten uns etwas auf unseren persönlichen Service zugute. Und was ist nun mit dem unbefugten Zugang? Kurz nachdem wir ihr Konto gemäß ihrer Anweisung aufgelöst haben, hat jemand über unser Online Banking versucht, das Konto zu bereinigen. Wir haben davon nur erfahren, weil jemand bei uns anrief, nachdem der Zugang verweigert worden war. Angerufen? Jemand, der sich als sie ausgab. Was hat er gesagt? Es war eine Art Beschwerde, aber sobald er hörte, daß das Konto aufgelöst war, legte er auf. Das war alles ziemlich mysteriös und ein bisschen verwirrend, weil wir unseren Computerdaten entnehmen können, daß er ihr Passwort kannte. Haben sie das irgendjemandem mitgeteilt? Nein, sagte Ricky. Doch einen Moment lang kam er sich reichlich dämlich vor. Sein Passwort war 37383, was Freud ergab, wenn man die Zahlen in die entsprechenden Buchstaben auf den Telefontasten übertrug, und so peinlich offensichtlich war, daß er fast errötete. Nur sein Geburtsdatum wäre noch dümmer gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Wie auch immer, vermutlich war es klug, von ihnen das Konto aufzulösen. Ricky überlegte einen Moment, bevor er fragte, ist es ihrem Sicherheitsdienst möglich, entweder die Telefonnummer oder den Computer aufzuspüren, mit deren Hilfe, die versucht haben, an das Geld ranzukommen? Der stellvertretende Direktor Online-Diebe sind den Ermittlern immer eine Nasenlänge voraus. Sie benutzen gestohlene Computer und illegale Telefoncodes und ähnliche Tricks, damit man nicht rauskriegt, wer dahinter steckt. Das FBI wird manchmal fündig, aber die haben natürlich auch die besten Sicherheitsverfahren auf der Welt. Unsere Möglichkeiten sind nicht ganz so fortgeschritten und damit auch weniger effizient. Und da ja kein Diebstahl stattgefunden hat, sind wir auch nur beschränkt haftbar. in einer ständig anschwellenden Akte. Trotzdem kann ich unseren Mann bitten, ihre Daten in das entsprechende Programm einzugeben. Ich glaube nur nicht, dass uns das weiterbringt. Diese elektronischen Bankräuber sind ganz schön gewieft, führt normalerweise irgendwann in eine Sackgasse. Würden Sie es bitte trotzdem versuchen und sich wieder bei mir melden? Direkt. Ich stehe hier nämlich unter einem gewissen Zeitdruck, sagte Ricky. Wir tun, was wir können und melden uns wieder, antwortete der Mann und legte auf. Ricky lehnte sich im Sessel zurück. Einen Moment lang gab er sich der angenehmen Vorstellung hin, die Sicherheitsabteilung der Bank würde mit einem Namen und einer Telefonnummer aufwarten, und dieser eine kleine Patzer könnte ihm die Identität seines Peinigers verraten. Dann schüttelte er den Kopf, denn es fragte sich, ob jemand wie Rumpelstielzchen, der bis jetzt so planvoll und umsichtig vorgegangen war, einen derart einfachen Fehler begehen zunächst Zugang zu diesem Konto verschafft und danach in voller Absicht den verdächtigen Anruf getätigt hatte, um Ricky auf eine Fährte zu locken. Dieser Gedanke machte ihn zu schaffen. Als der Tag allmählich zur Neige ging, war Ricky dennoch klar, daß er über den Mann, der ihn verfolgte, inzwischen eine Menge in Erfahrung gebracht hatte. Rumpelstielzchens Hinweis in seinem Gedicht war eigentümlich großzügig gewesen, besonders für jemanden, der zunächst auf Ja-Nein-Fragen bestanden hatte. Diese Reaktion hatte ihn dem Namen des Mannes ein ganzes Stück näher gebracht, wie er fand. Zwanzig Jahre mit einem gewissen Spielraum darüber oder darunter verwies ihn auf einen Zeitraum von 1978 bis 1983 und es handelte sich bei seiner Patientin um eine ledige Frau, was eine Menge Kandidaten ausschloss. Jetzt hatte er einen Bezugsrahmen, mit dem er etwas anfangen konnte. Es ging nunmehr darum, sagte sich Ricky, fünf Jahre Therapie zu rekonstruieren, jede Patientin in diesen Jahren unter die Lupe zu nehmen. Irgendwo dazwischen würde er die Frau mit der richtigen Mischung aus Neurosen und Problemen entdecken, die sie in der Folge auf ihr Kind übertragen hatte. Finde die Psychose in voller Blüte, befahl er sich. Nach alter Gewohnheit, so hatte er es nun mal gelernt, saß er da und versuchte, alle Geräusche um sich herum auszuschalten und sich auf seine Erinnerungen zu konzentrieren. Wer war ich vor zwanzig Jahren, fragte er sich, und wen habe ich behandelt? Es gibt einen unumstößlichen Lehrsatz in der Psychoanalyse, einen Eckpfeiler der Therapie. Jeder kann sich an alles erinnern. Das hieß nicht unbedingt mit der Faktentreue eines Journalisten oder akribisch bis ins letzte Detail, denn Wahrnehmungen und Empfindungen sind oft von allen möglichen emotionalen Kräften getrübt oder eingefärbt, und so können Ereignisse, an die man sich vielleicht sehr deutlich zu erinnern glaubt, in Wahrheit höchst verschwommen sein. Doch wenn am Ende alles gesichtet ist, steht fest, dass sich jeder an alles erinnern kann. Verletzungen und Ängste liegen möglicherweise unter mehreren Schichten Stress verborgen, doch sie sind da und können hervorgeholt werden, wie mächtig der Verdrängungsinstinkt auch sei. In seiner Praxis war er mit diesem Heilungsprozess Schicht um Schicht bis man auf Knochen den harten Kern der Probleme stieß bestens vertraut, und so machte er sich in der Abgeschiedenheit seines Sprechzimmers daran, seine eigenen Erinnerungen zu ergründen. Gelegentlich warf er einen Blick auf die verschiedenen Bruchstücke in seinen Notizen, Bilder, die ihm ins Bewusstsein entstiegen und aus denen er ein Gesamtbild zu erstellen hoffte. Doch wütend über sich selbst mußte er erkennen, daß sein Protokoll nicht präzise genug war. Jeder andere Arzt, den man mit einer Angelegenheit aus der Vergangenheit konfrontierte, hätte einfach einen alten Aktenordner abgestaubt und den richtigen Namen mitsamt Diagnose aufgeschlagen. Seine Aufgabe war deutlich schwieriger, da seine Akten allein in seinem Gedächtnis gespeichert waren. Dennoch stellte sich ein Gefühl der Zuversicht ein, die Aufgabe meistern zu können. Den Schreibblock auf dem Schoß konzentrierte er sich mit aller Macht und rekonstruierte die Vergangenheit. Einer nach dem anderen gewann die Menschen in seiner Erinnerung an Kontur. Ein wenig war es so, als würde er mit Geistern Kontakt aufnehmen. Die Männer ignorierte er, wann immer sie sich ihm ins Gedächtnis drängten, sodass nur die Frauen übrig blieben. Namen stellten sich langsam ein. Seltsamerweise war es fast leichter, sich an die Beschwerden zu erinnern. Jedes Bild von einer Patientin, jedes Detail über ihre Behandlung schrieb er auf. Die Erinnerungen waren immer noch ungeordnet und zusammenhanglos, waren beliebig und ineffizient. Aber ein Fortschritt, sagte er sich, war es schon. Als er aufblickte, sah er, dass sich Schatten über das Zimmer gelegt hatten. In seinem halbwachen Zustand war ihm der Tag zwischen den Fingern zerronnen. Auf den gelben Seiten seines Blocks hatte er zwölf verschiedene Erinnerungen aus der fraglichen Zeitspanne notiert. Mindestens 18 Frauen waren bei ihm in Behandlung gewesen. Das war zu bewältigen, doch es machte ihm zu schaffen, dass es mehr geben mußte, bei denen er wohl eine Blockade hatte, so dass er sich Langzeitpatienten. Er konnte das Gefühl nicht loswerden, dass Rumpelstilzchens Mutter jemand war, den er nur kurz behandelt hatte. Gedächtnis und Erinnerung waren wie Rickys Beziehungen. Aus jetziger Sicht flüchtig und unbeständig. Als er aufstand, waren ihm vom langen Sitzen in derselben Haltung die Glieder steif geworden, und er fühlte einen dumpfen Schmerz im Nacken und in den Knien. Er streckte sich langsam, beugte sich vor und rieb sich eins der widerspenstigen Knie, um es zu durchbluten und wiederzubeleben. Ihm wurde bewusst, daß er an diesem Tag noch nichts gegessen hatte, nicht einen einzigen Bissen und daß er Hunger hatte. Er wußte, daß seine Küche kaum etwas hergab und er sah aus dem Fenster in den fortgeschrittenen Abend über der Stadt und wußte, daß er sich etwas besorgen mußte. Die Vorstellung, seinen schützenden Bau zu verlassen, dämpfte seinen Hunger und ließ seinen Hals trocken werden. Ihm kam ein seltsamer Gedanke. Es hatte in seinem Leben so wenig Ängste gegeben, so wenig Zweifel. Jetzt machte ihm schon der simple Schritt, vor seiner Wohnungstür zu schaffen. Doch er stellte sich gegen solche unerwünschte Bedenken und beschloss zwei Häuserblocks nach Süden zu einer kleinen Bar zu fahl sich aber so zu tun als wäre nichts. Außerdem sagte er sich, hatte er Fortschritte gemacht. Die Hitze des Tages schlug ihm vom Bürgersteig wie aus einem Gasofen entgegen. Den Blick, soldatisch gerade ausgerichtet, marschierte er zügig voran. Der Imgis, zu dem er wollte, befand sich in der Mitte eines Blocks und hatte im Sommer ein halbes Dutzend kleine Tische auf dem Bürgersteig, während es drinnen eng und düster war, mit einer Bar, an der einen Wand und zehn Tischen die dicht gedrängt den spärlichen Platz ausfüllten. An den Wänden prangte eine ungewöhnliche Mischung an Dekorationen, von Sportandenken bis zu Broadway Plakaten sowie Bildern von Filmdiefen und ihren männlichen Kollegen nebst dem einen oder anderen Politiker. Es schien, als ob das Lokal sich Mischmasch zufriedenzustellen. Doch wie bei so vielen kleinen Bars und Restaurants in Manhattan brachte die bescheidene Küche einen durchaus passablen Hamburger und ein ebenso schmackhaftes Räubensandwich zustande, die ebenso wie die gelegentlich angebotenen Pasta-Gerichte auch noch relativ preiswert waren. Ein Vorzug, der Ricky erst zu Bewusstsein kam, als er über die Schwelle trat. Er besaß keine gültige Kreditkarte mehr, und seine Bargeldreserven waren ziemlich dürftig. Künftig mußte er daran denken, seine Traveller-Checks mitzunehmen. Drinnen war es schummrig, und er blinzelte ein paar Mal, bis sich seine Augen an das Dunkel gewöhnten. An der Bar saßen einige Gäste, und ein, zwei Tische waren frei. Eine Kellnerin im mittleren Alter wurde auf ihn aufmerksam, als er unschlüssig stehen blieb. »Was zum Abendessen, Schätzchen?« fragte sie in einem plump »Nur für Sie?« fragte sie. Dabei machte der Tonfall klar, daß die Frage rhetorisch zu verstehen war, da er schließlich jeden Abend alleine aß, sie sich aber an die Gepflogenheiten hielt, die vielleicht auf dem Lande üblich waren. »Auch richtig. Wollen Sie an der Bar sitzen oder am Tisch?« »Einem Tisch, wenn es geht, vorzugsweise hinten.« Die Kellnerin drehte sich schwungvoll um, entdeckte an der Rückwand einen leeren Platz und nickte. »Kommen Sie«, sagte sie. Sie deutete auf einen Stuhl und schlug vor ihm die Speisekarte auf. »Was von der Bar?« wollte sie wissen. »Ein Glas Wein, Rotwein bitte«, antwortete er. »Kommt sofort, wir haben heute Bandnudeln mit Lachs als Spezialität, gar nicht schlecht.« Ricky blickte der Kellnerin hinterher. Die Speisekarte war groß, eingeschlagen in einer dieser Plastikhüllen zum Schutz gegen Flecken, viel sperriger, als die bescheidene Auswahl gerechtfertigt hätte. Er stellte sie vor sich auf, um sich in die Liste der Burger und Vorspeisen zu vertiefen. Schlichter Hausmannskost, die sich unter einer vollmundigen, blumigen Wortwahl verbarg. Wenig später legte er die Speisekarte weg und hielt nach der Bedienung mit dem Weinausschau. Sie war verschwunden, wahrscheinlich in die Küche. Statt Jeans, ein violettes, kurzes T-Shirt dazu, eine teuer wirkende, Mahagoni-farbene Etuitasche aus Leder und einen Arm geklemmt. Sie setzte die Getränke auf den Tisch ab, zog sich einen Stuhl heran und ließ sich ihm gegenüber fallen. Sie nahm die Speisekarte und legte sie auf den Nachbartisch. Ich habe uns beiden bereits das Tagesmenü bestellt, sagte sie mit einem angedeuteten koketten Grinsen. Die Kellnerin hat absolut recht, es ist nicht schlecht. Er war vollkommen verblüfft, zeigte aber keine Reaktion. Stattdessen starrte er die junge Frau über den Tisch hinweg mit so ausdrucksloser Miene an wie viele seiner Patienten. Schließlich sagte er nur, sie meinen also, der Lachs ist frisch. So frisch, dass er noch nach Luft schnappt und auf dem Teller zappelt, erwiderte Virgil munter. Wie treffend formuliert, sagte Ricky leise. Die junge Frau nippte gemächlich an ihrem Glas Wein, benetzte sich mit der dunklen Flüssigkeit soeben die Lippen. Ricky schob sein eigenes Glas beiseite und trank hastig Wasser. Zu Pasta und Fisch sollten wir eigentlich Weißwein trinken, sagte Virgil. Andererseits halten die sich hier sowieso nicht so streng an die Regeln, nicht wahr? Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, daß hier gleich so ein stirnrunzelnder Weinkellner aufkreuzt und uns steckt, wie unpassend unsere Zusammenstellung ist. Nein, eher unwahrscheinlich, stimmte Ricky zu. Virgil redete schnell, wenn auch ohne die Nervosität, oft hinter hastig gesprochenen Worten steckt. Sie klang eher wie ein freudig erregtes Kind an seinem Geburtstag. Andererseits hat es auch so was Unbekümmertes Rotwein dazu zu trinken, finden Sie nicht? So was Aufmüpfiges, als wollten wir sagen, was kümmert uns die Konvention? Empfinden Sie das auch so, Dr. Starks? Ein bisschen Abenteuer und Gesetzlosigkeit, ein Spiel, das nicht den Regeln folgt. Was meinen Sie, Ricky? Ich meine, daß die Regeln ständig geändert werden, entgegnete er. Die Regeln der Etikette? Geht es darum, um Etikette? antwortete er. Virgil schüttelte den Kopf, so daß ihre blonde Mähne verführerisch wippte. Sie warf lachend den Kopf zurück und entblößte ihren langen, attraktiven Hals. Nein, natürlich nicht, Ricky, da haben Sie recht. In diesem Moment brachte die Kellnerin ein Weidenkörbchen mit Brötchen und Butter und versetzte die beiden für einen kurzen, konspirativen Moment in drückendes Schweigen. Kaum war sie gegangen, griff Virgil nach dem Brot. Ach, ich falle um vor Hunger, sagte sie. Mein Leben zu ruinieren verbrennt also Kalorien, fragte Ricky. Wieder lachte Virgil. Sieht so aus, sagte sie. Das gefällt mir wirklich. Wie sollen wir es nennen, Doc? Wie wäre es mit die Ruindiät? Gefällt Ihnen das? Wir könnten ein Vermögen damit machen und uns in irgendein exotisches Inselparadies verziehen, nur wir beide, ganz allein. Eher unwahrscheinlich, sagte Ricky brüsk. Wer weiß, erwiderte Virgil, während sie ihr Brötchen großzügig mit Butter bestrich und dann mit einem knuspernden Geräusch in den Rand biß. Weshalb sind Sie hergekommen? fragte Ricky, leise zwar doch mit all dem Nachdruck, den er aufbringen konnte. Sie und Ihr Auftraggeber scheinen mein Ruin bis ins letzte Detail von langer Hand geplant zu haben. Schritt für Schritt. Sind Sie zu reichern? Das ist das erste Mal, dass meine Gesellschaft jemandem Folterqualen bereitet, sagte Virgil mit gespieltem Unschuldsblick. Ich hätte mir doch erhofft, dass Sie sie, wenn schon nicht als angenehm, so doch immerhin als interessant empfinden. Und denken Sie mal an Ihren eigenen Status, Ricky. Sie sind allein hierher gekommen, alt, nervös, voller Zweifel und Ängste. Die einzigen Leute, die auch nur in ihre Richtung gestarrt haben, die haben eine Anwandlung von Mitleid empfunden und sich dann wieder dem Essen und Trinken gewidmet und den alten Mann, der sie inzwischen geworden sind, schon vergessen. Das ändert sich schlagartig, sobald ich ihnen gegenüber sitze. Auf einmal sind sie nicht mehr so vorhersagbar. Habe ich recht? Virgil lächelte. Gibt Schlimmeres, oder? Ricky nickte kaum merklich. Sein Magen hatte sich zu einem festen Klumpen verkrampft und ein sauer Geschmack lag ihm auf der Zungenwurzel. Mein Leben, setzte er an. Ihr Leben hat sich verändert und wird sich weiter verändern, zumindest ein paar Tage noch, und dann, na ja, da liegt der Hase im Pfeffer, nicht wahr? Sie genießen das hier, stimmt's? fragte Ricky unvermittelt. Mich leiden zu sehen, irgendwie seltsam, weil ich sie nicht für eine solch obsessive Sadistin gehalten hätte. Ihren Mr. R. vielleicht, aber von dem kann ich mir noch kein genaues Bild machen. Der ist mir immer noch ein bisschen fremd, nimmt aber schon Gestalt an, würde ich sagen. Aber Sie, Virgil, bei Ihnen wäre ich nicht auf einen entsprechenden pathologischen Befund gekommen. Natürlich kann ich mich da irren. Und darum geht es ja bei dem Ganzen, nicht wahr? Um einen solchen Irrtum meinerseits. Habe ich recht? Ricky hatte sie sich augenblicklich wieder im Griff und wedelte mit dem halbgegessenen Brötchen verächtlich zwischen ihnen beiden in der Luft. Sie scheinen nicht ganz zu verstehen, welche Rolle ich bei der Sache spiele, Ricky. Dann erklären Sie sie mir eben noch mal. Jeder braucht einen Führer auf dem Weg in die Hölle, Ricky. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ricky nickte. Ich entsinne mich. Jemanden, der sie um die Felsgestade und versteckten Sandbänke navigiert. Und Sie sind dieser Jemand, ich weiß, sagten sie bereits. Nun, sind Sie denn schon in der Hölle, Ricky? Er zuckte die Achseln, um sie wütend zu machen, doch ohne Erfolg. Sie grinste. Vielleicht klopfen Sie gerade erst an die Pforte, Ricky. Er schüttelte den Kopf, doch sie ignorierte die trotzige Geste. Sie sind ein stolzer Mann, Doktor Ricky. Es bereitet Ihnen Qualen, die Kontrolle über Ihr Leben zu verlieren, oder? Viel zu stolz. Und wir alle wissen ja, was nach dem Hochmut kommt. Der Wein ist übrigens gar nicht schlecht. Vielleicht probieren Sie was Sie und Ihr Auftraggeber getan haben ist kriminell. Alles was Sie geplant haben ist kriminell. Meinen Sie wirklich? Und ich dachte Sie kennen sich nur mit Schickimicki Neurosen und den Ängsten der oberen Mittelschicht aus. In den letzten Tagen haben Sie allerdings eine gewisse forensische Ader in sich entdeckt, könnte ich mir denken. Ricky schwieg. Normalerweise spielte er sein Blatt ganz anders aus. Der Analytiker verteilt die Karten bedächtig und lotet die Reaktionen aus, versucht Schneisen zu schlagen, die zu verschütteten Erinnerungen führen. Aber er hatte so wenig Zeit. Und während er einen Moment beobachtete, wie die junge Frau ihm gegenüber die Sitzhaltung wechselte, sah er gewisse Anzeichen dafür, dass diese Begegnung nicht ganz so verlaufen würde, wie der chimärenhafte Mr. R. es sich vorgestellt hatte. Mit einer gewissen Genugtuung registrierte er, dass er den geplanten Ausgang der Dinge ein wenig durcheinander brachte, und wenn auch nur in bescheidenem Maße. Sicher, sagte er ruhig, aber bestimmt, schon jetzt haben sie eine Reihe schwerer Verbrechen begangen, angefangen mit dem vermutlichen Mord an Roger Zimmerman. Die Polizei hat den Fall bereits als Selbstmord abgeschlossen. Sie haben einen Mord wie Selbstmord aussehen lassen, davon bin ich überzeugt. Nun ja, wenn sie so stuhl sein wollen, meinetwegen. Ich dachte nur, es gehörte zu den Markenzeichen ihres Berufs für verschiedene Möglichkeiten offen zu sein. Ricky überhörte diesen Seitenhieb und spann seinen Gedanken weiter. Bis zu Raub und Betrug. Oh, ich bezweifle, dass sich das irgendwie beweisen lässt. Wie heißt es noch so schön? Wenn es keine Beweise dafür gibt, hat dann überhaupt ein Verbrechen stattgefunden? Und falls es doch einen Beweis gibt, dann irgendwo da draußen im Cyberspace, genau da, wo auch ihre Gelder rumschwirren. Ganz zu schweigen von ihrer kleinen Verleubnungskampagne mit den getürkten Briefen an die Psychoanalytic Society. Das waren Sie, nicht wahr? Sie haben diesen Volltrottel oben in Boston mit dieser Geschichte, die sie sich da ausgeheckt haben, an der Nase rumgeführt. Haben Sie sich für den auch ausgezogen? Virgil strich sich wieder das Haar aus dem Gesicht und lehnte sich ein wenig auf ihrem Stuhl zurück. Musste ich gar nicht. Der ist der Typ von Mann, der sich wie ein kleiner Welpe benimmt, wenn man mit ihm schimpft, legt sich gleich unterwürfig auf den Rücken und winselt. mich. Virgil grinste. Dafür müssen Sie erst mal am Leben bleiben und im Moment hege ich das um meine Zweifel. Riggi antwortete nicht, da auch er seine Zweifel hegte. Er schaute auf und sah die Kellnerin mit ihrem Essen kommen. Sie stellte die Teller ab und fragte, ob sie ihn sonst noch etwas bringen könne. Virgil wollte ein zweites Glas Wein, Riggi schüttelte nur den Kopf. Das ist gut, sagte Virgil, als die Kellnerin ging. Einen klaren Kopf bewahren. Einen Augenblick stocherte Riggi in dem Essen herum, dessen Dampf ihm in die Nase stieg. Wieso? fragte er abrupt. Wieso helfen Sie diesem Mann? Wieso hören Sie nicht mit all diesen idiotischen Täuschungsmanövern auf und gehen mit mir zur Polizei? Wir können diesem Spiel augenblicklich ein Ende setzen und ich würde dafür sorgen, dass Sie so was ähnliches wie ein normales Leben zurück bekommen. Kein Strafverfahren. Ich könnte dafür sorgen. Virgil hatte den Blick ebenfalls auf ihr Essen gerichtet und wühlte mit der Gabel in dem Back Pasta und dem Stück Lachs herum. Als sie den Kopf hob, konnten ihre Augen den Zorn kaum verbergen. Sie Er überhörte die Frage und machte weiter. Wenn sie nicht kriminell sind, wieso helfen sie dann einem kriminellen? Wenn sie nicht sadistisch sind, wieso arbeiten sie dann für einen Sadisten? Wenn sie selber nicht psychopathisch sind, wieso tun sie sich dann mit einem Psychopathen zusammen? Und wenn sie kein Killer sind, wieso helfen sie dann jemandem dabei einen Mord zu begehen? Virgil starrte ihn nur weiter an. All die exzentrische Unbeschwertheit und das lebhafte Temperament wichen plötzlich frostiger Härte, die eisig über den Tisch wehte. Vielleicht weil ich gut bezahlt werde, sagte sie langsam. Heutzutage gibt es eine Menge Leute, die für Geld alles tun würden. Können sie sich das bei mir vorstellen? Nur schwer, antwortete Ricky vorsichtig, wenn gleich wohl eher das Gegenteil stimmte. Virgil schüttelte den Kopf. Demnach möchten sie Geld als mein Motiv nicht gelten lassen, auch wenn ich nicht sicher bin, ob das klug von ihnen ist. Vielleicht ein ganz anderes Motiv? Welche kämen für mich denn noch in Frage? Da sollten sie sich doch auskennen. Umschreibt Suche nach Motiven nicht ziemlich gut, was sie tun? Und ist nicht genau das Bestandteil der kleinen Übungen, die wir durchspielen? Also kommen sie schon Ricky. Wir haben jetzt zwei Sitzungen miteinander gehabt. Wenn nicht das Geld, was könnte sonst mein Motiv sein? Ricky starrte die junge Frau unverwandt an. Ich weiß nicht genug über sie, sagte er lahm. Sie legte Messer und Gabel mit einer betont steifen Gebärde ab, die ihr Missfallen an seiner Antwort bekundete. Strengen sie sich an Ricky, mir zuliebe. Immerhin bin ich auf meine Weise da, um sie zu führen. Das Problem ist nur, dass das Wort führen positive Konnotationen hat, die vielleicht nicht ganz zutreffend sind. Ich muss sie vielleicht in die eine oder andere Richtung lenken, die ihnen missfällt. Eines allerdings ist sicher. Ohne mich kommen sie nicht an die Antwort und dann sterben entweder sie oder jemand, der ihnen nahesteht und der keine Ahnung von all dem hat. Und blind zu sterben ist dumm, Ricky. In gewissem Sinne ein schlimmeres Verbrechen. Also beantworten sie jetzt meine Frage. Welche Motive könnte ich noch haben? Sie hassen mich, hassen mich so wie dieser Kerl namens R, nur dass ich nicht weiß wofür. Hass ist eine unpräzise Gefühlsregung, Ricky. Meinen sie, sie können sie verstehen? Ich höre täglich in meiner Praxis davon. Sie schüttelte den Kopf. Nein, nein, tun sie nicht. Sie hören eine Menge über Wut und Frustration, beides nur Nebendarsteller. Sie hören viel über Missbrauch und Grausamkeiten, beides wichtige Akteure auf der Bühne, aber dennoch nichts weiter als Teile des Ensembles. Am meisten aber hören sie über Unannehmlichkeiten. Und das nun wieder hat so wenig mit purem Hass zu tun wie eine einzige dunkle Wolke mit einem Gewitter. Diese Wolke muss mit anderen verschmelzen und mächtig anschwellen, bevor sie sich entlädt. Aber sie ... Ich hasse sie nicht, Ricky. Auch wenn ich es vielleicht lernen könnte, lassen sie sich was anderes einfallen. Er kaufte ihr das zwar keine Sekunde ab, versuchte aber fieberhaft eine Antwort zu finden. Er zog heftig den Atem lächelte wieder. Liebe? Sie spielen diese Rolle, weil Sie in diesen Mann in Rumpelstilzchen verliebt sind. Das ist ein faszinierender Gedanke, besonders wo ich ihnen gesagt habe, dass ich gar nicht weiß, wer er ist, dem Karl nie persönlich begegnet bin. Ja, ich erinnere mich, dass sie das gesagt haben, ich glaub's nur nicht. Liebe, Hass, Geld. Sind das die einzigen Motive, die ihnen einfallen? Ricky überlegte. Vielleicht auch Angst? Virgil nickte. Angst ist gut, Ricky. Angst kann jemanden zu den seltsamsten Dingen verleiten, nicht wahr? Ja. Ihre Analyse der Beziehung besagt demnach, dass Mr. Armich vielleicht mit einer Drohung in der Hand hat? Wie der Kidnapper, der seine Opfer zwingt, ihm Geld zu blechen, weil sie verzweifelt hoffen, daß er ihnen ihren Hund oder ihr Kind zurückgeben wird? Verhalte ich mich denn wie jemand, der etwas gegen seinen Willen tut? Nein, räumte Ricky ein. Na schön, auch gut. Wissen Sie, Ricky, ich denke, Sie sind ein Mann, der die Gelegenheit nicht beim Schopfe packt, wenn sie sich ihm bietet. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Ihnen gegenüber sitze, und statt daß Sie versuchen, sich selber zu helfen, fliehen Sie mich um Hilfe an, wo Sie nichts getan haben, um sich meinen Beistand zu verdienen. Ich hätte es wissen müssen, aber ich hegte gewisse Hoffnungen für sie. Wirklich, jetzt kaum noch, obwohl Sie machte eine abwinkende Handbewegung, die eine Antwort um Keim ersticken sollte. Kommen wir zum Geschäftlichen. Sie haben die Antwort auf Ihre Fragen heute Morgen in Ihrer Zeitung gefunden? Ricky zögerte, bevor er antwortete. Ja. Gut, deshalb hat er mich heute Abend hergeschickt, um das sicherzustellen. Wäre nicht fair, fand er, wenn Sie auf die Antworten verzichten müßten, nach denen Sie suchen. Ich war natürlich überrascht. Mr. R. hat beschlossen, Sie ein gutes Stück an sich ranzulassen, näher, als ich es für klug gehalten hätte. Wägen Sie Ihre nächsten Fragen sorgsam ab, Ricky, wenn Sie gewinnen wollen. Ich habe den Eindruck, er hat Ihnen eine große Chance gegeben, aber ab morgen früh bleibt Ihnen nur noch eine Woche Zeit, sieben Tage und noch zwei weitere Fragen. Mir ist die Zeit bewusst. Wirklich? Ich glaube, Sie haben nicht ganz begriffen. Noch nicht. Aber apropos Motivation, Mr. R. hat mir etwas mitgegeben, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Ermittlungen zu beschleunigen. Virgil beugte sich hinunter und hob die kleine Ledertasche auf, die sie zuvor unter dem Arm getragen und anschließend auf den Boden gestellt hatte. Sie öffnete die Tasche bedächtig und zog einen braunen Umschlag heraus, der sich von anderen, die Ricky kannte, nicht weiter unterschied. Sie reichte ihm den Brief über den Tisch. Machen Sie auf, sagte sie, der ist voller Motivation. Er öffnete den Verschluss. In dem Umschlag befand sich ein halbes Dutzend Schwarz-Weiß-Fotos im Format 20x25. Er zog sie heraus und sah sie sich an. Es waren jeweils zwei Bilder von insgesamt drei Objekten. Bei den ersten handelte es sich um Aufnahmen von einem jungen Mädchen, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, das ein schweißgetränktes T-Shirt zur blauen Jeans und einen Zimmermannsledergürtel um die Taille trug, dazu einen großen Hammer in der Hand. Sie schien auf einer Baustelle zu arbeiten. Auf den nächsten beiden Fotos war ein anderes, jüngeres Kind, ein Mädchen von vielleicht zwölf Jahren, das im Bug eines Kanus saß und in einer bewaldeten Gegend über einen See paddelte. Das erste Foto schien ein wenig körnig, das zweite, offenbar mit einem extrem scharfen Teleobjektiv aus einiger Entfernung geschossen, war eine Großaufnahme, nah genug, um im Mund des vor Anstrengung grinsenden Mädchens die Zahnspange erkennen zu lassen. Dann kam die dritte Reihe, Bilder von einem anderen Teenager, einem Jungen mit recht langem Haar und einem unbekümmerten Lächeln, der neben einem Straßenverkäufer auf einer Straße in Paris posierte. Alle sechs Aufnahmen schienen ohne das Wissen der Abgelichteten entstanden zu sein. Es war offensichtlich, daß die jungen Leute von den Schnappschüssen nichts mitbekommen hatten. Ricky sah sich die Fotos genau an. Dann blickte er zu Virgil auf. Ihr Lächeln war verflogen. »Kommt Ihnen einer von denen bekannt vor?« fragte sie kalt. Er schüttelte den Kopf. »Sie leben derart isoliert, Ricky. Das macht die ganze Sache so verdammt einfach. Sehen Sie genauer hin. Wissen Sie wirklich nicht, wer die drei sind?« »Nein, weiß ich nicht.« »Das sind drei entfernte Verwandte von Ihnen. Jedes dieser Kinder steht auf der Liste mit Namen, die Mr. R. ihm zu Beginn des Spiels zugeschickt hat.« Ricky sah noch einmal hin. »Paris, Frankreich, Habitat for Humanity in Honduras und Lake Winnipey Sorki in New Hampshire. Drei Jugendliche in den Sommerferien. Genau wie sie.« Er nickte. »Sehen Sie, wie schutzlos sie sind?« Können Sie, es war schwer, diese Aufnahmen zu machen? Wäre es denkbar, die Kamera gegen ein Gewehr oder eine Pistole zu tauschen? Können Sie sich vorstellen, wie einfach es wäre, eins dieser Kinder aus seiner heilen Ferienwelt zu reißen, die sie gerade genießen? »Meinen Sie, eins von denen hat auch nur die geringste Ahnung, wie nahe es möglicherweise dem Tode ist?« »Glauben Sie, eins von denen hat auch nur die geringste Vorstellung davon, daß in sieben Tagen das Leben einfach so ein blutiges, kreischendes Ende nehmen könnte?« Virgil zeigte auf die Fotos. »Schauen Sie ruhig noch einmal hin, Ricky«, sagte sie, während sich ihm die Bilder ins Gedächtnis einbrannten. Dann griff sie über den Tisch, um sie ihm aus der Hand zu nehmen. »Ich denke, es genügt, daß Sie die Porträts im Kopf behalten, Ricky. Prägen Sie sich Ihr Lachen ein. Versuchen Sie daran zu denken, wie Sie auch künftig, wenn Sie erwachsen werden, noch etwas zu lachen haben. Was für ein Leben Sie wohl einmal führen werden? Wollen Sie eins von denen oder ein anderes Kind wie dieses hier um seine Zukunft bringen, indem Sie an Ihren eigenen erbärmlichen paar Jährchen hängen, die Sie vielleicht noch haben? Virgil schwieg. Dann schnappte sie ihm die Fotos mit schlangenhafter Geschwindigkeit aus der Hand. »Die nehme ich wieder mit«, sagte sie und steckte die Bilder in ihre Mappe zurück. Sie schob ihren Stuhl vom Tisch zurück und ließ zugleich einen Hundert-Dollar-Schein auf ihren halb abgegessenen Teller fallen. »Sie haben mir den Appetit verdorben«, sagte sie, »aber da ich weiß, daß sich Ihre finanzielle Lage verschlechtert hat, bezahle ich das Essen.« Sie drehte sich zur Kellnerin um, die an einem Nachbartisch bereitstand. »Haben Sie Schokotorte?«, fragte sie. »Eine Schokokäsetorte«, erwiderte die Frau. Virgil nickte. »Bringen Sie meinem Freund hier ein Stück«, sagte sie. »Sein Leben hat mit einem Mal einen bitteren Beigeschmack bekommen, und er braucht ein bisschen was Süßes, um die nächsten Tage durchzustehen.« Damit machte sie auf dem Absatz kehrt und ließ Ricky allein zurück. Er griff nach einem Glas Wasser und merkte, daß seine Hand ein wenig zitterte, so daß die Eiswürfel klirrten. In nahezu vollkommener Isolation ging er nach Hause. Die Welt um ihn herum erschien ihm wie eine einzige Rüge, eine ständige Tantalusqual im täglichen Handel und Wandel menschlicher Existenz. Auf dem Weg zu seiner Wohnung hatte er fast das Gefühl, unsichtbar zu sein. Auf seltsame Weise fühlte sich Ricky beinahe transparent. Niemand, der vorbeiging oder fuhr, nicht einer, dessen Blick ihn streifte, würde ihn auch nur registrieren. Sein Gesicht und seine übrige Gestalt, seine Person war für alle außer seinem Verfolger vollkommen uninteressant. Sein Tod hingegen für einen fernen Verwandten von entscheidender Bedeutung. Rumpelstilzchen und stellvertretend Virgil sowie Anwalt Merlin, vielleicht auch noch ein paar Typen, denen er noch nicht begegnet war, waren die Brücke zwischen Leben und Sterben. Ricky hatte das Gefühl, als sei er in das Fegefeuer jener Menschen gestürzt, denen der Arzt die schlimmste Diagnose oder der Richter das Datum ihrer Hinrichtung mitteilt. Eine Wolke der Verzweiflung braute sich über ihm zusammen, und er fühlte sich an die berühmte Comicfigur aus seiner Jugend erinnert. Al Capps grandiose Gestalt des Joe Bifflespick, der dazu verurteilt ist, unter einer persönlichen Regenwolke einherzuschreiten, aus der ständig der Regen auf ihn heruntertropft und, wo er geht und steht, die Blitze zucken. Die Gesichter der drei jungen Leute auf den Fotos verfolgten ihn wie Geister, durchscheinend wie Nebeldunst. Er wußte, daß er ihnen Substanz verleihen mußte, damit sie für ihn reale Gestalt annahmen. Er wünschte sich, wenigstens ihren Namen zu kennen, und wußte, daß er etwas unternehmen mußte, um sie zu schützen. Während er sich ihre Züge ins Kurzzeitgedächtnis einprägte, beschleunigte er seine Schritte. Er sah die Zahnspange in diesem Lächeln, das lange Haar, den Schweiß von der körperlichen Anstrengung, und als er jedes Foto so deutlich vor sich sah, wie in dem Augenblick, als Virgil es ihm vor die Nase gehalten hatte, spannten sich seine Muskeln, und er fing zu laufen an. Er hörte, wie seine Schuhe auf dem Pflaster des Bürgersteigs klatschten, und es erschien ihm, als käme das Geräusch von irgendwo außerhalb seines Lebens, bis er auf seine Füße schaute und feststellte, daß er beinahe rannte. Die Begegnung hatte in ihm etwas losgetreten, und er wehrte sich nicht länger gegen dieses Gefühl, das neu für ihn war, auch wenn jeder, der beiseite trat, um ihn vorbeizulassen, die ausgewachsene Panikattacke unschwer in seinem Gesicht erkennen mußte. Ricky rannte, bis sein Atem rasselte und keuchte. Ein Block, der nächste, ohne anzuhalten, so daß ihm ein Schwall von Taxihupen und üblen Flüchen folgte, als er wie blind und taub weiterrannte. Er hatte nur Bilder vom Sterben im Kopf. Erst als er den Eingang zu seinem Gebäude schon vor sich sah, drosselte er das Tempo. Er blieb stehen, rang vorgebeugt nach Luft und fühlte den brennend sauren Schweiß in den Augen. Eine ganze Weile, vielleicht minutenlang, blieb er reglos stehen und rang nach Luft, während er alles außer der Hitze, dem Stechen in der Brust und dem Geräusch seines Atems aus seiner Wahrnehmung verbannte. Als er den Blick irgendwann hob, dachte er, »Ich bin nicht allein.« Dieser Moment unterschied sich im Prinzip nicht sehr von den anderen in den vergangenen Tagen, als ihn dasselbe Gefühl überkommen hatte. Es war geradezu vorhersehbar und ein klarer Fall von Paranoia. Ricky versuchte, sich in den Griff zu bekommen, dem Druck nicht nachzugeben, fast so, als wehrte er sich gegen eine heimliche Leidenschaft, ein starkes Verlangen nach einer Zigarette oder Schokolade. Es gelang ihm nicht. Er fuhr herum und versuchte, seinen Verfolger auszumachen, obwohl er wußte, wie nutzlos das war. Sein Blick irrte von möglichen Kandidaten, die gemächlich die Straße entlang schlenderten, zu leeren Fenstern in nahegelegenen Gebäuden. In der Hoffnung, irgendeine Bewegung zu registrieren, mit der sich sein gedungener Verfolger verriet, wirbelte er in alle Richtungen, doch die Chancen waren äußerst gering. Als Ricky sich wieder zu seinem Gebäude umdrehte, hatte er das sichere Gefühl, dass jemand in seiner Wohnung gewesen war, während er mit Virgil gesprochen hatte. Er machte einen Satz nach vorn und blieb ruckartig stehen. Unter Aufbietung aller Willenskraft bezwang er die Emotionen, die in ihm tobten, befahl sich, Ruhe zu bewahren und seine fünf Sinne zusammenzuhalten. Er holte tief Luft und machte sich klar, dass mit großer Wahrscheinlichkeit jedes Mal, wenn er, egal aus welchem Grund seine Wohnung verließ, Rumpelstilzchen oder einer seiner Henkersleute hinter ihm hineinschlüpfte. Diese Übergriffe waren auch nicht mithilfe eines Schlossers zu verhindern und standen nach seiner letzten Rückkehr in ein Heim ohne Licht außer Zweifel. Rickys Magen war angespannt wie bei einem Athleten nach dem Rennen. Ihm kam der Gedanke, dass sich alles, was ihm bisher widerfahren war, auf zwei Ebenen abspielte. Jede Botschaft des Mannes hatte eine wörtliche und eine symbolische Komponente. Zu Hause, so viel war klar, konnte er sich nicht mehr sicher fühlen. Langsam kroch ihm dort draußen vor dem Haus, in dem Ricky den größten Teil seines Lebens als Erwachsener verbracht hatte, die Erkenntnis hoch, dass es vielleicht keinen einzigen Winkel mehr in seinem Leben gab, in den sein Verfolger nicht vorgedrungen war. Zum ersten Mal dämmerte ihm, »Ich muß einen Ort finden, an dem ich sicher bin.« Ohne die blasseste Ahnung, wo er innerlich wie äußerlich einen solchen Zufluchtsort auftreiben konnte, schleppte sich Ricky die Stufen zu seiner Wohnung hoch. Zu seiner Verwunderung gab es keinerlei offensichtliche Anzeichen dafür, dass diesmal jemand eingedrungen war. Die Lampen funktionierten normal, im Hintergrund surrte die Klimaanlage vor sich hin. Dieser sechste Sinn, die panische Angst, dass jemand da gewesen war, blieb aus. Er schloß die Tür hinter sich ab und fühlte eine Woge der Erleichterung. An seinem rasenden Puls konnte das nichts ändern, ebenso wenig am Zittern seiner Hand, das sich nicht gebessert hatte, seit Virgil ihn im Restaurant hatte sitzen lassen. Er hielt die Hand vors Gesicht, um das nervöse Zucken zu diagnostizieren, doch sie war trügerisch ruhig. Er traute der Sache nicht mehr. Es war, als könnte er eine fortschreitende Erschlaffung in den Muskeln und Sehnen tief in seinem Körper spüren, sodass er möglicherweise jeden Moment die Kontrolle verlor. Die Erschöpfung zerrte an seinen Gliedern und breitete sich in jedem Winkel seines Körpers aus. Er verstand nicht, wieso er nach dem bisschen Rennen kaum noch Luft bekam. »Du brauchst dringend eine Runde Schlaf«, sagte er laut vor sich hin und erkannte den Tonfall wieder, den er gegenüber Patienten anschlug. »Du brauchst Ruhe. Du musst deine Gedanken sammeln und Fortschritte sehen.« Zum ersten Mal dachte er daran, nach dem Rezeptblock zu greifen und sich selbst ein Beruhigungsmittel zu verschreiben. Er wußte, dass er einen klaren Kopf benötigte, was sich als immer schwieriger erwies. Er hasste Tabletten, doch dieses eine Mal war er vielleicht darauf angewiesen. Einen Stimmungsauffäller, überlegte er. Ein Schlafmittel, damit er Ruhe fand. Dann vielleicht morgens einen Amphetamin, damit er sich im Lauf der verbleibenden Woche vor Rumpelstilzjens Ultimatum konzentrieren konnte. Ricky hatte ein selten benutztes Exemplar des kompakten Arzthandbuchs, eines Arzneimittelführers in der Schublade, und er steuerte seinen Schreibtisch an, während er überlegte, dass die rund um die Uhr geöffnete Apotheke zwei Häuserblocks entfernt ihm alles liefern würde, was er telefonisch bestellte. Er setzte sich auf seinen Sessel und hatte im Handbuch schnell gefunden, was er brauchte. Er nahm seinen Rezeptblock zur Hand und rief die Apotheke an, um zum ersten Mal seit Jahren, wie ihm schien, sein Ärzte-Passwort durchzugeben. »Name des Patienten?« fragte der Apotheker. »Die sind für mich«, sagte Ricky. Der Apotheker schwieg einen Moment. »Diese Medikamente vertragen sich nicht sonderlich gut, Dr. Starks«, sagte er. »Sie sollten vorsichtig dosieren und kombinieren. Danke für Ihre Warnung. Ich passe auf. Ich werde vorsichtig sein. Sie sollten sich nur darüber im Klaren sein, dass eine Überdosis tödlich sein kann. Dessen bin ich mir bewusst«, sagte Ricky. »Aber ein zu viel kann bei allem tödlich sein.« Der Apotheker hielt das für einen Witz und lachte. »Naja, vermutlich schon, nur, dass wir bei manchen Dingen wenigstens mit einem Lächeln auf den Lippen abtreten würden. Mein Kurier bringt Ihnen die Sachen im Laufe der nächsten Stunde vorbei. Soll ich die Sachen Ihrem Konto in Rechnung stellen? Sie haben schon eine ganze Weile nichts mehr darauf bezogen.« Ricky überlegte einen Moment und sagte, »Ja, unbedingt.« Die harmlose Frage des Mannes versetzte ihm einen tiefen Stich mitten ins Herz. Ricky wußte, dass er das letzte Mal von dem Konto bei der Apotheke Gebrauch gemacht hatte, als er für seine im Sterben liegende Frau Morphium besorgt hatte. Das war mindestens drei Jahre her. Er wirkte die Erinnerung ab und versuchte, sie innerlich herunterzuschlucken. Dann holte er tief Luft und sagte, »Der Kurier soll bitte folgendermaßen klingeln. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Dann weiß ich, dass er es ist und mache auf.« Der Apotheker überlegte einen Augenblick, bevor er fragte, »Ist das nicht das Morsezeichen für SOS?« »Richtig«, sagte Ricky. Er legte auf und ließ sich schwer gegen die Stuhllehne fallen, während ihn Bilder aus den letzten Tagen seiner Frau bedrängten. Sie waren zu schmerzhaft für ihn, und er wandte sich ein wenig ab und senkte den Blick auf die Tischplatte. Er merkte, dass die Liste der Verwandten, die Rumpelstilzchen ihm geschickt hatte, auffällig mitten auf seiner Schreibtischunterlage prangte, und einen schwindelerregenden Moment lang konnte Ricky sich nicht entsinnen, sie dorthin gelegt zu haben. Langsam streckte er die Hand danach aus und zog das Blatt heran, das sich augenblicklich mit den Gesichtern der jungen Leute füllte, die Virgil ihm auf den Tisch geknallt hatte. Er ging die Namen auf der Seite durch und versuchte, die Gesichter mit den Buchstaben zu verknüpfen, die ihm vor den Augen flirrten wie die Hitze, die bei einer Autofahrt aus dem Highway aufstieg. Er versuchte, sich zusammenzureißen, denn er wußte, dass ihm die Zuordnung unbedingt gelingen mußte, dass das Leben eines Menschen davon abhängen konnte, ohne dass derjenige es ahnte. Bei dem Versuch, sich zu konzentrieren, blickte er nach unten. Urplötzlich verwirrt sah er sich um, und seine Augen schossen hin und her, während ihm ein unbehagliches Gefühl durch die Glieder zuckte. Er merkte, wie er einen trockenen Mund bekam und sich ihm der Magen umdrehte. Er hob einzelne Notizen, Schreibblöcke und anderen Papierkram hoch, auch wenn er im selben Moment wußte, dass das, wonach er suchte, verschwunden war. Rumpelstilzjens erster Brief, in dem er ihm die Grundzüge des Spiels erklärte und die ersten Hinweise gab, war von seinem Schreibtisch entfernt worden. Der handgreifliche Beweis für das, was Ricky drohte, war nicht mehr da. Was nichts daran änderte, wie reell diese Bedrohung war. Er strich einen weiteren Tag in seinem Kalender aus und notierte auf dem Block, der vor ihm lag, zwei Telefonnummern. Die erste gehörte zu Detective Regans von der New York City Transit Authority Police. Bei der zweiten handelte es sich um eine Nummer, die er seit Jahren nicht mehr gewählt hatte, sodass er Zweifel hegte, ob sie überhaupt noch gemeldet war. Es war der Anschluss von Dr. William Lewis. Vor 25 Jahren war Dr. Lewis der Psychoanalytiker gewesen, der Ricky ausgebildet, der Rickys eigene Analyse vorgenommen hatte, die er für seine Zulassung brauchte. Es gehörte zu den kuriosen Besonderheiten dieses Berufs, dass jeder, der die Methode praktizieren will, sich erst einmal selbst behandeln lassen muss. Ein Herzchirurg käme nie auf den Gedanken, sich als Teil seiner Ausbildung selbst und das Messer zu begeben, ein Analytiker dagegen schon. Die zwei Nummern kamen ihm in den Sinn, standen für zwei völlig gegensätzliche Hilfsquellen. Er war sich keineswegs sicher, ob eine davon tatsächlich Hilfe versprach, doch er war auch nicht sicher, ob er noch in der Lage war, all diese Ereignisse für sich zu behalten, wie Rumpelstielzchen empfohlen hatte. Er mußte mit jemandem reden. Wer der richtige Ansprechpartner war, würde sich allerdings erst erweisen. Die Kommissarin meldete sich beim zweiten Klingelzeichen mit einem knappen »Riggins«, »Detective Dr. Frederick Starks«, »Sie erinnern sich bestimmt, wir haben letzte Woche über den Tod eines meiner Patienten gesprochen.« Einen Moment lang herrschte am anderen Ende Schweigen, nicht mangels Erinnerungsvermögen, sondern eher vor der Überraschung über den unverhofften Anruf. »Sicher, Doktor. Ich hatte Ihnen eine Kopie des Abschiedsbriefs zugeschickt, den wir noch gefunden hatten. Ich dachte, der Fall wäre damit ziemlich eindeutig geklärt. Was macht Ihnen zu schaffen, Doktor?« Ich dachte, ich könnte vielleicht mit Ihnen über einige Umstände in Verbindung mit dem Tod von Mr. Zimmerman reden. »Was für Umstände, Doktor?« »Lieber nicht am Telefon.« Die Polizistin lachte kurz auf, als sei das Anliegen amüsant. »Das klingt schrecklich melodramatisch, Doktor, aber klar. Wollen Sie herkommen?« »Ich nehme an, Sie haben irgendwo eine Räumlichkeit, wo wir unter vier Augen sprechen können.« »Selbstverständlich. Wir haben ein grässliches, kleines Verhörzimmer, wo wir den unterschiedlichsten verdächtigen Geständnisse entlocken. Eigentlich dasselbe wie in Ihrer Praxis, nur weniger zivilisiert und sehr viel schneller.« Ricky winkte an der Straßenecke ein Taxi heran, mit dem er zehn Häuserblocks nach Norden fuhr, wo er sich an der Ecke Madison und 96. absetzen ließ. Er betrat den erstbesten Laden, bei dem es sich zufällig um ein Geschäft für Damenschuhe handelte, verbrachte genau 90 Sekunden damit, sich die Waren anzusehen, während er regelmäßig durch das Schaufenster auf die Ampel an der Ecke schielte. Kaum sprang sie auf Grün, verließ er den Laden und überquerte die Straße, um ein weiteres Taxi heranzuwinken. Diesem Fahrer wies er an, Richtung Süden bis zur Grand Central Station zu fahren. Für die Mittagszeit an einem Sommertag war der Bahnhof nicht sonderlich belebt. Ein stetiger Menschenstrom verteilte sich in dem höhlenartigen Labyrinth auf die Pendlerzüge der U-Bahn-Verbindung, machte einen Bogen um den einen oder anderen singenden oder murmelnden Obdachlosen, der in der Nähe der Eingänge lungerte, lief achtlos an den großen, grellen Werbeflächen vorüber, die die Grand Central mit einem überirdischen Licht erfüllten. Ricky fädelte sich in den Menschenstrom ein und versuchte, auf seinem Weg quer durch den Bahnhof möglichst zügig mitzulaufen. Dies war ein Ort, an dem man sich nicht gern unentschlossen zeigte. Und so lief er in der Parade dieser zielstrebigen Menschen mit und wappnete sich, wie sie, mit diesem eisernen Gesichtsausdruck gegen den Rest der Menschheit, jeder Passant eine eigene kleine Insel im Strom. So schwammen sie alle, nicht haltlos, sondern innerlich fest verankert, stetig im Fahrwasser mit. Nur, daß er sich bei aller Verstellung innerlich ankerlos fühlte. Er nahm den erstbesten einfahrenden Zug nach Westen, fuhr bis zur nächsten Station, sprang rasch auf den Bahnsteig und lief die Treppe zur wie im Backofen glühenden Straße hoch, wo er wiederum das nächste Taxi nahm, das er erwischte. Dabei sorgte er dafür, daß der Wagen nach Süden, also genau in die entgegengesetzte Richtung, fuhr. Er ließ den Mann eine Runde um den Häuserblock drehen, dann in eine Querstraße einbiegen, wo er sich zwischen Lieferwagen hindurch manövrieren mußte, während Ricky unentwegt durch die Heckscheibe starte, um zu sehen, wer ihnen vielleicht folgte. Für den Fall, daß Rumpelstilzchen oder Virgil oder Merlin oder wer sonst noch für seinen Widersacher arbeitete, ihm unbemerkt hatte folgen können, rechnete sich Ricky keinerlei Chancen aus. Er sackte geräuschvoll in den Sitz und fuhr schweigend zur Station der Transit Authority Police in der 96. Ecke Broadway. Als er zur Tür des Kommissariats hereinkam, erhob sich Detective Riggins. Sie wirkte nicht annähernd so erschöpft wie bei ihrer ersten Begegnung, auch wenn ihre Kleidung fast unverändert war. Modische dunkle Hose zu unpassenden Sportschuhen, hellblaues Anzughemd mit locker gebundenem rotem Schlips, daneben einen Schulterhalfter aus braunem Leder mit einer kleinen Automatik links von ihrer Brust. Eine höchst seltsame Erscheinung, mußte Ricky denken. Die Polizistin kombinierte Männerkleidung mit einem femininen Zug, während ihr Make-up und Parfum im Gegensatz zum insgesamt maskulinen Stil standen. Das Haar fiel ihr lässig gewählt bis auf die Schulter, während die Laufschuhe agile Schnelligkeit signalisierten. Ihr Händedruck war fest. »Freut mich, Sie zu sehen, Doc, auch wenn es, wie ich zugebe, überraschend kommt.« Ihr taxierender Blick wanderte wie bei einem Schneider angesichts eines aus der Form gegangenen Kunden, der sich in einen modischen Anzug zwängen will, ein paar Mal blitzschnell an ihm auf und ab. »Danke, daß Sie so schnell«, fing er an, doch sie unterbrach ihn mitten im Satz. »Sie sehen lausig aus, Doc. Vielleicht nehmen Sie sich Zimmermans Bekanntschaft mit einem U-Bahn-Zug ein wenig zu sehr zu Herzen.« Er schüttelte den Kopf und brachte ein zaghaftes Lächeln zu Wege. »Bisschen zu wenig Schlaf«, räumte Riggi ein. »Tatsächlich«, erwiderte Riggins ironisch. Sie deutete mit einer Armbewegung auf einen Nebenraum, das Verhörzimmer, von dem sie gesprochen hatte. Der enge Raum war kahl und menschenfeindlich, bar jeder Dekoration, und ein einziger Tisch aus Metall mit drei passenden Klappstühlen in der Mitte bildete das einzige Mobiliar. Der Tisch hatte eine Linoleumplatte, die von Kratzern und Tintenflecken verunstaltet war. Er dachte an sein Sprechzimmer, besonders an die Couch und an die Bedeutung jedes Gegenstandes in Sichtweite des Patienten für den Behandlungsverlauf. Die triste Mondlandschaft, in der er stand, war eine schreckliche Umgebung für Geständnisse, aber schließlich handelte es sich bei den Geständnissen, die hier zu hören waren, auch um schreckliche Taten. Riggins hatte seine Gedanken wohl erraten, denn sie sagte, »Das städtische Budget für Raumausstattung ist dieses Jahr ein bisschen dürftig ausgefallen. Wir mussten uns von den Picassos an den Wänden und den Roche-Boubois-Möbeln trennen.« Sie deutete auf einen der Eisenstühle. »Setzen Sie sich, Doktor, und sagen Sie mir, was Sie bedrückt.« Detective Riggins konnte ein Grinsen nur mühsam unterdrücken. »So oder so ähnlich klingt das doch sicher bei Ihnen.« »Mehr oder weniger«, erwiderte Riggi, »auch wenn ich nicht weiß, was darin so lustig ist.« Riggins nickte und schwächte den amüsierten Unterton ab. »Bitte um Entschuldigung«, sagte sie, »nur wegen der verkehrten Rollen, Doktor Starks. Schließlich kriegen wir hier Leute aus ihren gehobenen Kreisen nicht alle Tage zu Gesicht. Die Transit Authority Police hat es mit ziemlich gewöhnlichen und hässlichen Straftaten zu tun, meistens Raubüberfälle, Bandenkriminalität, obdachlose geratenen Schlägereien, die mit Totschlag enden. Was belastet Sie dermaßen? Ich verspreche Ihnen, die Sache äußerst ernst zu nehmen.« »Es amüsiert Sie, mich so zu sehen.« »Unter Stress?« »Ja, gebe ich zu. Mit Psychiatrie haben Sie nichts am Hut.« »Nein. Ich hatte einen Bruder, der depressiv und schizophren war und von einer Anstalt in die andere kam, und jeder Arzt hat ihn nur tot gequatscht. Daher die Vorurteile. Lassen wir es dabei bewenden.« Riggi schwieg, bevor er sagte, »na ja, meine Frau ist vor ein paar Jahren an Eierstockkrebs gestorben, aber ich habe nicht die Ärzte gehasst, die ihr nicht helfen konnten, sondern die Krankheit. Riggins nickte wieder. Der Punkt geht an Sie. Riggi war nicht sicher, wo er beginnen sollte, und so kam er zu dem Schluss, dass er genauso gut mit Zimmerman anfangen konnte wie irgendwo sonst. »Ich habe die Abschiedszahlen gelesen«, sagte er. »Um ehrlich zu sein, klang sie nicht nach meinem Patienten. Ob Sie mir wohl sagen könnten, wo Sie sie gefunden haben?« Riggins zuckte ein wenig die Achseln. »Wieso nicht? Sie lagen auf dem Kissen seines Bettes in seiner Wohnung, fein säuberlich gefaltet und nicht zu übersehen.« »Wer hat den Brief gefunden?« »Ich selbst.« »Nachdem ich mit den Zeugen fertig war und mit ihnen geredet hatte, bin ich am nächsten Tag in seine Wohnung gegangen und habe ihn sofort gesehen, als ich sein Schlafzimmer betrat.« Zimmermans Mutter, sie ist bettlägerig. Sie war nach dem ersten Anruf so verstört, dass ich die Sanitäter geholt habe, die sie für ein paar Nächte ins Krankenhaus eingewiesen haben. Soweit ich weiß, kommt sie in den nächsten Tagen in ein Heim für betreutes Wohnen in Rockland County. Der Bruder kümmert sich drum. Telefonisch, von Kalifornien aus. Scheint nicht allzu sehr von der Rolle zu sein, nach dem, was passiert ist, und vor Menschlichkeit sprüht er wohl auch nicht gerade besonders in Bezug auf seine Mutter. »Nur, dass ich das richtig verstehe«, sagte Riggi. »Die Mutter kommt ins Krankenhaus, und am nächsten Tag finden Sie den Brief?« Detective Riggins lächelte matt. »Na ja, ich weiß auch, dass Zimmerman ihn da nicht irgendwann nach drei Uhr nachmittags hingelegt hat, weil er da nämlich schon den Zug genommen hatte, bevor er erhielt, was wohl keine so gute Idee gewesen ist. Jemand anders könnte ihn da hingelegt haben. Sicher, wenn man in allen Ecken und Winkeln Verschwörungen sieht, wenn man die Flöhe husten hört, Doktor, er war unglücklich und ist vor einen Zug gesprungen, das kommt vor.« »Dieser Brief«, beharrte Riggi, »der war getippt, nicht wahr? Und ohne Unterschrift. Ich meine, der Name war auch getippt.« »Ja, auch das ist richtig. Mit dem Computer geschrieben, nehme ich mal an.« »Ja, wieder richtig. Doktor, Sie klingen schon wie ein Ermittler.« Riggi überlegte einen Moment. »Ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört, dass man Schreibmaschinen zurückverfolgen kann, dass jede Type auf unverwechselbare Art und Weise auf das Papier anschlägt. Gilt das auch für einen Computerdrucker?« Riggi entschüttelte den Kopf. »Nein.« Riggi überlegte. »Ich kenne mich mit Computer nicht aus,« sagte er. »Bei meiner Tätigkeit habe ich nie einen gebraucht.« Er starrte die Polizistin ihm gegenüber an, die sich angesichts seiner Fragen ein wenig unbehaglich zu fühlen schien. »Aber wird nicht im Apparat selbst alles festgehalten, was darauf geschrieben wurde?« »Auch da haben Sie recht. Auf der Festplatte gewöhnlich. Und ich sehe auch, worauf Sie hinaus wollen. Nein, ich habe nicht Zimmermans Computer überprüft, um zu sehen, ob er diesen Brief tatsächlich auf seinem PC, der im Schlafzimmer stand, geschrieben hat. Ein Mann springt vor einen Zug, und auf dem Kopfkissen bei ihm zu Hause finde ich einen Abschiedsbrief. Ein solches Szenario liegt nicht unbedingt weitere Ermittlungen nahe. Dieser Computer an seinem Arbeitsplatz, dazu hätten eine Menge Leute Zugang, oder? Ich würde mal annehmen, er benutzt ein Passwort, um seine Dateien zu schützen, aber kurz gesagt lautet die Antwort »Ja«. Ricky nickte und saß eine Weile schweigend da. Riggins wechselte die Haltung, bevor sie fortfuhr. »Also, Sie erwähnten Umstände in Verbindung mit diesem Todesfall, über die Sie mit mir sprechen wollten. Worum handelt es sich dabei?« Ricky holte tief Luft, bevor er sagte »Ein Angehöriger einer ehemaligen Patientin droht damit, mir oder meinen Verwandten Schaden zuzufügen, den er nicht näher benennt. Zu diesem Zweck hat derjenige bereits einige Schritte unternommen, die mein Leben empfindlich, drastisch beeinträchtigen. Zu diesen Maßnahmen gehören vorgetäuschte Beschwerden gegen meine berufliche Integrität, elektronische Zugriffe auf meine Finanzen, Einbrüche in meine Wohnung, Übergriffe auf meine Privatsphäre und die Forderung, daß ich Selbstmord begehe. Ich habe Grund zu der Annahme, daß Zimmermanns Tod zu diesen systematischen, schweren Schikanen gehört, denen ich seit einer Woche ausgesetzt bin. Ich glaube nicht, daß es Selbstmord war.« Riggans Augenbrauen schnellten in die Höhe. »Du lieber Himmel, Dr. Starks, klingt, als hessen Sie ganz schön in der Tinte. Eine ehemalige Patientin? Nein, das Kind einer Patientin. Im Moment weiß ich noch nicht, welche. Und Sie meinen, derjenige, der es auf Sie abgesehen hat, der hat auch Zimmermann dazu überredet, vor den Zug zu springen? Nicht überredet, vielleicht wurde er geschubst. Es war viel los, und niemand hat gesehen, daß er geschubst wurde. Schlechterdings, niemand. Daß es keine Augenzeugen gibt, heißt noch nicht, daß es nicht so war. Ist es nicht ganz natürlich, daß jeder Richtung Zug sieht, wenn er in die Station einfährt? Wenn Zimmermann ganz hinten in der Menge stand, wie es das Fehlen von Augenzeugen nahelegt, wie schwer wäre es da wohl gewesen, ihn ein bisschen zu rempeln? Nun ja, Doktor, das ist richtig. Das wäre nicht schwer, überhaupt nicht schwer. Und so, wie Sie es beschreiben, passiert es tatsächlich ab und zu. Über die Jahre hatten wir ein paar Morde, die in dieses Schema passen. Und es stimmt auch, daß bei der Einfahrt des Zuges alle Augen natürlicherweise in eine Richtung wandern, so daß am Ende der Plattform so ziemlich alles passieren kann, ohne daß es jemand sieht. Aber in diesem Fall haben wir Lou Anne, die sagt, er ist gesprungen. Sie mag zwar nicht ganz zuverlässig sein, aber immerhin, und wir haben es mit einem Abschiedsbrief und einem unglücklichen Mann mit einer schwierigen Mutterbeziehung zu tun, der auf ein Leben blickt, das viele als Enttäuschung bezeichnen würden. Riggi schüttelte den Kopf. Jetzt klingen Sie ein bisschen so, als wollten Sie sich rausreden, mehr oder weniger so, wie Sie es mir bei unserem ersten Gespräch vorgeworfen haben. Diese Bemerkung brachte Detective Riggins zum Schweigen. Sie fixierte Riggi lange, bevor sie sagte, »Doktor, ich habe das Gefühl, Sie sollten mit dieser Geschichte zu jemandem gehen, der Ihnen helfen kann.« »Und an wen hatten Sie da gedacht?«, fragte er. »Sie sind Kommissarin. Ich habe Ihnen kriminelle Handlungen gemeldet, oder etwas, das nach kriminellen Handlungen aussieht. Müssten Sie das nicht irgendwie in einem Bericht festhalten? Wollen Sie eine förmliche polizeiliche Meldung machen?« Riggi nahm die Kommissarin fest ins Visier. »Sollte ich?« »Was passiert dann?« »Ich gebe Sie an meinen Vorgesetzten weiter, der Sie für verrückt halten wird und durch die bürokratische Mühle schickt, und in ein paar Tagen bekommen Sie einen Anruf von einem anderen Kommissar, der noch skeptischer ist als ich. Mit wem haben Sie bis jetzt über diese anderen Dinge gesprochen?« »Nun ja, mit den zuständigen Leuten bei den Banken und der Psychoanalytic Society. Melden die sowas nicht routinemäßig dem FBI oder einer staatlichen Ermittlungsbehörde, wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass es sich um kriminelle Machenschaften handelt? Klingt mir so, als müssten Sie mit jemandem im Betrugsdezernat bei der Kripo New York reden. Wenn ich Sie wäre, würde ich vielleicht einen Privatdetektiv anheuern und mir einen verdammt guten Anwalt nehmen. »Was muss ich tun, um die Sache der Kripo New York zu melden? Ich gebe Ihnen einen Namen und eine Nummer. Und Sie meinen nicht, dass Sie der Sache nachgehen sollten, dass Sie den Fall Zimmerman wieder aufrollen müssen.« Detective Riggins kam ins Grübeln. Sie hatte sich während der Unterhaltung keine Notizen gemacht. »Möglich«, sagte sie bedacht. »Ich werde darüber nachdenken. Es ist schwer, einen Fall wieder zu eröffnen, wenn er einmal offiziell abgeschlossen ist. Aber nicht unmöglich.« »Schwierig, aber nicht unmöglich.« »Können Sie sich von Ihrem Vorgesetzten eine entsprechende Vollmacht einholen?« fing Ricky an. »Ich glaube nicht, dass ich das schon an dieser Stelle tun möchte,« sagte die Polizistin. »Habe ich meinem Vorgesetzten erst gesagt, dass es ein offizielles Problem gibt, trete ich eine bürokratische Lawine los. Ich denke, ich werde einfach selber ein bisschen rumschnüffeln.« »Vielleicht.« »Wissen Sie was, Doktor? Wie wäre es, wenn ich mir erst mal selber ein paar Dinge genauer anschaue und mich dann wieder bei Ihnen melde? Zumindest kann ich den Computer überprüfen, den Zimmerman in seinem Schlafzimmer hatte. Vielleicht finde ich ja eine Zeitangabe bei der Datei mit dem Abschiedsbrief. Ich mache mich heute Abend oder morgen dran. Wie finden Sie das?« »Gut«, sagte Ricky. »Besser heute Abend als morgen. Ich stehe unter einem gewissen Zeitdruck. Und gleichzeitig könnten Sie mir Namen und Nummer der richtigen Leute bei der Kripo New York geben.« Das schien ein vernünftiges Arrangement zu sein. Die Polizistin nickte. Es erfüllte Ricky mit Genugtuung, daß der leicht spöttische, sarkastische Ton aus ihrer Stimme gewichen war, seit ihr schwante, daß sie den Fall vielleicht vermasselt hatte. Selbst wenn sie auch nur entfernt an diese Möglichkeit dachte, war ein fälschlich als Selbstmord eingestufter Mord in einer Welt, in der Beförderungen und Gehaltserhöhungen so eng an den erfolgreichen Abschluss von Ermittlungen geknüpft waren, der schiere Albtraum des Bürokraten. »Ich erwarte Ihren Anruf so bald wie möglich«, sagte er. Dann erhob sich Ricky mit dem Gefühl, daß er gerade einen Pluspunkt für sich verbuchen konnte. Kein Siegesrausch, aber immerhin doch das Gefühl, ein bisschen weniger allein auf der Welt zu sein. Ricky nahm ein Taxi zur Met im Lincoln Center, die außer ein paar Touristen und den Leuten vom Sicherheitsdienst wie ausgestorben war. Vor den Toiletten stand, wie er wußte, eine Reihe Münztelefone. Der Vorteil dieser Fernsprecher war, daß er von dort aus einen Anruf machen konnte und zugleich jeden im Visier hatte, der vielleicht versuchte, ihm in die Oper zu folgen. Er bezweifelte, daß irgendjemand nahe genug an ihn herankam, um mitzuhören, mit wem er telefonierte. Die Nummer, die er für Dr. Lewis hatte, stimmte wie erwartet nicht mehr. Doch er wurde an eine andere Nummer mit einer anderen Vorwahl weiter verwiesen. Er warf fast alle Viertel-Dollar-Münzen ein, die er noch hatte. Als er es Tuten hörte, überlegte er, daß Dr. Lewis inzwischen wahrscheinlich gut über 80 war, und es fragte sich, ob er ihm überhaupt helfen konnte. Andererseits wußte Ricky, daß er nur so einen klaren Blick auf seine Situation gewinnen konnte, und da alles, was er unternahm, einem Verzweiflungsakt gleichkam, sollte er es nicht unversucht lassen. Es klingelte mindestens achtmal am anderen Ende, bevor er abgehoben wurde. »Ja.« »Dr. Lewis, bitte.« »Am Apparat.« Ricky hatte die Stimme seit zwanzig Jahren nicht mehr gehört, und sie löste Gefühle in ihm aus, die ihn selbst erstaunten. Es war, als ob ein Sturzbach aus Angst und Hass, aus Liebe und Frustration in seinem Innern losbrach, so daß er nur mühsam Haltung bewahrte. »Dr. Lewis, hier spricht Dr. Frederick Starks.« Ein Moment lang schwiegen beide Männer, als wäre die plötzliche Wiederbegegnung am Telefon ein wenig zu viel für sie. Dr. Lewis ergriff als erster das Wort. »Da hol mich der Teufel. Wie schön, von Ihnen zu hören, Ricky, auch nach so vielen Jahren. Ich kann's kaum fassen. Es tut mir leid, Dr. Lewis, so mit der Tür ins Haus zu fallen, aber ich wußte nicht, an wen ich mich sonst hätte wenden sollen.« Wieder herrschte kurzes Schweigen. »Sie sind in Schwierigkeiten, Ricky.« »Ja, und die Mittel der Selbstanalyse sind unzulänglich.« »Ja, ich hatte gehofft, Sie könnten vielleicht ein bisschen Zeit für ein Gespräch erübrigen.« »An sich praktiziere ich nicht mehr«, sagte Lewis. »Der Ruhestand, das Alter. Die Zipperlein, es ist schrecklich, alt zu werden. So vieles, was einem einfach entgleitet. Kann ich zu Ihnen kommen?« Der alte Mann überlegte. »Sie klingen ziemlich gehetzt. Es geht um etwas Ernstes. Sie haben schlimme Probleme. Ich bin in großer Gefahr, und mir bleibt wenig Zeit.« »Na, na, na.« Ricky sah förmlich das Lächeln im alten Gesicht des Psychoanalytikers. »Das klingt ja hochinteressant. Und Sie meinen, ich kann Ihnen helfen? Ich weiß nicht, immerhin möglich.« Der ältere Kollege ließ das erst einmal auf sich wirken, bevor er erwiderte, »aus Ihnen spricht unser Berufsstand. Sie werden hier rauskommen müssen, fürchte ich. Hab keine Praxis mehr in Manhattan. Und wo ist hier? Greenback,« sagte Dr. Lewis und nannte eine Adresse in der River Road. »Der ideale Ort, um seinen Ruhestand zu verbringen. Außer, dass es im Winter verdammt kalt und vereist ist. Um diese Zeit aber wunderschön. Sie können einen Zug von der Pennsylvania Station nehmen. Wenn ich heute Nachmittag ankomme, ich empfange Sie, egal wann Sie kommen. Das ist einer der wenigen Vorteile des Ruhestands. Dringende Termine sind höchst selten. Nehmen Sie sich vom Bahnhof aus ein Taxi, und ich erwarte Sie so um sieben, acht herum.« Er ließ sich so weit hinten im Zug wie möglich mit einem knirschenden Geräusch in einen Ecksetz fallen und blau in der Mitte. Segelboote schnitten durch das Wasser und warfen weiße Gischtfontänen auf, während sich das eine oder andere Containerschiff durch die tiefste Fahrrinne wälzte. In der Ferne ragten von dunkelgrünen Baumgruppen bekrönt die Palisaden mit ihren grauen-braunen Felsspitzen in den Horizont. Herrschaftliche Villen waren in die weiten Rasenflächen eingestreut. Prachtbauten von einer Größe, die einen schier unvorstellbaren Reichtum bezeugte. Am Westpoint erhaschte er einen Blick auf die Militärakademie hoch oben über dem Fluß. Die trutzigen grauen Gebäude schienen so stramm zu stehen wie die uniformierte Verlangs der Kadetten. Der Hatzen war breit und spiegelglatt, und Ricky konnte sich mühelos in den Entdecker hineinversetzen, der dem Fluß 500 Jahre zuvor den Namen gegeben hatte. Eine Weile betrachtete er die Wasserfläche, ohne ganz sicher sagen zu können, in welche Richtung die Strömung verlief. Ob nach New York in seinem Rücken und von dort aus ins Meer, oder von den Gezeiten und der Erddrehung angetrieben nach Norden. Es irritierte ihn ein wenig, daß er noch so lange auf die Oberfläche starren konnte, ohne die Zielrichtung zu wissen oder erraten zu können. In Rienbeck stieg nur eine Handvoll Fahrgäste aus, und Ricky blieb noch eine Weile unschlüssig auf dem Bahnsteig stehen, um sich jeden genau anzusehen, da er die Sorge nicht loswerden konnte, daß ihm trotz seiner Vorsichtsmaßnahmen jemand gefolgt war. Da gab es ein paar junge Leute um die Zwanzig in Jeans und Shorts, die miteinander lachten, eine Frau im mittleren Alter mit einer Meute von drei Kindern, die Mühe hatte, gegenüber einem kleinen, blonden Jungen nicht die Geduld zu verlieren, zwei gehetzt wirkende Geschäftsmänner, die ihre Handys zückten, noch bevor sie das Bahnhofsgebäude erreicht hatten, kein einziger der Reisenden sah auch nur einmal zu Ricky herüber. Nur der kleine Junge blieb vor ihm stehen und schnitt ihm eine Fratze, um im nächsten Moment vom Bahnsteig aus die lange Treppe hinaufzustürmen. Ricky wartete, bis der Zug sich erst langsam, dann schneller mit metallischem Kreischen in Bewegung setzte. Als er sich endlich davon überzeugt hatte, daß sonst niemand mehr ausgestiegen war, folgte Ricky den anderen zum Bahnhof. In dem alten Backsteingebäude halten seine eiligen Schritte vom Fliesenboden wieder, während die kühle Luft der Spätnachmittagshitze trotzte. Auf einem einsamen Schild mit rotem Pfeil über einer breiten Flügeltür stand Taxis. Er verließ das Gebäude und konnte nur eine einzige schmuddelig-weiße Limousine entdecken, die neben der Taxi-Lizenz an der Seite und dem unbeleuchteten Emblem auf dem Dach eine Beule in einem der vorderen Kotflügel zierte. Der Fahrer warf gerade den Motor an, als er Ricky erspähte und scharf rechts an den Bordstein fuhr. »Brauen Sie ein Taxi?« »Ja, bitte«, erwiderte Ricky. »Na denn, ich bin der Letzte hier. Gerade drauf und dran zu fahren, als ich Sie durch die Tür spazieren sehe. Springen Sie rein!« Ricky folgte der Aufforderung und gab dem Mann die Anschrift von Dr. Lewis. »Aha, top Adresse«, sagte der Fahrer und gab so kräftig Gas, daß die Reifen sich ein wenig beklagten, als sie das Bahnhofsgelände verließen. Die Fahrt zum Haus des alten Psychoanalytikers führte sie auf eine schmale, zweispurige Straße, die sich durch die Landschaft wand. Stattliche Eichen bildeten ein Baldachin über der Fahrbahn, und das letzte sommerabendliche Licht schien wie Mehl durch ein Sieb, gemächlich durch die Schatten links und rechts zu rieseln. Die Hügelketten zogen sich in sanften Wellen dahin wie die Dünung auf dem stillen Meer. Auf einigen Feldern standen Pferde in Gruppen zusammen, und in der Ferne ragten große, imposante Villen auf. Die nähe zur Straße gelegenen Anwesen waren antik, oft Schindelbauten, und von den kleinen, auffällig platzierten Schildern war das Baujahr abzulesen, so daß jeder, der vorbeikam, erfuhr, daß er ein Haus aus dem Jahr 1788 oder 1902 vor Augen hatte. In mehr als einem farbenfrohen Blumengarten saß ein Eigentümer Rittlings auf einem kleinen Traktorrasenmäher und schnitt eine makellos grüne Schneise in den Rasen. Es war eine Gegend für Eskapisten, dachte er. Er vermutete, daß das eigentliche Leben der meisten Bewohner in den Straßenfluchten von Manhattan angesiedelt war, wo sie es sich mit Geld, Macht oder Prestige und recht häufig mit allen dreien erarbeiteten. Das hier waren Wochenendhäuser und Fluchtbogen für den Sommer. Schwindelerregend teuer, dafür mit echtem Grillenzirpen bei Nacht. Der Taxifahrer sah, wie er die Blicke schweifen ließ, und sagte, »Nicht schlecht, was? Paar von den Hütten kosten echt Geld. Und am Wochenende bekommt man in keinem Restaurant mehr einen Platz, möchte ich wetten,« erwiderte Ricky. »Im Sommer oder so um die Ferienzeit, da liegen sie richtig. Aber sind ja nicht alle Stadtpflanzen. Paar von denen schlagen hier echt Wurzeln, so gerade genug, daß es keine Geisterstadt wird. Ist ein schönes Fleckchen Erde.« Er drosselte das Tempo und bog in eine Einfahrt ab. »Das Problem ist eben, daß es für New York zu gut zu erreichen ist,« sagte er. Dr. Lewis Heim gehörte zu den alten, renovierten Farmhäusern, ein schlichter, zweistöckiger Bau im Cape Steel. Auf dem strahlend weißen Anstrich prangte eine Plakette, auf der 1791 stand. Es war keineswegs das größte der Domizile, an denen Ricky vorbeigekommen war. Es war mit einem weinüberwucherten Spalier geschmückt. Am Eingang waren Blumen gepflanzt, ein kleiner Fischteich schimmerte am Rand des Gartens. Eine Hängematte sowie einige Adirondack-Gartenstühle, an denen die weiße Farbe abblätterte, befanden sich seitlich davon. Vor einem ehemaligen Stall, der nunmehr als Garage diente, parkte ein zehn Jahre alter blauer Volvo-Kombi. Das Taxi fuhr hinter ihm wieder ab, und Ricky blieb vor dem Kiesweg stehen. Ihm wurde plötzlich nur allzu bewusst, daß er mit leeren Händen kam. Er hatte keine Tasche, nicht einmal ein kleines Geschenk oder auch nur die übliche Flasche mittelteuren Weißwein dabei. Er kämpfte mit einer Flut widerstreitender Emotionen und atmete heftig ein. Angst war vielleicht nicht der richtige Ausdruck für das, was er empfand, sondern eher das Gefühl eines Kindes, das seinen Eltern eine Übertretung zu beichten hat. Ricky wollte über sich selbst schmunzeln, denn, wie er sehr wohl wußte, ist die Beziehung zwischen Analytiker und Analysant tiefgreifend, provozierend und in mancherlei Hinsicht mit der zwischen einer Autoritätsperson und einem Kind zu vergleichen, so daß er sich für seine bleiernden Füße und den beschleunigten Puls nicht zu schämen brauchte. Dies alles gehörte nun einmal zum Übertragungsprozess, bei dem der Analytiker nach und nach unterschiedliche Rollen übernimmt, die allesamt zum Verständnis beitragen. Dennoch, dachte Ricky, haben nicht viele Ärzte eine solche Wirkung auf ihre Patienten. Ein Orthopäde würde sich nach so vielen Jahren und so vielen Operationen wohl nicht einmal mehr an das betreffende Knie- oder Hüftgelenk erinnern. Da der menschliche Geist aber nun einmal etwas differenzierter, wenn auch nicht immer so funktionstüchtig ist wie ein Knie, wird sich der Analytiker vermutlich noch an das meiste erinnern. Er ging langsam weiter und betrachtete aufmerksam den Eingang, um möglichst alles in sich aufzunehmen. Er rief sich eine weitere Grundkonstellation der Analyse ins Bewusstsein. Der Arzt kennt praktisch jede emotionale und sexuelle Intimität des Patienten, der seinerseits nahezu nichts über den Therapeuten weiß. Diese Geheimnisstruktur ahmt gewissermaßen die Beziehungsmuster im wirklichen Leben und in der Familie nach, und das Vordringen in unbekannte Gefilde geht stets mit einer Mischung aus Beklommenheit und Faszination einher. Dr. Lewis weiß viel über mich, dachte Ricky, und jetzt werde ich etwas über ihn erfahren, was die Sachlage ein wenig verändert. Die Überlegung brachte ihn ein wenig ins Schwitzen. Als er noch auf halbem Wege zur Eingangstreppe war, ging die Haustür auf. Er hörte die Stimme, bevor er den Mann zu sehen bekam. »Ein bisschen unbehaglich, möchte ich wetten.« »Sie können Gedanken lesen,« erwiderte Ricky mit einem altbekannten Analytikerwitz. Er wurde in ein Arbeitszimmer geleitet, das direkt an der Frontseite des alten Hauses lag. Er ertappte sich dabei, wie er sich in alle Richtungen umsah und sich jede Einzelheit einprägte. Bücher in einem Regal, den Tiffany-Lampenschirm, den Orient-Teppich. Wie viele alte Häuser war auch dieses hier im Gegensatz zu den strahlend weißen Außenwänden innen ein wenig dunkel. Es wirkte kühl, nicht muffig, sondern frisch, als könnte es sich an die offenen Fenster und niedrigeren Temperaturen der letzten Nacht erinnern. Er roch einen zarten Fliederduft, während aus dem hinteren Bereich des Hauses Kochgeräusche kamen. Dr. Lewis war ein Mann von zartem Körperbau, mit leicht gebeugten Schultern, Glatze und Haarbüscheln, die ihm dreist aus den Ohren wucherten, was ihm ein unverwechselbares Aussehen verlieh. Seine Brille saß tief auf der Nase, so daß sie nur selten durch die Gläser zu sehen schien. Seine Hände hatten ein paar Altersflecken und zitterten kaum merklich. Er ging langsam und hinkte dabei ein wenig. Schließlich ließ er sich in einen großen, roten, prall gepolsterten Ledersessel fallen, während er Ricky das etwas kleinere Gegenstück einen Meter entfernt anbot. Ricky sank hinein. Ich bin hoch erfreut, Sie wiederzusehen, Ricky, selbst nach so vielen Jahren. Wie lange ist das jetzt her? Mindestens zehn Jahre. Sie sehen gut aus. Dr. Lewis grinste und schüttelte den Kopf. Wir sollten wohl nicht mit einer so offensichtlichen Lüge anfangen, auch wenn man in meinem Alter eine Lüge weit mehr als die Wahrheit zu schätzen weiß. Die Wahrheit ist meist so verdammt unerfreulich. Ich bräuchte eine neue Hüfte, eine neue Blase, eine neue Prostata, je zwei neue Augen und Ohren und ein paar neue Zähne. Neue Füße könnten auch nicht schaden. Meines Herz wäre vermutlich langsam fällig, aber ich bekomme nichts dergleichen. Könnte einen neuen Wagen in der Garage vertragen und dem Haus täten neue Leitungen gut. Wenn ich darüber nachdenke, mir eigentlich auch. Das Dach dagegen ist noch in Ordnung. Er tippte sich an die Stirn. Meins auch. Dann kicherte er. Aber ich bin sicher, Sie haben mich nicht aufgespürt, um zu hören, wie es mir geht. Ich vergesse meine beruflichen Prinzipien und meine Manieren. Sie essen natürlich mit mir zu Abend und ich habe das Gästezimmer für Sie herrichten lassen. Und jetzt sollte ich den Mund halten, was wir in unserem Metier doch so meisterlich beherrschen, und hören, was sie zu mir führt. Ricky überlegte einen Moment, wo er anfangen sollte. Er starrte auf den alten Mann, der in seinem Sessel versank, und hatte das Gefühl, als risse in seinem Innern eine Seite. Er fühlte, wie ihm die Selbstkontrolle schwand und die Lippen zitterten, während er mühsam herausbekam, »Ich glaube, ich habe nur noch eine Woche zu leben.« Dr. Lewis zog die Augenbrauen hoch. »Sind Sie krank, Ricky?« Ricky schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich muß mir das Leben nehmen,« antwortete er. Der alte Analytiker beugte sich vor. »Das ist allerdings ein Problem,« sagte er. Ricky mußte über eine Stunde lang wie ein Wasserfall geredet haben, ohne daß ihn Dr. Lewis mit einer einzigen Frage oder Bemerkung unterbrochen hätte. Stattdessen saß sein Lehrer, das Kinn in die Hand geschminkt, reglos da. Ein-, zweimal stand Ricky auf und schritt das Zimmer ab, als könnte die Bewegung seiner Flüße seinen Bericht beschleunigen, bevor er sich wieder in die Polster warf und fortfuhr, die Ereignisse der letzten Tage zu schildern. Bei mehr als einer Gelegenheit fühlte er, wie ihm trotz der angenehmen Zimmertemperatur, der geöffneten Fenster und der frischen Abendluft aus dem Hatzental in den Achselhöhlen der Schweiß ausbrach. Er hörte ein fernes Gewittergrollen aus den Catskill Mountains ein paar Meilen hinter dem Fluß, tiefe Donnersalven wie Artilleriebeschuss. Er entsann sich, daß der hiesigen Sage nach das Geräusch von zauberischen Zwergen und Elfen herrührte, die in den grünen Tälern Kegel spielten. Er erzählte Dr. Lewis, wie er den ersten Brief erhalten hatte. Er gab die Verse und die Drohungen wieder und erzählte ihm, welchen Einsatz dieses Spiel von ihm verlangte. Er beschrieb Virgil und Merlin so wie die Anwaltskanzlei, die es gar nicht gab. Er versuchte, nichts auszulassen. Von den elektronischen Übergriffen auf seine Konten bis zu der pornografischen Botschaft an seine entfernte Verwandte an ihrem gemeinsamen Geburtstag. Er verbreitete sich ausführlich über Zimmerman, seine Behandlung, seinen Tod und die zwei Besuche bei Detective Riggins. Er sprach über die falsche Anschuldigung wegen sexuellen Fehlverhaltens, die bei der Ärztekammer eingegangen war und bekam dabei einen roten Kopf. Manchmal plapperte er geradezu, zum Beispiel über die beiden Einbrüche in seine Praxis, das Gefühl, keine Privatsphäre mehr zu haben, oder über seine erste Anzeige bei der Times und Rumbelstilzins Antwort. Nicht immer hielt er sich an die chronologische Abfolge der Ereignisse und sprach als letztes über seine Reaktion auf die Fotos der drei Jugendlichen, die Virgil ihm vorgelegt hatte. Dann lehnte er sich schweigend zurück und starrte den alten Analytiker ihm gegenüber an, der inzwischen das Kinn in beide Hände stützte, als brauchte sein Kopf besonderen Halt, während er über das ganze Ausmaß des Unheils nachdachte, das über Riggi hereingebrochen war. »Höchst interessant«, sagte Dr. Louis schließlich, lehnte sich zurück und stieß einen langen Seufzer aus. »Ich frage mich, ob Ihr Rumbelstilzchen ein Philosoph ist. Hat nicht Camus behauptet, die einzige echte Wahl, die dem Menschen im Leben bleibt, sei die Frage, ob er Selbstmord begeht oder nicht? Die große existenzielle Frage, auf die alles hinausläuft.« »Ich dachte, das war Sartre«, erwiderte Riggi. Er zuckte die Achseln. »Juden«, erwiderte Riggi. »Juden«.. »Ideein» »Juden«, dieланte, »Juden«, »Juden«. Vielen Dank.